Mit diesem Schwenk ist auch er zufrieden, Umut Kurt, der rheinland-pfälzische Juso-Vorsitzende. Er sieht sich und seine jungen Genossen am vorläufigen Ziel. Die SPD muss definitiv linker werden. Die Jusos gehen total gestärkt aus diesem Parteitag hervor. Die Jusos sind ein Machtfaktor. Kein schneller Ausstieg aus der GroKo und keine offene Konfrontation mit den Genossen, die in Berlin Regierungspolitik umsetzen. Doch das wird nicht leichter, denn die SPD will jetzt nach Verhandlungen. Mehr Klimaschutz, mehr Investitionen und einen deutlich höheren Mindestlohn. Das neue Führungsduo will ein bisschen mitregieren, auch wenn es nicht am Kabinettstisch sitzt. Norbert Walter-Borjans mit einer deutlichen Ansage an Finanzminister Scholz. Wenn die schwarze Null einer besseren Zukunft für unsere Kinder entgegensteht, dann ist sie falsch. Dann muss sie weg. Deutliche Worte, die aber über den beschlossenen Leitantrag hinausgehen. Das unterstützt auch Kevin Kühnert, der schon früh für das neue Duo geworben hatte. Ich vertraue den beiden, dass sie sehr genau wissen, mit welcher Botschaft sie von den Mitgliedern, von der Mehrheit der Mitglieder unserer Partei am vergangenen Samstag ins Amt gewählt wurden. Und diese Botschaft war kein weiter so. Das heißt für die neue Führungsspitze, die SPD soll weiter nach links rücken. Ja, harmonischer fast ein bisschen, als man hätte erwarten können, war der Tag gestern. Bei mir ist jetzt Malu Dreyer. Bis gestern waren Sie Interimsparteivorsitzende. Jetzt sind Sie nur noch wieder Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Frau Dreyer, wo steht die SPD heute Tag 1, das neue Duo? Ja, ich denke, gestern war ein erfolgreicher Tag, denn das neue Spitzenduo ist gewählt worden. Wir haben eine sehr gute Stellvertreterriege gewählt. Und es ist wirklich ein harmonischer Parteitag gewesen, entgegen aller Vorhersagen. Das hat ganz viel damit zu tun gehabt, dass es das Team auch geschafft hat, gemeinsam alle einzubinden für das Thema Halbzeitbilanz. Und insofern ist dieser Antrag ja mit einer überwältigenden Mehrheit hier auf dem Parteitag angenommen worden. Und ich glaube, wir haben da einen sehr, sehr guten Start jetzt für die neue Parteispitze. Und heute geht es um Inhalte. Auch darauf freue ich mich. Ich frage trotzdem noch mal nach, wie erklären Sie diese Harmonie? Wie erklären Sie, dass die Linken dann doch viel harmonischer waren, als auch wir Journalisten erwartet hätten? Ja, es ist natürlich sehr viel gearbeitet worden in den letzten Tagen. Aber dem Team war natürlich auch klar, dass es wichtig ist, es alle miteinander auch einzubinden. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an den Bildern, als das Ergebnis verkündet worden ist. Da standen ja die vier Persönlichkeiten, die am Ende noch im Rennen waren. Und sie haben gemeinsam deutlich gemacht, dass wir alle hier in der Partei brauchen und nur gemeinsam wirklich auch wieder eine starke SPD werden können. Und so haben sich auch alle verhalten. Das muss man ganz klar sagen. Sie haben mitgeholfen, an diesem Antrag zu arbeiten und eben auch die unterschiedlichen Richtungen mit einzubinden. Und das war der Erfolg des Tages gestern. Was glauben Sie, wie das in Zukunft gehen soll? Was ist die wichtigste Aufgabe von Saskia Esken und Norbert Walter-Beuerns, jetzt diese beiden Flügel, die es ja trotzdem gibt, zusammenzubringen? Der Vorstand ist jetzt oder beziehungsweise die Stellvertreterriege mit Ihnen ist so aufgestellt, dass man unterschiedliche Teile oder Richtungen der Partei sehr gut abgebildet hat. Das heißt, man hat schon von Anfang an auch darauf geachtet, dass in den Persönlichkeiten wirklich auch viele abgedeckt sind in der Partei. Aber es wird auch in Zukunft darum gehen, immer wieder zu sprechen, sich auseinanderzusetzen, zu diskutieren und möglichst dann zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen. Und man darf ja nicht verkennen, heute wird ja die inhaltliche Programmatik der Zukunft auch festgelegt. Daran ist ja sehr stark gearbeitet worden mit ganz, ganz vielen aus der Partei. Und das ist eine sehr gute Grundlage auch für das neue Team, wirklich etwas Gutes daraus zu machen. Sie stellen den Antrag gleich vor. Der war ausgehandelt worden von Andrea Nahles oder mitentwickelt worden von Andrea Nahles. Zukunft des Sozialstaats. Sagen Sie kurz, was steckt dahinter? Ja, wir haben uns überlegt, dass wir natürlich auch neue Antworten für unseren Sozialstaat in dieser neuen Zeit brauchen. Wir sind geprägt von Wandel, dem digitalen, auch dem ökologischen Wandel. Und in den Arbeitsverhältnissen tut sich ganz, ganz viel. Viele Menschen sind auch verunsichert. Und deshalb ist für uns klar, es muss ein Recht auf Arbeit geben. Wir sind nicht die Partei des bedingungslosen Grundeinkommens. Wir möchten, dass die Menschen Arbeit haben, gut bezahlte Arbeit. Wir wollen tatsächlich auch die Unternehmen ein Stück weiter unterstützen oder mehr unterstützen, die tarifgebundene Arbeitsverhältnisse haben. Aber auch ein Recht auf Weiterbildung. In der Zeit der Weiterbildung muss eben auch das Lebensniveau abgesichert sein der Menschen. Denn viele, viele Jobs verändern sich zurzeit gerade draußen in unserer Welt. Und deshalb ist es wichtig, dass die Menschen die Sicherheit haben, dass sie auch zulernen können, anderes lernen können und auch Jobs haben. Und natürlich gehört dazu auch ein neues Paket der Pflege. Dafür, das war ich ganz stark verantwortlich. Und die selbstständige Kindergrundsicherung, das sind alles Themen und Auskommen im Alter, die dieses Sozialstaatskonzept beinhalten. Und ich glaube, es ist tatsächlich ein richtiger Titel, ein neuer Sozialstaat für die neue Zeit. Wir befinden uns im gesellschaftlichen Wandel. Und das sind die Antworten darauf. Und das Trauma Hartz IV endlich beenden, weil man es nicht mehr Hartz IV nennt, sondern eine neue Begrifflichkeit findet? Das war ja sehr stark die Handschrift von Andrea Nahles, Hartz IV hinter uns lassen. Und es wird auch Zeit, denn es entspricht einfach gar nicht mehr den Anforderungen der heutigen Zeit. Wir werden die Grundsicherung in Zukunft einführen. Es wird unser Bürgergeld sein. Aber das Wesentliche daran ist, dass Menschen, die arbeitslos werden, auch eine längere Zeit wieder das Arbeitslosengeld eins haben. Also die Leistungsgerechtigkeit wieder stärker hergestellt wird. Und dass der Staat und der Bürger nicht gegenseitig in einem Hierarchieverhältnis auftreten, sondern wir Part den Sozialstaat als Partner von Bürger und Bürgerinnen sehen. Und jeder Mensch auch einen Anspruch haben soll, dass er es auch schafft, wenn er länger arbeitslos ist, auch wieder in Arbeit zu kommen oder in den sozialen Arbeitsmarkt und wir ihn dabei unterstützen. Ist das ein bisschen Linksruck, den man ja auch von den neuen Parteivorsitzenden jetzt erwarte? Das kann man nennen, wie man möchte. Ich bin gar nicht so eine Frau, die das immer so einteilt. Aber klar ist schon, es ist ein ganz neuer Ansatz. Während der Zeit der hohen Arbeitslosigkeit hat auch die SPD, auch in der Regierungszeit mit den Hartz-IV-Gesetzen darauf gesetzt, dass man vor allem Menschen auch nicht nur fördert, sondern auch ganz, ganz viel fordert. Das Fördern ist aber ein bisschen zu kurz gekommen. Das sehen schon ganz viele in der Parteistin ganz, ganz lange so. Und jetzt sagen wir, nein, wir sind Partner. Der Staat soll Partner sein der Bürger und Bürgerinnen. Natürlich darf er auch etwas fordern, gar keine Frage. Aber man wird es auf Augenhöhe tun. Und das neue Bürgergeld wird dafür sorgen, dass die Menschen nicht mehr Angst haben, in Hartz IV abzustürzen nach einem langen Arbeitsleben, sondern dass sie die Sicherheit haben, auch lang die Unterstützung des Staates zu haben und dann auch die Unterstützung, dass sie auch Neues und Weiteres tun können. Ich danke Ihnen, Fadraja, für diese ersten Eindrücke von gestern und für das, was heute kommt. Ich gebe jetzt weiter zu meiner Kollegin Sarah Bildau, die im Saal steht und wahrscheinlich mit den Delegierten spricht über gestern und heute. Ganz genau, das habe ich vor. Nur die Reihen sind noch nicht ganz so gut gefüllt. So langsam trudeln die Delegierten ein. Einige stecken noch in der S-Bahn fest, wie ich gerade erfahren habe. Und einige haben auch noch Besprechungen. Aber Charlotte Britz ist bei mir vom Landesverband Saarland. Frau Britz, Sie waren natürlich auch gestern dabei. Die Querelen in der SPD haben ja so manch schlaflose Nacht dem einen oder anderen mit Sicherheit beschert in den letzten Jahren und Monaten. Gestern vermutlich haben Sie ganz gut geschlafen, oder? Ich würde jetzt sagen, ich habe auch in den letzten Monaten nicht schlecht geschlafen, aber ich habe viel nachgedacht. Und ich muss sagen, ich habe auch jetzt nicht das Gefühl, dass alles gut ist. Das habe ich gestern auch schon mal gesagt. Sondern es war schon eine sehr schwierige Situation. Man hat es ja auch an den Wahlergebnissen gesehen. Die waren ja jetzt nicht für alle überzeugend. Und die waren überraschend gut beim Spitzenduro. Hätten Sie damit gerechnet? Ja, doch. Die SPD kann schon geschlossen sein, wenn sie eine Entscheidung getroffen hat. Und aus meiner Sicht haben viele sich dann auch den Mitgliedern verpflichtet gefühlt. Und gesagt, die Mitglieder haben entschieden. Das akzeptieren wir. Und deshalb ist dann diese Entscheidung auch so gefallen. Und ansonsten, sage ich mal, ist der Vorstand ja jetzt, sage ich mal, pari-pari besetzt. Aber aus meiner Sicht wird die Arbeit jetzt beginnen. Die Inhalte sollten jetzt mal ein bisschen im Vordergrund stehen und nicht die Selbstbeschäftigung der SPD. Das hat schon eine sehr, sehr starke Rolle gespielt, auch in den Besprechungen im Vorfeld. Ist natürlich auch angeheizt worden durch bestimmte Personen. Und ich würde mich jetzt freuen, wenn wirklich die Inhalte der SPD noch mal im Vordergrund stehen. Weil das ist in den letzten Jahren doch vernachlässigt worden. Es ist nicht alles gut. Das haben Sie eben gesagt. Meinten Sie damit, dass man sich jetzt erst mal um die Inhalte kümmern muss? Und jetzt mal von diesen Personaldebatten wegkommen muss? Das meine ich. Und dann bin ich natürlich auch mal gespannt, wie die Personen nach dem Parteitag in der realen Welt dann zusammenarbeiten. Und ob dann eine Harmonie herrscht und nicht diese Disharmonie, die wir doch in den letzten Monaten hatten. Und auch teilweise die zwei Fronten. Und ich würde mir jetzt wünschen, dass es den Neuen gelingt, die auch noch mal zusammenzuführen. Trauen Sie denen das zu? Das ist nicht eine Arbeit nur der beiden Vorsitzenden, sondern das ist die Arbeit von allen, die gestern gewählt worden sind. Und die auch gesagt haben, wir müssen Verantwortung übernehmen, wir müssen zusammenstehen, wir müssen uns vertrauen. Und ich würde mir wünschen, dass das keine hohlen Phrasen sind oder Floskeln, sondern dass das wirklich umgesetzt wird. Frau Brez, jetzt haben Sie hier ein ziemlich dickes Antragsbuch vor sich liegen, mehr als tausend Seiten. Welcher Antrag ist denn von Ihrem Landesverband und was ist Ihnen wichtig? Ja, also wir haben einen Antrag gestellt zum Thema Altschuldenregelung. Und ich bin Kommunalpolitikerin und das ist für mich eines der drängendsten Probleme in Deutschland. Kai, wir haben keine gleichberechtigten Lebensbedingungen und ich bin auch, ich war Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Zerbrücken in einem Bündnis von Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern bundesweit, die sich für dieses Thema eingesetzt haben. Wir haben mit allen Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag geredet und haben jetzt eine große Unterstützung durch Olaf Scholz, der auf das Thema eingegangen ist. Und ich würde mir jetzt wünschen, dass die CDU-Seite, deren Minister zumindest im Saarland und der aus dem Saarland kommende Wirtschaftsminister, uns die Unterstützung zugesagt haben. Und ich würde mir wünschen, dass die Vorsitzende der CDU Deutschlands dann auch jetzt endlich diese Entscheidung trifft, weil in den Kommunen leben die Menschen. Das ist die Basis. Da sind die Wurzeln. Und diese Menschen, die haben es verdient, in allen Teilen Deutschlands entsprechend leben zu können. Und deshalb ist das für mich die entscheidendste Frage. Und ich gehe auch davon aus, dass der Antrag angenommen wird. Also Sie sind optimistisch. Es geht ja heute um die Neuordnung des Sozialstaates. Da wird viel von einem Sozialstaat auf Augenhöhe gesprochen. Was ist das für Sie? Was macht denn aus? Ja, das ist das Thema, was wir gestern auch bei der Grundrente diskutiert haben. Das ist das Thema Respekt der Menschen, Würde. Dass wir würdevoll mit den Menschen umgehen, dass wir alle Menschen mitnehmen, alle Menschen haben ihre Qualität. Und das ist, denke ich, das, was auch die Sozialdemokratie auszeichnet, dass wir die Würde des Menschen schätzen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für unsere Partei. Ein Wort Respekt, das hier beim Parteitag noch öfter fallen wird. Vielen Dank, Frau Britz. Und gute Tage hier noch. Und ich gehe wieder zurück, meine Damen und Herren, zu meinem Kollegen Gerd Joachim von Falloa. Ja, vielen Dank. Und ich darf Sie ganz herzlich auch begrüßen zu dem zweiten Tag des Parteitages der SPD in die Neue Zeit. Gestern war ja hier die große Harmonie ausgebrochen. Alle Differenzen hat man beseitigt. Unter anderem, Sie haben es mitbekommen, wurden ja auch fünf Stellvertreter gewählt und nicht wie ursprünglich geplant drei. Man wollte die Flügel integrieren, soll heißen, Kevin Kühnert und Hubertus Heil sollten stellvertretende Parteivorsitzende werden. In der Logik von Parteien, vielleicht von der SPD, liegt es dann, dass man nicht auf vier erhöht hat, sondern auf fünf. Weil man mit Serpil Mediatli, der SPD-Vorsitzenden in Schleswig-Holstein, für den linken Flügel noch eine fünfte Stellvertreterin gewählt hat. Und bei zwei Parteivorsitzenden muss man sich natürlich fragen, was ist daran jetzt die Verkleinerung? Früher gab es sechs Stellvertreter und einen Parteivorsitzenden, beziehungsweise am Schluss eine Parteivorsitzende. Und jetzt gibt es halt zwei Parteivorsitzende und fünf Stellvertreter. Eine Verkleinerung hat nicht stattgefunden. Und das hat ja der Schatzmeister unter anderem auch bemängelt, Dietmar Nietan. Das hat der ein oder andere ja ebenfalls bemängelt und gesagt, die weiteren Reformen, die hier noch verabschiedet werden sollen, sind ja zum Beispiel, dass anstatt 600 Delegierte demnächst nur noch 450 benannt werden sollen. Warum eigentlich das? Warum wird bei uns an der Basis quasi gespart, wenn sich der Parteivorstand es leistet, doch in dieser, vor allen Dingen das Präsidium in dieser Größe stehen zu bleiben? Das kann man in der Tat fragen. Und wir warten ja heute auf die weiteren Wahlen zum Parteivorstand. Und da kann ich gerade mal einen Blick auf die Tagesordnung werfen, damit Sie sich zu Hause auch darauf einrichten können, was Sie hier im Laufe des Tages geboten bekommen. Heute gibt es Grußworte. Das war auch sehr auffällig. Gestern gab es gar keine Grußworte. Das ist man eigentlich bei Parteitagen so gewohnt. Aber heute kommt der Gastgeber der Stadt Berlin zu Wort, der auch noch Sozialdemokrat ist, nämlich Michael Müller, der regierende Bürgermeister, wird hier gleich ziemlich am Anfang dieses Parteitages, des zweiten Tages, dieses Parteitages sprechen. Danach geht es dann in der Tat los mit der Wahl zu den Beisitzern. Und dort werden insgesamt 34 Beisitzer gewählt. Es gibt wesentlich mehr Bewerbungen und da werden wir mal abwarten, wer sich da am Schluss durchsetzt. Das zieht sich eigentlich durch den gesamten Vormittag diese Wahl. Dazwischen gibt es dann die schon eben angesprochenen, sowohl im Interview hier bei uns am Set, wie auch eben mit der Delegierten die besprochene Frage Sozialstaat der Zukunft. Das dürfte auch eine spannende Debatte werden zu diesem wichtigen Antrag. Man will sich inhaltlich neu aufstellen, haben wir ja schon gehört. Und das geht dann auch weiter über den Antrag Kindersicherung heute Nachmittag und weitere Wahlen. Dann am späteren Nachmittag die Antragsberatung Kommunales Wohnen. Und so zieht sich das also durch den Tag. Heute Wahlen und Inhalte, würde ich mal sagen. Aber natürlich war der gestrige Tag auch geprägt von Inhalten. Die Erwartungshaltung, die man noch vor wenigen Tagen haben konnte, dass dieser Parteitag einen heftigen Linksschwenk hinlegt und die Parteispitze quasi das, was Kevin Kühnert immer gefordert hat, den Ausstieg aus der Koalition hier auf diesem Parteitag beschließen mag. Ich darf daran erinnern, dass Saskia Esken das noch vor wenigen Tagen bei uns hier auf dem Sender so gesagt hatte. Das hat nicht stattgefunden. Man ist jetzt ein bisschen schlauer geworden, dass es vielleicht auch nicht so ganz günstig ist, für die Sozialdemokratie jetzt mal gleich aus der Koalition zu gehen. Man will, so heißt es in dem Leitantrag, der gestern doch etwas abgeschwächt verabschiedet wurde, man will also mit der CDU verhandeln. Und die hat auch schon gesagt, dass es natürlich einen Koalitionsausschuss geben soll, voraussichtlich in der kommenden Woche. Ja, das erwartet uns heute hier. Phönix ist für Sie live dabei, wie Sie das gewohnt sind. Und ich gebe jetzt mal wieder ab zu meiner Kollegin Julia Grimm. Vielen Dank, Gerd. Und ich nutze die Gelegenheit, bevor es vorne auf dem Podium losgeht, um ein bisschen zu sprechen über gestern und über heute mit Professor Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin, Politikwissenschaftler. Herr Faas, schön, dass Sie da sind. Einmal Blick auf gestern. Wie überrascht waren Sie, dass es sehr harmonisch war? Das ist immer so ein bisschen die Frage, was die Erwartung ist. Klar, das neue Duo ist bestätigt worden. Die stellvertretenden Vorsitzenden sind bestätigt worden. Der Leitantrag ist durchgegangen. Aber was wäre das Gegenmodell gewesen? Dann hätte es ja wirklich offen zu einem Konflikt kommen müssen. Daran kann die Partei, daran kann niemand in der Partei gerade ein Interesse haben. Insofern hat man das verhindert. Aber man merkt gleichwohl, dass das Brodel Saskia Esken hatte, trotz dieser Bestätigung ja durch die Mitglieder nur 75 Prozent. Eigentlich sollte sie ja bestätigt werden vom Parteitag. Keiner der Stellvertreter hat mehr als 80 Prozent bekommen. Klingbeil und Kühnert und Hubertus Heil beide 70 Prozent. Da würde man eigentlich sagen, eher schwache Ergebnisse. Da merkt man schon, man ist sich hier nicht einig. Man kauft sich ein Stück weit Zeit. Aber man steht jetzt auch zusammen, weil man einfach weiß, wenn man auf die Umfrage und die Situation der Partei schaut, die ist in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und das kann man eigentlich nicht weiter belasten. Aber es stehen weiter offene Fragen im Raum natürlich. Was heißt das denn? Sind das Vorschusslorbeeren, dass der linke Flügel, die Jusos hier jetzt den beiden neuen Parteivorsitzenden ein bisschen was mit auf den Weg geben, Zeit geben? Aber wie lange hält dann dieser Frieden? Ja, man kauft sich Zeit. Wir haben gestern auch gehört, eine realistische Chance soll die GroKo bekommen. Das war die Formulierung von Saskia Esken. Und das waren doch noch mal etwas andere Akzentuierungen, als wir es in dieser Woche vor dem Parteitag gehört haben, wo es ja mal hieß, das ist jetzt sehr weich gespült. Wir bleiben eigentlich in jedem Fall in der GroKo. Realistische Chance kann in beide Richtungen am Ende gehen. Insofern merkt man schon, da ringen einfach gerade die beiden Flügel, wenn man so will, in der Partei miteinander. Das hat ja auch die Mitgliederbefragung noch mal sehr, sehr deutlich gezeigt. 53 Prozent für Walter Beuerns und Esken, aber eben auch 45 Prozent für Clara Geibitz und Olaf Scholz. Das ist ja nicht plötzlich weg. Insofern kann das Interesse der Partei nur mit Blick auf diesen Parteitag sein, diesen Konflikt nicht noch weiter zu befeuern. Aber die sind natürlich trotzdem nicht weg, die Streitigkeiten, die es gibt. Und man hat sich wirklich nur ein Stück weit Zeit gekauft. Für wie realistisch halten Sie es, dass Nachverhandlungen, die jetzt nur noch Gespräche, nicht mehr Verhandlungen heißen, mit der Union erfolgreich sein können? Ich glaube, das hat zwei Ebenen. Also erstmal gibt es natürlich, das haben wir ja auch in der Vergangenheit durchaus gesehen, als es darum geht, wie viel Prozent der Leute sollen den Soli noch zahlen. Oder auch mit Blick auf die Grundtrende. Es gab ja immer wieder durchaus auch Aktualisierungen, Dinge, die man in der Koalition besprochen hat, die so nicht eins zu eins im Koalitionsvertrag standen. Insofern setzt es diese Linie eigentlich fort. Aus Sicht der SPD problematischer erscheint mir, dass es die Logik fortsetzt, die wir eigentlich seit 2013 sehen. Immer wieder in diese für die Partei schwierigen Verhandlungen mit der Union zu gehen. Mit der Forderung, wir müssen so viel wie möglich Sozialdemokratie, sozialdemokratische Inhalte rausholen. Das gelingt eigentlich auch seit 2013 ziemlich gut. Nur nützt es der Partei zumindest in Umfragen nicht. Das scheint mir das strategisch eigentliche Problem zu sein, warum man jetzt mit diesen neuen Forderungen plötzlich da stärker in die Offensive kommen will. Und damit auch bei Wählerinnen und Wählern erfolgreicher sein will. Jetzt kann man sagen, das neue Duo ist neu. Das sind Außenseiter, die können das glaubwürdiger tun. Kann man so argumentieren. Aber es ist eine spannende Frage, ob es wirklich hier gelingt, das Momentum zu drehen. Hat denn die Union Interesse daran, dass nachverhandelt wird, dass wirklich in der SPD jetzt hier einen Stich gegeben wird? Naja, auf jeden Fall würde die Union etwas fordern. Das hat ja interessanterweise Johannes Kahrs auch im Laufe dieser Woche, also ein eher ein Seeheim, ein konservativer Vertreter innerhalb der SPD, immer wieder mit Blick auf die Linken betont. Klar können wir Forderungen stellen, aber die Union wird uns da nicht sozusagen umsonst ohne eine Gegenleistung entgegenkommen. Und das ist genau das Dilemma gerade für die Partei Linken eben in der SPD. Jedweder Kompromiss mit der Union, das ist trivial, aber es ist eben trotzdem wichtig für das Innenleben der Partei. Der wird den Kompromiss eher in Richtung der Mitte, in Richtung Union verschieben. Und das tut den Linken in der SPD natürlich einfach weh. Dieses strukturelle Dilemma, daran wird sich nichts ändern. Deswegen hat Kevin Kühnert ja gestern auch von den Mehrheiten links der Mitte gesprochen. Zumal ja Norbert Walter-Borjans in den Regionalkonferenzen und auch in den letzten Wochen davor immer gesagt hat, Kompromiss ist genau das Problem. Sie haben gerade angesprochen eine interessante Personalie, Kevin Kühnert. Der war etwas überraschend. Hat der da gestern einen Spagat hingelegt? Könnte man so sagen, hat sehr geworben für den Leitantrag. Wie steht er jetzt da? Na, er hat erstmal, und das war, glaube ich, für seine Rolle in der Partei auch wirklich sehr, sehr wichtig, jedoch eine sehr begeisternde mit Blick auf die Delegierten Rede gehalten. Das war, wenn man die fünf Reden der Stellvertreter, der Bewerberin, Bewerber mit Blick auf Stellvertreterposten sich anschaut, sicherlich die Rede, die hier am meisten gerockt hat, wie man manchmal so etwas salopp sagt. Und es zeigt natürlich, dass er einer ist aus dieser Riege jetzt der Führung, der auch begeistern kann, der Menschen mitnehmen kann. Und es ist natürlich genau für die Debatte, die in der SPD geführt wird, wie erreichen wir denn Leute, wie können wir vielleicht auch wieder emotionalisieren, zuspitzen, ein ganz starkes Signal gewesen. Ich kann das. Die 70 Prozent, die er bekommen hat, das war okay als Ergebnis. Er hatte immerhin ja auch keinen Gegenkandidaten. Aber es zeigt ihm auch, dass Leute ihn sehr, sehr skeptisch, kritisch sehen. Insofern ist er gestärkt, keine Frage, aber er wird auch sehr kritisch von einigen gesehen. Apropos kein Gegenkandidat. Es hätte eigentlich eine Kampfkandidatur geben sollen zwischen Kevin Kühnert und Hubertus Heil, dem Arbeitsminister. Das ist abgeräumt worden. Ist das sinnvoll, diesen Konflikt jetzt hier auf dem Parteitag nicht auszutragen und da so eine Lösung zu finden? Aus Sicht der Partei ist es sinnvoll. Und man kann sogar sich eher fragen, warum man es überhaupt zu dieser Debatte zunächst mal hat kommen lassen. Warum diese Kampfkandidatur, die da plötzlich im Raum stand, die man dann im Nachgang erst versucht hat zu lösen, indem man sagt, dann lass uns vier beziehungsweise dann sogar fünf stellvertretende Vorsitzende weiterhin behalten. Man kommt ja eigentlich von sechs, also man wollte es viel deutlicher reduzieren. Jetzt reduziert man es nur um einen Posten. Aber nochmal, aus Sicht der Parteien ist es durchaus naheliegend, jetzt diesen offenen Konflikt. Und es wäre ja wirklich so ein Showdown zwischen den beiden Lagern gewesen, zwischen den Pragmatikern, zwischen den Linken, den hier nicht sozusagen offen austragen zu lassen. Strategisch ist es insofern ungünstig, weil jetzt einfach ganz viel darüber geredet wird. Man vertagt Dinge auf die Zukunft. Man schafft einfach mehr Posten. Und das bedient natürlich Erzählungen, Narrative, die ohnehin schon die ganze Zeit im Raum stehen. Insofern könnte man strategisch sagen, wäre es vielleicht ein Stück weit klüger gewesen, diese Debatte von vornherein gar nicht erst aufkommen zu lassen. Danke, Herr Faas, bis hierher. Wir schauen jetzt einmal auf die beiden neuen Parteivorsitzenden, die gestern ja mit einem sehr guten Ergebnis, auch wenn Herr Faas sagt, ein mittelgutes Ergebnis, gewählt worden sind. Beginnen wir mal 1987. Da endet nach 23 Jahren eine Ära. Willy Brandt tritt ab als Parteivorsitzender. Allein in den nächsten 23 Jahren bis 2010 wird die SPD zehn Vorsitzende verschleißen. Bis heute sind es seit Brandt stolze 17. Zunächst tritt Hans-Jochen Vogel an, anschließend Björn Engholm. Der stolpert über die Verästelungen der Barschel-Affäre. Kommissarisch Johannes Rau, dann Rudolf Scharping, gestürzt auf dem legendären Mannheimer Parteitag durch Oskar Lafontaine. Ab 1995 also Lafontaine, der wiederum 1999 die Brocken hinschmeißt, entnervt im Streit mit Erzfeind Gerhard Schröder. Dann Franz Müntefering, der den Job gleich zweimal übernehmen will oder muss. Anschließend Matthias Platzeck, Rücktritt mal aus gesundheitlichen Gründen. Kurt Beck übernimmt 2006, eher gedrängt als begeistert, er hält zwei Jahre durch. Dann Kommissarisch Frank-Walter Steinmeier, anschließend Sigmar Gabriel, der für SPD-Verhältnisse erstaunliche acht Jahre durchhält, ehe er entnervt hinschmiss. Martin Schulz erst mit 100 Prozent gewählt, dann schnell und sehr tief gefallen. Kurz und Kommissarisch Olaf Scholz, ein gutes Jahr Andrea Nahles, ehe sie zermürbt aus der Politik aussteigt. Seither drei kommissarische Parteichefs, schließlich machte Malu Dreyer den Job allein. Und nun die beiden Neuen. Ob sie Ruhe bringen in diese Partei? Zweifel sind erlaubt. Das war nicht das Porträt, das wir angekündigt hatten. Das war eine Zusammenfassung der letzten Parteivorsitzenden. Da kann man schon mal ins Schwanken kommen, wenn man sieht, wie viele es in den letzten Jahren waren. Saskia Esken und Norbert Watterboyand sind Nummer 16 und 17, wenn ich richtig gezählt habe. Schauen wir einmal ganz kurz auf diese beiden Neuen an der Spitze. Die sind ja noch nicht so richtig etabliert hier in Berlin, in der großen Politik, sage ich mal selber in Anführungsstrichen. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Also es ist erstmal eine neue Aufstellung. Man hat es ja mit Andrea Nahles auch ein Stück weit versucht, Fraktion und Partei. Und damit die SPD eben außerhalb der GroKo zu stärken. Nur war bei Andrea Nahles natürlich das Problem, dass sie einfach aufgrund ihrer Funktion, sie war Arbeitsministerin, sehr, sehr eng dann doch mit der GroKo verbunden war. Jetzt haben wir hier zwei Personen, die mit der GroKo wirklich nichts zu tun haben, die also diese Kritik gegenüber der GroKo viel glaubwürdiger und vielleicht auch ein Stück weit schärfer artikulieren können. Zugleich muss man sehen, sie sind neu, sie sind unerfahren. Und ich glaube, wir haben in dieser einen Woche schon gemerkt, dass dieses jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Was ja auch beispielsweise Annegret Kramp-Karrenbauer in der CDU sehr, sehr heftig erlebt hat, dass das doch ein Stück weit neu ist für die beiden. Das ist für die beiden eine Gefahr, es ist für die SPD eine Gefahr, weil das natürlich immer wieder Debatten auslöst. Was heißt das denn jetzt? Ist das Absicht? War das nur ein Lapsus? Also das ist schon eine Gefahr, wenn jemand doch mit so wenig Erfahrung auf diesem Level in so ein Amt kommt, ob das dann tatsächlich am Ende gut geht. Werden die beiden auch überrumpelt dann so ein bisschen von denen, die eben schon lange im Willy-Brandt-Haus, in der SPD-Parteizentrale sitzen und die schon lange eben in diesen Ämtern sind? Ja, wenn Sie das Willy-Brandt-Haus ansprechen, dann muss man natürlich auch sagen, die beiden haben natürlich in diesem Haus auch derzeit wenig Vertraute, vielleicht auch wenig Unterstützer. Gerade im Lichte dieser vielen Vorsitzenden, die die Partei hatte, ist das Willy-Brandt-Haus natürlich sehr vielfältig aufgestellt, könnte man sagen. Aber für die beiden sind dort nicht unbedingt viele Vertraute aktuell vorzufinden. Insofern sind da erfahrene Kräfte, das macht es für die beiden sehr, sehr schwer. Und ich glaube auch diese Kandidatur von Hubertus Heil, die ganzen Debatten in dieser Woche, wo man Norbert Walter-Beuerns und Saskia Essen ja doch so ein Stück weit auf den Boden der Tatsache holt hat, das zeigt eben, dass es erfahrene, strategisch kluge Kräfte gibt, die ihnen das Leben sehr schwer machen können, wenn sie das denn wollen. Vielen Dank, Herr Professor Faas. Ich gebe jetzt zu meinem Kollegen Gerd-Jurim von Valois, denn Sie hören und sehen es wahrscheinlich, hinter uns tut sich was. Ja, so ist es. Der Parteitag begrüßt hier nochmal die neu gewählte Parteispitze. Gestern Abend ging es ja noch lange zur Sache. Es musste abgestimmt werden. Unter anderem wurde Lars Klingbeil mit 79,9 Prozent wieder zum Generalsekretär. Und wir haben es schon mehrfach angesprochen, die Parteispitze ist also entgegen allen Versicherungen nicht verkleinert worden. Man hat jetzt einen Vorsitzenden mehr und einen Stellvertreter weniger. Bei zwei Vorsitzenden muss man sich ohnehin die Frage stellen, warum braucht man überhaupt Stellvertreter? Na gut, damit man ein Präsidium hat. Aber das haben andere Parteien ja auch das Problem. Und ehrlich gesagt, das werden wir hier heute auch nicht mehr ausdiskutieren können, wie man dann aus dieser Krise herauskam. Vier hätten es werden müssen mit Hubertus Heil und Kevin Kühnert als Stellvertreter. Man hat dann fünf genommen. Das ist eine parteiinterne Logik. So, wir sehen jetzt also hier die neue Spitze. Auch der wiedergewählte Schatzmeister Dietmar Nietan ist dabei und Udo Bullmann, der Europabeauftragte fürs EP sozusagen. Die stehen nun alle hier gemeinsam auf der Bühne und viele Delegierte sind noch gar nicht da. Die Anreise dauert ein wenig hier in den westlichen Teil der Stadt zur Messe. Berlin ist eine sehr große Stadt und Menschen, die im Osten Berlins wohnen, haben wirklich eine sehr, sehr weite Anreise. Das kann man nicht anders sagen. Das trifft auch den einen oder anderen in unserem Team. Wenn man also in östlichen Stadtteilen wohnt, musste man recht früh losfahren, damit man hier heute Morgen früh anwesend ist. Und wir haben ja jetzt auch schon gleich 9.30 Uhr. Eigentlich sollte der Parteitag um 9 Uhr beginnen. Die Parteitagsregie gestern hat im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert. Man war da sehr pünktlich. Einer, der schon lange hier ist, ist Michael Müller, der regierende Bürgermeister. Der kennt seine Stadt natürlich. Der wird auch gefahren, das muss man dazu sagen. Und der ist hier und der wird gleich sicherlich aufgerufen werden, um das Grußwort zu halten. Johanna Ueckermann begrüßt jetzt noch mal alle. Und wir wollen noch mal zuhören, ob sie noch etwas verrät, wie es jetzt gleich weitergeht. Johanna Ueckermann. Und unsere organisationspolitischen Anträge. Und heute geht es verstärkt an die Inhalte. Wir diskutieren heute unser Konzept für einen Sozialstaat von morgen und natürlich stehen auch wieder Wahlen mit auf dem Programm. Wir wählen die Beisitzer des Parteivorstandes und dann wählen wir auch die Schieds- und Kontrollkommission sowie die SPE-Delegierten. Ihr findet dazu auch wieder Tischvorlagen auf euren Plätzen. Ich muss aber noch eine Ergänzung zu der Tischvorlage mit den BeisitzerInnen-Kandidaturen machen. Es sind nämlich noch weitere Wahlvorschläge bei uns eingegangen. Deshalb hört bitte einmal konzentriert zu, damit ihr auch wisst, wer alles als Beisitzerin oder Beisitzer kandidiert. Hinzugekommen sind folgende Wahlvorschläge. Das ist einmal Bettina Martin aus Mecklenburg-Vorpommern. Das ist Martin Dulig aus Sachsen. Das ist Ralf Stegner aus Schleswig-Holstein. Christoph Matschi aus Thüringen. Gustav Horn aus Brandenburg. Und Frauke Heiligenstadt aus Hannover. Und ebenfalls fehlt auf der Liste Boris Felter. Genau, der kommt auch noch mit drauf. Ich habe es gerade schon gesagt, wir werden nicht nur Wahlen haben, sondern vor allem auch inhaltlich beraten. Wir wollen die Antragsbereiche Sozialstaat mit dem PV1, den Initiativantrag zur Kindergrundsicherung und zudem die Antragsbereiche Familie, Kinder, Arbeit, Gesundheit, den Initiativantrag Friedliche Revolution, die Antragsbereiche Kommunales und Wohnen und Umwelt mit dem IA5 und die Anträge zum Thema Steuern und Wirtschaft gemeinsam behandeln heute. Ihr seht, wir haben also ein volles Programm. Und damit wir quasi gut durchkommen, würde uns super helfen, wenn ihr relativ frühzeitig auch Wortmeldekarten einreicht zu den Anträgen, zu denen ihr auch sprechen wollt. Das hilft uns hier oben, damit wir einen Überblick haben, wie lange wir ungefähr für Debatten auch einplanen sollten. Denn unser Ziel ist wirklich, dass wir auch eine inhaltliche Debatte führen und auch möglichst viele, die zu den Anträgen sprechen wollen, eben auch drankommt. Deshalb würden wir auch Debatten wieder zeitlich bedrehen. Das Ziel ist natürlich auch von den Delegierten, den Berliner Abend rechtzeitig zu erreichen. Heute Abend das gemütliche Get-Together. Das muss so sein auf Parteitagen. Und das spielt ja auch immer eine wichtige Rolle. Aber die Inhalte gehen natürlich vor. Und da wird es heute zur Sache gehen. Johanna Ueckermann hat es gesagt, man will sich neu aufstellen in vielen Themenbereichen. Vor allen Dingen natürlich bei der Frage Sozialstaat. Wir haben es schon angesprochen. Und Johanna Ueckermann sagt es, bevor es jetzt losgeht inhaltlich, kommt jetzt der von mir schon mehrfach angekündigte Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. Wir freuen uns, hier zu sein. Ich glaube, nachdem wir gestern auch beschlossen haben, dass der Parteitag bei 600 Delegierten bleibt, sind wir vielleicht auch noch das ein oder andere Mal öfter hier, weil hier passen wir ja schließlich rein. Also, Michael, vielleicht auch in Zukunft mit dir. Du hast das Wort. Wir freuen uns auf dein Grußwort. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Johanna, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen und möchte euch ganz herzlich begrüßen wieder in Berlin. Und wir freuen uns alle, dass ihr wieder hier seid und immer wieder gerne natürlich auch. Schön, dass wir jetzt hier gemeinsam in den zweiten Tag unseres Bundesparteitages starten können. Liebe Genossinnen und Genossen, Johanna hat es eben ja schon gesagt, wir haben gestern wichtige Entscheidungen getroffen, organisationspolitische Strukturfragen geklärt. Wir haben wichtige Personalentscheidungen getroffen. Und heute treten wir nun ein in eine wichtige inhaltliche Debatte. Natascha Kohn und ich, wir werden nachher auch noch darstellen, die Kommissionsergebnisse zum Thema Wohnungsbau und Miete. Das liegt mir persönlich auch sehr am Herzen, aber wir werden über viele andere Dinge der Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik, Außenpolitik, über vieles heute miteinander diskutieren. Aber Genossinnen und Genossen, ich glaube, jenseits der einzelnen Themenfelder, über die wir sprechen, geht es eigentlich doch für uns immer um eine ganz große Überschrift. Es geht für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten darum, wie wir gemeinsam eine soziale, wie wir gemeinsam eine solidarische Gesellschaft formen können, wie wir uns gemeinsam dafür einsetzen können. Und ich möchte in diesem Zusammenhang an etwas erinnern, was mir gerade in Berlin sehr wichtig ist. Wir haben vor knapp vier Wochen hier in Berlin gefeiert, ein wichtiges Jubiläum für uns alle, nämlich 30 Jahre Mauerfall. Wir haben vor knapp vier Wochen daran erinnert, was vor 30 Jahren gelungen ist. Und natürlich haben wir da auch gedacht an Willy Brandt, an Egon Bahr, an Klaus Schütz, an ihre Ostpolitik, an ihre wichtige Politik der Annäherung der kleinen Schritte, die vieles ermöglicht hat. Aber Genossinnen und Genossen, ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, das, was dann konkret vor 30 Jahren gelungen ist, dass die Mauer fällt, haben wir Hunderttausenden von engagierten Frauen und Männern zu verdanken, die auf die Straße gegangen sind und für Demokratie und Freiheit gekämpft haben, die viel riskiert haben, Genossinnen und Genossen. Diese engagierten Frauen und Männer wussten nicht, wie das ausgehen wird, dass es eine friedliche Revolution, ob es eine friedliche Revolution bleiben wird. Aber sie haben engagiert gekämpft für Reisefreiheit, für freie Wahlen, für freie Presse, für Meinungsfreiheit. Und Genossinnen und Genossen, nicht nur in Berlin, sondern wenn ich in ganz Deutschland unterwegs bin, ich höre auch ganz viel Gemecker im Zusammenhang mit diesen 30 Jahren. Und es mag so sein, dass uns vielleicht nicht alles gelungen ist oder alles gleich und gut gelungen ist. Aber Genossinnen und Genossen, dass wir zusammenleben können seit 30 Jahren in einem freien Land ohne Mauer, dass wir leben können zusammen aufgrund einer friedlichen Revolution, wo kein Tropfen Blut gefallen ist, das ist doch ein großes Glück in unserer Geschichte. Und dafür darf man auch mal dankbar sein und darauf darf man auch stolz sein, Genossinnen und Genossen. Ja, und ich glaube auch gerade wir in der SPD, denn die Gründung der SDP ist eben auch mit uns verbunden und mit engagierten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, mit Christine Bergmann, mit Markus Meckel, Martin Gutzeit, mit Wolfgang Thierse, die Jahre danach, die auch gestaltet wurden nach der Wende. Und ich glaube, wir haben da wichtige Akzente gesetzt. Wir haben viele Dinge gut gemeinsam vorangebracht, Genossinnen und Genossen. Und ich glaube, darum muss es auch immer wieder gehen, dass wir dieses große Bild im Augen haben. Wo wollen wir hin mit einer Gesellschaft? Wie gestalten wir sie? Dass wir Genossinnen und Genossen genau dafür jeden Tag kämpfen, wie wir ein gutes Zusammenleben in unserem Land ermöglichen. Und ich will aus diesem Grund drei, vier Beispiele nennen, die mir wichtig sind, wo wir uns in Berlin bemühen, die entsprechenden Akzente zu setzen. Wie leicht, und das könnte für uns gemeinsam ja auch ein Weg sein, etwas deutlicher und klarer zu sein als in der Vergangenheit. Drei Beispiele. Und ich will sie bewusst wählen, obwohl ich weiß, dass ihr euch manchmal vielleicht wundert, wenn ihr die Zeitung aufschlagt, was wir da in Berlin machen. Ich weiß, dass wir auch einen Ruf zu verlieren haben. Aber ich will euch die Berliner Situation darstellen. In meiner Stadt leben jetzt inzwischen fast vier Millionen Menschen. Die Stadt wächst so dynamisch wie fast alle Städte weltweit. In den letzten Jahren sind 40.000 Menschen pro Jahr in unsere Stadt zusätzlich gekommen. Ich habe 200.000 Studierende aus der ganzen Welt in Berlin, 180 verschiedene Nationen versammeln sich hier. Ich muss auf viele Anforderungen direkt und sofort reagieren. Und ein ganz zentrales Thema, ein zentrales soziales Thema ist die Mieten- und Wohnungspolitik, Genossinnen und Genossen. Und es gibt kein Instrument, was wir nicht in Berlin anwenden, nicht eine einzige bundesrechtliche Möglichkeit oder landesrechtliche Möglichkeit, die wir nicht umsetzen. Und trotzdem steigen die Mieten immer weiter. Auch Bauen tun wir natürlich. Es ist wahnsinnig wichtig. 16.000, 17.000 Wohnungen pro Jahr werden in Berlin gebaut. Aber die Mieten steigen und viele Normalverdiener können sich das Leben in der Innenstadt nicht mehr leisten. Genossinnen und Genossen, aus diesem Grund haben wir einen Mietendeckel, einen Mietenstopp verabredet. Wir haben gesagt, die nächsten fünf Jahre sollen die Mieten in Berlin eingefroren sein, um den Berlinerinnen und Berlinern eine Atempause zu verschaffen, bis wir nachgekommen sind mit dem Bauen, bis wir an anderen Stellen eine Entlastung geschaffen haben. Und ich weiß, dass es umstritten ist, Genossinnen und Genossen. Aber ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, wie Norbert gestern berichtet hat von der Situation, als er die Steuer-CDs angekauft hat und gesagt hat, natürlich kann man auch verlieren. Aber man muss, wenn man so einen Weg geht, auch mal ein Risiko eingehen. Und man muss bereit sein, etwas zu wagen für die Menschen im Land. Und Genossinnen und Genossen, so ist es in der Wohnungspolitik. Wir können doch nicht zugucken, wie das immer so weitergeht. Eine Wohnung ist nicht irgendeine Kapitalanlage. In Wohnung wohnen Menschen. Es ist ein soziales Gut. Und deswegen müssen wir eingreifen. Deswegen müssen wir handeln. Genossinnen und Genossen, ein zweites Beispiel. Die Digitalisierung verändert unser gesamtes Zusammenleben. Ich sage das nicht als Schreckgespenst. Es sind auch viele gute Möglichkeiten dabei, wenn man allein an Medizin und Gesundheit denkt, was es uns für Möglichkeiten bietet, Patienten anders und besser zu begleiten durch digitale Möglichkeiten. Aber es verändert unser Zusammenleben und unser Arbeitsleben. Und manche Menschen werden nicht mithalten können. Obwohl sie arbeiten können und arbeiten wollen, obwohl sie etwas können, werden sie vielleicht mit dieser Entwicklung nicht mithalten können. Wir haben aus diesem Grund einen neuen Baustein angeboten in der Arbeitsmarktpolitik mit dem solidarischen Grundeinkommen. Nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern ein solidarisches Grundeinkommen, wo wir über das Land Berlin unbefristete sozialversicherungspflichtige Jobs bieten, den Menschen, um sie in der Arbeit weiter zu qualifizieren und nicht mit kurzfristigen Arbeitsmarktmaßnahmen. Genossinnen und Genossen, so ein Weg, ich weiß es, ist nur ein Baustein. Und es soll keine Generalkritik sein an den Dingen, die vor knapp 20 Jahren mit der Agenda-Politik beschlossen wurden. Aber wenn Zeiten sich ändern, müssen wir doch in der SPD auch die Kraft haben, mal neue Antworten zu geben und einen neuen Weg zu beschreiten, liebe Genossinnen und Genossen. Darum geht es, dass wir sichtbar werden mit einer klaren neuen Position bei neuen Herausforderungen. Der letzte Punkt als Beispiel, die Bildungspolitik. Ich weiß, wie viele sagen, na, die Berliner, denen scheint es ja gut zu gehen. Gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Uni. Nee, ich habe immer noch fast 60 Milliarden Euro Schulden, obwohl wir konsolidiert und gespart haben. Und trotzdem leiste ich mir gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Uni. Genossinnen und Genossen, weil es wichtig ist, wenn wir darüber reden, Kindern und Jugendlichen wirklich ohne Chancen und Barrieren einen guten Bildungsweg zu ermöglichen, einen guten Weg auf ihrem Leben, dann müssen wir die Kraft haben, bundesweit ein hervorragendes und eben auch gebührenfreies Angebot zu machen. Und wenn ich in seltener Eintracht Herrn Söder und Herrn Kretschmann erlebe, CSU und Grüne, wie sie aussteigen aus dem Bildungsrat, wie sie verabredend zu dieser Bildungspolitik konterkarieren, Genossinnen und Genossen, dann ist das nicht nur zum wiederholten Male von den beiden ein Angriff auf den Föderalismus, sondern es ist ein Angriff auf die Solidarität in unserem Land und ein Angriff auf eine gute Bildungspolitik. Dagegen müssen wir uns wehren. Ich habe, liebe Genossinnen und Genossen, angefangen mit einem großen Thema, mit einem Freiheitsthema und ich will damit schließen. Am vergangenen Freitag war bei mir der Präsident des American Jewish Council, die größte Dachorganisation jüdischer Verbände. Und der Präsident hat mir mitgeteilt, dass Sie im Sommer nächsten Jahres, 2020, mit Ihrem Weltkongress nach Deutschland, nach Berlin kommen. 2000 Delegierte. Genossinnen und Genossen, das zweite Mal in Ihrer Geschichte tagt dieser Kongress außerhalb der USA. Sie waren einmal in Tel Aviv und Sie kommen jetzt nach Berlin. Und ich glaube, für uns alle muss das ein großes Geschenk auch sein, dass wir jüdisches Leben mit unserer Geschichte, jüdisches Leben in unserem Land, in unserer Stadt wiederfinden und dass es diesen Vertrauensbeweis gibt, dass dieser Kongress nach Berlin kommt. Und ich sage das, weil ich glaube, dass wir an der Stelle wachsam sein müssen und sensibel. Denn es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass dieser Kongress kommt. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir in Frieden und Freiheit leben. Und wir müssen jeden Tag etwas tun gegen Antisemitismus, für demokratische Rechte, gegen Ausgrenzung, Hass und Gewalt, gegen Übergriffe, gegen jede Form von Diskriminierung. Jeder von uns jeden Tag an jedem Platz kann und muss etwas dafür tun, Genossinnen und Genossen. Das ist auch unsere Aufgabe. Und das ist das, was die Menschen von den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch erwarten. Und zwar seit 150 Jahren. Wer in den Goldenen Löwen geht, an einer der Geburtsstätten der Sozialdemokratie in Thüringen, der wird das Schmuckteller finden und unter anderem auch einen von August Bebel. Und auf dem steht drauf, nie mehr betteln, nie mehr bitten, nur mutig gestritten, nie kämpft es sich schlecht für Freiheit und Recht. Und so ist es seit 150 Jahren, Genossinnen und Genossen. Und das bleibt unser Auftrag, auch wenn die Umfragen mal Mist sind oder Wahlergebnisse Mist sind. Das ist es, wofür Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen. Und wir haben Norbert und Saskia gestern gewählt. Und ich glaube, wir haben einen guten Start miteinander hier erlebt, für uns gemeinsam, eben auch eine neue Zeit. Ich wünsche denen beiden viel Erfolg und eine gute Hand bei ihrer Aufgabe. Ich wünsche uns allen aber viel Kraft, viel Mut für das, was vor uns liegt. Die Menschen in unserem Land brauchen uns. Herzlich willkommen in Berlin. So weit das Grußwort des Regierenden Bürgermeisters Müller hier zum Parteitag. Übrigens ein SPDler, der schon lange dafür war, Hartz IV zu überwinden und dieses solidarische Grundeinkommen einzuführen. Das ist ja auch Teil dieses Sozialstaatskonzepts, was da heute vorgeschlagen wird. Bei mir ist weiter Thorsten Faas, Politikwissenschaftler der Freien Universität Berlin. Lassen Sie uns ein bisschen auf heute schauen, auf das, was heute vorgestellt wird. Dieses Sozialstaatskonzept der Zukunft, was steckt da drin? Ja, es ist, glaube ich, erstmal ein Versuch, einfach inhaltlich nochmal in die Offensive zu kommen. Wofür steht die SPD historisch? Sie ist die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Aber wenn man sich Umfragen anschaut, dann hat sie einfach die Kompetenzerwartung in diesem Bereich tatsächlich ein Stück weit verloren. Man verbindet sie einfach nicht mehr mit diesem Thema. Das hat ein Stück weit auch was mit der Großen Koalition zu tun, keine Frage. Aber natürlich muss man eine solche thematische Fokussierung auch immer wieder aktualisieren, immer wieder unterfüttern. Und ich glaube, was wir mit dieser Debatte um dieses neue Sozialstaatskonzept erleben auf Seiten der SPD, ist tatsächlich da wieder einfach sichtbar zu werden, glaubhaft zu werden, es zu unterlegen, zu hinterlegen. Das ist in der Vergangenheit nicht immer gelungen. Das hat ganz viel mit der Agenda-Politik auch zu tun, die da eben genau zu diesem Riss geführt hat zwischen den unteren Schichten der Bevölkerung und der SPD. Und das möchte man jetzt überwinden, sagt man ja auch sehr offen, hat auch Saskia Esten ja sehr offen nochmal thematisiert. Deswegen dieses große Sozialstaats, neue Sozialstaatskonzept, was heute, denke ich, den Parteitag dominieren wird. Was heißt konkret Hartz IV überwinden? Ja, der Mindestlohn ist sicherlich ein Aspekt an der Stelle, der sozusagen einfach auch so eine gewisse Hürde nach unten einziehen soll oder so eine Untergrenze, was Löhne betrifft. Aber da geht es natürlich auch um Bezugsdauern, um die Höhe der Bezüge, die Frage der Sanktionen steht im Raum. Wenn jemand eben mit Blick auf angebotene Arbeitsstellen diese ablehnt, kann man sogar diese Hartz-IV-Leistungen zusammenstreichen. Das sind alles Aspekte, die da sozusagen dazugehören, die eben auch ganz stark mit dieser Politik von damals fordern, aber eben auch fördern. Aber eben gerade dieser fordern-Aspekt, der Druck auf Arbeitslose, den zu erhöhen, das war die Logik der Agenda 2010. Und dahinter will man doch jetzt wieder zurücktreten und sagen, nee, eigentlich stehen wir auf der Seite der Menschen, die da unten sind, die in schwierigen Situationen sind und wollen nicht noch permanent den Druck erhöhen. Wie viel Linksruck steckt da drin? Das ist ja schon ein Konzept, das noch ausgearbeitet worden ist von Andrea Nahles, die da federführend mit beteiligt war. Jetzt haben wir zwei neue Parteivorsitzende, die deutlich linker sind, heißt es zumindest. Also wie viel Linksruck steckt da jetzt drin? Na ja, wenn wir die Themen anschauen, die die SPD in den letzten großen Koalitionen hat durchsetzen können, Mindestlohn, jetzt auch Grundrente, dann sind das natürlich Themen, die grundsätzlich in dieser Logik stehen. Insofern würde ich nicht sagen, dass das eine grundsätzliche neue Ausrichtung nach links hin ist, sondern eigentlich diesen Versuch, alte sozialdemokratische Themen wieder mit aktuellen Debatten zu verknüpfen, das nochmal stärker in den Vordergrund zu rücken. Weil man muss sehen, wenn man so will, die Konfliktlinien, die in der deutschen Politik prägend sind, das waren klassischerweise immer ökonomische Themen, links die SPD, Mitte, rechts eher vielleicht FDP und Union. Aber was wir eben erleben, wenn wir an die AfD oder auch die Grünen denken, dann reden wir ja gar nicht mehr so viel oft über ökonomische Fragen, sondern eher über Fragen der Identität. Wer sind wir? Wer gehört zu uns? Wie viel Vielfalt wollen wir uns erlauben? Und das ist ein Thema oder eine Konfliktlinie, die SPD, aber auch Union durchaus wehtut, weil da sind sie nicht sehr geschlossen. Insofern kann man diesen Antrag, glaube ich, auch als einen Versuch sehen, einfach wieder die Achsen der Diskussion, die Konfliktdimensionen in der deutschen Politik zu verschieben, zurückzuholen auf diese eher ökonomisch-sozialpolitisch orientierten Links-Rechts-Fragen. Und Umfragen zeigen natürlich auch, dass viele Menschen weiter Ungerechtigkeit in diesem Land wahrnehmen. Insofern ist es auch strategisch kein ganz unkluger Versuch. Ein Beispiel Kindergrundsicherung ist jetzt nur eins von den Punkten, bei denen ich jetzt spontan sagen würde, da würde doch die Union vermutlich nicht mitgehen. Geht man da eher in Richtung eine linke Mehrheit? Also generell geht es hier, glaube ich, um Beschlüsse, die jetzt nicht unbedingt auf die nächsten bis zu zwei Jahre GroKo hin ausgerichtet sind, sondern man macht sich natürlich ein Stück weit schon bereit für einen Wahlkampf. Machen wir uns nichts vor, der zeichnet sich schon so langsam am Horizont ab, kann ja möglicherweise auch schneller gehen, als man denkt. Aber man will sich einfach als Partei hier aufstellen. Und das ist, glaube ich, was Union, aber eben auch SPD tatsächlich lange Zeit nicht gelungen ist, dass sie sehr, sehr stark auf die GroKo hin, auf die Regierung hin ausgerichtet waren. Debatten auch sehr stark auf Durchsetzbarkeit in der GroKo hin ausgerichtet waren. Und das eigene Profil und damit auch die Glaubwürdigkeit, wofür steht denn nicht die GroKo, sondern die Partei, dass das ein Stück weit in den Hintergrund getreten ist. Insofern sind solche Parteitage, das ist ja auch kein genialer, ganz neuer Versuch sozusagen, aber sind solche Parteitage natürlich auch nochmal Momente und Zeitpunkte, wo man sich als Partei mit Visionen für die Zukunft präsentieren kann. Tatsächlich etwas, was der SPD offensichtlich in den letzten Jahren sehr gefehlt hat. Insofern sind wir gespannt auf die Debatte heute. Ich danke Ihnen, Herr Faas, bis hierher. Ich gebe zu meinem Kollegen Gerd-Joachim von Fallois. Ja, vielen Dank. Ich kann Ihnen noch mitteilen, dass der Parteitag soeben beschlossen hat, dass der neue Vorstand verkleinert wird von 45 auf 34 Mitglieder. Da schon zehn gestern gewählt wurden, nämlich für das Präsidium bleiben also noch 24 Mitglieder, die zu wählen sind. Ein bisschen undurchsichtig, wie viele sich jetzt bewerben. Wenn wir richtig gezählt haben, sind es 41, die hier sich zur Wahl stellen. Und anders als gestern gibt es hier keine Einzelwahlen, sondern eine Listenwahl. Das bedeutet also, auf der Liste kann angekreuzt werden. Gewählt ist man, wenn man die Hälfte der abgegebenen Stimmen hat oder überschreitet. Dann ist man gewählt und es gibt dann auch noch eine Frauenquote. Und wir wollen mal zuhören. Gabriele Löse-Grupp-Möller erklärt das jetzt hier den Delegierten auch noch einmal. Das ist also der Rahmen, in dem wir jetzt gleich in den ersten Wahlgang eintreten können. Und ich will euch noch darauf hinweisen, ihr habt ja alle eure Kontrollmarken sozusagen immer dicht bei euch. Für diesen Wahlgang benutzen wir die Kontrollmarke Nummer 6. Ich glaube, jetzt kann ausgeteilt werden. Ja, also 24 sind noch zu wählen. 14 Frauen und Männer werden gesucht. So sieht es im Moment aus. Und jetzt werden diese Zettel hier auch verteilt werden. Alle, wie gesagt, auf einer Liste nachgetragen wurde handschriftlich noch Boris Felter, der sich auf dieser Liste nicht befunden hat. Man mag hoffen, dass das für diesen Delegierten keine Nachteile hat und dass er auch wirklich auf all diesen Zetteln draufsteht. Und ich habe jetzt noch als Einziges ein bisschen das Problem, dass bei den gestrigen gewählten Mitgliedern die Quote eigentlich nicht erfüllt wurde. Es waren im Grunde genommen zu wenig Frauen, wenn man nämlich noch den Schatzmeister und den Europabeauftragten mitzählt, sowie den Generalsekretär, alles Männer. Deswegen ist mir jetzt nicht ganz klar, warum von den 24, 12 Frauen, 12 Männer. Aber das wird sich sicherlich noch aufklären. Während ihr euch so über diesen großen Stimmzettel beugt, will ich einfach die Gelegenheit nochmal nutzen, anzusagen, mindestens zwölf Kreuze an Stellen, die ihr wollt, muss der Stimmzettel haben, aber höchstens 24. Alles darunter oder darüber würde dazu führen, dass das nicht gültig ist. So, manchmal ist das ja auch ganz kompliziert. Jetzt ist es so, dass der Gesamtvorstand wohl aus 40 Prozent Frauen bestehen muss, wie das bisher der Fall war. Man wollte, das meint Stand gestern, zumindest im Präsidium eine 50-Prozent-Quote erreichen, die man nach wie vor nach meiner Rechnung eben nicht erreicht hat. Ich sage nochmal, wer im Präsidium gestern gewählt wurde, Clara Gaiwitz, Anke Rehlinger als stellvertretende Parteivorsitzende. Natürlich sind gewählt worden Norbert Walter-Beuerns und Saskia Esten, die will ich nicht vergessen. Also Saskia Esten, eine Frau, die beiden genannten Stellvertreter. Frauen, das sind also drei Frauen. Mit Serpil Midgal Yadli aus Schleswig-Holstein sind das dann vier Frauen. Und jetzt wollen wir die Männer mal durchzählen. Vier Frauen, Hubertus Heil, Kevin Kühnert, zwei Männer. Dann haben wir den Vorsitzenden Norbert Walter-Beuerns, drei Männer. Lars Klingen bei vier. Dietmar Nieter in fünf. Und Udo Bullmann sechs. Insofern habe ich da so ein bisschen das Missverhältnis. Aber wir werden das aufklären. Jedenfalls ist es so, der Gesamtvorstand braucht 40 Prozent Frauen. Insofern werden jetzt zwölf Frauen gesucht und zwölf Männer von den 24, die im Moment hier sich zur Wahl stellen. So, und die Prüfungswahlprüfungskommission hat eben mitgeteilt, dass 599 Delegierte von 600 heute Morgen anwesend sind und 43 Mitglieder von den bisherigen 45 Mitgliedern des Vorstandes, sodass also 642 Delegierte hier ihre Stimme in dem Moment abgeben. Sie müssen mindestens zwölf und maximal 24 Kreuze setzen auf dem Wahlzettel, den wir noch nicht vis-à-vis gesehen haben, aber der um die 40 vielleicht 41 Namen enthält. Und diese Wahlvorgang findet hier händisch statt, also nicht mit Computern, sondern mit Wahlzetteln, die hinterher dann auch eingeworfen werden und die in der Tat, wie man das zum Beispiel aus dem Bundestag kennt, mit Kontrollmarken versehen nochmal die Legitimität des Einzelnen ausgewiesen ist, dass er hier wahlberechtigt ist. Das Verfahren ist ein bisschen anders, als wir es gestern hatten in der Einzelwahl. Hier ist also eine verbundene Wahl, alle stehen auf einem Wahlzettel und da stehen auch schon die Helfer mit den Wahlurnen und warten nun darauf, dass die Delegierten mit ihrer Wahl nun fertig sind und die Stimmzettel dann einwerfen. Da höchstwahrscheinlich einige nicht das 50-Prozent-Quorum überschreiten, muss es wahrscheinlich nochmal einen zweiten Wahlgang geben. Der ist dann für später vorgesehen. Man wird hier im Anschluss an die Wahl dann mit den inhaltlichen Anträgen anfangen. Zukunft des Sozialstaates, das Stichwort haben wir auch schon darüber gesprochen. Und man wird dann gegen Mittag voraussichtlich, wenn man das Ergebnis kennt, einen zweiten Wahlgang aufrufen. Also ich höre jetzt nicht so einen extremen Widerspruch. Deshalb bitte ich einfach mit dem Einsammeln zu beginnen. Ich höre jetzt nicht so einen extremen Widerspruch. So, jetzt werden die Stimmzettel eingesammelt. Entspannte Gesichter bei den einen, etwas Angespannte bei den anderen, die sich zur Wahl stellen. Und wir haben es eben schon gesehen, auch Lars Klingbeil hatte seinen Zettel schon eingeworfen. In die neue Zukunft, so heißt das Motto dieses Parteitags, so heißt der Leitantrag, der gestern hier verabschiedet wurde. Und der weitere Gespräche mit der Union vorsieht. Der Ausstieg aus der Großen Koalition, den der ein oder andere erwartet hat, ist ausgeblieben. Jetzt habe ich eine herzliche Bitte, würdet ihr euren Stimmzettel hochhalten? Man hat auch schon am Personaltableau gesehen, dass die Linke, dass auch die Jusos hier so langsam das Heft des Handelns bei der SPD in die Hand nehmen. Die Wahl von Hubertus Heil als Stellvertreter zeigt das auch nochmal symbolisch, der ja zum Pragmatikerflügel gehört. Er hat das schlechteste Ergebnis gestern gekriegt mit 70 Prozent. Kevin Kühner hat allerdings die meisten Gegenstimmen bekommen. 70,4 Prozent hat er bekommen, also nur unwesentlich mehr als Hubertus Heil. So, so sehr lange wird es nicht mehr dauern, aber bevor wir dann in die Inhalte einsteigen, hier im Parteitagsgeschehen, will ich noch einmal zu Julia Grimm gehen. Schön, Gerd, und ich bin immer noch nicht alleine, sondern bei mir ist immer noch Thorsten Faas, Politikwissenschaftler der Freien Universität Berlin. Und wir können noch einmal über dieses neue Duo reden. Schließlich ist da was außerordentlich Spannendes passiert für die SPD. Ein langes Verfahren war das. Sechs Monate hat sich die Partei Zeit gelassen. Sie wollte ja die Partei eigentlich mitnehmen. Jetzt stellt man fest, am Ende ist die Beteiligung nicht so richtig groß geworden. Woran liegt das? In der Tat, man hat zwei Runden gehabt in dieser langen Suche nach dem neuen Vorsitzendur. Und beide Male lag die Beteiligung knapp über 50 Prozent. Das sind einerseits Werte, die wir auch bei anderen Parteien durchaus schon gesehen haben. Aber wir haben auch gesehen, dass die beiden GroKo-Entscheide in der SPD, also als es um die Frage ging, soll die Partei sowohl 2013 als auch 2017, 2018 in die GroKo eintreten, da hat man ja auch Mitgliederentscheide durchgeführt, da haben fast 80 Prozent der Mitglieder teilgenommen. Insofern muss man sich schon fragen, ob diese Personalfragen, Führungsfragen, ob es da nicht tatsächlich auch in Teilen der Mitgliedschaft einfach den Wunsch nach Führung im wahrsten Sinne des Wortes gibt. Denn selbst diese Zuspitzung in der zweiten Runde, wo man ja gedacht hat, naja, jetzt spitzt es sich zu, jetzt kommt die Polarisierung, jetzt ist es auch einfacher, will ich die beiden oder die beiden, selbst das hat mich zu einer Mobilisierung beigetragen. Insofern sind die Erwartungen da wirklich enttäuscht worden. Trotzdem haben wir gesehen, das Verfahren hat insofern funktioniert, als die beiden hier bestätigt wurden. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch mit ein wenig Bauchschmerzen bei den Delegierten, aber trotzdem, man ist diesem Votum gefolgt. Man sieht also, dass ein solches Verfahren schon Legitimation und Bindekraft schafft, auch wenn nur knapp die Hälfte der Mitglieder von ihrem Wahlrecht Gebrauch macht. Die Hälfte der Mitglieder hat mitgemacht. Etwas mehr als die Hälfte hat sich für dieses neue Team jetzt eingesetzt. Und das ist hier gestern bestätigt worden. Wie viel Handlungsspielraum haben die beiden eigentlich, wenn die so als Newcomer ins Willy-Brandt-Haus, in die SPD-Parteizentrale auch kommen? Ja, sie sind jetzt gewählt. Das Verfahren ist jetzt abgeschlossen. Insofern aus der Prozesslogik raus sind sie jetzt die beiden Vorsitzenden. Sie haben ja keine Verbündeten sozusagen. Absolut. Sie verweisen jetzt immer auf die 100.000 Stimmen, aber auch da sieht man erstmal ein Dilemma, denn 2018 haben über 200.000 Mitglieder für den Eintritt in die GroKo gestimmt. Und also da ergeben sich durchaus unterschiedliche Logiken, auf die die beiden Lager ja auch sozusagen hinweisen. Die GroKo-Befürworter sagen ja, Vorsicht, viele Mitglieder wollten in die GroKo. Aber jetzt mit Blick auf ihre Positionierung, ihre Position auch innerhalb der Partei, weil man sieht es bei Saskia Esken in der Fraktion, wo sie bisher... Ich muss sie unterbrechen. Wir geben aufs Plenum. Malu Dreyer tritt nämlich ans Podium und stellt jetzt den Antrag vor. Guten Morgen, liebe Genossen und liebe Genossinnen. Ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit. Und ich finde, damit fängt der zweite Tag unseres Bundesparteitages ziemlich gut an. Die SPD ist die Partei der Gerechtigkeit und des sozialen Ausgleiches. Und wir wollen, dass alle Menschen gleichberechtigt teilhaben können am Leben in unserer Gesellschaft. Und deshalb steht es uns ziemlich gut an, dass wir unsere Vorstellungen, wie ein Sozialstaat der Zukunft aussieht, auch neu überarbeiten, mit ganz neuen Akzenten. Und liebe Genossen und Genossinnen, wir haben ein Menschenbild, das sich in diesem Sozialstaatskonzept auch niederschlägt. Wir gehen davon aus, dass alle eine gleichberechtigte Teilhabe haben in unserer Gesellschaft. Wir wollen Lebensleistung anerkennen und zwar ein Leben lang und nicht nur für eine bestimmte Zeit. Wir wollen einen partnerschaftlichen Umgang zwischen Bürgern und Bürgerinnen und dem Staat. Wir wollen nicht, dass Menschen zu Bittstellern werden, sondern dass sie ein Recht darauf haben, dass sie unterstützt und gefördert werden. Und wir wollen, liebe Genossen und liebe Genossinnen, dass die Menschen, die sich im Wandel befinden und den Wandel spüren, auch auf ihren Arbeitsplätzen, dass sie die Sicherheit haben, dass der Staat sie so unterstützt, dass dieser Wandel gegangen werden kann, ohne dass sie Ängste haben müssen vor der Zukunft. Und deshalb ein paar Worte zunächst zu diesem Prozess. Wir haben ja gestern schon davon gesprochen, der Prozess ist in Gang gebracht worden von Andrea Nahles, unserer damaligen Parteivorsitzenden. Und wir haben mit großer Kraft diesen Prozess auch weitergeführt, sodass heute dieses Papier auch verabschiedet werden kann. Es ist mehr als ein Papier, das Wort ist einfach schräg. Es ist etwas sehr, sehr Grundsätzliches, was heute die Partei tut, sich nämlich auch ein Stück weit zu verabschieden von Dingen aus der Vergangenheit und ihre Vorstellungen zur Gestaltung des Sozialstaates so zu verändern, dass sie mit dem gesellschaftlichen Wandel wirklich auch entspricht und dieser SPD in der neuen Zeit tatsächlich auch einen neuen Rahmen gibt, was die Ausgestaltung des Sozialstaates betrifft. Es haben so ganz viele mitgewirkt. Und mir ist es wirklich ein ganz großes Anliegen, sie einmal einfach zu nennen, damit ihr wisst, dass dieses Konzept entwickelt worden ist von der ganzen Breite der Partei. Und ich will dann erst an den, ich nenne jetzt einfach mal ohne Randfolge die Namen, Katja Mast war dabei, Christiane Benner, Björn Böning, Kerstin Griese, Manuela Schwesig, Hubertus Heil, Kevin, Dagmar Schmidt, Frank Baranowski, Lamia Kador, ich selber, viele andere, die wir dann auch punktuell eingezogen haben. Und es gab ganz, ganz viele Workshops und Anhörungen, wo wir auch Experten und Expertinnen einbezogen haben. Und deshalb vielen Dank, liebe Genossen und Genossinnen, für eure tolle Arbeit über diese lange Zeit, die wir miteinander gearbeitet haben. Und ich glaube, es ist ein großer Applaus wert an euch alle. Ihr habt wahrscheinlich den Antrag gelesen, ein paar Highlights möchte ich einfach voraus einleiten. Und ich beginne natürlich mit dem Thema Wert der Arbeit. Und ich habe es gestern schon einmal gesagt, wenn nicht wir, welche Partei dann weiß, wie wichtig es ist, das Thema Arbeit, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen wirklich klar im Fokus zu haben und auch entsprechend auszugestalten. Unsere Antwort, liebe Genossinnen und Genossinnen, auf die heutige Zeit für Menschen, die im Wandel stehen in der Arbeitswelt, ist eben nicht das bedingungslose Grundeinkommen, wie es beispielsweise die Grünen oder auch andere Parteien favorisieren. Nein, wir sagen, jeder Mensch in unserer Gesellschaft hat ein Recht auf Arbeit. Und wir werden sicherstellen, dass jeder Mensch dieses Recht auch in Anspruch nehmen kann. Es ist aber nicht das Recht auf irgendeine Arbeit, sondern wir wollen natürlich gute Arbeit garantieren. Und deshalb ist eine unserer zentralen Perspektiven der Blick auf den Wert der Arbeit. Wir wollen tarifgebundene Unternehmen steuerlich besser stellen, weil wir fest davon überzeugt sind. Und das hat gestern auch schon eine große Rolle gespielt. Es gibt keine bessere Arbeit als die, die tariflich abgesichert ist, wo Arbeitgeber, Arbeitnehmer zusammen aushandeln. Was sind die richtigen Bedingungen, was sind die richtigen Löhne? Und das ist unser Ziel, die Tarifbindung wieder weiterzuentwickeln in unserer Gesellschaft, um Menschen zu sagen, ja, da kümmern sich unsere Gewerkschaften darum, unsere Betriebsräte darum und natürlich unsere Sozialpartnerschaft, Genossinnen und Genossinnen. Und auch das steht in unserer neuen Konzeption, dass natürlich der Mindestlohn perspektivisch erhöht werden soll auf 12 Euro. Und warum ist das wichtig? Noch ist es nicht so. Leider haben wir viel zu wenig Unternehmen, die tarifgebunden sind. Aber umso wichtiger ist es, dass wir eine Haltelinie haben, die Menschen eben auch in die Lage versetzt, a. ordentlich zu leben und b. auch ein ordentliches Auskommen zu haben. Denn unter 12 Euro sind die Menschen auch nach langen Jahren der Arbeit angewiesen darauf, dass sie Grundsicherung bekommen, weil die Rente nicht ausreicht. Und deshalb, Genossinnen und Genossinnen, Tarifgebundenheit ist das Erste. Das Zweite ist, dass unser Mindestlohn perspektivisch auf die 12 Euro ansteigt. Es geht uns aber auch darum, zu verstehen, dass die Arbeit sich verändert in der heutigen Zeit. Und deshalb wollen wir auch, dass der Wert der Arbeit darin besteht, dass man mehr über die eigene Zeit verfügen kann. Damit sich die Arbeit dem Leben anpasst und nicht immer das Leben der Arbeit anpasst. Und deshalb wollen wir ein Recht auf mobiles Arbeiten und ein Recht auf Homeoffice. Das ist die Möglichkeit der neuen Zeit. Digitalisierung ermöglicht uns auch anderes, flexibleres Arbeiten. Und deshalb muss es möglich sein, dass Unternehmen, die nicht so aufgeschlossen sind, dass man von ihnen auch abfordert, dass sie dieses Recht ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern am Ende auch einräumt. Und dann, liebe Genossinnen und Genossinnen und Genossinnen, das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass es ein Recht auf Weiterbildung gibt. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt, als sie Schleckerbleite gemacht hat und Kolleginnen den Wunsch hatten, dass sie einfach was Neues lernen und dass sie nicht hängen gelassen werden in dieser Situation und beispielsweise Krankenschwestern werden wollten. Und die waren dann schon Mitte 40. Da war es ein riesiger Kampf, sicherzustellen, dass ihnen das ermöglicht wird. Es sind glückliche Frauen, die eine tolle Ausbildung gemacht haben und einen tollen Beruf jetzt haben. Aber das war damals keine Selbstverständlichkeit, weil es das Recht der Weiterbildung in dieser Form nicht gibt. Und wir als Sozialdemokraten sagen, in einer Welt, wo sich Arbeit so verändert, muss es perspektivisch in Zukunft dieses Recht auf Weiterbildung geben, dass jeder Mensch auch weiß, er darf etwas Neues lernen und er hat auch eine andere Perspektive in seinem Berufsleben als zurzeit. Und natürlich die soziale Absicherung. Wir wollen Hartz IV hinter uns lassen. Und liebe Genossinnen und Genossinnen, wenn wir heute dieses Konzept verabschieden, dann steht das in unserem Parteiprogramm, dann steht das in unserem Stammbuch, dass wir sagen, wir werden eine neue Grundsicherung einführen. Es ist das Bürgergeld. Und sie wird die Sichtweise derjenigen vollkommen verändern, die den Anspruch darauf auch haben. Wir wollen auf Augenhöhe den Menschen begegnen, die dann aus welchen Gründen auch immer vielleicht es nicht geschafft haben, im Arbeitsmarkt zu bleiben oder im Arbeitslosengeld I und angewiesen sind darauf, dass der Staat sie trotzdem unterstützt. Wir wollen, dass diese Menschen nicht Mitsteller sind. Wir wollen, dass der Wert der Arbeit sich auch darin ausdrückt, dass wir ordentlich, anständig, auf Augenhöhe mit ihnen umgehen, mit unserem neuen Bürgergeld, aber auch mit den Ansprüchen auf Qualifizierung, dem Anspruch auf Nachholen eines Schulabschlusses. Das, glaube ich, ist genau das Richtige in der heutigen Zeit deutlich zu machen. Wir begegnen uns von Mensch zu Mensch und nicht von oben nach unten, sondern wir begreifen uns als Partner und Partnerin. Und es geht uns um jeden Menschen, auch wenn er irgendwann mal Pesche hat in seinem Leben und aus irgendwelchen Gründen es eben nicht geschafft hat, im Arbeitsmarkt zu bestehen. Ich will mich an dieser Stelle auch herzlich bedanken, weil es gibt jetzt einen Vorschlag bei unserem Streit. Es gab ja noch einen offenen Punkt beim Thema Sanktionen. Da gibt es jetzt eine Einigkeit. Ich hoffe, dass der dann auch so steht. Es wird jetzt gesagt, dass Pflichtverletzungen nicht folgenlos bleiben dürfen. Dabei muss das Existenzminimum aber sichergestellt werden. Nun, Genossen und Genossinnen, über diesen Punkt haben wir uns lange gerieben. Und wir haben schon in der Formulierung im ursprünglichen Antrag eigentlich das geschrieben, was das Bundesverfassungsgericht ja jetzt auch festgestellt hat. Und ich glaube, mit der neuen Verständigung, wie sie jetzt gesucht worden ist, können wir alle sehr, sehr gut mitleben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dann die alten Streitigkeiten auch begraben können und deutlich machen werden, wir haben einen Anspruch auf Teilhabe, auch von den Menschen, denen es nicht so gut geht. Und wir werden nicht mit dem Hammer da draufschlagen, wie das in der Vergangenheit der Fall war, sondern wir werden auf Augenhöhe ihnen begegnen und deutlich machen, was können wir gemeinsam bewerkstelligen, dass sie eben auch in Zukunft eine Teilhabemöglichkeit in unserer Gesellschaft haben. Warum haben wir in der Gesellschaft die Debatte um das Thema Verlustängste? Es hat natürlich damit zu tun, dass die arbeitende Mitte nach der Neuorganisation des ganzen Paketes um Arbeitslosengeld I und II tatsächlich die Angst hatten, dass, wenn sie arbeitslos sind, und es war ja auch die Gesetzeslage, ganz, ganz schnell abrutschen in den Bereich von Hartz IV. Und das werden wir ändern mit diesem Konzept. Wir werden wieder deutlich machen, Menschen müssen keine Verlustangst haben, auch dann, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Deshalb wollen wir auch für weitere zwei Jahre das Vermögen schonen. Und wir wollen das ALG verlängern. Es gibt die Möglichkeit, zwei, drei Jahre Arbeitslosengeld I in Zukunft auch zu erhalten. Und wir werden sicherstellen, dass sie auch ihre Wohnung nicht verlassen müssen. Wir wollen nicht mehr, dass die Menschen Angst haben in einer Zeit, wo so viele Arbeitsplätze verloren gehen gerade, sondern wir wollen, dass sie mutig sind, dass sie selbstbewusst sind, dass sie wissen, wir verlieren nicht unsere Existenz, sondern wir haben die Möglichkeit, und da ist ein Staat, der uns hilft, dass wir uns neu orientieren können und dass wir wieder mitmachen können und teilhaben können. Und das ist die Grundaussage in unserem neuen Sozialstaatskonzept, Genossen und Genossinnen. Und dann freue ich mich wirklich auch sehr darüber, dass wir in diesem Paket, und da gibt es ja auch noch einen Extraantrag, der umfassend debattiert werden wird, natürlich auch unsere selbstständige, eigenständige Kindergrundsicherung haben. Liebe Genossen und Genossinnen, es ist Zeit, es ist endlich Zeit, dass wir sagen, jedes Kind in unserer Gesellschaft muss es packen können. Und kein Kind in dieser Gesellschaft gehört in die Sozialhilfe. Und das ist wichtig, dass wir deshalb jetzt endlich eine eigenständige Grundsicherung haben, bedingungslose Grundsicherung haben. Also ich freue mich darüber riesig, und ich sage das jetzt an dieser Stelle nur, weil ich werde nachher nicht nochmal sprechen. Ich freue mich darüber riesig, denn es war auch ein Ringen innerhalb der Partei. Ist es wirklich nötig und erforderlich, eine selbstständige, eine bedingungslose Kindergrundsicherung zu haben? Und viele von uns haben das immer so gesehen. Und ich freue mich wirklich darüber, dass unsere Partei heute ein ganz klares Zeichen setzt, für Chancengleichheit zu stärken, dafür, dass jedes Kind in unserer Gesellschaft es packt, und dass es gar keine Rolle spielt, in welchem Haushalt dieses Kind geboren wird, sondern dass völlig klar ist, es wird eine Grundsicherung für jedes Kind geben, egal ob reich, ob arm, natürlich auch ein Zugang zur gebührenfreien Bildung, und das gehört zu unserem Konzept dazu, damit klar ist, auch Kinder aus schwächeren Haushalten, sie haben die Chance, ein gutes, ein sorgenloses Leben zu gehen, und ich bin froh, dass wir das heute beschließen werden. Und ein letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, und ich habe jetzt gerade eben gesehen, dass ich Boris Welter vergessen habe zu erwähnen, wir haben auch ganz viel gearbeitet zum Thema Pflege. Und liebe Genossinnen und Genossen, als Sozialdemokraten haben wir die Verantwortung, von der Geburt sozusagen bis zum Altwerden und bis irgendwann zum Sterben, dass wir den Menschen gute Lebensbedingungen geben, und dass wir auch nicht vergessen, auch bei älteren Menschen, die Unterstützung brauchen, dass sie viel geleistet haben für unsere Gesellschaft. Und deshalb ist der Punkt Pflege auch für mich von ganz großer Bedeutung. Und die Menschen, die daran gearbeitet haben, wir gemeinsam, wir haben drei Perspektiven eingenommen, nämlich einmal die Perspektive der pflegebedürftigen Menschen, und selbstverständlich brauchen sie eine qualitativ hochwertige, gute Pflege in unserem Land. Die Perspektive der Angehörigen von Pflegebedürftigen, selbstverständlich dürfen sie nicht überfordert werden. Und natürlich auch die Perspektive der vielen Pflegekräfte in unserem Land. Männer und Frauen, die einen wunderbaren Job tun, die mit großer Leidenschaft arbeiten, und die nicht die Anerkennung unserer Gesellschaft haben, die sie eigentlich bräuchten. Das bezieht sich auf die ausgesprochene Anerkennung, bis auf die Arbeitsbedingungen, bis auf den Lohn. Und deshalb sehen wir in unserem neuen Sozialstaatskonzept für alle drei Gruppen unterschiedliche Maßnahmen vor. Das eine ist natürlich, dass wir an der Qualität der Pflege arbeiten, an den Arbeitsbedingungen. Dazu gehört auch das Thema Geld, liebe Genossinnen und Genossinnen. Und es kann nicht sein, dass wir in der Pflege teilweise Löhne haben, die wirklich unglaublich niedrig sind. Und wenn man weiß, was die Leute arbeiten in diesem Bereich, dann haben die es verdient, ein gescheites Auskommen zu haben, ein gescheites Gehalt zu bekommen. Und da bin ich so froh darüber, dass Hubertus und auch Franziska einen ganz wichtigen Weg jetzt gerade bereiten. Nämlich, dass es nicht nur bei den Pflegehilfskräften, sondern auch bei den Pflegekräften in Zukunft einen Mindestlohn geben soll. Aber noch wichtiger, viel besser, wenn es gelingt, endlich einen Tarifvertrag in der Pflege wirklich hinzubekommen. Und dazu gibt es gute Zeichen, weil ganz viel gearbeitet worden ist von unseren Ministern, dass das auch funktioniert. Und wenn dieser Tarifvertrag vorliegt, dass es dann möglich ist, aufgrund der gesetzlichen Veränderung, dass er für allgemein verbindlich erklärt wird, weil es nicht sein kann, dass Pflegekräfte im Osten, im Süden, im Westen, im Norden anders verdienen als sonst wo. Wir wollen, dass in ganz Deutschland alle Pflegekräfte auskömmliche Löhne haben. Und dazu brauchen wir diesen Tarifvertrag, Genossinnen und Genossinnen. Und wenn ich auf die Angehörigen schaue und auch die Menschen, die Angst davor haben, pflegebedürftig zu werden, dann schaue ich auch darauf, wie stark ist eigentlich die Solidarität in der Pflegeversicherung ausgeprägt. Nicht ausreichend, wenn es um die Sozialdemokraten geht. Wir wollen nämlich nicht, dass es in Zukunft so bleibt, dass die Menschen Angst haben, dass sie ihr Vermögen dafür ausgeben müssen, dass die Pflege von Angehörigen überhaupt möglich und bezahlbar ist. Ihr wisst, dass tatsächlich die Leistungen der Pflegeversicherung gedeckelt sind. Und die Eigenleistung der Menschen, der Angehörigen, der Betroffenen, sie ist nicht gedeckelt. Sie wächst mit jeder erforderlichen Pflegeleistung. Das ist nicht so, dass es ein Teilkaskoprinzip wäre, wie es immer propagiert wird. Es gibt keine Teilkaskoprin in irgendeinem anderen Bereich, wo tatsächlich die Pflegeversicherung, die Leistungen begrenzt sind, begrenzt sind, Entschuldigung. Und deshalb sagen wir, wir wollen tatsächlich, dass dieser Eigenanteil festgelegt wird. Das ist der erste wichtige Schritt, dass jeder Mensch, der Pflege erhält, in Zukunft weiß, das ist mein Beitrag, den ich zu leisten habe, damit die Pflegeversicherung den Rest übernimmt. Und es ist nicht davon abhängig, wie viel Leistung ich brauche. Das ist das erste wichtige Prinzip, das solidarisch wäre, zu sagen, wir wollen diese Eigenleistung kappen. Aber unser Papier, unser Konzept geht natürlich weiter. Ich bin schon immer ganz fest davon überzeugt, dass wir auch in der Pflege eine Bürgerversicherung brauchen, liebe Genossen und Genossinnen. Wir brauchen eine Pflegevollversicherung. Und diese Vollversicherung lässt sich auch finanzieren, wenn wir die private und die gesetzliche Pflegeversicherung zusammenführen. Und das ist ein leichtes, das zu tun, weil die Leistungen sind gleich. Nur diejenigen, die einbezahlt sind, unterschiedlich. Und in der privaten Pflegeversicherung sind es eben die Menschen, die über mehr Geld verfügen, die gesünder sind. Und deshalb gibt es dort Milliardenhohe Rücklage im Gegensatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung. Und Genossen und Genossinnen, lasst uns daran arbeiten. Es ist ein wichtiger Punkt für die Zukunft in unserer Gesellschaft, dass wir eine humane Situation haben, auch was Menschen betrifft, die in der Pflege stehen und pflegebedürftig sind. Das war es jetzt mal. Man könnte noch vieles sagen zur Rente, aber es wird ja auch noch etliche Redner und Rednerinnen geben gleich. Ich will vielleicht abschließend nur noch mal sagen, es bedeutet mir sehr, sehr viel, dass die Sozialdemokraten mit diesem neuen Konzept, mit dem neuen Sozialstaat für eine neue Zeit, sich wirklich auch neu aufstellt. Wir haben versprochen, nach der verlorenen Bundestagswahl, dass wir nicht nur Regierengut in der Regierung, die das Mitgliedervotum festgestellt hat, sondern dass wir uns auch erneuern. Und wenn wir über Zukunftsfragen nachdenken, dann sind das Fragen, die betrifft die soziale Ausrichtung unseres Staates. Und in diesem Papier, Genossen und Genossinnen, das könnt ihr entnehmen, das ist die Zukunft, wie wir sie uns vorstellen. Für eine gerechte Welt, für eine gerechte Gesellschaft, für eine Gesellschaft, wo sich niemand benachteiligt fühlen muss. Und wo alle Menschen, egal wo sie herkommen, wissen, dieser Staat steht an ihrer Seite. Und wir werden sicherstellen, dass keiner vergessen wird dabei. Vielen herzlichen Dank. Ja, Malu Dreyer hat hier den Antrag eingebracht und zur Finanzierung hat sie nun reichlich wenig gesagt. Der Umbau von Hartz IV, ein Herzensanliegen der SPD für die neue Zeit, ist einer der zentralen Punkte hier in diesem Antrag. Und wir haben ja bald Weihnachten, da kann man sich ja auch viel wünschen. Und die SPD wünscht sich eben einen starken Sozialstaat. Die Einbringung dieses Antrags, es steckt schon ganz viel Arbeit drin. Wir als Parteitag müssen jetzt noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, damit es dann richtig am Ende auch abgeschlossen und beschlossen werden kann. Und damit wir jetzt auch nochmal genau wissen, an welcher Stelle gegebenenfalls auch Abänderungsanträge schon vorliegen und wie die Antragskommission sich dazu verhält, würde ich gerne der Sprecherin der Antragskommission, Dagmar Schmidt, das Wort erteilen. Liebe Dagmar, doch nicht. Tja, oft liegt der Teufel im Detail. Es gibt gleich auch noch eine Aussprache dazu, aber jetzt wollen wir erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Das haben wir auch gestern mehrfach erlebt, dass teilweise handschriftliche Ergänzungen etc. Änderungsanträge, das soll jetzt hier erst einmal erläutert werden, wie der Stand dieses Antrags jetzt sozusagen ist. Liebe Genossinnen und Genossen, eigentlich dachte ich, ich sage was dazu, wenn ihr alle was dazu gesagt habt. Weil wir hatten ja schon im Vorfeld vielfältige Diskussionen über das Papier und das ist auch gut so. Weil man gemerkt hat, dass sich viele von euch Gedanken gemacht haben, viele mitgearbeitet haben. Und vieles von dem, was ihr uns auch schon im Vorfeld als Antragskommission gesagt habt, hat das Papier auch schon in unseren Gedanken besser gemacht. Trotzdem müsst ihr das hier noch einbringen, sofern ihr nicht Unterschriften gesammelt habt. Und deswegen kann ich nur zu dem was sagen, werde mich auf den Rest dann am Ende beziehen, was wir in der Antragskommission schon beraten haben. Malo hat es schon gesagt, es gab einen Streit darüber, wie gehen wir mit Sanktionen um. Und Sanktionen ist nun wirklich einer der Themen, die uns auch in dieser ganzen Hartz-IV-Debatte bewegt haben. Nun ist es aber so, dass wir ja aus diesem Hartz-IV und von diesem Hartz-IV uns heute verabschieden und den Weg in ein neues System gehen wollen. Und dieses neue System, das Recht auf Arbeit, ist eine neue Qualität, ist ein Alleinstellungsmerkmal für die SPD. Und ich bin stolz darauf, dass wir das heute beschließen können. Die Leitgedanken unseres Papiers sind, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen und dass wir die Arbeit in den Mittelpunkt stellen. Wir, die SPD, die Partei der Arbeit sagt, es ist nicht mehr eure Verantwortung, wenn ihr arbeitslos seid. Das Problem liegt nicht in euch, dass ihr euch nur nicht richtig anstrengt oder nicht richtig qualifiziert. Nein, wir sagen, und das ist der zentrale Paradigmenwechsel, wir sagen, nein, wenn ihr arbeiten wollt, dann ist die Gesellschaft, dann sind wir dafür verantwortlich, dass ihr auch gute Arbeit bekommt und wir euch helfen, in gute Arbeit zu kommen, entweder in den ersten Arbeitsmarkt oder in einen sozialen Arbeitsmarkt. Und das ist ein riesengroßer Schritt, den wir hier gehen. Wir haben uns vorgenommen, das Sozialgesetzbuch II auszutrocknen. Und das ist in diesem Antrag beschrieben. Wir sagen, wir helfen euch, wenn ihr in Arbeit seid, dass ihr nicht arbeitslos werdet, indem wir uns um eure Gesundheit kümmern, indem wir euch qualifizieren, damit ihr erst gar nicht in die Situation kommt, arbeitslos zu sein. Und wir sagen zweitens, wenn ihr arbeitslos seid und auch wenn ihr schon lange arbeitslos seid, dann helfen wir euch, wieder in Arbeit zu kommen und wir gehen mit euch auf einen langen Weg und wir unterstützen euch, auch wenn ihr persönliche Probleme habt, auch wenn ihr gesundheitliche Probleme habt. Wir stehen an eurer Seite. Der Sozialstaat steht für euch als Partner zur Verfügung und hilft euch, euer Leben wieder selbstständig in den Griff zu bekommen. Und deswegen haben wir nochmal beschrieben, und das liegt euch in diesem Antrag vor, also in der Empfehlung der Antragskommission, da ist so ein Teil fett gedruckt. Und wir haben in diesem Teil nochmal genau beschrieben, wie wir uns vorstellen, wie in Zukunft im Jobcenter mit arbeitslosen Menschen gearbeitet werden sollen. Auf Augenhöhe, partnerschaftlich und niemals an den eigenen Vorstellungen und den eigenen Interessen und den eigenen Möglichkeiten der Arbeitslosen vorbei. Und ich glaube, das ist ein wichtiger und wesentlicher Punkt. Was wir aber auch erwarten können, ist, dass wenn wir so ein System aufbauen, dass das, was man gemeinschaftlich, das, was man gemeinsam auch verabredet hat, dass diese Pflichten, diese Rechte und Pflichten jeweils beidseitig auch eingehalten werden. Das gilt für den Jobcenter, der nicht mehr von der Stange bedienen darf, sondern der individuell gucken muss, was braucht die einzelne Person, genauso wie für den Arbeitslosen, der sich dann auch auf den Weg machen muss und die Dinge, die er selber für sich auch sieht, dass er den Weg gehen will, auch einhalten muss. Deswegen haben wir eine Formulierung jetzt nochmal als Änderungsformulierung für diesen geänderten Teil des Antrags gefunden, der, glaube ich, dann auch konsensual oder sehr breit getragen wird. Malo hat ihn vorgestellt. Am Ende des Absatzes, der mit das Recht auf Arbeit heißt, beginnt. Das ist in der Mitte auf der Seite, die keine Nummer hat. Aber wo das Fettgespräch ist... Das wäre, wenn ihr es durchzählen wollt, die Nummer 13 als kleiner Service hier aus dem Präsidium. Dankeschön. Da wollen wir euch Folgendes vorschlagen. Die dort beschriebenen... Warte, halt. Mitwirkungspflichten sind verbindlich. Pflichtverletzungen können nicht folgenlos bleiben. Dabei muss das Existenzminimum sichergestellt sein. Ich glaube, das macht beides deutlich. Wir anerkennen, dass wir natürlich in einer Gesellschaft, wie wir sie sind, nicht unter das Existenzminimum, nicht die Existenz von Menschen gefährden wollen und auch nicht dürfen. Und wir sagen aber auf der anderen Seite, wir sind ein Gemeinwesen und eine Gesellschaft, in der es Rechte und Pflichten gibt, wo man sich auch gegenseitig verbindlich machen muss. Und ich glaube, das ist eine gute Formulierung, mit der wir alle leben können. Wir haben eine weitere kleine Ergänzung. Das ist in dem Absatz darunter. Da steht der Satz, da haben wir nochmal sozusagen das, auch weil Schleswig-Holstein da nochmal ein Anliegen hatte, den Punkt mit reingenommen, was das Bundesverfassungsgericht beschlossen hat. Und da steht der Satz, wir wollen das Urteil schnell umsetzen und Leistungskürzungen von mehr als 30 Prozent oder die Kürzung von Wohnkosten klar ausschließen. Da ergänzen wir als einen ersten Schritt klar auszuschließen, damit klar ist, wie wir das ja hier auch schon an vielen Stellen diskutiert haben. Das eine sind die Schritte in die richtige Richtung, die wir im Regierungshandeln gehen. Und das andere ist das, was wir uns vorstellen, wenn wir alleine regieren. Ich hoffe, ihr könnt dem folgen und wir können heute einen tollen Antrag beschließen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ja, da waren ja ein paar wichtige Klarstellungen dabei. Der Sozialstaat steht für euch als Partner zur Seite. Das tut ihr bisher schon auch noch. Aber nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil muss die Bundesregierung in der Tat in diesem Bereich reagieren. Und darauf geht die SPD in ihrem Antrag hier auch ein. ... der Antragskommission auch beziehen können. Ich will ergänzend noch darauf hinweisen, dass jetzt bei der Annahme dieses PV1 in geänderten Verfassungen das Recht auf Arbeit, wenn man mal zurückschaut, im Jahr 2000 eine Rekordarbeitslosigkeit in Deutschland, 5 Millionen, da kann man gerne ein Recht auf Arbeit reinschreiben. Wie man das dann umsetzt, das bleibt dann noch die Frage. Gerhard Schröder ist damals einen anderen Weg gegangen. Er hat die Hartz-IV-Reformen erfunden und die Arbeitslosigkeit schmolz dahin. Da will man jetzt drüber hinwegkommen. Das ist das Trauma der SPD seit fast 20 Jahren. Schleppt man das nur mit sich rum. Und dieser Parteitag in die neue Zeit, so heißt er, will dieses System reformieren. Man könnte auch sagen, in weiten Teilen zurückdrehen. Aber darüber werden wir jetzt diskutieren. Gleich werden ungefähr 20 Redner dazu das Wort erhalten. Und weil ich das gerade hier so schön erklärt habe, ich bin jetzt auch schlauer geworden, was die 50 Prozent beim Präsidium angehen. Sechs Männer, vier Frauen gestern gewählt worden. Von den 24 Vorstandsmitgliedern, die im Moment gewählt werden, werden dann ursprünglich geplant drei auch in das Präsidium aufrutschen. Das wird aber nicht hinkommen. Dann hat man wieder keine 50 Prozent. Denn wenn man zwei Frauen nimmt, dann hätte man 50 Prozent. Und was soll dann der dritte sein? Also nehme ich mal an, dass man vier aufrutschen lässt oder zwei. Das werden wir dann sehen und hören. Der erste Redner jetzt aber zur Debatte. Bernhard Daldrop, Bundestagsabgeordneter. Möchte ich die Gelegenheit nutzen, etwas zu einem Themenbereich zu sagen, zum modernen Sozialstaat, der in diesem Antrag, auch in einem späteren Antrag und in vielen Details noch eine Rolle spielt. Denn wenn wir über die Zukunft eines starken Sozialstaates reden, dann reden wir über die Zukunft eines starken Staates. Und das ist nicht nur der Bund, sondern das sind Länder und Kommunen gleichermaßen. Und der starke Sozialstaat hat eine räumliche Seite. Die räumliche Seite des Sozialstaates sind die gleichwertigen Lebensbedingungen. Sie sind ein Verfassungsauftrag, sie sind ein Titel unseres Koalitionsvertrages und eminent wichtig. Gleichwertige Lebensbedingungen sind besonders in den Kommunen erfahrbar. Und wir haben da einiges erreicht, von der Städtebauförderung über Investitionen bis hin zur Sicherung der Grundsteuer, Genossinnen und Genossen. Aber es gehört dazu, dass wir noch weitere Aufgaben vor uns haben, wie beispielsweise die Altschuldenproblematik und anderes mehr. Ich will an dieser Stelle sehr dankbar Malu dafür, dass sie gesagt hat, Kommunen sind das Rückgrat einer sozialen Gesellschaft. Und Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sind es auch. Und deswegen, wenn wir eine solche stabile soziale Gesellschaft wollen, brauchen Kommunen eine auskömmliche Entwicklung, Genossinnen und Genossen und finanzielle Ausstattung. Lasst uns gemeinsam bei allen sozialpolitischen Aufgaben und Forderungen, die wir stellen, auch immer daran denken, dass Konnexität, dass der Grundsatz, wer die Musik bestellt, sie auch bezahlt, nicht zur Lehrformel von Parteitagsbeschlüssen wird, sondern tatsächlich auch umgesetzt wird. Ich will zweitens, das ist der Hauptgrund, weshalb ich mich melde, Genossinnen und Genossen, einem Wunsch von einer Person nachkommen, die mich vorgestern noch einmal angeschrieben hat und mich darum gebeten hat, auf sein Engagement und auf sein Interesse besonders hinzuweisen. Es ist jemand, den wir unglaublich schätzen und den viele von uns bewundern, nämlich Hans-Jochen Vogel. Er hat mich darum gebeten, gerade wegen seines Engagements in der Wohnungspolitik und in der Bodenpolitik, hier noch einmal sich in seinem Sinne zu äußern. Und ich will das am besten dadurch tun, dass ich ihn selber zitiere, wenn ich das so machen kann. Er sagt, meine Grundeinsicht, die ich im Laufe von fast 50 Jahren gewonnen habe, lautet, Grund und Boden ist unvermehrbar und unverzichtbar. Unverzichtbar ist für jeden Menschen auch eine Wohnung. Das ließe sich auch aus dem Hauptgrundwert der Menschenwürde herleiten. Ich will deshalb, dass der wohnungsrelevante Grund und Boden aus dem Bereich der Marktregeln in den Bereich der Regeln des sozialen Allgemeinwohls überführt wird. Lieber Hans-Jochen Vogel, wenn du zu uns zuhören solltest, wir danken dir sehr für dieses Engagement, dass du bis zum heutigen Zeitpunkt immer noch wieder zeigst und unsere Debatten jedenfalls sehr motivierst und sehr anreizst. Ich glaube, wir haben noch nicht alle deine Erwartungen erfüllt, aber wir sind auf gutem Wege. Und deshalb, Genossinnen und Genossen, gehört das, was zur Wohnungspolitik, zur Mieten- und Bodenpolitik in diesem Antrag formuliert worden ist, tatsächlich zu einem modernen Sozialstaat, in dem es mehr Gerechtigkeit gibt. Herzlichen Dank. Applaus Als Nächstes hat das Wort Heike Behrens und danach Robert. Heike Behrens aus Rahn-Württemberg ist Bundestagsabgeordnete und Pflegebeauftragte der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Damen und Herren, als Gäste, wenn wir über die Zukunft der Arbeitsgesellschaft reden, dann ist es klar, dass wir auch über den stark wachsenden Arbeitssektor der Pflege reden müssen. Pflege ist nach unserem Verständnis ein wesentlicher Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und deshalb müssen wir die Finanzierung und Gestaltung der Pflege tatsächlich am Gemeinwohl orientieren. Wir wollen, dass Bund, Länder und Gemeinden je ihren Teil der Verantwortung dabei übernehmen. Und es darf keine Gewinnmaximierung auf Kosten einer guten Pflege in unserem Land geben. Applaus Dass diese Legislaturperiode im Deutschen Bundestag eine Legislaturperiode der Pflege ist, das hat im Übrigen nicht Jens Spahn zu verantworten, sondern das liegt daran, dass unter der Federführung von Malu Dreyer in diesem Koalitionsvertrag so viel zum Thema Pflege verankert wurde, wie in keiner Legislaturperiode vorher. Wir sind die treibende Kraft in der Pflege in Deutschland. Und es ist mir wichtig, dass wir das deutlich machen. Während der Gesundheitsminister auf die Philippinen und nach Mexiko reist, um Pflegekräfte zu gewinnen, hat Franziska Giffey in der konstatierten Aktion Pflege als erste Ergebnisse vorgelegt und dafür gesorgt, dass die Modernisierung der Pflegeberufe gelingt. Dass tatsächlich eine Ausbildungsoffensive hier im Land gestartet wird, um endlich mehr junge Menschen für die Pflege zu gewinnen. Und in der gleichen Zeit hat unser Sozialminister Hubertus Heil dafür gesorgt, dass wir tatsächlich ein Pflegelöhneverbesserungsgesetz auf den Weg bringen. Nämlich nicht an den Mindeststandards in der Pflegeentlohnung sollen wir uns orientieren. Sondern genau da brauchen wir ordentliche Tarifbedingungen. Wir brauchen einen Branchentarif in der Pflege. Und dafür steht sozialdemokratische Politik. Aber uns ist klar, und an der Stelle will ich nur noch mal sagen, diesen Branchentarif in der Pflege, den kriegen wir nur mit der Arbeiterwohlfahrt gemeinsam. Es ist der Vorstandsvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt, der dafür kämpft, dass wirklich die Verbände der freien Wohlfahrtspflege gemeinsam mit den kirchlichen Verbänden an der Stelle an einem Schrank ziehen. Und nur damit kann es gelingen, wirklich ordentliche Tarifverträge in der Pflege zu verankern. Diesen Schulterschluss brauchen wir miteinander. Aber uns ist klar, wir wollen mehr als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und deshalb ist das wichtig, was Malu vorhin gesagt hat. Wir brauchen endlich die Pflegebürgerversicherung. Und wir brauchen auch, das ist noch nicht angesprochen worden, auch eine Wohnraumoffensive, die tatsächlich die Herausforderungen der alternden Gesellschaft mit in den Blick nimmt. Denn wir brauchen auch altersgerechten Wohnraum, verbunden mit Service- und Unterstützungsangeboten. Dafür stehen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und deshalb brauchen wir eine solidarische Finanzierung der Pflege. Und eine würdevolle Pflege können wir sichern, indem wir sie solidarisch miteinander finanzieren. Dafür steht die SPD. Heike Behrens war das. Und insgesamt haben sich bislang 33 Redner gemeldet. Ganz herzlichen Dank. Als nächstes hat das Wort Robert Trevnicki. Die Redezeit ist jetzt auf drei Minuten begrenzt. Der nächste, der die Chance hat, hier zu den Delegierten zu sprechen, ist aus Berlin, Robert Trevnicki. Liebe Genossinnen und Genossen, 1863 ist die SPD in einer umwälzenden Zeit gegründet worden. Damals begann die industrielle Revolution, soziale Standards nicht mal in den Blick zu nehmen, die Menschen auszubeuten. Das war die Industrie 1.0. Heute sind wir in den Zeiten der Industrie 4.0. Wir wissen, dass wir diese Umwandlung digital und sozial gestalten müssen. Wir wissen, dass wir in einer Situation sind, in der die SPD dringend gebraucht wird. Deswegen müssen wir uns auch nicht verstecken, liebe Genossinnen und Genossen, sondern wir müssen jetzt mutig nach vorne gehen. Das heißt auch, dass wir die Herausforderungen der nächsten 15 Jahre nicht bekämpfen können mit den Instrumenten der letzten 15 Jahre. Liebe Genossinnen und Genossen, und das ist hier ein guter Anfang, Hartz IV gehört in die Mottenkiste, weil Hartz IV kann nicht die Lösung bieten für all das, was wir in den nächsten 15 Jahren in einer digitalisierten Welt vor uns haben. Das Bürgergeld ist dafür ein gutes Konzept und es ist ein guter Anfang. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, wir dürfen uns da auch nicht besoffen reden. Wir müssen den Menschen klarmachen, dass wir uns wirklich verabschiedet haben. Das bedeutet natürlich, ein ganz zentrales Instrument wird sein, wie wir zukünftig mit Sanktionen umgehen. Ich weiß nicht, ob es die Menschen überzeugt, wenn wir sagen, wir wollen mehr auf Augenhöhe sein, wir wollen nicht unnütze Sanktionen abschaffen, wir wollen das machen, was ein Bundesverfassungsgericht uns vorgibt. Das dürfte ja wohl selbstverständlich sein, liebe Genossinnen und Genossen. Sondern wir müssen jetzt neue Wege gehen und wir sind hier in Berlin einen neuen Weg gegangen, der auch sanktionslos ist und der einen Bruch zeigt mit Hartz IV und mit dem bisherigen Sozialstaatssystem, was wir haben. Denn, liebe Genossinnen und Genossen, für uns ist es entscheidend, einen Sozialstaat 2.0 jetzt zu haben und dort neue Instrumente zu entwickeln. Das ist das SGE. Denn es ist freiwilliges Angebot, zu arbeiten im sozialen Bereich. Es ist unbefristete Arbeit und es ist gute Arbeit. Und ich will euch sagen, liebe Genossinnen und Genossen, was das bei uns in Berlin bedeutet. Dass es Arbeit ist, die bezahlt wird nach Tariflohn. Und wenn es keinen Tarif gibt, was es eigentlich nicht geben sollte, auch in unserer Stadt nicht geben sollte, dann zahlen wir unseren Berliner Landesmindestlohn und da sind wir jetzt bei 12,50 Euro. Und ich glaube, das ist genau der Anspruch, den wir hier auch zeigen müssen. Wir schaffen damit Arbeit in Kitas, in Schulen, bei Stadtteilmüttern. Und wir bieten damit eine sanktionsfreie, wirkliche Alternative zu dem bisherigen Hartz-IV-System. Deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, bitte ich in dem Antrag PV1, ich habe jetzt nur die alte Zeilenversion, hinter Sozialmarkt ausweiten, auf Seite 38, Zeile 42, einzufügen. Dabei werden wir auch neue Instrumente, wie das Berliner Pilotprojekt Solidarisches Grundeinkommen in unsere Weiterentwicklungsüberlegungen mit einbeziehen. Denn das ist ein neues Instrument, was wir entwickelt haben. Darauf sollten wir stolz sein. Und damit sollten wir auch das Bürgergeld flankieren. Lieben Dank, liebe Genossinnen und Genossen. Die nächste in dieser Debatte kommt aus dem Landesverband Hessen-Süd, Silvia Kunz. Und danach kommt dann der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Ich habe ja eben darauf hingewiesen, wenn sich jetzt kein größerer Widerspruch erhebt, würde ich jetzt einfach vorschlagen, wir schließen jetzt damit die Rednerliste und haben dann aber doch sehr großen Raum auch für die Aussprache geboten. Das scheint nicht der Fall zu sein. Damit ist die Rednerliste beschlossen und Silvia Kunz hat das Wort. Okay. Liebe Genossinnen und Genossen, Hubertus, ich finde es super, dass du direkt nach mir redest, dann kannst du mir gleich antworten. Ich habe nämlich ganz viele Wünsche an dich. Also erstens, ich finde es fantastisch, dass die SPD hier heute beschließen will, dass wir ein Recht auf Arbeit wollen. Ich fände es noch fantastischer, wenn wir das Recht auf Arbeit auch garantieren wollen. Und das Berliner Modell des solidarischen Grundeinkommens finde ich einen wunderbaren Ansatz. Wir haben den auch in der Bundesregierung gemacht, mit 150.000 Jobs im öffentlichen Sektor. Auch sehr gut. Ich glaube allerdings, wenn wir das Recht auf Arbeit wirklich garantieren wollen, in dieser Situation brauchen wir viel mehr neue Jobs im öffentlichen Sektor über die 150.000 Jobs hinaus. Und Hubertus, die Frage ist, kriegen wir das wirklich hin und kriegen wir das garantiert? In dieser Bundesregierung, also bis 2021. Wenn nicht, brauchen wir eine Alternative, die sozialdemokratisch ist. Und hier kommt die Debatte um die Sanktionen und um das Existenzminimum. Ehrlich gesagt, mir reicht es nicht, wenn der sozialdemokratische Sozialstaat nur das Existenzminimum garantiert. Das ist nämlich relativ niedrig. Ich glaube, dass wir uns an der relativen Armutsgrenze orientieren sollten als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. 2017 lag die bei ungefähr 1.065 Euro Einkommen. Auch das ist nicht viel Geld. Aber das heißt, dass man in einer Gesellschaft teilhaben kann. Und aus meiner Sicht muss der heutige Hartz-IV-Satz oder wie auch immer heißt, bis wir ein Recht auf Arbeit wirklich garantieren können, auf mindestens dieses Niveau angehoben werden. Und dann können wir die Debatte darüber führen, wie das mit Sanktionen geht oder nicht Sanktionen. Ich fände ja ein Modell, wo man positiv inzentiviert und sagt, jeder, der sich beteiligt, jeder, der mitwirkt, der bekommt von uns diese relative Armutsgrenze, also die 1.065 Euro, 150 bis 200 Euro mehr als heute abgesichert, besser als ein Modell, was sanktioniert. Aber mein Grundproblem ist, dass das Niveau, was wir heute in einem reichen Land wie Deutschland mit unserem Sozialstaat absichern, aus meiner Sicht viel zu niedrig ist. Vielen Dank. Als nächster hat Hubertus Hall das Wort und ihm folgt... Nun hatte der Bundesarbeitsminister und der neue stellvertretende Parteivorsitzende der SPD Recht auf einen Arbeitsplatz, ist das Stichwort. Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe vor ein paar Monaten einen Mann kennengelernt in Heidelberg. Weiß nicht, ist Lothar Binding im Saal? Weil Lothar hatte mich eingeladen und ich habe einen Mann in seinem Wahlkreis kennengelernt, in der schönen Stadt Heidelberg, der seit über 25 Jahren arbeitslos war. Ein Mann, der ist jetzt Mitte 40, der durch einen schweren Schicksalsschlag ganz einfach aus der Bahn gebrochen wurde und seine Eltern sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und er war nicht nur lange arbeitslos, über 25 Jahre, sondern er war auch obdachlos. Dieser Mann hat jetzt wieder Arbeit bekommen, weil wir Sozialdemokraten den sozialen Arbeitsmarkt durchgesetzt haben. Und wenn man diesen Mann in die Augen guckt, liebe Genosse und Genossen, dann weiß man für die meisten Menschen in Deutschland, ist Arbeit mehr als Broterwerb. Es ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Es ist, Kolleginnen und Kollegen zu haben. Es ist, was zu leisten. Und wir, liebe Genossinnen und Genossen, und deshalb bin ich froh, dass wir diesen Leitantrag so beschließen, sind die Partei der Arbeit und der arbeitenden Menschen in diesem Land. Die deutsche Sozialdemokratie darf im Gegensatz zu anderen Parteien kein gebrochenes Verhältnis zu ordentlicher Erwerbsarbeit haben. Das ist ganz wichtig und das drücken wir hier aus. Das heißt aber auch, dass wir auf das Recht auf Arbeit orientieren, auf den Wert der Arbeit, den wir stärken wollen, bei Löhnen, Gehältern und Arbeitsbedingungen, auch in neuen Erwerbsformen. Aber dass wir keinen Weg des bedingungslosen Grundeinkommens gehen, liebe Genossinnen und Genossen. So sympathisch viele Menschen das aus Idealismus finden mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. So sehr, glaube ich, haben Sie zwei Dinge nicht im Blick. Nämlich, dass, wie gesagt, Arbeit für die meisten Menschen mehr ist als Broterwerb. Und zum Zweiten, weil Sie von der Idee ausgehen, dass diesem Land die Arbeit ausgeht. Liebe Genossinnen und Genossen, auch in der Digitalisierung, nach allem, was wir wissen, wird diesem Land die Arbeit nicht ausgehen. Es wird andere Arbeit sein. Und unsere Aufgabe ist dafür zu sorgen, durch Qualifizierung, dass die Beschäftigten von heute die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. Ich bin froh, dass wir eine Linie ziehen können. Denn mit dem Umbau des Sozialstaates haben wir begonnen. Der soziale Arbeitsmarkt ist nicht irgendein Arbeitsmarktprogramm, sondern ist ein Regelinstrument, das wir schon eingeführt haben. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt mir die Chance, das gesamte System zu entbürokratisieren und die Ermutigung in der Grundsicherung in den Mittelpunkt zu stellen. Aber unser Ziel ist nach wie vor, nicht die Qualität des Sozialstaates allein an der Höhe des sozialen Transfers zu bemessen, sondern an der Frage, ob wir es schaffen, Menschen da rauszuholen und zu einem selbstbestimmten Leben zu befähigen, wieder in Arbeit zu bringen. Das unterscheidet uns von anderen. Und ich will das auch sagen, weil ich gerade gefragt wurde. Ich finde, zum einen müssen wir mal auch eine Lanze brechen für die Menschen, die im Jobcenter arbeiten. Das sind unsere Kolleginnen und Kollegen. Und das sind keine Mitarbeiter eines Unrechtsstaates. Das muss man an dieser Stelle mal sagen. Die gucken auch zu. Es sind oft Sozialdemokraten übrigens, die da tätig sind. Aber dieses Gesetz ist so bürokratisch und in vielen Bereichen auch so vergiftet in der öffentlichen Debatte, dass wir es grundlegend reformieren wollen. Ich finde, dass wir zwei Pole in der gesellschaftlichen Debatte haben, die wir überminden müssen. Die einen stellen alle langzeitarbeitslosen Menschen unter den Verdacht, zu faul sein zu arbeiten. Das ist falsch. Das ist unfair. Das ist die falsche Wahrnehmung von Menschen. Das ist ein ganz furchtbares Menschenbild. Die meisten Menschen wollen arbeiten. Und dann gibt es welche, die jede Form von Mitwirkung schon für einen Anschlag auf die Menschenwürde halten. Das sind die Pole seit 15 Jahren in der Diskussion. Und wir müssen raus aus dieser Frontstellung. Und dieser Leitantrag weist den Weg nach vorn. Wir werden dafür sorgen, dass Ermutigung im Vordergrund steht, dass Chancen im Mittelpunkt stehen. Aber wir sagen auch, im Rahmen der Möglichkeiten, die Menschen individuell haben, sollte man auch mitwirken an dieser Stelle. Ich finde, dass wir da einen guten Weg gefunden haben. Ich werde auf Basis des Urteils des Bundesverfassungsgerichts die ersten Schritte gehen. Und das heißt zum Beispiel, es soll nie wieder in die Kosten der Unterkunft sanktioniert werden. Das verunsichert Menschen. Das bringt überhaupt nichts. Das ist nicht der richtige Weg. Das werden wir machen. Lass mich zum Schluss das sagen. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam nicht nur in dieser Regierung auf den Weg gebracht haben, sondern als Perspektive mit diesem Sozialstaatsverständnis geschaffen haben. Weil es Trennschärfe zwischen uns und anderen bringt. Der Artikel 20 des Grundgesetzes, der den sozialen Rechtsstaat beschreibt, heißt wörtlich, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Noch nicht ein sozialdemokratischer. Daran arbeiten wir täglich. Aber ein demokratischer und sozialer. Dahinter steckt die Idee, dass wir im Gegensatz zu anderen bürgerliche Freiheitsrechte, die Freiheit vor dem Staat, verbinden wollen mit sozialen Bürgerrechten. Lasst uns die Frage der sozialen Bürgerrechte zu unserem Markenzeichen wieder machen. Denn wir wollen nicht nur die Menschen der Grundsicherung absichern, sondern Sozialstaat ist mehr als Almosen und Absicherungen der Grundsicherung. Sozialstaat heißt dafür zu sorgen, dass soziale Bürgerrechte von Menschen in Anspruch genommen werden, damit sie Chance haben, auf ein selbstbestimmtes Leben in einer solidarischen Gesellschaft. Herzlichen Dank. Applaus für den Pragmatiker hier, Hubertus Heil, den neuen stellvertretenden Parteivorsitzenden, der noch einmal klargestellt hat, es ist kein Weg des bedingungslosen Grundeinkommens. Und die nächste Rednerin, die bewirbt sich auch jetzt momentan für den Parteivorstand, Daniela Haasch, Bürgermeisterin aus Tübingen. Die einzige Bürgermeisterin in Baden-Württemberg mit SPD-Parteibuch. Applaus Und vielen männlichen Kollegen mit SPD-Parteibuch. Aber die einzige Frau. Die Stadt, in der ich Bürgermeisterin bin, heißt Tübingen. Eine herausfordernde Stadt mit einem herausfordernden Kollegen. Und wir in den Kommunen sind diejenigen, die jeden Tag sehen, wie gut der Sozialstaat funktioniert, wo es hakt und was noch getan werden muss. Und meine Bitte an euch ist, lasst uns nicht allein. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Tübingen kostet derzeit 1.000 Euro kalt zur Miete. Eine Erzieherin, die wir nach Tarifvertrag bezahlen, verdient 1.800 Euro netto. Wir haben 42 städtische Kitas, 51 in freier Trägerschaft und bauen 18 neue. Tübingen vermehrt sich ziemlich unkontrolliert. Wir haben 20 unbesetzte Stellen bei Fachkräften, 18 neue Kitas im Bau. Das bedeutet, wir werden nächstes Jahr fast 90 unbesetzte Stellen haben und wissen nicht, wie wir den Rechtsanspruch noch erfüllen können. Lasst uns hier nicht allein. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen auskömmliche Löhne. Wir brauchen gute Tarifverträge. Ein Pflegeheim in Tübingen kostet derzeit, und ich bin Aufsichtsratsvorsitzende Dreierpflegeheime, 2.600 Euro Zuzahlung, nachdem alle Leistungen der Pflegekasse abgezogen sind. 2.600. Das ist das günstigste Heim, das wir haben. Wir müssen aber sanieren, energetisch sanieren, und Klimaschutz kostet Geld. Die Sanierung kostet 10 Millionen Euro. Diejenigen, die es später zahlen werden, sind die Bewohnerinnen und Bewohner. Lasst uns nicht allein. Wir brauchen hier eure Unterstützung, die Unterstützung von Bund und Ländern vor Ort, dass nicht beim Einzug in das Pflegeheim die Menschen schon wissen, wie lange sie noch leben dürfen, um es sich leisten zu können. Wir brauchen hier dringend die Deckung, die angesprochen wurde. Unsere Schulen müssen saniert werden, 40 Millionen in den nächsten 5 Jahren. Lasst uns nicht allein, damit Schülerinnen und Schüler gute Bedingungen haben, um zu lernen. Und ein Thema zum Abschluss, in Tübingen leben 1.400 Menschen mit Fluchterfahrung in unseren Anschlussunterkünften. Wir haben viel geschafft, und wir können sagen, ja, wir haben es geschafft. Aber es ist noch viel zu tun. Bund und Länder dürfen sich hier nicht aus der Verantwortung ziehen und uns alleine lassen. Integration ist ein langer Weg. Vieles klappt gut, aber bei vielem stehen wir noch am Anfang. Lasst uns in den Kommunen nicht allein. Wie gut der Sozialstaat ist, zeigt sich vor Ort in unseren Städten, Dörfern und Gemeinden. Nach dem Bundesminister Oberter Seil jetzt eine Bürgermeisterin, nämlich die Bürgermeisterin aus Thüringen, Daniela Harsch, und der nächste Redner in der Debatte ist Sebastian Rohloff aus Bayern. Ich bin sehr froh, dass wir diese Debatte an so prominenter Stelle führen, weil ich glaube, wir können sie in ihrer Bedeutung gar nicht unterschätzen. Wir alle leiden wahnsinnig darunter, dass wir bei Wahlen nicht so erfolgreich sind, wie wir es gerne wären, und fragen uns, wo das herkommt. Es gibt man nicht faltige Analysen, und es ist natürlich klar, dass das Thema Glaubwürdigkeit eine gewisse Rolle spielt. Und da ist auch klar, dass uns die eine oder andere Reform, die vielleicht gut gemeint war, wo wir aber vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen sind, nicht unbedingt geholfen hat. Wir haben dann aber den Fehler gemacht, dass wir nicht zu diesen Fehlern gestanden sind, oder sie es erklärt haben und nachgebessert haben, sondern wir haben uns immer in der hohen diplomatischen Kunst versucht. Wir haben dann gesagt, nee, an das Thema können wir nicht rangehen, weil da ist wilder Pär nicht. Das können wir nicht machen, weil dann steht der Frank-Walter blöd da. Und haben uns nicht dem Thema grundsätzlich genähert, sondern haben uns versucht, in Stückwerk zu versuchen, zu verbessern. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite waren wir aber auch, so selbstkritisch muss man sein, in der Kommunikation nicht immer wahnsinnig klug. Wir haben bei der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes maßgeblich was zu den teilweise Schwierigkeiten für schlechter Bezahlte und prekär Beschäftigte beigetragen, haben dann Fortschritte in dieser Analyse und im Gesetzgebungsprozess in den beiden großen Koalitionen erzielt und haben dann aber so getan, als hätten wir das ganze Problem schon wieder gelöst und alles wäre in Ordnung und alles ist gut. Bei den Menschen, zum Beispiel Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter, kommt aber an, dass eben nicht alles gut ist. Und deswegen bin ich so dankbar für diese Debatte und für dieses Papier. Ich würde sagen, das Sozialstaatspapier ist nichts weniger als ein Paradigmenwechsel. Man könnte fast sagen, eine Erlösung, weil wir endlich wieder Sozialpolitik aus einem Guss machen. Die schlüssig ist und die zu unserer Glaubwürdigkeit ganz nachhaltig beitragen wird. Wir müssen, und deswegen ist es wichtig, dass das auch in den Medien heute vorkommt, die entsprechenden Themen dann auch kommunizieren. Es geht nicht um Vergangenheitsbewältigung, es geht darum, dass wir die besten Antworten für die Zukunft haben. Die haben wir auch, aber da geht es nicht um Befindlichkeiten, sondern um konkrete Ergebnisse und konkrete schlüssige Konzepte. Deswegen freue ich mich auf die Debatte. Ein oder andere Nachschärfungen könnten wir vielleicht noch machen, aber mehr geht natürlich immer. Ich bin sehr froh über dieses Papier. Herzlichen Dank auch ausdrücklich nochmal an Andrea Nahles, die dazu ganz nachträglich beigetragen hat. Ich freue mich auf die weitere Debatte. Vielen Dank. So, die nächste Rednerin, Franziska Drosel aus Berlin, war ja mal Juso-Bundesvorsitzende und ist heute Bezirksstadträtin Stegle Zählendorf. Ich finde diesen Antrag grundsätzlich auch toll und finde es super, dass es in so einem partizipativen Prozess stattgefunden hat. Ich möchte zu einem ganz konkreten Punkt hier nochmal sprechen, und das ist der Bereich der Sanktionen. Da ist gerade aus der Antragskommission ein Kompromissvorschlag gekommen, den ich persönlich nicht unterstützen kann und weshalb ich nochmal da einen Änderungsantrag einbringen möchte. Und ich glaube, nachher redet auch noch einer von den Jusos, der auch einen Änderungsantrag dazu formulieren wird. Es geht darum, dass der Vorschlag jetzt ist, reinzuschreiben, dass Sanktionen nicht folgenlos bleiben sollen und dass, ich das richtig verstanden habe, das Existenzminimum gesichert sein soll. Das finde ich problematisch, insbesondere, wenn der Absatz darunter in diesem Antrag drin bleibt, weil das ausschließlich beinhaltet, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt werden muss. Und das ist sowieso derzeit der Stand. Da würden wir nichts Neues dem hinzufügen und insbesondere wären Sanktionen von bis 30 Prozent weiterhin möglich. Ich möchte dazu inhaltlich nochmal was sagen. Ich weiß, dass als Hartz IV eingeführt wurde, ist das neoliberale Dogma wahr, dass man Menschen nur genug trietzen muss, um sie schnell in Arbeit hereinzubekommen. Es waren die erwerbslosen Initiativen, die damals dagegen gekämpft haben und es geschafft haben, diesen Streit zum Bundesverfassungsgericht nach oben zu bringen. Ich fand das damals schon in der Analyse völlig falsch, dadurch Arbeitslosigkeit bekämpfen zu können. Ich finde es aber insbesondere von den menschlichen Auswirkungen eine Katastrophe. Ich habe solche Leute als Rechtsanwältin vertreten. Das ist keine Theorie, sondern es findet statt, dass Menschen mit diesen sanktionierten Regelsätzen leben mussten. Und ich glaube, es hat das Vertrauen in den Sozialstaat nachhaltig beschädigt, dass es nicht mehr den Eindruck gegeben hat, dass jeder in diesem Land unabhängig von seiner Disposition menschenwürdig leben kann. Im Grundgesetz... Applaus Aus dem Grundgesetz ergibt sich meiner Meinung nach nicht, dass nur Menschen, die sich hier genug anstrengen, pünktlich zu ihren Terminen gehen und ansonsten auch ganz, ganz willig erscheinen, einen Anspruch auf ein verfassungsrechtlich legitimiertes Existenzminimum haben, sondern das hat jeder Mensch unabhängig von seiner persönlichen Disposition diesen Anspruch. Und wenn man das ernst meint... Applaus Und wenn man das ernst meint, dann muss man die Sanktionierung von Pflichtverletzungen komplett rausnehmen, weil die sind bei der Formulierung immer noch drin. Man muss reinschreiben, dass man das Sanktionssystem komplett abschaffen möchte. Deshalb werde ich vier Änderungsanträge einbringen, und die gebe ich gleich beim Präsidium ein. Und ich bitte euch sehr, dem zuzustimmen. Franziska Drosel hat es noch mal angesprochen. Dabei hat die Zeit natürlich das Ganze auch ein bisschen jetzt schon überholt, indem nämlich das Bundesverfassungsgericht genau diesen Punkt der Existenzsicherung als korrekturfähig ansieht. Hubertus Heil hat ja gesagt, daran wird jetzt gearbeitet in der Bundesregierung. Und jetzt muss ich mal gucken, wie es hier weitergeht mit dem nächsten Redner. Ein entscheidendes Auskommen in der Pflege, liebe Malu, das hast du vorhin gesagt. Das ist richtig, das, was die SPD fordert. Liebe Genossinnen, danke dafür. Aber das ist eben nur ein Teil der Lösung. Was nützt es, einen höheren Stundenlohn zu haben, wenn man aufgrund der gestiegenen Arbeitsbelastung und des großen Arbeitsdrucks in der Pflege nicht mehr Vollzeit arbeiten kann, wenn man deswegen seine Stunden reduziert? Ein Modell, das eben zunehmend auch Pflegende in Anspruch nehmen mit allen Folgen, die das für ihre Alterssicherung im Nachhinein hat. Im Gespräch mit Pflegenden kommt daher in erster Linie der tiefe Wunsch zum Ausdruck, dass sich etwas an den Arbeitsbedingungen in der Pflege ändert. Eine Schwester, die nachts alleine mehrere Stationen betreuen muss, das ist keine Ausnahme, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist die Regel. Das findet statt in Deutschland und das ist in meinen Augen eine Schande. Das ist auch keine Horrorgeschichte. Und jeder, der sich mit Pflegenden aus seinem Umfeld unterhält, weiß, dass das bitte Realität ist. Und genau deshalb brauchen wir eine Ausweitung der gesetzlichen Personaluntergrenzen, und zwar für alle Pflegebereiche. Es darf nicht sein, dass Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen über die Personalschlüssel im Wettbewerb zueinander stehen und hier dem freien Markt gehuldigt wird, und zwar auf dem Rücken der Beschäftigten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb beantrage ich, dass im vorliegenden Antrag im Antragsbuch die Zeile 23 auf der Seite 44 gestrichen wird, eine bedarfsgerechte Personalbemessung. Und hier ersetzt wird durch die Formulierung eine gesetzlich verpflichtende Personaluntergrenze in allen Pflegebereichen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Stephanie, Stefan Grüger und dann Hilde Matthais. Liebe Genossinnen und Genossen, mein Beitrag knüpft nahtlos an an das Vorhergesagte. Im Übrigen würde ich mich auch freuen über eine Personaluntergrenze für das ärztliche Personal. Denn die tragischsten Auswirkungen der zunehmenden Privatisierung und Ökonomisierung, also der Aufgaben, die ein Sozialstaat dezidiert leisten muss, die tragischsten Auswirkungen, die sieht man im Gesundheitssystem. Wenn ich in meinem beruflichen Alltag täglich vorgerechnet bekomme, wie viel Geld ein Patient einbringt, wie viel mehr Geld ein Krankenhaus bekommt, wenn eine Patientin von mir operiert wird, und wenn ich darum streiten muss, dass wir nicht versicherten, und davon gibt es mehr, als ihr vielleicht denkt, die notwendige Diagnostik und Therapie zu kommen lassen, dann frage ich mich wirklich, ob ich in diesem System weiter Ärztin sein will. Ich bin froh um den Teil zum Thema Pflege im Antrag. Aber warum fehlt die Forderung nach einer solidarischen BürgerInnenversicherung? Und warum fehlt die Abschaffung des DRG-Systems, also des Abrechnungssystems, das die Kliniken kapitalisiert hat und gezwungen hat, zu gewinnorientierten Unternehmen zu werden? Das ist die Ursache für unser krankes Gesundheitssystem. Im Antragsblock Gesundheit finden sich etliche Anträge, die genau dies fordern. Die Antragskommission empfiehlt da die Überweisung an den PV. Ich bitte den Parteivorstand, ich fordere euch auf, wenn schon nicht in diesem Antrag, dann bitte in dieser Legislatur, das Thema BürgerInnenversicherung ganz nach oben auf die Prioritätenliste zu nehmen. Denn Gesundheit und Krankheit betreffen jeden und jede. Alle BürgerInnen, alle unsere WählerInnen spüren die Ungerechtigkeiten im Gesundheitssystem. Sie spüren die schlechten Arbeitsbedingungen der Pfleger, Schwestern, ÄrztInnen, medizinisch-technischen Angestellten und AssistentInnen, aber auch der Service-MitarbeiterInnen, also derjenigen aus Reinigung, Gastronomie und Sterilisation, die auch gerade vor unserem Parteitag um unsere Unterstützung bitten. Diese Arbeitsbedingungen resultieren aus dem Ökonomisierungsdruck der Kliniken. Liebe Genossinnen und Genossen, Gesundheit ist kein Gut, das der Markt regeln darf. Lasst uns gemeinsam ein neues Konzept für die BürgerInnenversicherung und vor allem für ein gerechtes Vergütungssystem schaffen. Jetzt ist die Zeit dafür und das ist auch eines der wichtigsten Säulen des Sozialstaates. Dankeschön. Stefanie Minkley war das für den Landesverstand Hessen und in der Aussprache bekommt jetzt Stefan Grüger das Wort. Ja, vielen Dank, liebe Genossinnen und Genossen. Das Papier ist gut, es weist in die richtige Richtung und eine Sache möchte ich besonders unterstreichen, das greift direkt auf, was ich gestern gesagt habe. Ich finde gut, dass in dem Papier Arbeitslosengeld Q noch einmal klar formuliert ist. Wir haben damit Wahlkampf gemacht. Bei mir war das zumindest so, dass als Martin Schulz es damals vorgestellt hat, dass wir Arbeitslosengeld I bis zu drei Jahre weiter bezahlen wollen, wenn jemand sich in die Qualifizierung begibt, das ist eigentlich schlagen wie eine Bombe. Das haben die Leute sofort verstanden, was das für sie bedeutet. Weil die große Angst der unteren und mittleren Mittelschicht ist ja, was passiert eigentlich, wenn ich arbeitslos werde und schon mal ein bisschen älter bin. Also ich bin 53. Was ist, wenn man mit 53 arbeitslos wird? Hat man dann die Chance, sich neu zu qualifizieren oder wird man dann von der Agentur für Arbeit gleich gebeten, doch schon mal die Bewerbung bei einem Paketbotendienst anzunehmen? Das ist von daher wichtig, dass wir da am Ball bleiben, dass wir dieses Thema weiter voranbringen, weil ich bin mir ziemlich sicher, der Hype, den wir damals gehabt haben, der hat viel damit zu tun gehabt, dass wir damals dieses Arbeitslosengeld Q, also die Verlängerung von ALK 1, auch entsprechend vorangebracht haben, beziehungsweise ins Zentrum unseres Interesses gestellt haben. Wir sollten aber bei der sprachlichen Übersetzung für unsere potenziellen Wählerinnen und Wähler daran denken, dass wir das nicht allzu kompliziert machen. Wir müssen schon sagen, worum es genau geht. Es geht um die Verlängerung von Arbeitslosengeld 1. Das verstehen die Menschen, wenn wir sagen, es gibt die Möglichkeit, 24 Monate, aber dann vielleicht dann doch 36 Monate unter bestimmten Bedingungen. Das mag sein, dass das technisch notwendig ist, das so zu formulieren. Lasst es uns einfach formulieren. Lasst uns einfach sagen, Arbeitslosengeld 1 wollen wir verlängern für die Leute, die in die Qualifikation gehen. Letzter Punkt oder noch ein Punkt. Hier drin wird verwiesen auf die Regierungskommission verlässlicher Generationenvertrag in der Frage, wie geht es weiter mit der Rente. Das ist mein großes Zetterum Zensio. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns so schnell wie möglich formulieren, dass wir wollen, dass das Rentenniveau steigt. Dass das Rentenniveau steigt. Lasst uns nicht einfach nur darauf pochen, dass wir ein weiteres Sinken verhindern. Wir müssen die Partei sein des sozialen Aufstiegs. Und dazu gehört auch ein steigendes Rentenniveau. Wir müssen wieder zurück zum Rentenniveau der 90er Jahre. Genossinnen und Genossen, Glück auf! Allerdings ist nicht ganz klar, wer das dann bezahlen soll, weil die Alterspyramide der 90er Jahre liegt heute bekanntlicherweise nicht mehr vor. Stefanie Minkley? So, Stefanie Minkley hat schon gesprochen. Meiner Meinung nach müsste jetzt Hilde Mattheis das Wort bekommen. Genau, so ist es. Ihr folgt Stefan Engel. Liebe Genossinnen und Genossen, kein Thema hat uns so wehgetan, wie das Thema Hartz IV. Und kein Thema ist mit unserer Abkehr von einem Sozialstaatsgedanken verbunden worden, wie das Thema Hartz IV. Und ich bin sehr froh, dass wir heute die Abkehr von diesem System beschließen werden. Aber lasst uns gerne noch einen weiteren Schritt gehen. Und ich will das in drei, vier Punkten aufmachen. Lasst uns bitte nicht die 12 Euro Mindestlohn perspektivisch angehen, sondern lasst uns dieses Wort perspektivisch streichen. Wir wollen 12 Euro Mindestlohn. Und liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns nicht das Bürgergeld irgendwie so gestalten, dass die Not nicht dann da ist, wenn die Waschmaschine kaputt ist, sondern lasst uns konkret sagen, wir wollen die Regelsätze neu berechnen und auf andere Grundlagen stellen. Lasst uns das sagen. Das verstehen die Leute, dass wir wollen, dass die Regelsätze wieder sich an anderen Dingen orientieren. Und dass vor allen Dingen Regelsätze so berechnet werden, dass es nicht nur Lebenspartnerschaften sind, sondern dass es ein individueller Anspruch ist. Ich möchte nämlich nicht weiterhin, dass Frauen, die gearbeitet haben und die in Arbeitslosen 2 fallen, dass die von ihrem Lebenspartner abhängig sind. Das möchte ich nicht mehr. Und liebe Genossinnen und Genossen, dann lasst uns auch sagen, die Sanktionen gehören weg. Wir wissen seit Jahren, dass die Sanktionen nicht dazu geeignet sind, Leute in Anführungszeichen zu erziehen, sondern dass es die Schwächsten der Schwachen trifft, die aufgrund ihrer persönlichen Situation einfach bestimmte Dinge nicht leisten können. Bei ihnen gehört die Assistenz dazu, aber nicht die Sanktionen. Deshalb an dieser Stelle auch bitte die Sanktionen weg damit. Und auch ein vierter Punkt. Mein Vorredner hatte schon gesagt, auf einem unglaublich tollen Konvent haben wir mal einen NRW-Antrag beschlossen, der das Rentenniveau bei über 50 Prozent festgelegt hat. Und ich finde, liebe Genossinnen und Genossen, manchmal muss man sich an alte Beschlüsse erinnern. Und ich finde, ein Rentenniveau über 50 Prozent wäre die super Botschaft, die wir hier von diesem Parteitag für eine neue Zeit in die neue Zeit senden, damit die SPD wieder als Sozialpartei wahrgenommen wird, die Gerechtigkeit richtig buchstabiert. Ich finde, lasst uns den Mut haben, diesen Antrag an diesen Punkten nachzustärfen. Vielen Dank. Gerade waren ja die Haushaltsberatungen 150 Milliarden Euro, 43 Prozent des Gesamthaushalts. Es gibt die Bundesrepublik bereits für Soziales aus. Davon alleine über 100 Milliarden jetzt schon in die Rentenkasse. Das dürfte sich um ein Vielfaches erhöhen, wenn es nach Hilde Mattheis gehen würde. Nächster Redner, Stefan Engelsack. Und ich möchte tatsächlich mal auf einen Aspekt aufmerksam machen, warum wir das eigentlich tun. In dem kompletten Antrag wird die Frage, wie hoch der Regelsatz bei unserem Bürgergeld eigentlich ist, nicht wirklich konsequent ausbuchstabiert. Wir sagen gar nicht aus, was ist eigentlich das Niveau. Orientieren wir uns an Empfehlungen der Paritätischen Wohlfahrtsverbände? Also ich konnte es zumindest nicht so richtig finden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was für Konsequenzen haben denn Sanktionen unter Umständen? Führen Sanktionen denn nicht unter Umständen dann dazu, dass wir tatsächlich doch wieder in das Existenzminimum reingehen? Und wenn wir das nämlich dann tun, dann haben wir aus meiner Sicht unseren sozialpolitischen Auftrag eben nicht erfüllt. Und dann wäre es ebenso konsequenter zu sagen, lasst uns lieber von diesen Instrumenten Abstand nehmen und sagen, dass wir hier tatsächlich für eine echte Grundsicherung stehen, die auch nicht durch behördliche Maßnahmen kürzbar ist. Ich möchte an sich aber nochmal auf einen zweiten Aspekt gerne ein bisschen mehr eingehen und möchte dazu gerne auch einen Änderungsantrag stellen. Wir sagen, dass wir uns zu einer Bürgerversicherung bekennen. Es ist aber gerade so, dass wir nicht in komplett Deutschland eine einheitliche paritätische Finanzierung von jeweils etwa anderthalb Prozent haben, also Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf der anderen Seite, sondern dass es derzeit so ist, dass es in einem Bundesland, das ist ganz konkret Sachsen, aus dem ich auch komme, eine andere Aufteilung gibt, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwei Prozent zahlen und die Arbeitgeberinnen ein Prozent. Das hat mit einer sehr absurden Feiertagsregelung aus den 90er Jahren zu tun, wo die CDU einen ganz, ganz schlechten Deal bei uns eingegangen ist. Und wir würden gerne beantragen, zu sagen, in Zeile 34 auf Seite 45 im Ursprungsantrag zu einer gerechten Finanzierung der Pflegeversicherung gehört für uns auch eine einheitliche paritätische Beitragsaufteilung in ganz Deutschland. Dass wir das einfach nochmal klarstellen, weil es ist auch nicht zu argumentieren, dass es da eine Sonderregelung gibt, weil 49 Millionen Menschen in Deutschland haben genauso viele oder sogar mehr Feiertage im Anspruch. Und Sachs, also es ist nicht zu argumentieren, dass 49 Millionen Menschen genauso viele oder mehr Feiertage haben, aber die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Sachsen dann mehr zahlen. Weil im Durchschnitt verdienen sie an dem Tag sogar mehr und profitieren gar nicht davon. Also sie zahlen im Schnitt, glaube ich, 180 Euro dann drauf. So, und das ist aus meiner Sicht nicht wirklich zu argumentieren. Und wir würden das gerne klarstellen. Das schadet am Ende niemand anderem. Es sorgt einfach nur dazu, dass wir auch in Sachsen eine paritätische Aufteilung haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem zustimmen könnt. Dankeschön. Ein weiterer Änderungsantrag, Nummer 6, wenn ich richtig mitgezählt habe. Jetzt kommt Nathalie Pavlik von Hessen Süd in der Debatte. Liebe Genossinnen und Genossen, es freut mich wirklich sehr, dass wir als SPD heute mit diesem Antrag Armut noch einmal konsequent den Kampf ansagen. Es freut mich auch, dass wir den Änderungsantrag beschließen, der festschreibt, dass das Existenzminimum nicht unterschritten werden kann, weil es zu einer modernen Gesellschaft dazugehört, dass wir niemanden hungern lassen, wenn der oder sie einen Termin versäumt, Genossinnen und Genossen. Noch mehr freue ich mich aber darüber, dass in diesem Antrag deutlich gemacht wird, dass wir als sozialdemokratische Partei eben nicht immer nur unten absichern wollen, sondern vor allem in unseren Grundgedanken und Grundüberzeugungen dafür stehen, dass wir sozialen Aufstieg nach oben ermöglichen möchten, weil es für uns egal sein sollte, ob du Sena oder Martin heißt, ob du aus Berlin-Marzahn oder aus Königstein im Taunus kommst, du sollst die gleichen Chancen haben, in dieser Gesellschaft auszusteigen und die gleichen Chancen auf eine bessere Zukunft bekommen, wie jeder andere auch. Und da freut es mich besonders, dass wir den Rechtsanspruch auf Weiterbildung und Qualifizierung in diesem Antrag festschreiben. Ich glaube, dass gerade die Veränderungen in der modernen Arbeitswelt uns dazu zwingen, dass wir eben Erwerbsbiografien, die so flexibel sein müssen, dass sie immer wieder Chancen haben sollen, im Arbeitsmarkt eben eine Möglichkeit auf Arbeit zu finden. Vor allem aber stimme ich meiner Kollegen aus Baden-Württemberg zu, ich hoffe darauf, dass der Rechtsanspruch auf Weiterbildung und Qualifizierung einher damit geht, dass wir Qualifizierungsangebote auch vor Ort ermöglichen. Ich selber komme aus einem Flächenlandkreis und bei uns war das nicht immer möglich, dass du als Kind aus einer Stadt dein Fachabitur entsprechend deiner Möglichkeiten machen kannst, sondern die einzigen Angebote bestanden dann halt in einer Stadt und du hattest dann die Auswahl zwischen Wirtschaft und Verwaltung oder Informatik, aber konntest zum Beispiel nicht Gestaltung machen. Und ich finde schon, dass wir darauf achten müssen, dass Qualifizierung und Weiterbildung vom Ort möglich ist, weil es nicht jedem möglich ist, 100 Kilometer oder 50 Kilometer weiterzureisen, um einen entsprechenden Schulabschluss nachzuholen oder eine entsprechende Qualifizierung teilzunehmen. Aber Genossinnen und Genossen, auch ich kann das Thema Sanktionen nicht unbemerkt hier stehen lassen. Ich komme sofort zum Schluss. Finanzielle Armut führt zu emotionaler Armut. Was Kinder, wir wissen alle, dass Hartz IV vererbt wird. Und wenn ich ein Kind bin, das damit groß geworden ist, dass dir in der Schule von Anfang an deutlich gemacht wird, aus dir wird nichts. Nur Hartz IV, wenn wir jegliche Hoffnung auf eine bessere Zukunft gar nicht erst entstehen lassen, ich glaube, dass wir dann den Leuten nicht verübeln sollen, wenn sie eben nicht die Motivation haben, bestimmte Qualifizierungsangebote anzunehmen. Ich würde an meiner Stelle sagen, wir müssen das System bereits früher ansetzen und in der Bildung, in dem Bildungssystem, das Bildungssystem so verändern, dass Kinder Hoffnungen auf eine bessere Zukunft bekommen und nicht abgestempelt werden dafür, dass sie aus Hartz-IV-Familien oder eben armen Familien kommen. Vielen Dank. Aber es sind weniger die Lehrer, die diese Kinder abstempeln, sind häufig und gerade hier in Berlin wirklich häufig die eigenen Familien, die Hartz IV als Ziel vorgeben. Und in dritter bis vierter Generation in Berlin haben wir mittlerweile Hartz-IV-Familien. Nächster Redner jetzt hier, Frank-Axel Dietrich Berlin. Wir müssen Redezeit kurz einen Gruß an die entbieten, die seit Jahren in unserer Arbeit gelitten haben unter dieser Regelung, die seit Jahren dagegen gekämpft haben und auch an die einen Gruß entbieten, die dann mutigt worden sind und nicht mehr bei uns sind und ihnen sagen, es hat gedauert, aber wir haben es geschafft und überlegt euch euren Schritt noch einmal und es waren Tatsache nicht wenige, die wir auf dem Weg verloren haben. Genossinnen und Genossen, wenn wir aber eine solche Botschaft senden, dann schaut euch doch bitte die neue Formulierung der Antragskommission auch noch einmal kurz an. Es ist ja richtig, dass wir die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umsetzen, aber den zweiten Halbsatz lese ich so, als würden wir sozusagen die Menschenwürde garantieren. Dagegen ist auch nichts zu sagen, aber ich dachte eigentlich, dass das auch bisher schon unser Anspruch gewesen wäre und insofern würde ich euch ganz höflich bitten, die Änderungsanträge zu diesem Punkt wohlwollend zu prüfen. Ich will einen weiteren Punkt ansprechen. Wir haben es ja nicht nur mit dem, was wir für richtig und gut halten, zu tun, sondern auch mit gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Und wir setzen uns zunehmend auseinander mit einem biologischen Sozialstaatskonzept, mit einem nationalen Sozialstaatskonzept. Und dieser Parteitag sollte auch sagen, nein, das Boot ist nicht voll. Nein, wir können dieses Boot vergrößern. Wir können durch Umverteilung dafür sorgen, dass für alle genug da ist. Von daher denke ich, auch diese Politik müssen wir ernster vorantreiben. Und an dieser Stelle müssen wir auch die finanziellen Grundlagen durch Steuerpolitik, durch entsprechende Maßnahmen, die gestern schon besprochen worden sind, durchsetzen. Wir müssen nämlich glaubwürdig sein. Und für uns darf Sozialpolitik und aktive Sozialpolitik, muss für uns auch ein Gesichtspunkt Umverteilung sein. Das darf kein Programmsatz sein, der nur bei guter Konjunktur gilt, Genossinnen und Genossen. Und insofern vielleicht ein letztes. Lasst uns mit dem vielleicht noch etwas verschärften Antrag überlegen. Liebe ist, wenn man Menschen dafür liebt, dass sie so gut schwimmen, obwohl das Boot gekentert ist. Genossinnen und Genossen, in diesem Sinne liebe ich unsere sozialdemokratischen Ministerinnen und Minister in der Bundesregierung. Aber lasst uns eine Botschaft senden, die dafür spricht, dass wir auch das ganze Boot wieder aufstellen wollen. Vielen Dank. Den letzten Vergleich habe ich persönlich nicht ganz verstanden. Die Bundesregierung ist offensichtlich gekentert für Frank-Axel-Dietrich. Katja Mast. Und ihm folgt dann Barbara König. Moment. Eigentlich müsste Katja Mast jetzt das Wort kriegen. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Wir führen heute die größte Sozialstaatsdebatte seit 15 Jahren auf einem SPD-Bundesparteitag. Das ist ein großer Vorschlag, der hier auf dem Tisch liegt. Und ich will mich als stellvertretende Fraktionsvorsitzende einfach noch einmal bei drei Leuten bedanken, die in der Fraktion daran mitgearbeitet haben. Bei Dagmar Schmidt, bei Martin Rosemann und bei Kerstin Tack, die sich ganz früh in der Bundestagsfraktion direkt nach der Wahl auf den Weg begeben haben und ein Sozialstaatskonzept für die Zukunft geschrieben haben. Vielen Dank an euch drei. Das sind noch einmal die Namen, die dazu gehören zu dem, was Malu vor allem gesagt hat. Aber was macht dieses Sozialstaatskonzept? Es rückt Arbeit in den Mittelpunkt unserer Debatte, Genossinnen und Genossen. Es sagt, wir sind die Partei, die dafür sorgt, dass Menschen in ordentlicher Beschäftigung sind, tarifgebunden, mitbestimmt, vereinbart mit Familie und dem Leben. Darum geht es, wenn wir sagen, wir rücken Arbeit in den Mittelpunkt der Debatte. Und deshalb ist die Idee und der Wandel der Arbeit, Schutz und Chancen im Wandel, wir alle reden über Transformation, über Klimaschutz, über Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Daten sind das Kapital der Zukunft. Wer sollte das gestalten, wenn nicht wir, dass die Leute gute Arbeit haben? Und genau darum geht es in diesem Antrag, dass Menschen in Würde arbeiten in der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb geht dieser Antrag auch davon aus, dass wir Schutz und Chancen im Wandel geben, aber auch, dass wir ein Recht auf Arbeit haben wollen. Deshalb haben wir doch den sozialen Arbeitsmarkt nach zwölf Jahren Kampf endlich in dieser Koalition durchgesetzt, Genossinnen und Genossen. Das ist was Großartiges, weil er Menschen, die abgeschrieben worden sind, nicht Almosen gibt, sondern Tarifbeschäftigung in diesem Land. Und deshalb geht es bei diesem Recht auf Arbeit auch. Der Gegenpart muss aufgemacht werden. Wir sagen, wir wollen Recht auf Arbeit statt einem bedingungslosen Grundeinkommen. Und das ist das, was wir heute mit diesem Antrag auch beschließen, Genossinnen und Genossen. Und ja, wir wollen, dass es in unserem Sozialstaat leistungsgerecht zugeht. Glaubt ihr denn im Ernst, dass irgendeine andere Partei für die Grundrente kämpfen hätte können, wenn man nicht gesagt hätte, 35 Beitragsjahre sind für uns das Zeichen, dass Menschen mehr haben müssen als Grundsicherung. Wir wollen Rechtsansprüche im Sozialstaat. Und darum geht es auch in diesem Antrag. Und natürlich wollen wir, und das ist mir nochmal einen wichtigen Punkt, neben der Fokus auf Arbeit, einen Sozialstaat als Partner und auf Augenhöhe. Ich habe als Kind von Sozialhilfe gelebt. Ich weiß, wie das war, wie meine Mutter mit vier Kindern, Halbtagsputzfrau ohne Unterhalt vom Vater, monatelang nicht zum Amt gegangen ist, weil sie sich geschämt hat. Und heute geht es darum, dass wir sagen, du musst dich nicht schämen, sondern du hast Rechtsansprüche in diesem Land. Und bitte lasst uns das, was hier gerade stattfindet, diesen Antrag zu reduzieren auf die Frage von Sanktionen oder Mitwirkungspflichten. Lasst es bitte nicht zu. Diese Sozialstaatsdebatte ist größer. Sie ist zukunftsgerichtet. Sie geht weit in die nächsten Jahrzehnte hinein, Genossinnen und Genossen. Bitte unterstützt uns und die Antragskommission. Vielen Dank. Lieber Karl, du hast das Nächste, das Wort. Karl Finke hat jetzt das nächste Wort. Liebe Genossinnen und Genossen, es wurde viel über Bildung gesprochen und ihr wisst eins. Lernen durch Wiederholung. Damit ist klar, ich komme aus der Erwachsenenbildung und damit ist klar, selbst aktiv rede ich das zweite Mal zu euch. Also prägt euch ein. Wir sind dabei, wir sind im Antrag präsent und wir sind bei euch präsent. Wir kämpfen mit euch. Wir haben trotzdem einige Punkte, die wir ansprechen wollen, die auch historisch sind aus unserer Sicht. Das eine ist der Block, dass Inklusion extra ausgewiesen ist und der Formulierung, eine Sozialdemokratie oder ein Sozialstaat ohne eine inklusive Gesellschaft ist auch eine ausgrenzende Gesellschaft. Da gehören wir nicht zu. Auch bewusst als Schritt gegen rechts gemeint und die andere Formulierung, die deutlich macht, dass wir ein anderes Verständnis haben, anstatt Perlenschieberei, in Teilen im Bereich Arbeit ist es so, wir machen dies, das und jenes. Nein, bei euch ist mal Inklusion gesagt, wir werden ein Konzept zur Inklusion erstellen und dies in Kooperation mit selbst aktiv ausarbeiten. So was nennt man 15 Jahre her, kooperative Partnerschaft oder neue Windernpolitik oder Kompetenzübertragen, nicht Defizite abstempeln. Das macht ihr vorbildlich in dem Bereich, von da ist der Antrag in den Phasen auch sehr stark. Ich würde allerdings schon bitten, als Blinder kann ich nicht so an laufenden Text arbeiten, vielleicht könnt ihr das trotzdem reinarbeiten. Olaf Scholz hat das auf vier Jahren auch mal gut hingekriegt. Danke nochmal, dass ihr nach der Passage mit selbst aktiv hinterchreibt kurz und hiermit unseren Anspruch Selbstvertretung statt Interessenvertretung unterstreicht. Der Anspruch Selbstvertretung zu stärken ist ganz bewusst gemacht worden, auch wichtig, weil er sich abhebt von den Jahren der 70er Jahre, der sehr guten Sozialpolitik der SPD, von der ich, ich bin da erblindet, bis auf ein Prozent Seeres erheblich profitiert habe. Ich bin über AFG gefördert worden. Das war klasse und toll und sehr großzügig, aber wir sind weiter. Die 70er Jahre waren, die 2030er kommen und da müssen wir präsent sein. Also den Nachsatz bitte ergänzen, wenn er es hinkriegt. Für den Bereich Arbeit, der hat Arbeit angesprochen, zentrales Thema. Ihr wisst alle, nicht alle, aber Hubertus, Kerstin Tackle, Kerstin Grise wissen es allemal. Die Arbeitslosigkeit hinter der Menschen war jetzt so und immer, roundabout, 50 Prozent oberhalb der allgemeinen Arbeitslosigkeit. Jetzt liegt sie beim Doppelten und darum kümmert euch und kümmert euch darum, dass Inklusion, soziale Teilhabe realisiert wird. Ein Dank stimmt dafür. Toller Antrag. Kleine Ergänzung. Danke. Ganz herzlichen Dank, Karl. Wir werden das natürlich ermöglichen, dass wir deine Änderungsanträge hier mit aufnehmen, dass das, was mündlich vorgetragen wird, auch bei uns eingeht. Barbara König hat jetzt das Wort und gerichtet an all diejenigen, die ein Interesse an dem Ergebnis der Beisitzerwahl haben, will ich darauf hinweisen, dass das Ergebnis demnächst vorliegen wird. Und insofern man sich dann vielleicht auch wieder zu den Plätzen begibt. Aber jetzt hat erst mal noch Barbara das Wort. Vielen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin wahrlich kein Fan der GroKo. Aber die GroKo hat dieser Partei eins voraus. Sie hat das Thema Pflege ganz oben auf die Agenda gesetzt. Umso mehr freue ich mich, dass das Thema Pflege heute im Leitantrag einen prominenten und großen Raum einnimmt. Und es ist aber so wie immer bei der GroKo, die GroKo setzt das Thema Pflege bislang nur sehr halbherzig um. Warum? Es ist toll, dass wir eine konzertierte Aktion Pflege haben. Es ist eben erwähnt worden. Und ich danke auch persönlich recht herzlich nochmal Franziska und Hubertus, dass sie das machen. Dass sie Ausbildung verbessern, dass wir Vergütung für die Pflegekräfte verbessern, dass wir Tarifverträge wollen, Digitalisierung in der Pflege, all das. Aber liebe Genossinnen und Genossen, all das treibt die Qualität der Pflege in die Höhe, aber eben auch die Kosten. Und da hat die GroKo leider keine Antworten. Denn die Kosten werden zurzeit vollkommen auf die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen abgewälzt. Das Pflegeangehörigenentlastungsgesetz hilft da etwas, aber es hilft nicht, wie wir wissen. Darum habe ich mich wirklich riesig gefreut, dass wir die Pflegevollversicherung fordern. Wir brauchen im ersten Schritt die Eigenanteilbegrenzung und wir brauchen zukünftig eine Pflegevollversicherung. Und lasst es mich sagen, liebe Genossinnen und Genossen, wir sind da auf einer Linie mit der Arbeiterwohlfahrt, mit der Diakonie, mit Verdi, sogar mit den gesetzlichen Krankenkassen. Das heißt, wir haben hier ein breites gesellschaftliches Bündnis. Einen haben wir nicht im Bündnis. Das ist unser Pflegeminister, Jens Spahn. Jens Spahn ist gegen die Vollversicherung und begründet das so. Für ihn ist das nicht sein Gesellschafts- und Familienbild. Er möchte, dass die Familie pflegt. Nein, Jens Spahn möchte nicht, dass die Familie pflegt. Er möchte, dass die Frauen in den Familien pflegen. Und zwar weiterhin unentgeltlich, liebe Genossinnen und Genossen. Und liebe Genossinnen und Genossen, das wollen wir nicht. Deswegen freue ich mich auch, dass wir eben ein Familienpflegegeld fordern. Wir wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur auf Kinder beschränken, sondern auch auf ältere Menschen. Deshalb soll es eben eine Lohnersatzleistung geben, analog zum Elterngeld, die eben da Frauen bislang absichert, die eben die Vereinbarkeit von Familie, von Pflege und Beruf besser darstellt. Und das ist gut so. Das kostet Geld. Ich freue mich aber, dass im Bundesfamilienministerium und bei Franziska Giffey schon gerechnet wird. Und liebe Genossinnen und Genossen, das ist eben ein Punkt von vielen, warum die GroKo nicht reicht. Wenn wir das wollen, sowohl das Familienpflegegeld wie eine Vollversicherung, dann brauchen wir andere Mehrheiten. Und es ist wunderbar, dass wir das heute im Leitantrag im Sozialstaat fordern, dass wir hier bei der Pflege vorangehen. Vielen Dank. So, liebe Genossinnen und Genossen, wie Anke angekündigt hat, unterbrechen wir jetzt diese hochspannende Debatte, die uns so gut zu Gesicht steht, zu Sozialstaat. Wir haben aber auch was Hochspannendes. Wir haben das Ergebnis des ersten Wahlgangs der Beisitzer und Beisitzerinnen. Und Monika Schaal wird uns das jetzt vorstellen. Vielen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, ich gebe euch jetzt, dass die Ergebnisse der Wahl der weiteren Mitglieder im Parteivorstand bekannt. Insgesamt sind 26 Beisitzerinnen und Beisitzer zu wählen. Für eine Wahl im ersten Wahlgang ist mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 24, hier steht 26. So, jetzt bin ich froh, dass auch das Parteitagspräsidium mal in Schwierigkeiten gehört. Also, es sind eigentlich nur 24 Beisitzer, nach unserer Kenntnis. Davon waren 16 Stimmzettel ungültig, also waren 579 Stimmzettel gültig. Das notwendige Quorum im ersten Wahlgang liegt somit bei 290 Stimmen. Ich werde euch jetzt die Wahlergebnisse im Einzelnen ansagen. Doris Ahnen wurde mit 392 Stimmen gewählt. Nils Ahnen mit 232 Stimmen leider nicht gewählt. Klaus Bartel mit 114 Stimmen leider nicht gewählt. Asis Borkurz mit 166 Stimmen leider nicht gewählt. Leni Brehmeyer mit 267 Stimmen leider nicht gewählt. Martin Dulig mit 260 Stimmen leider nicht gewählt. Michaela Engelmeyer mit 265 Stimmen leider nicht gewählt. Wiebke Ester mit 356 Stimmen ist gewählt. Franziska Giffey mit 327 Stimmen ist gewählt. Kerstin Griese mit 392 Stimmen ist auch gewählt. Uli Grötzsch mit 326 Stimmen ist gewählt. Daniela Harsch ist mit 141 Stimmen leider nicht gewählt. Frauke Heiligenstadt mit 206 Stimmen nicht gewählt leider. Gustav Horn mit 208 Stimmen leider nicht gewählt. Oliver Kaczmarek mit 278 Stimmen leider nicht gewählt. Schansel Kisseltepe mit 200 Stimmen leider nicht gewählt. Annika Klose mit 154 Stimmen leider nicht gewählt. Gerhard Ludwig mit 129 Stimmen leider nicht gewählt. Heiko Maas mit 227 Stimmen leider nicht gewählt. Bettina Martin mit 197 Stimmen leider nicht gewählt. Christoph Matschi mit 134 Stimmen leider nicht gewählt. Matthias Miersch wurde mit 404 Stimmen gewählt. Michael Müller wurde mit 168 Stimmen leider nicht gewählt. Maria Neuchel wurde mit 181 Stimmen leider nicht gewählt. Maria Neuchel wurde mit 181 Stimmen leider nicht gewählt. Aydan Oesos wurde mit 184 Stimmen leider nicht gewählt. Katja Pähle wurde mit 182 Stimmen leider nicht gewählt. Boris Pistorius wurde mit 340 Stimmen gewählt. Daniel Rinkert wurde mit 188 Stimmen leider nicht gewählt. Michael Roth wurde mit 308 Stimmen gewählt. Sarah Reglewski wurde mit 292 Stimmen gewählt. Sarah Reglewski wurde mit 292 Stimmen gewählt. Dagmar Schmidt wurde mit 308 Stimmen gewählt. Svenja Schulze wurde mit 313 Stimmen gewählt. Joachim Schuster wurde mit 121 Stimmen leider nicht gewählt. Alexander Schweitzer wurde mit 301 Stimmen gewählt. Ralf Stegner wurde mit 165 Stimmen leider nicht gewählt. Andreas Stoch wurde mit 217 Stimmen leider nicht gewählt. Johanna Uckermann wurde mit 361 Stimmen gewählt. Applaus Boris Felter wurde mit 52 Stimmen leider nicht gewählt. Dietmar Woidke wurde mit 346 Stimmen gewählt. Applaus Serdar Yüksel wurde mit 230 Stimmen nicht gewählt. Insgesamt wurden 14 Mitglieder gewählt und davon sind 8 Frauen. Das weitere Verfahren erzählen euch andere. Applaus Ja, liebe Marion, erstmal vielen Dank für diesen Bericht. Viele von uns sind ja schon viele Parteitage dabei und manche sind zum ersten Mal dabei. Und ich erlaube mir einfach eine Anmerkung. Ich kenne überhaupt keinen Bundesparteitag, auf dem Beisitzer und Beisitzerinnen gewählt wurden, der ohne einen zweiten Wahlgang ausgeht. Das heißt, das ist ein erwartbarer Prozessschritt, in den wir jetzt auch mit aller Sorgfalt hineingehen wollen. Und deshalb denke ich, haben wir gleich einen Verfahrensvorschlag. Aber zunächst mal hat Saskia das Wort. Bitte. So, Saskia Esken wird jetzt reden. 14 Mitglieder sind gewählt, 8 Frauen. Und dann auffällig, dass vor allem die linken Delegierten hier gewählt wurden und prominente, wie zum Beispiel Herr Reutke, jetzt die Vorsitzende. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben erstmal ein schönes Ergebnis. Wir haben hochzahlige Ergebnisse für viele, die jetzt bereits gewählt sind. Erstmal meinen ganz herzlichen Glückwunsch an diejenigen, die es im ersten Wahlgang geschafft haben. Und für den zweiten Wahlgang will ich euch ans Herz legen, dass unsere Partei natürlich auch nicht nur die Einheit der Flügel und die Einheit der Frauen und der Männer, was wir ja auch in den Statuten stehen haben, zu berücksichtigen hat, sondern dass wir auch nach den Regionen gucken müssen. Und wir haben in den östlichen Bundesländern noch so ein paar Kandidatinnen und Kandidaten, die eure Unterstützung verdient haben, damit wir auch nach außen signalisieren können, wir sind auch, was die Einheit des Landes anbelangt, die jetzt 30 Jahre alt ist, was eine schöne, sehr, sehr schöne Sache ist, auch in unserem Vorstand sich abbildet. Ich bitte euch darum, da ein bisschen drauf zu achten. Danke. Ja, der Appell hier auch nach Himmelsrichtung zu wählen von der Vorsitzenden. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. ... eine Sitzungsunterbrechung, weil ja auch ein Beratungsbedarf da ist, wer und wie man in den nächsten Wahlgang hineingeht. Deshalb werde ich erst nach der Pause, von der ich vorschlage, dass sie um 12 Uhr wieder endet, abfragen, wer in den zweiten Wahlgang geht von jenen, die im ersten Wahlgang nicht eine hinreichende Stimmzahl erreicht haben. Ja, also Sie haben es gehört, es ist so, dass jetzt ein Beratungsbedarf besteht. Ich fasse nochmal zusammen, 14 Mitglieder sind gewählt worden, acht Frauen sind darunter. Es fehlen also demnach noch zehn Mitglieder und es muss eben paritätisch besetzt sein, sprich mindestens noch zwei Frauen müssen gewählt werden. Auffällig ist, dass vor allem die linken Parteimitglieder und Delegierten hier gewählt wurden. Prominente wurden abgestraft. Auch auffällig ist, dass mit Michael Roth und Boris Pistorius zum Beispiel zwei Männer eingezogen sind, die hier von der Partei gewürdigt wurden. Sie waren ja auch angetreten, um Vorsitzende zu werden. Sie sind also in den neuen Vorstand gewählt worden. Und wie das nun alles gewirkt hat bei den Delegierten, das will ich mal meine Kollegin Sarah Bildau fragen. Ja, diese Wirkung war enorm. Das konnte man an den Gesichtern der Delegierten ablesen. Und ich bin jetzt hier beim Landesverband Süd und bei mir ist die SPD-Chefin von Hessen, Nancy Faeser. Auch Sie waren teilweise überrascht über die Ergebnisse, oder? Ja, das stimmt. Man wundert sich, dass manche nicht gewählt wurden aus großen Landesverbänden und dafür aber aus kleineren dann doch. Insofern ist man dann doch überrascht, wer die notwendige Mehrheit im ersten Wahlgang hat. Und es waren ja viele prominente oder bekannte Namen, die es nicht geschafft haben. Wie ordnen Sie das jetzt ein? Wurden die abgestraft? Nein, nicht abgestraft, sondern es gibt, Sie müssen schauen, wo kommen die her, aus welchen Landesverbänden. Und es gibt traditionell immer die großen Landesverbände, die sich absprechen. Wenn jemand wie Heiko Maas aus dem sehr Kleinen kommt wie das Saarland, dann kann das schon mal passieren im ersten Wahlgang. Aber ich bin sicher, dass unser Außenminister im zweiten Wahlgang gut gewählt wird. Das warten wir mal ab. Frau Faeser, lassen Sie uns nochmal über die Debatte, die eben kurz unterbrochen wurde, sprechen. Es geht um den Sozialstaat. Es wurden schon einige Reden hier gehalten mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Wer oder was hat Sie denn da überzeugt? Mich hat überzeugt, dass wir ein neues, gutes Sozialstaatskonzept haben, was darauf aufbaut, dass wir nicht mehr die Arbeitslosigkeit versichern, sondern die Arbeit. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Wir wollen ein System schaffen, dass die Menschen möglichst individuell gefördert werden, damit sie auch einen Arbeitsplatz erhalten. Und da gibt es natürlich auch Mitwirkungspflichten und das finde ich auch so in Ordnung. Also mich hat sehr überzeugt, was dort heute vorgelegt wurde. Denken Sie denn, das SPD-Trauma Hartz IV wird heute überwunden werden? Ich glaube schon, weil wir ein richtig gutes Sozialstaatskonzept haben, ein gutes Konzept für Kindergrundsicherung, eine ganz tolle Idee davon, auch Ganztagsbetreuung an Grundschulen zu gewährleisten als Rechtsanspruch. Ich glaube, das ist für viele Eltern ganz entscheidend. Ich selber habe auch einen kleinen Sohn. Und wenn der dann von der Kindertagesstättenbetreuung, die sehr gut ist, auch für den Nachmittag in die Grundschule kommt, dann muss ich auch sehen, wo die Betreuung herkommt. Deswegen ist dieser Rechtsanspruch so wichtig für ganz viele Familien. Vielen Dank. Dann frage ich hier mal weiter. Den Sozialstaat ausbauen, worauf kommt es da für Sie am meisten an? Ja, wirklich einfach den Menschen deutlich zu machen, dass sie keine Angst haben müssen vor der Zukunft. Dass einfach mal abgesichert ist und einfach keine Existenzängste da sind, dass eine gewisse Grundsicherung da ist. Und vor allem auch gerade, wenn es um das Thema Rente geht, dass mit der Grundrente das eben keine Bedürftigkeit ist, sondern dass man einen Rechtsanspruch darauf hat und da einfach gut in die Zukunft blicken kann. Jetzt sagen ja Teile der Union zu den Plänen der SPD, das sei die Beerdigung der sozialen Marktwirtschaft. Unter anderem hat das der hessische Ministerpräsident Volker Bouvier gesagt. Was entgegnen Sie dem? Dass der politische Gegner versucht, das alles schlecht zu reden, überrascht mich gar nicht. Im Gegenteil, ich glaube, dass auch sowohl gestern als auch heute deutlich gemacht wurde und deutlich wurde auch wieder, dass natürlich ein starker Sozialstaat auch eine starke Wirtschaft braucht und dass die SPD eben, und das zeichnet uns aus, wir sind die Kraft, die beides zusammenbringt und den Ausgleich schafft. Denn alles, was finanziert werden muss, ja, muss bezahlt werden. Und dazu brauchen wir natürlich eine starke Wirtschaft und die unterstützen wir weiter. Wir sind Partner der Wirtschaft. Aber das ist ja jetzt schon eine deutliche Abgrenzung von der Großen Koalition, weil, mal ganz ehrlich, mit CDU und CSU wird das alles nicht umzusetzen sein. Ach, wir dachten auch mal, dass der Mindestlohn nicht machbar sei mit CDU, CSU und vieles andere auch. Das ist noch nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Darüber wird man reden und dann, ja, mal schauen. Und natürlich werden auch die Koalitionspartner entsprechende eigene Forderungen möglicherweise haben. Darüber redet man und dann schaut man, wie weit man kommt. Vielen Dank. Ich frage nochmal weiter. Für welchen Zeitraum, na, denken Sie denn, wann könnten diese Pläne der SPD denn tatsächlich realisiert werden? Mit der Union vermutlich nicht. Ist das jetzt ein deutliches Signal an Rot-Rot-Grün? Also, hellsehen kann ich nicht. Also, ich denke, wir fangen sofort damit an. Ich glaube, ab Montag geht's los. Die Union wird nochmal zu Gesprächen gebeten. Wir werden dann die neuen Pläne formulieren und einfach schauen, wo wir da gemeinsame Kompromisse geben können. Weil auch die Union hat das große Interesse, ja, in der Regierungsperiode etwas noch zu reißen, muss ich sagen. Und vieles von dem, was die Union sich zugeschrieben hat, waren unsere Ideen. Und je mehr wir machen, desto mehr kriegt ja die Regierung selbst auch einen Zuspruch. Und ich glaube, heute ist es sehr stark klar geworden, dass es nicht um die GroKo geht. Es geht nicht um die Union und die SPD. Es geht darum, dass wir am Ende der Regierungszeit das Beste für die Menschen rausgeholt haben. Und ich glaube, da kann sich sogar die Union nicht in der Öffentlichkeit hinstellen und sagen, nein, eine Grundrente wird es mit uns nicht geben. Das wird zwar jetzt in der Presse gehypt, aber wem kann die Union, die CDU, die christliche demokratische Partei vorne klar machen, nein, für euch gibt es keine Grundrente mit uns. Ich glaube, das ist nur Gerede. Das heißt, es werden viele Gespräche folgen. Wie optimistisch sind Sie da, dass jetzt noch in dieser Legislaturperiode da was machbar ist? Oh, da bin ich jetzt sehr optimistisch. Ich glaube, wir haben hier sehr viele gute Sachen beschlossen. Und ich glaube auch, dass unsere Bundestagsfraktion eine sehr gute Arbeit gemacht hat bisher. Und die Grundrente ist diskutiert. Die wird jetzt noch in Gesetze gegossen und wir wollen das. Und ich glaube, das hat der Parteitag auch sehr deutlich gesagt, dass wir das wollen. Viktoria hat von der Veränderung gesprochen, die wir für die Menschen erreichen wollen, eine Verbesserung für die Menschen. Und ich bin optimistisch, dass das jetzt gut weitergeht. Ich glaube nicht, dass wir uns vor der Union von denen jagen lassen müssen, von wegen, ja, dann gehen wir halt raus. Aber hier geht es ja noch um viel mehr, was hier besprochen wird, auch in den Anträgen. Das ist zum Teil mit der Union ja nicht zu machen. Dann machen wir es später mit jemand anderem. Mit wem denn? Wir nehmen jetzt alles mit, was wir mitnehmen können. Und dann wird es irgendwann eine neue Wahl geben. Und dann muss man schauen, mit wem man das durchsetzen kann. Aber ich finde, wir können jetzt all das machen, was wir schon mal machen können. Und dann machen wir einfach weiter. Also das hört ja nicht morgen auf, egal was passiert. Also weitermachen. Aber dann doch noch mal meine konkrete Frage. Ist das ein deutliches Signal an Rot-Rot-Grün? Ja, wenn wir das mit denen alles umgesetzt kriegen, dann sicherlich. Aber man wird gucken müssen, wie geht die Wahl aus. Und dann wird man da Verhandlungen führen müssen. Aktuell gibt es eine große Koalition. Und jetzt gucken wir erst mal, was wir mit der umgesetzt kriegen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und ich gebe wieder zurück zu meinem Kollegen Gerd Joachim von Fallewa. Ja, vielen Dank, Sarah. Und ich kann Ihnen erzählen, meine Damen und Herren, dass wir hier bis 12 Uhr eine Sitzungsunterbrechung haben. Es gibt Redebedarf. 14 Mitglieder sind gewählt worden in den Vorstand. Davon acht Frauen. Aber es müssen zehn weitere gefunden werden. Es gab überraschende Ergebnisse. Zum Beispiel Heiko Maas, der es im ersten Anlauf nicht geschafft hat. Die Erklärung, er kommt aus einem kleinen Landesverband, mag eine sein. Aber es sind auch andere Prominente abgestraft worden. Auffällig, dass vor allen Dingen linke Delegierte hier den Sprung in den Vorstand geschafft haben. Und Menschen, die sich zur Verfügung gestellt haben, wie Boris Pistorius zum Beispiel, um Parteivorsitzender zu werden, oder Michael Roth, die haben es auch geschafft. Und aus dem Kabinett hat es auch eine Ministerin geschafft, nämlich Franziska Giffey. Und die ist jetzt bei uns am Set. Ganz genau. Franziska Giffey, Familienministerin, steht hier neben mir. Sie sind gerade gewählt worden. Viele andere Prominente haben es gerade nicht geschafft. Deshalb ist auch die Sitzung gerade hier unterbrochen worden. Wie bewerten Sie das, dass jetzt jemand wie Heiko Maas gerade keine Mehrheit hier im Plenum finden konnte? Zunächst einmal ist es ganz normal, dass es zwei Wahlgänge gibt bei der Parteivorstandswahl. Es ist, jetzt sind 14 Mitglieder erstmal gewählt worden. Man muss sich das jetzt ansehen, wie die Verteilung genau aussieht. Es wird sich zeigen, wie das jetzt im zweiten Wahlgang aussieht. Aber ich finde schon wichtig, dass wir auch diejenigen unterstützen, die jeden Tag die Arbeit für die Partei vor Ort und auch in den jeweiligen Ämtern machen. Und dass diese Menschen auch eine Stimme haben tatsächlich im Vorstand dann. Aber ist das so ein bisschen dieses Abstrafen, die Unruhe, die wir gestern hier nicht gespürt haben? Gestern war hier ja sehr viel Harmonie. Ist das jetzt so ein bisschen dieses Brodeln, dass sich jetzt Luft macht? Naja, es ist natürlich schon so, dass es bestimmte Positionen gibt, für die die einen stehen und für die anderen nicht stehen. Und es ist aber, ich meine, ich bin gerade mit einem guten Ergebnis gewählt worden. Ich habe mir auch ganz klar immer für die Fortführung der Großen Koalition ausgesprochen. Ich bin immer noch dieser Meinung. Insofern ist hier kein klares Ergebnis zu sehen. Es sind eben die einen und die anderen mit dabei. Man muss jetzt einfach den zweiten Wahlgang auch abwarten. Lassen Sie uns schauen auf das, was eigentlich gerade beraten wird. Das Sozialstaatspaket, Sozialstaat der Zukunft. Da ist Ihnen ja ganz besonders wichtig die neue Grundsicherung. Warum glauben Sie, dass mit dem, was Sie da vorschlagen, den Kindern tatsächlich geholfen wird? Es geht ja um einen modernen und begleitenden Sozialstaat, der Leistungen bündelt, der sie vereinfacht, der sie verbessert. Und wir wollen ein Konzept einer sozialdemokratischen Kindergrundsicherung vorschlagen, dass jedes Kind erst mal gleich behandelt. Jedes Kind, 17,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland, ist gleich viel wert und hat den gleichen Anfuhr auf die gleiche Leistung. Und wir haben auch gesagt, die sozialdemokratische Kindergrundsicherung besteht aus zwei Teilen. Eine gute Infrastruktur von der Kita bis über die Schule bis über die berufliche Orientierung. Auf der anderen Seite aber eben eine Geldleistung, die die Kinder rausholt aus der Jobcenter-Kundschaft und reinholt in die Familienkasse, da wo sie hingehören. Und die sagt, okay, es gibt für alle Kinder einen Basisbetrag, wir schlagen vor 250 Euro im Monat und dazu einen einkommensabhängigen Betrag, je nach Einkommen der Eltern. Sodass sich Arbeit lohnt, dass es eben immer so ist, dass diejenigen, die Arbeit gehen, auch davon leben können. Und dass die Kinder, die eben da sind in einer Familie, nicht das Armutsrisiko für die Familie. Das habe ich noch nicht verstanden, da müssen Sie mir nochmal helfen. Wenn ich es richtig gelesen habe, ist es doch so, je ärmer sozusagen eine Familie ist, desto mehr wird auch den Kindern geholfen. Trägt das nicht eher dazu bei, dass die Familie nicht so richtig viel Energie aufbringen wird, mehr Geld zu verdienen? Es muss immer so sein, dass es nie so viel Geld ist, dass man sagt, dann bleibe ich eben zu Hause. Sondern der Zusatzbetrag, den es gibt zum Basisbetrag, schmilzt ja ab. Je mehr eine Familie verdient, desto weniger wird auch dieser Betrag. Und sodass eben das, was durch Arbeit verdient wird, immer noch mehr ist, dass der Anreiz zur Arbeit nicht verloren geht. Das finde ich ganz wichtig, auch wenn wir sagen, wer soll eigentlich diesen Sozialstaat finanzieren, der muss ja immer so sein, dass er Menschen befähigt und nicht nur versorgt und nicht dauerhaft im System hält. Das heißt, es gibt Unterstützung, für die, die Unterstützung brauchen. Es gibt nicht den Anreiz, nicht arbeiten zu gehen, sondern es gibt die Unterstützung für Menschen mit kleinen Einkommen. Aber wenn sie mehr verdienen, dann haben sie davon auch mehr. Und das muss unser Konzept auch beinhalten. Und so haben wir es auch gestrickt, so wie wir es jetzt schon mit dem Starke-Familien-Gesetz machen. Der Kinderzuschlag, den wir heute schon haben, der schmilzt ja auch stufenweise ab, wenn Eltern mehr verdienen. Sodass es sich immer mehr lohnt, arbeiten zu gehen, als einfach nur im Sozialbezug zu bleiben. Jetzt sagt ausgerechnet der eher linke Armutsforscher, Herr Butterwege, das sei zu teuer und nicht zielgerichtet, weil sie die Armut sozusagen der Kinder von der Armut der Eltern abspalten. Man müsste ja eigentlich viel eher den Eltern helfen. Hat er recht mit dem Vorwurf? Also es ist ja ganz klar, dass der beste Schutz vor Kinderarmut immer ist, wenn die Eltern arbeiten gehen und wenn sie auch eine gut bezahlte Arbeit haben. Das muss immer das Ziel sein. Und wir spalten hier überhaupt nicht die Kinder von den Eltern ab, sondern natürlich wird die Familie als Ganzes gesehen. Deshalb gibt es ja eine einkommensabhängige Zusatzleistung, die je nach Einkommen der Eltern berechnet wird. Aber wir schaffen endlich alle diese vielen Familienleistungen zu bündeln, zu einer zusammenzuführen und eine Klarheit auch der Leistung zu haben. Wie viele Kinder haben wir, die im Moment nicht ihre Leistung abrufen, weil es einfach zu kompliziert ist. Wir haben dieses Jahr mit dem starke Familiengesetz einen ganz wichtigen Anfang gemacht damit, mit dem Kinderzuschlag, den Zuschlag, den es zum Kindergeld dazu gibt. Und das ist die Basis. Und auf dieser Basis kann man eine Kindergrundsicherung entwickeln. Es wird auch nicht von heute auf morgen gehen, denn wir brauchen einen ganzen Systemwechsel. Aber es wird doch niemand abstreiten, dass die Familienleistungen, so wie wir sie jetzt haben, doch recht kompliziert sind und eben die Kinder unterschiedlich behandeln. Und darum geht es. Jedes Kind ist gleich viel wert und wir schaffen eine neue Leistung, die die Kinder auch zusammenfasst und die für jedes Kind eine angemessene Leistung auch bringt. Das wäre ein schöner Schlusspunkt. Und trotzdem frage ich Sie jetzt noch einmal kurz, wie soll das finanziert werden? Natürlich ist es eine Finanzierungsfrage, die wir uns auch stellen müssen. Man muss aber auch sagen, dass wir nicht von Null anfangen, sondern ein großer Teil wird jetzt schon mit der Kindergelderhöhung, mit der ersten abgedeckt, mit der zweiten, die noch kommt. Wir haben bereits Kinderzuschlagsleistungen über starke Familien gesetzt. Es geht auch darum, dass vorhandenes Geld besser eingesetzt wird. Wir reden hier nicht darüber, dass wir gar nichts im System haben. Wir haben sehr, sehr viel im System. Aber es geht darum, wie das Geld, was da ist, zielgerichtet da, dort ankommt, wo es hingehört, dass diejenigen, die einen Anspruch haben, den tatsächlich auch nutzen können. Und da geht es einfach auch darum, ein Stück weit, wie man es schafft, dass jedes Kind es packt und dass es eben am Ende nicht noch viel, viel mehr Geld kostet. Denn jedes Kind, was nicht gut seinen Weg machen kann, wird am Ende die Gesellschaft sehr, sehr viel mehr Geld kosten. Und ich bin der Überzeugung, dass jeder einzelne Euro hier auch gut investiertes Geld ist. Ich danke Ihnen sehr, Frau Giffey. Und wir nutzen jetzt die Zeit, die uns bleibt, bis es hier wirklich weitergeht im Parteitag. Und hören noch mal in die Rede von Malu Dreyer rein. Die hat nämlich den Antrag eingebracht. Ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit. Und ich finde, damit fängt der zweite Tag unseres Bundesparteitages ziemlich gut an. Die SPD ist die Partei der Gerechtigkeit und des sozialen Ausgleichs. Und wir wollen, dass alle Menschen gleichberechtigt teilhaben können am Leben in unserer Gesellschaft. Und deshalb steht es uns ziemlich gut an, dass wir unsere Vorstellungen, wie ein Sozialstaat der Zukunft aussieht, auch neu überarbeiten, mit ganz neuen Akzenten. Und liebe Genossen und Genossinnen, wir haben ein Menschenbild, das sich in diesem Sozialstaatskonzept auch niederschlägt. Wir gehen davon aus, dass alle eine gleichberechtigte Teilhabe haben in unserer Gesellschaft. Wir wollen Lebensleistung anerkennen und zwar ein Leben lang und nicht nur für eine bestimmte Zeit. Wir wollen einen partnerschaftlichen Umgang zwischen Bürgern und Bürgerinnen und dem Staat. Wir wollen nicht, dass Menschen zu Bittstellern werden, sondern dass sie ein Recht darauf haben, dass sie unterstützt und gefördert werden. Und wir wollen, liebe Genossen und liebe Genossinnen, dass die Menschen, die sich im Wandel befinden und den Wandel spüren, auch auf ihren Arbeitsplätzen, dass sie die Sicherheit haben, dass der Staat sie so unterstützt, dass dieser Wandel gegangen werden kann, ohne dass sie Ängste haben müssen vor der Zukunft. Und deshalb ein paar Worte zunächst zu diesem Prozess. Wir haben ja gestern schon davon gesprochen, der Prozess ist in Gang gebracht worden von Andrea Nahles, unserer damaligen Parteivorsitzenden. Und wir haben mit großer Kraft diesen Prozess auch weitergeführt, sodass heute dieses Papier auch verabschiedet werden kann. Es ist mehr als ein Papier. Das Wort ist einfach schräg. Es ist etwas sehr, sehr Grundsätzliches, was heute die Partei tut. Sich nämlich auch ein Stück weit zu verabschieden von Dingen aus der Vergangenheit und ihre Vorstellungen zur Gestaltung des Sozialstaates so zu verändern, dass sie mit dem gesellschaftlichen Wandel wirklich auch entspricht und dieser SPD in der neuen Zeit tatsächlich auch einen neuen Rahmen gibt, was die Ausgestaltung des Sozialstaates betrifft. Es haben so ganz viele mitgewirkt. Und mir ist es wirklich ein ganz großes Anliegen, sie einmal einfach zu nennen, damit ihr wisst, dass dieses Konzept entwickelt worden ist von der ganzen Breite der Partei. Und ich will dann erst an den, ich nenne jetzt einfach mal ohne Rangfolge die Namen. Katja Mast war dabei, Christiane Benner, Björn Böning, Kerstin Griese, Manuela Schwesig, Hubertus Heil, Kevin, Dagmar Schmidt, Frank Baranowski, Lamia Kador, ich selber, viele andere, die wir dann auch punktuell eingezogen haben. Und es gab ganz, ganz viele Workshops und Anhörungen, wo wir auch Experten und Expertinnen einbezogen haben. Und deshalb vielen Dank, liebe Genossen und Genossinnen, für eure tolle Arbeit über diese lange Zeit, die wir miteinander gearbeitet haben. Und ich glaube, es ist ein großer Applaus wert an euch alle. Ihr habt wahrscheinlich den Antrag gelesen, ein paar Highlights möchte ich einfach voraus einleiten. Und ich beginne natürlich mit dem Thema Wert der Arbeit. Und ich habe es gestern schon einmal gesagt, wenn nicht wir, welche Partei dann weiß, wie wichtig es ist, das Thema Arbeit, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen wirklich klar im Fokus zu haben und auch entsprechend auszugestalten. Unsere Antwort, liebe Genossinnen und Genossinnen, auf die heutige Zeit für Menschen, die im Wandel stehen in der Arbeitswelt, ist eben nicht das bedingungslose Grundeinkommen, wie es beispielsweise die Grünen oder auch andere Parteien favorisieren. Nein, wir sagen, jeder Mensch in unserer Gesellschaft hat ein Recht auf Arbeit. Und wir werden sicherstellen, dass jeder Mensch dieses Recht auch in Anspruch nehmen kann. Es ist aber nicht das Recht auf irgendeine Arbeit, sondern wir wollen natürlich gute Arbeit garantieren. Und deshalb ist eine unserer zentralen Perspektiven der Blick auf den Wert der Arbeit. Wir wollen tarifgebundene Unternehmen steuerlich besser stellen, weil wir fest davon überzeugt sind. Und das hat gestern auch schon eine große Rolle gespielt. Es gibt keine bessere Arbeit als die, die tariflich abgesichert ist, wo Arbeitgeber, Arbeitnehmer zusammen aushandeln. Was sind die richtigen Bedingungen? Was sind die richtigen Löhne? Und das ist unser Ziel, die Tarifbindung wieder weiterzuentwickeln in unserer Gesellschaft, um Menschen zu sagen, ja, da kümmern sich unsere Gewerkschaften darum, unsere Betriebsräte darum und natürlich unsere Sozialpartnerschaft, Genossen und Genossinnen. Und auch das steht in unserer neuen Konzeption, dass natürlich der Mindestlohn perspektivisch erhöht werden soll auf 12 Euro. Und warum ist das wichtig? Noch ist es nicht so. Leider haben wir viel zu wenig Unternehmen, die tarifgebunden sind. Aber umso wichtiger ist es, dass wir eine Haltelinie haben, die Menschen eben auch in die Lage versetzt, a. ordentlich zu leben und b. auch ein ordentliches Auskommen zu haben. Denn unter 12 Euro sind die Menschen auch nach langen Jahren der Arbeit angewiesen darauf, dass sie Grundsicherung bekommen, weil die Rente nicht ausreicht. Und deshalb, Genossinnen und Genossinnen, Tarifgebundeneheit ist das Erste. Das Zweite ist, dass unser Mindestlohn perspektivisch auf die 12 Euro ansteigt. Es geht uns aber auch darum, zu verstehen, dass die Arbeit sich verändert in der heutigen Zeit. Und deshalb wollen wir auch, dass der Wert der Arbeit darin besteht, dass man mehr über die eigene Zeit verfügen kann, damit sich die Arbeit dem Leben anpasst und nicht immer das Leben der Arbeit anpasst. Und deshalb wollen wir ein Recht auf mobiles Arbeiten und ein Recht auf Homeoffice. Das ist die Möglichkeit der neuen Zeit. Digitalisierung ermöglicht uns auch anderes, flexibleres Arbeiten. Und deshalb muss es möglich sein, dass Unternehmen, die nicht so aufgeschlossen sind, dass man von ihnen auch abfordert, dass sie dieses Recht ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern am Ende auch einräumt. Und dann, liebe Genossinnen und Genossinnen, das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass es ein Recht auf Weiterbildung gibt. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt, als sie Schlecker pleite gemacht hat und Kolleginnen den Wunsch hatten, dass sie einfach was Neues lernen und dass sie nicht hängen gelassen werden in dieser Situation und beispielsweise Krankenschwestern werden wollten. Und die waren dann schon Mitte 40. Da war es ein riesiger Kampf, sicherzustellen, dass ihnen das ermöglicht wird. Es sind glückliche Frauen, die eine tolle Ausbildung gemacht haben und einen tollen Beruf jetzt haben. Aber das war damals keine Selbstverständlichkeit, weil es das Recht der Weiterbildung in dieser Form nicht gibt. Und wir als Sozialdemokraten sagen, in einer Welt, wo sich Arbeit so verändert, muss es perspektivisch in Zukunft dieses Recht auf Weiterbildung geben, dass jeder Mensch auch weiß, er darf etwas Neues lernen und er hat auch eine andere Perspektive in seinem Berufsleben als zurzeit. Und natürlich die soziale Absicherung. Wir wollen Hartz IV hinter uns lassen. Und liebe Genossinnen und Genossinnen, wenn wir heute dieses Konzept verabschieden, dann steht das in unserem Parteiprogramm, dann steht das in unserem Stammbuch, dass wir sagen, wir werden eine neue Grundsicherung einführen. Es ist das Bürgergeld. Und sie wird die Sichtweise derjenigen vollkommen verändern, die den Anspruch darauf auch haben. Wir wollen auf Augenhöhe den Menschen begegnen, die dann, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht es nicht geschafft haben, im Arbeitsmarkt zu bleiben oder im Arbeitslosengeld I und angewiesen sind darauf, dass der Staat sie trotzdem unterstützt. Wir wollen, dass diese Menschen nicht Mitsteller sind. Wir wollen, dass der Wert der Arbeit sich auch darin ausdrückt, dass wir ordentlich, anständig, auf Augenhöhe mit ihnen umgehen, mit unserem neuen Bürgergeld, aber auch mit den Ansprüchen auf Qualifizierung, dem Anspruch auf Nachholen eines Schulabschlusses. Das, glaube ich, ist genau das Richtige in der heutigen Zeit deutlich zu machen. Wir begegnen uns von Mensch zu Mensch und nicht von oben nach unten, sondern wir begreifen uns als Partner und Partnerinnen. Und es geht uns um jeden Menschen, auch wenn er irgendwann mal Pesche hat in seinem Leben und aus irgendwelchen Gründen es eben nicht geschafft hat, im Arbeitsmarkt zu bestehen. Ich will mich an dieser Stelle auch herzlich bedanken, weil es gibt jetzt einen Vorschlag bei unserem Streit. Es gab ja noch einen offenen Punkt beim Thema Sanktionen. Da gibt es jetzt eine Einigkeit, ich hoffe, dass der dann auch so steht. Es wird jetzt gesagt, dass Pflichtverletzungen nicht folgendlos bleiben dürfen. Dabei muss das Existenzminimum aber sichergestellt werden. Nun, Genossinnen und Genossinnen, über diesen Punkt haben wir uns lange gerieben. Und wir haben schon in der Formulierung im ursprünglichen Antrag eigentlich das geschrieben, was das Bundesverfassungsgericht ja jetzt auch festgestellt hat. Und ich glaube, mit der neuen Verständigung, wie sie jetzt gesucht worden ist, können wir alle sehr, sehr gut mitleben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dann die alten Streitigkeiten auch begraben können und deutlich machen werden, wir haben einen Anspruch auf Teilhabe, auch von den Menschen, denen es nicht so gut geht. Und wir werden nicht mit dem Hammer da draufschlagen, wie das in der Vergangenheit der Fall war, sondern wir werden auf Augenhöhe ihnen begegnen und deutlich machen, was können wir gemeinsam bewerkstelligen, dass sie eben auch in Zukunft eine Teilhabemöglichkeit in unserer Gesellschaft haben. Warum haben wir in der Gesellschaft die Debatte um das Thema Verlustängste? Es hat natürlich damit zu tun, dass die arbeitende Mitte nach der Neuorganisation des ganzen Paketes um Arbeitslosengeld I und II tatsächlich die Angst hatten, dass wenn sie arbeitslos sind, und es war ja auch die Gesetzeslage, ganz, ganz schnell abrutschen in den Bereich von Hartz IV. Und das werden wir ändern mit diesem Konzept. Wir werden wieder deutlich machen, Menschen müssen keine Verlustangst haben, auch dann, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Deshalb wollen wir auch für weitere zwei Jahre das Vermögen schonen. Und wir wollen das ALG verlängern. Es gibt die Möglichkeit, zwei, drei Jahre Arbeitslosengeld I in Zukunft auch zu erhalten. Und wir werden sicherstellen, dass sie auch ihre Wohnung nicht verlassen müssen. Wir wollen nicht mehr, dass die Menschen Angst haben in einer Zeit, wo so viele Arbeitsplätze verloren gehen gerade, sondern wir wollen, dass sie mutig sind, dass sie selbstbewusst sind, dass sie wissen, wir verlieren nicht unsere Existenz, sondern wir haben die Möglichkeit, und da ist ein Staat, der uns hilft, dass wir uns neu orientieren können und dass wir wieder mitmachen können und teilhaben können. Das ist die Grundaussage in unserem neuen Sozialstaatskonzept, Genossen und Genossinnen. Und dann freue ich mich wirklich auch sehr darüber, dass wir in diesem Paket, und da gibt es ja auch noch einen Extraantrag, der umfassend debattiert werden wird, natürlich auch unsere selbstständige, eigenständige Kindergrundsicherung haben. Liebe Genossinnen und Genossinnen, es ist Zeit, es ist endlich Zeit, dass wir sagen, jedes Kind in unserer Gesellschaft muss es packen können. Und kein Kind in dieser Gesellschaft gehört in die Sozialhilfe. Und das ist wichtig, dass wir deshalb jetzt endlich eine eigenständige Grundsicherung haben, bedingungslose Grundsicherung haben. Applaus Also ich freue mich darüber riesig, und ich sage das jetzt an dieser Stelle, nur weil ich werde nachher nicht nochmal sprechen. Ich freue mich darüber riesig, denn es war auch ein Ringen innerhalb der Partei. Ist es wirklich nötig und erforderlich, eine selbstständige, eine bedingungslose Kindergrundsicherung zu haben? Und viele von uns haben das immer so gesehen. Und ich freue mich wirklich darüber, dass unsere Partei heute ein ganz klares Zeichen setzt, für Chancengleichheit zu stärken, dafür, dass jedes Kind in unserer Gesellschaft es packt, und dass es gar keine Rolle spielt, in welchem Haushalt dieses Kind geboren wird, sondern dass völlig klar ist, es wird eine Grundsicherung für jedes Kind geben, egal ob reich, ob arm, natürlich auch ein Zugang zur gebührenfreien Bildung, und das gehört zu unserem Konzept dazu, damit klar ist, auch Kinder aus schwächeren Haushalten, sie haben die Chance, ein gutes, ein sorgenloses Leben zu gehen. Und ich bin froh, dass wir das heute beschließen werden. Applaus Und ein letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, und ich habe jetzt gerade eben gesehen, dass ich Boris Welter vergessen habe zu erwähnen, Wir haben auch ganz viel gearbeitet zum Thema Pflege. Und liebe Genossen und Genossinnen, als Sozialdemokraten haben wir die Verantwortung, von der Geburt sozusagen bis zum Altwerden und bis irgendwann zum Sterben, dass wir den Menschen gute Lebensbedingungen geben. Und dass wir auch nicht vergessen, auch bei älteren Menschen, die Unterstützung brauchen, dass sie viel geleistet haben für unsere Gesellschaft. Und deshalb ist der Punkt Pflege auch für mich von ganz großer Bedeutung. Und die Menschen, die daran gearbeitet haben, wir gemeinsam, wir haben drei Perspektiven eingenommen. Nämlich einmal die Perspektive der pflegebedürftigen Menschen. Und selbstverständlich brauchen sie eine qualitativ hochwertige, gute Pflege in unserem Land. Die Perspektive der Angehörigen von Pflegebedürftigen. Selbstverständlich dürfen sie nicht überfordert werden. Und natürlich auch die Perspektive der vielen Pflegekräfte in unserem Land. Männer und Frauen, die einen wunderbaren Job tun, die mit großer Leidenschaft arbeiten und die nicht die Anerkennung unserer Gesellschaft haben, die sie eigentlich bräuchten. Das bezieht sich auf die ausgesprochene Anerkennung, bis auf die Arbeitsbedingungen, bis auf den Lohn. Und deshalb sehen wir in unserem neuen Sozialstaatskonzept für alle drei Gruppen unterschiedliche Maßnahmen vor. Das eine ist natürlich, dass wir an der Qualität der Pflege arbeiten, an den Arbeitsbedingungen. Dazu gehört auch das Thema Geld, liebe Genossinnen und Genossinnen. Und es kann nicht sein, dass wir in der Pflege teilweise Löhne haben, die wirklich unglaublich niedrig sind. Und wenn man weiß, was die Leute arbeiten in diesem Bereich, dann haben die es verdient, ein gescheites Auskommen zu haben, ein gescheites Gehalt zu bekommen. Und da bin ich so froh darüber, dass Hubertus und auch Franziska einen ganz wichtigen Weg jetzt gerade bereiten. Nämlich, dass es nicht nur bei den Pflegehilfskräften, sondern auch bei den Pflegekräften in Zukunft einen Mindestlohn geben soll. Aber noch wichtiger, viel besser, wenn es gelingt, endlich einen Tarifvertrag in der Pflege wirklich hinzubekommen. Und dazu gibt es gute Zeichen, weil ganz viel gearbeitet worden ist von unseren Ministern, dass das auch funktioniert. Und wenn dieser Tarifvertrag vorliegt, dass es dann möglich ist, aufgrund der gesetzlichen Veränderung, dass er für allgemein verbindlich erklärt wird, weil es nicht sein kann, dass Pflegekräfte im Osten, im Süden, im Westen, im Norden anders verdienen als sonst wo. Wir wollen, dass in ganz Deutschland alle Pflegekräfte auskömmliche Löhne haben. Und dazu brauchen wir diesen Tarifvertrag, Genossinnen und Genossinnen. Und wenn ich auf die Angehörigen schaue und auch die Menschen, die Angst davor haben, pflegebedürftig zu werden, dann schaue ich auch darauf, wie stark ist eigentlich die Solidarität in der Pflegeversicherung ausgeprägt. Nicht ausreichend, wenn es um die Sozialdemokraten geht. Wir wollen nämlich nicht, dass es in Zukunft so bleibt, dass die Menschen Angst haben, dass sie ihr Vermögen dafür ausgeben müssen, dass die Pflege von Angehörigen überhaupt möglich und bezahlbar ist. Ihr wisst, dass tatsächlich die Leistungen der Pflegeversicherung gedeckelt sind und die Eigenleistung der Menschen, der Angehörigen, der Betroffenen, sie ist nicht gedeckelt. Sie wächst mit jeder erforderlichen Pflegeleistung. Das ist nicht so, dass es ein Teilkaskoprinzip wäre, wie es immer propagiert wird. Es gibt keine Teilkasko in irgendeinem anderen Bereich, wo tatsächlich die Pflegeversicherungen, die Leistungen begrenzt sind, begrenzt sind, Entschuldigung. Und deshalb sagen wir, wir wollen tatsächlich, dass dieser Eigenanteil festgelegt wird. Das ist der erste wichtige Schritt, dass jeder Mensch, der Pflege erhält, in Zukunft weiß, das ist mein Beitrag, den ich zu leisten habe, damit die Pflegeversicherung den Rest übernimmt. Und es ist nicht davon abhängig, wie viel Leistung ich brauche. Das ist das erste wichtige Prinzip, das solidarisch wäre, zu sagen, wir wollen diese Eigenleistung kappen. Aber unser Papier, unser Konzept geht natürlich weiter. Ich bin schon immer ganz fest davon überzeugt, dass wir auch in der Pflege eine Bürgerversicherung brauchen, liebe Genossen und Genossinnen. Wir brauchen eine Pflegevollversicherung. Und diese Vollversicherung lässt sich auch finanzieren, wenn wir die private und die gesetzliche Pflegeversicherung zusammenführen. Und das ist ein leichtes, das zu tun, weil die Leistungen sind gleich. Nur diejenigen, die einbezahlt sind, unterschiedlich. Und in der privaten Pflegeversicherung sind es eben die Menschen, die über mehr Geld verfügen, die gesünder sind. Und deshalb gibt es dort milliardenhohe Rücklage im Gegensatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung. Und Genossen und Genossinnen, lasst uns daran arbeiten. Es ist ein wichtiger Punkt für die Zukunft in unserer Gesellschaft, dass wir eine humane Situation haben, auch was Menschen betrifft, die in der Pflege stehen und pflegebedürftig sind. Das war es jetzt mal. Man könnte noch vieles sagen zur Rente, aber es wird ja auch noch etliche Redner und Rednerinnen geben gleich. Ich will vielleicht abschließend nur noch mal sagen, es bedeutet mir sehr, sehr viel, dass die Sozialdemokraten mit diesem neuen Konzept, mit dem neuen Sozialstaat für eine neue Zeit sich wirklich auch neu aufstellt. Wir haben versprochen, nach der verlorenen Bundestagswahl, dass wir nicht nur Regierengut in der Regierung, die das Mitgliedervotum festgestellt hat, sondern dass wir uns auch erneuern. Und wenn wir über Zukunftsfragen nachdenken, dann sind das Fragen, die betrifft die soziale Ausrichtung unseres Staates. Und in diesem Papier, Genossen und Genossinnen, das könnt ihr entnehmen, das ist die Zukunft, wie wir sie uns vorstellen. Für eine gerechte Welt, für eine gerechte Gesellschaft, für eine Gesellschaft, wo sich niemand benachteiligt fühlen muss und wo alle Menschen, egal wo sie herkommen, wissen, dieser Staat steht an ihrer Seite. Und wir werden sicherstellen, dass keiner vergessen wird dabei. Vielen herzlichen Dank. Soweit also Malu Dreyer heute Vormittag, die den Antrag eingebracht hat. Im Moment pausiert der Parteitag nach der Wahl zum Vorstand. 14 Vorstandsmitglieder sind bislang nur gewählt worden. Man sucht 24. Es gab hier einigermaßen Aufregung zwischendurch. Es gab ein Raunen, was durch den Saal ging, als z.B. Außenminister Heiko Maas durchgefallen ist. Er bekam nur 227 Delegiertenstimmen. Es scheiterten aber zunächst auch Prominente, wie z.B. der bisherige Parteivize-Ralf Stegner, der sächsische SPD-Chef Martin Dulig, Berlins Regierungschef Michael Müller und die Bundestagsabgeordnete und ausgewiesene linke Kanzel Kiesel-Teppe. Also man sieht, der 1. Wahlgang hat hier erst 14 von 24 durchs Ziel gebracht. Das ist nicht ganz ungewöhnlich. Auf SPD-Parteitagen bedarf es häufig eines 2. Wahlganges. Aber so viele Prominente wurden selten abgestraft wie hier und heute. Und abgestraft ist auch noch ein guter Punkt an der Stelle. Man sollte es nicht übertreiben. Aber immerhin im Trendbarometer von RTL-NTV ist die SPD gegenüber der Vorwoche gestern um 3 Prozentpunkte auf 11 Prozent gesunken. Hat das mit der neuen Parteispitze zu tun? Hat das mit dem geplanten Linksschwenk der SPD zu tun? Das ist die Frage. Nachdem die SPD hier gerade an einem Konzept arbeitet, der den Sozialstaat weiter ausweitet, scheinen die Bundesbürger der Meinung zu sein, dass das vielleicht nicht das Hauptproblem momentan in Deutschland ist. Das ist die Frage. Julia Grimm jetzt mit einem Gesprächsgast. Ganz genau. Viele von den Fragen versuche ich jetzt einfach mal weiterzugeben. Denn ich habe mir Unterstützung geholt. Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin ist noch mal bei mir. Herr Faas, was wir hier gerade erleben, da sind ein paar Kandidaten für die Beisitzer durchgerasselt, kann man sagen. Was ist die Begründung dafür? Ist das der Unmut, der sich da jetzt breit macht? Ja, ein Stück weit auf jeden Fall. Das ist jetzt, denke ich, das Ventil, was den Unmut, den es ohne Zweifel oder auch die Unsicherheit, die Verunsicherung, die wir hier merken, die sich jetzt da ihren Weg gesucht hat. Man muss auch sehen, dieses erweiterte Führungsgremium der Partei, das sollen natürlich ganz, ganz viele Gruppen abbilden. Und wir hatten jetzt einfach einen sehr, sehr dynamischen Prozess. Im Prinzip hat sich gestern erst final geklärt, wie die engere Führung aussieht. Und insofern war diesmal einfach sehr, sehr wenig Zeit, um die Absprachen zwischen Landesverbänden, zwischen Flügeln. All das muss ja sozusagen eingepreist werden, um diese Architektur der Gesamtführung abzubilden. Da war einfach sehr, sehr wenig Zeit. Und ich glaube, deswegen ist es heute ein Stück weit turbulenter. Aber manche sagen, das ist ein normales Ritual, dass man da im ersten Wahlgang vielleicht auch dem einen oder anderen mal ein sehr deutliches Signal senden möchte. Es ist sicherlich so, dass die SPD auch gerne mal ihre Prominenz durchfallen lässt. Aber wie erklären Sie das? Gucken wir mal zum Beispiel auf Außenminister Heiko Maas. Der ist hier durchgefallen und da gab es ein richtiges Raunen im Parteitag. Wie erklären Sie das? Ja, das fiel auf. Auch da waren die Signale nicht ganz eindeutig. Franziska Giffey auf der anderen Seite als Ministerin ist ja bestätigt worden. Aber in der Tat, Heiko Maas, Außenminister, sehr beliebt. Wenn man Bevölkerungsumfragen anschaut, ist hier doch eben nicht gewählt. Und nicht nur knapp nicht gewählt worden, sondern hat die Zielmarke doch deutlich verfehlt. Ich meine, er hatte sich ja im Vorfeld des Entscheids zwischen am Ende Scholz-Geiwitz auf der einen Seite, Walter Beuerns-Esken auf der anderen Seite nicht sehr klar positioniert. Hatte sich da eigentlich eher sozusagen offen gehalten. Und auch das scheint eine Haltung gewesen zu sein, die jetzt hier von den Delegierten nicht unbedingt quotiert wurde. Darf gespannt sein, was jetzt im zweiten Wahlgang passiert. Aber klar, für den Außenminister ist das natürlich schon ein Dämpfer, den er da bekommen hat. Er ja normalerweise zu den beliebtesten Politikern immer hier zählt. Können Sie erklären, was jetzt passiert hinter den Kulissen? Wir haben ja jetzt eine Unterbrechung des Parteitags. Da ziehen sich wahrscheinlich Menschen zurück, die jetzt handeln. Können Sie also aushandeln? Können Sie erklären, was da passiert? Ja, die Landesverbände sind natürlich starke Player an der Stelle, die einfach ihre Delegierten jetzt nochmal sozusagen zusammenholen, sich überlegen werden, welches Muster der Abstimmung es jetzt in der zweiten Runde gibt. Man hätte das auch schon vor der ersten Runde durchaus erwarten können. Das ist das, was üblicherweise passiert. Aber es gab jetzt einfach auch sehr, sehr viele Kandidatinnen und Kandidaten für die erste Runde, viel mehr als es Plätze gab. Insofern war es einfach rechnerisch klar, dass es nicht alle schaffen würden. Aber ich denke, dass der zweite Wahlgang jetzt doch ein deutlicheres Signal senden würde. Und vielleicht auch die Prominenz. Auch Halb Stegner beispielsweise, der ja sogar zu den Linken gehört, innerhalb der Partei, auch der hat kein gutes Ergebnis erzielt. Ich denke, es wird spannend sein, ob der Parteitag diese etablierten Kräfte wirklich nachhaltig aus der Parteiführung raushalten möchte oder ob das vielleicht eher so ein Signal des Dämpfers war. Aber es ist jetzt im zweiten Wahlgang gut. Aber es bleibt spannend, keine Frage. Mein Kollege hat es gerade schon mal angesprochen. Es gibt eine erste Umfrage, die gemacht worden ist, nachdem Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans noch nicht bestätigt worden sind, sondern gewählt worden sind von den Mitgliedern. Die SPD ist wieder runtergerutscht auf 11 Prozent jetzt nur noch. Wie erklären Sie das? Ja, die SPD hat einfach kein sehr geschlossenes Bild in den vergangenen Wochen, gerade auch in der Zeit der Stichwahl zwischen den beiden Teams, abgegeben. Und nicht geschlossene Parteien, die gehen in Umfragen eigentlich immer eher zurück, als dass es nach oben geht. Insofern ist es nicht unbedingt überraschend. Es sind jetzt elf Prozent, die diese Umfrage ausweist. Das ist in doppelter Weise für die SPD gefährlich, weil wir jetzt über die Einstelligkeit tatsächlich reden. Das ist dann sicherlich nochmal so ein Signal, was ganz eigene Dynamik auslösen würde, wenn die SPD plötzlich tatsächlich nur noch einstellig in einer Umfrage wäre. Und das Zweite, noch viel problematischer für die Partei ist tatsächlich, dass es jetzt wieder so eine Verbindung von inhaltlichen Fragen und diesen Umfragewerten gibt, dass das Ganze sozusagen, dass man jetzt nach Auswegen sucht, wie man aus diesem berühmt-berüchtigten Umfragekeller wieder rauskommen kann. Und wenn man so eine Sicht auf den ganzen Parteitag, auf die neuen Vorschläge der Partei anlegt, dann kriegt es so etwas sportlich-spielerisches. Aber dann erweckt es häufig bei Menschen den Eindruck, dass diese Vorschläge gar nicht mehr um ihrer selbst willen interessant sind, sondern dass alles verzweifelte Maßnahmen sind, um eben aus diesem Umfragekeller wieder rauszukommen. Das entwertet die Vorschläge ein Stück weit. Und das wäre für die Partei ein viel schlimmeres Signal, wenn man sozusagen den eigentlichen inhaltlichen Aufbruch dadurch verliert, dass jetzt doch alles wieder in den Kontext einer solchen für die Partei sehr gefährlich-problematischen Umfrage gestellt wird. Jetzt haben die beiden an der neuen Spitze ja noch gar nichts wirklich gemacht, auf das sich eine solche Umfrage fußen könnte. Also man kann natürlich nur sagen, man hat diejenigen, die bei dieser Befragung mitgemacht haben, haben aber ein Gefühl. Das Gefühl, das sie haben, ist ja wahrscheinlich das, was auch in den Medien immer gesagt worden ist. Die beiden stehen deutlich weiter links. Wenn daraufhin eben das Vertrauen sofort abgesprochen wird, heißt das vielleicht auch, dass die Bevölkerung eine linkere SPD gar nicht will? Ja, ich glaube, in der Bevölkerung gibt es vor allem eine Wahrnehmung, dass man nicht so genau weiß, wofür die SPD steht. Und man selbst dort, wo man vielleicht ahnt, wofür sie steht, man ihr nicht unbedingt zutraut, das glaubwürdig zu vertreten und letztlich auch durchzusetzen. Man muss auch sehen, wenn man sich die Beliebtheitswerte von Olaf Scholz auch vor der Entscheidung angeschaut hat. Beliebteste Politiker Deutschlands gerade. Ja, aber manche Umfragen weisen ja auch immer noch mal die Werte innerhalb der eigenen Wählerschaft aus. Und da konnte man schon sehr deutlich sehen, dass Scholz auf der Zielgeraden der Stichwahl tatsächlich gerade innerparteilich doch ein wenig unter Druck gekommen ist, selbst bei seinen sonst sehr, sehr guten Umfragewerten. Was einfach darauf hindeutet, dass diese Zuspitzung am Ende auf die beiden sehr unterschiedlichen Duos, die zur Wahl standen, ein Stück weit auch die SPD insgesamt geschwächt haben, weil es einfach den innerparteilichen Konflikt geschärft und sozusagen in den Vordergrund gerückt hat. Und das hat dann manchmal auch Auswirkungen eben auf solche Umfragewerte, die problematisch sind. Nochmal, die entwickeln manchmal eine ganz eigene Dynamik und setzen halt den Fokus eher auf die Umfragen und nicht so sehr auf die Inhalte. Danke, Thorsten Faas, dass Sie hier noch mal zu uns gekommen sind. Vielleicht hören wir uns später noch mal. Ich gebe jetzt erst mal weiter zu meiner Kollegin Sarah Bildau, die im Plenum unterwegs ist und wahrscheinlich spannende Stimmen zu dem hat, was hier gerade passiert. Ganz genau. Ich stehe beim Landesverband Sachsen und ja, wir warten gespannt auf den zweiten Wahlgang. Muss ich direkt mal nachfragen, haben Sie denn mit dem Ausgang des ersten Wahlgangs so gerechnet, mit diesem Ergebnis? Bei den meisten Ergebnissen habe ich schon damit gerechnet. Es hat mich bei dem einen oder anderen über das nicht so starke Stimmergebnis überrascht. Aber grundsätzlich waren eigentlich keine großen Überraschungen dabei, wenn man schon mal auf einem Bundesparteitag war. Aber wenn jetzt so große Namen, nenne ich das jetzt mal, wie Heiko Maas, es nicht beim ersten Wahlgang schafft, hat das dann was mit einer Art Denkzettel zu tun oder wie erklären Sie sich das? Typischerweise versucht man die Menschen, die man ganz besonders im ersten Wahlgang durchhaben möchte, erst mal zu wählen und die, wo man denkt, dass sie sicher durchkommen, eher nicht zu wählen. Dadurch kommen dann manchmal solche Ergebnisse zustande. Spannender wird, glaube ich, der zweite Wahlgang. Das heißt, wie sind Sie jetzt bei dem zweiten Wahlgang, ja, wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Hat sich Ihr Landesverband jetzt noch mal zur Beratung zurückgezogen? Die Reihen hier sind ja auch noch relativ leer. Bei den anderen Landesverbänden, wie sind Sie da vorgegangen? Wir im Osten sind immer sehr kommunikativ. Das heißt, wir schaffen es sehr schnell, bestimmte Dinge auch zu klären. Natürlich ist auch so das Ansinnen der meisten, dass wirklich aus jedem Landesverband auch ein Mitglied im Parteivorstand ist. Das erwarte ich auch. Das ist durchaus auch erwartbar. Am Ende muss man dann schauen, wer auf die zusätzlichen Wahlen sozusagen die Ergebnisse von einem anderen ist, muss man einfach schauen. Lassen Sie uns noch mal über die Debatten sprechen, die hier gerade stattgefunden haben und die gleich auch weitergehen. Der Ausbau des Sozialstaats. Worauf kommt es da für Sie am meisten an? Ich selbst bin ja Pflegekraft, arbeite auch ganz normal als Pflegekraft. Für mich ist natürlich der Bereich Pflege ganz wichtig, weil ich denke, wir sind die Partei der Pflege. In keiner anderen Partei ist das Thema so prominent wie bei uns in der Partei. Und wir haben auch die meisten Mitglieder, die selber in der Pflege arbeiten. Das ist auch, glaube ich, ein Vorteil, den wir auch haben, weil wir daraus Erfahrung und Expertise natürlich auch mitbringen. Das ist ganz spannend. Deswegen fühle ich mich auch so wohl in der Sozialdemokratie hier. Das heißt, welchen Input haben Sie da auch gegeben bei diesem Parteitag? Das Spannende ist, wir haben in Sachsen schon seit vielen, vielen Jahren im Gesundheitsbereich darüber geredet, wie es mit einer Pflegevollversicherung ist. Wie können wir Pflegeversicherung auch weiter denken? Deswegen freut es mich, dass man jetzt sozusagen so ein bisschen in Kopie aus Sachsen heraus vielleicht dieses Konzept auch weiter verfolgen will. Das finde ich sehr gut. Vielen Dank und ich rücke einfach mal ein bisschen auf und der Kameramann kommt hoffentlich mit mir. Schönen guten Tag. Ja, gerade im Osten fühlen sich ja viele Menschen abgehängt. Sie werden darüber wahrscheinlich auch mehr erzählen können als ich. Was kann man denn tun oder wie kann das Vertrauen in den Sozialstaat wieder gestärkt werden? Ich glaube, man muss den Menschen einfach die Sicherheit geben, dass sie tatsächlich, wenn tatsächlich irgendwelche mal Lebensnöte eintreten, wirklich, dass es eine Lösung für sie gibt, die tatsächlich auch trägt. Und ich glaube, es gibt viele traumatische Erfahrungen auch in den letzten Jahrzehnten, auch Stichwort Hartz IV, wo Leute einfach gemerkt haben, ich habe in ganz kurzer Zeit sehr, sehr viel verloren. Und das trägt natürlich nach. Und ich glaube, da müssen wir als SPD auch einfach nacharbeiten weiter. Heute wurde ja mehrmals gesagt, Hartz IV muss überwunden werden. Wie sieht das dann genau aus? Ich glaube, es geht im Kern darum, den Ansatz zu verändern. Also nicht mehr zu sagen, wir versuchen Arbeitslose möglichst stark auch zu triezen, tatsächlich ihnen auch ganz viele Vorgaben zu machen, sondern eher partnerschaftlich an die Sache ranzugehen, zu schauen, wie kann man vielleicht aus der Lebenssituation rauskommen, wie kann man tatsächlich auch einen neuen Job finden. Aus meiner Sicht würde dazu auch gehören, auch tatsächlich die Sanktionen auch abzuschaffen. Klare Einstellung. Ist die SPD denn in der Vergangenheit zu viele, zu kleine Schritte gegangen? Ist das jetzt der große Wurf? Ich denke schon, dass wir uns sehr, sehr klar jetzt auch von Hartz IV verabschieden. Ich würde mir manchmal auch Stärke wünschen, dass wir sagen, dass wir damals auch Fehler gemacht haben und dass wir tatsächlich auch sagen, liebe Leute, wir gehen jetzt auch wirklich in einen anderen Kurs. Aber inhaltlich bin ich davon tatsächlich recht überzeugt. Okay, also geht es heute auch darum, Fehler der Vergangenheit aus sich der SPD wieder gut zu machen. Gehe ich mal hier weiter. Trotzdem schließt sich natürlich die Frage an, wie soll das Ganze dann finanziert werden? Natürlich schließt sie sich an, aber viele Sachen, die wir hier beschließen, spielen auf einer ganz anderen Ebene. Es geht erstmal darum, einen Sozialstaat zu machen, der auf der Augenhöhe mit den Leuten ist. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen Bescheid gesehen haben, einen längeren, den längsten, den ich gesehen habe, der war mehr als 30 Seiten dick. Da kann man sich ja auch die Frage stellen, was geben wir hier eigentlich sinnlos an Bürokratiegeld aus? Müssen wir nicht einen Sozialstaat machen, der auf Augenhöhe mit den Betroffenen ist und der ohne solchen Wahnsinn an Bürokratie, den auch keiner versteht und wo Leute wirklich vielleicht tagelang dran sitzen und so einen Bescheid erstellen? Also da geht es auch manchmal um sogar Geld einsparen und einen Sozialstaat menschlicher machen. Und klar, es geht auch um mehr Geld in das System, um Menschenwürde sicherzustellen, zum Beispiel bei einer Kindergrundsicherung. Aber ich finde, das ist gut investiertes Geld, weil im Moment sparen wir Geld daran, weil Familien Leistungen nicht in Anspruch nehmen. Und dann wachsen Kinder in Verhältnissen auf, die wir alle nicht wollen und hinten raus wird das alles teurer für uns. Insofern finde ich das einen richtigen Ansatz, erst mal zu investieren und dann den Kindern Chancen zu geben. Es gibt ja jetzt hier auf dem Parteitag auch schon unterschiedliche Ansätze. Bei diesem Thema, aber im Grunde ziehen hier alle am selben Strang. Tut das dem sozialdemokratischen Herz denn nicht auch mal gut? Ich finde es total richtig, dass wir hier einen ordentlichen Bruch machen mit Hartz IV. Das lassen wir hinter uns. Und mit einer Kindergrundsicherung machen wir einen ordentlichen Schritt nach vorne. Und das tut mir total gut. Und was ich am besten finde, ist, dass das Ganze einhergeht mit einer neuen Parteiführung, die tatsächlich mit all dem, was bisher war, nichts zu tun hatte. Und die ja auch noch mal eine ganz große Glaubwürdigkeit da mit reinbringt und ein Signal setzt an die Menschen da draußen, wir sind für euch da und wir machen das auch glaubwürdig. Und das mit den kleinen Schritten, die zwar in die richtige Richtung gehen, aber eben nur kleine Schritte sind, ist jetzt hoffentlich vorbei. Und wir machen jetzt mal ein paar größere Würfe. Es ist jetzt wieder keine Ostdeutsche oder kein Ostdeutscher in der Parteiführung. Also beim Führungsduo ist das für Sie ein Problem. Es geht jetzt um das Führungsduo. Klar würde ich mir immer Ostdeutsche wünschen, weil die noch was Besonderes mit einbringen können. Aber Clara Geiwitz ist ja als Stellvertreterin mit auch einem sehr guten Ergebnis gewählt worden. Und ich bin total froh, dass sie, obwohl sie dem unterlegenen Team angehört hat, gesagt hat, klar, ich stelle mich hier in den Dienst der Sache. Und sie hat klar gesagt, Gleichstellung und ostdeutsche Perspektive. Finde ich beides voll gut. Vielen Dank. Und noch einen spannenden Parteitag. Ich gebe zurück an meinen Kollegen Gerd Joachim von Fallowa. Ja, vielen Dank. Wir kommen genau pünktlich. Es geht jetzt weiter. Diese Pause war etwas länger als geplant. Und jetzt wollen wir hören, wie es eigentlich genau weitergeht. Normalerweise müsste jetzt weiter die Aussprache stattfinden. Oder man hat sich entschlossen, die Wahl, den 2. Wahlgang aufzurufen. Deswegen hat ja auch die Pause stattgefunden, damit sich die Landesverbände untereinander jetzt noch mal klar werden. 10 Plätze sind noch zu besetzen. Wer soll denn da nun reinkommen? Wir haben über die verschiedenen Prominenten gesprochen. Aber natürlich guckt eine Partei nicht nur nach Prominenz, sondern auch nach Tarierung. Links ist hier heute vor allen Dingen angesagt. Aber auch natürlich nach den Himmelsrichtungen. Das haben wir gerade am Schluss besprochen. Und die größeren Landesverbände bestehen natürlich darauf, dass sie auch dementsprechend vertreten sind. Und wie gesagt, jetzt noch mal der Appell, sich hinzusetzen. Es gibt also jetzt gleich wahrscheinlich die Abstimmung Nummer 2. Oder aber es geht weiter in der Aussprache zum Leitantrag Sozialstaat der Zukunft. Inhaltlich soll ja heute vor allen Dingen dieser Antrag im Mittelpunkt stehen. Wir haben ja auch schon eine längere Debatte dazu gehört. Die wurde dann unterbrochen für die Ergebnisse zum Vorstand. Bisher also 14 Personen in den Vorstand gewählt. 24 müssten es sein, nachdem man gestern schon 10 Präsiden auserkoren hat. Der Vorstand wird verkleinert auf 34 Personen. Und die Hälfte sollten davon Frauen sein. Also jetzt sind 8 Frauen gewählt. Und von 24 die Hälfte, 12 Frauen müssen es mindestens sein. Also 4 Frauen mindestens müssen noch gewählt werden. Und in der Tat, ich höre jetzt gerade der 2. Wahlgang. Der wird jetzt hier wieder aufgerufen. Wir wollen mal zuhören, wie es weitergeht. Genau, was jetzt... Nein, jetzt höre ich gerade... Dann will ich gerne für alle sagen, die Delegation aus NRW hat mich gebeten, noch einmal 5 Minuten Ihnen Beratungszeit zu geben. Und ich gebe diese Beratungszeit gerne. Das sage ich allen. Weil ich möchte, dass wir hier zu Ergebnissen kommen, die den guten Geist, den wir haben, auch sichtbar machen bei Wahlgängen. Und deshalb bitte ich diejenigen, die schon fertig sind, um weitere 5 Minuten Geduld. Ja, auf die 5 Minuten soll es dann auch nicht ankommen. Wie gesagt, Personalentscheidungen sind in Parteien immer ganz sensible Entscheidungen. Der Landesverband Nordrhein-Westfalen scheint hier noch so ein bisschen zu rechnen. Wer wird unterstützt, sind genug von uns dabei. Und deswegen muss es jetzt noch 5 Minuten weiter gehen. Die Gespräche hinter den Kulissen. Das ist im Übrigen gar nicht ungewöhnlich. Schon gar nicht für einen SPD-Parteitag. Der 2. Wahlgang also nichts Außergewöhnliches. Außergewöhnlich vielleicht die Stimmung nach einem sehr harmonischen Tag gestern. Heute hier so leicht angespannt. Die verschiedenen Flügel, die verschiedenen Landesverbände. Und es gab ja auch Überraschungen bei der Wahl. Und die 14, die jetzt durchgekommen sind, die können schon mal zufrieden sein und suchen noch 10 Mitstreiter. Und während hier also weiter beraten wird, wollen wir noch mal zurückspringen in den Antrag Sozialstaat der Zukunft. Dort gab es ja die Vorstellung durch Malu Dreyer. Die haben wir Ihnen eben schon kurz nachgeliefert noch mal. Und jetzt haben wir noch mal einen kleinen Zusammenschnitt von einigen Delegierten gemacht, die in der Aussprache Sozialstaat der Zukunft zu Worte kamen. Und den wollen wir Ihnen jetzt einspielen. Ich habe vor ein paar Monaten einen Mann kennengelernt in Heidelberg. Ich weiß nicht, ist Lothar Binding im Saal? Weil Lothar hatte mich eingeladen. Und ich habe einen Mann in seinem Wahlkreis kennengelernt, in der schönen Stadt Heidelberg, der seit über 25 Jahren arbeitslos war. Ein Mann, der ist jetzt Mitte 40, der durch einen schweren Schicksalsschlag ganz einfach aus der Bahn gebraucht wurde. Und seine Eltern sind mal im Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und er war nicht nur lange arbeitslos, über 25 Jahre, sondern er war auch obdachlos. Dieser Mann hat jetzt wieder Arbeit bekommen, weil wir Sozialdemokraten den sozialen Arbeitsmarkt durchgesetzt haben. Und wenn man diesem Mann in die Augen guckt, liebe Genossinnen und Genossen, dann weiß man, für die meisten Menschen in Deutschland ist Arbeit mehr als Broterwerb. Es ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Es ist Kolleginnen und Kollegen zu haben. Es ist was zu leisten. Und wir, liebe Genossinnen und Genossen, und deshalb bin ich froh, dass wir diesen Leitantrag so beschließen, sind die Partei der Arbeit und der arbeitenden Menschen in diesem Land. Die deutsche Sozialdemokratie darf im Gegensatz zu anderen Parteien kein gebrochenes Verhältnis zu ordentlicher Erwerbsarbeit haben. Das ist ganz wichtig. Und das drücken wir hier aus. Das heißt aber auch, dass wir auf das Recht auf Arbeit orientieren, auf den Wert der Arbeit, den wir stärken wollen, bei Löhnen, Gehältern und Arbeitsbedingungen, auch in neuen Erwerbsformen. Aber dass wir keinen Weg des bedingungslosen Grundeinkommens gehen, liebe Genossinnen und Genossen. So sympathisch viele Menschen das aus Idealismus finden mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. So sehr, glaube ich, haben Sie zwei Dinge nicht im Blick. Nämlich, dass, wie gesagt, Arbeit für die meisten Menschen mehr als Broterwerb. Und zum Zweiten, weil Sie von der Idee ausgehen, dass diesem Land die Arbeit ausgeht. Liebe Genossinnen und Genossen, auch in der Digitalisierung, nach allem, was wir wissen, wird diesem Land die Arbeit nicht ausgehen. Es wird andere Arbeit sein. Und unsere Aufgabe ist dafür zu sorgen, durch Qualifizierung, dass die Beschäftigten von heute die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. Ich bin froh, dass wir eine Linie ziehen können. Denn mit dem Umbau des Sozialstaates haben wir begonnen. Der soziale Arbeitsmarkt ist nicht irgendein Arbeitsmarktprogramm, sondern ist ein Regelinstrument, das wir schon eingeführt haben. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt mir die Chance, das gesamte System zu entbürokratisieren und die Ermutigung in der Grundsicherung in den Mittelpunkt zu stellen. Aber unser Ziel ist nach wie vor, nicht die Qualität des Sozialstaates allein an der Höhe des sozialen Transfers zu bemessen, sondern an der Frage, ob wir es schaffen, Menschen da rauszuholen und zu einem selbstbestimmten Leben zu befähigen, wieder in Arbeit zu bringen. Das unterscheidet uns von anderen. Und ich will das auch sagen, weil ich gerade gefragt wurde. Ich finde, zum einen müssen wir mal auch eine Lanze brechen für die Menschen, die im Jobcenter arbeiten. Das sind unsere Kolleginnen und Kollegen. Und das sind keine Mitarbeiter eines Unrechtsstaates. Das muss man an dieser Stelle mal sagen. Die gucken auch zu, es sind oft Sozialdemokraten übrigens, die da tätig sind. Aber dieses Gesetz ist so bürokratisch und in vielen Bereichen auch so vergiftet in der öffentlichen Debatte, dass wir es grundlegend reformieren wollen. Ich finde, dass wir zwei Pole in der gesellschaftlichen Debatte haben, die wir überminden müssen. Die einen stellen alle langzeitarbeitslosen Menschen unter den Verdacht, zu faul sein zu arbeiten. Das ist falsch, das ist unfair, das ist die falsche Wahrnehmung von Menschen. Das ist ein ganz furchtbares Menschenbild. Die meisten Menschen wollen arbeiten. Und dann gibt es welche, die jede Form von Mitwirkung schon für einen Anschlag auf die Menschenwürde halten. Das sind die Pole seit 15 Jahren in der Diskussion. Und wir müssen raus aus dieser Frontstellung. Und dieser Leitantrag weist den Weg nach vorn. Wir werden dafür sorgen, dass Ermutigung im Vordergrund steht, dass Chancen im Mittelpunkt stehen. Aber wir sagen auch, im Rahmen der Möglichkeiten, die Menschen individuell haben, sollte man auch mitwirken an dieser Stelle. Ich finde, dass wir da einen guten Weg gefunden haben. Ich werde auf Basis des Urteils des Bundesverfassungsgerichts die ersten Schritte gehen. Und das heißt zum Beispiel, es sollen nie wieder in die Kosten der Unterkunft sanktioniert werden. Das verunsichert Menschen. Das bringt überhaupt nichts. Das ist nicht der richtige Weg. Das werden wir machen. Lass mich zum Schluss das sagen. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam, nicht nur in dieser Regierung auf den Weg gebracht haben, sondern als Perspektive mit diesem Sozialstaatsverständnis geschaffen haben. Weil es Trennschärfe zwischen uns und anderen bringt. Der Artikel 20 des Grundgesetzes, der den sozialen Rechtsstaat beschreibt, heißt wörtlich, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Noch nicht ein sozialdemokratischer, daran arbeiten wir täglich, aber ein demokratischer und sozialer. Dahinter steckt die Idee, dass wir im Gegensatz zu anderen bürgerliche Freiheitsrechte, die Freiheit vor dem Staat, verbinden wollen mit sozialen Bürgerrechten. Lasst uns die Frage der sozialen Bürgerrechte zu unserem Markenzeichen wieder machen. Denn wir wollen nicht nur die Menschen der Grundsicherung absichern, sondern Sozialstaat ist mehr als Almosen und Absicherung in der Grundsicherung. Sozialstaat heißt dafür zu sorgen, dass soziale Bürgerrechte von Menschen in Anspruch genommen werden, damit sie Chance haben auf ein selbstbestimmtes Leben in einer solidarischen Gesellschaft. Ich finde diesen Antrag grundsätzlich auch toll und finde es super, dass es in so einem partizipativen Prozess stattgefunden hat. Ich möchte zu einem ganz konkreten Punkt hier nochmal sprechen, und das ist der Bereich der Sanktionen. Da ist gerade aus der Antragskommission ein Kompromissvorschlag gekommen, den ich persönlich nicht unterstützen kann, und weshalb ich nochmal da einen Änderungsantrag einbringen möchte. Und ich glaube, nachher redet auch noch einer von den Jusos, der auch einen Änderungsantrag dazu formulieren wird. Es geht darum, dass der Vorschlag jetzt ist, reinzuschreiben, dass Sanktionen nicht folgenlos bleiben sollen und dass, ich das richtig verstanden habe, das Existenzminimum gesichert sein soll. Das finde ich problematisch, insbesondere wenn der Absatz darunter in diesem Antrag drin bleibt, weil das ausschließlich beinhaltet, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt werden muss. Und das ist sowieso derzeit der Stand. Da würden wir nichts Neues dem hinzufügen. Und insbesondere wären Sanktionen von bis 30 Prozent weiterhin möglich. Ich möchte dazu inhaltlich nochmal was sagen. Ich weiß, dass als Hartz IV eingeführt wurde, es das neoliberale Dogma war, dass man Menschen nur genug trietzen muss, um sie schnell in Arbeit hereinzubekommen. Es waren die erwerbslosen Initiativen, die damals dagegen gekämpft haben und es geschafft haben, diesen Streit zum Bundesverfassungsgericht nach oben zu bringen. Ich fand das damals schon in der Analyse völlig falsch, dadurch Arbeitslosigkeit bekämpfen zu können. Ich finde es aber insbesondere von den menschlichen Auswirkungen eine Katastrophe. Ich habe solche Leute als Rechtsanwältin vertreten. Das ist keine Theorie, sondern es findet statt, dass Menschen mit diesen sanktionierten Regelsätzen leben mussten. Und ich glaube, es hat das Vertrauen in den Sozialstaat nachhaltig beschädigt, dass es nicht mehr den Eindruck gegeben hat, dass jeder in diesem Land unabhängig von seiner Disposition menschenwürdig leben kann. Aus dem Grundgesetz ergibt sich meiner Meinung nach nicht, dass nur Menschen, die sich hier genug anstrengen, pünktlich zu ihren Terminen gehen und ansonsten auch ganz, ganz willig erscheinen, einen Anspruch auf ein verfassungsrechtlich legitimiertes Existenzminimum haben, sondern es hat jeder Mensch, unabhängig von seiner persönlichen Disposition, diesen Anspruch. Und wenn man das ernst meint, dann muss man die Sanktionierung von Pflichtverletzungen komplett rausnehmen, weil die sind bei der Formulierung immer noch drin. Man muss reinschreiben, dass man das Sanktionssystem komplett abschaffen möchte. Deshalb werde ich vier Änderungsanträge einbringen, die gebe ich gleich beim Präsidium ein. Und ich bitte euch sehr, dem zuzustimmen. Was nützt es, einen höheren Stundenlohn zu haben, wenn man aufgrund der gestiegenen Arbeitsbelastung und des großen Arbeitsdrucks in der Pflege nicht mehr Vollzeit arbeiten kann, wenn man deswegen seine Stunden reduziert? Ein Modell, das eben zunehmend auch Pflegende in Anspruch nehmen, mit allen Folgen, die das für ihre Alterssicherung im Nachhinein hat. Im Gespräch mit Pflegenden kommt daher in erster Linie der tiefe Wunsch zum Ausdruck, dass sich etwas an den Arbeitsbedingungen in der Pflege ändert. Eine Schwester, die nachts alleine mehrere Stationen betreuen muss, das ist keine Ausnahme, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist die Regel. Das findet statt in Deutschland. Und das ist in meinen Augen eine Schande. Das ist auch keine Horrorgeschichte. Und jeder, der sich mit Pflegenden aus seinem Umfeld unterhält, weiß, dass das bitte Realität ist. Und genau deshalb brauchen wir eine Ausweitung der gesetzlichen Personaluntergrenzen, und zwar für alle Pflegebereiche. Es darf nicht sein, dass Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen über die Personalschlüssel im Wettbewerb zueinander stehen und hier dem freien Markt gehuldigt wird, und zwar auf dem Rücken der Beschäftigten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb beantrage ich, dass im vorliegenden Antrag im Antragsbuch die Zeile 23 auf der Seite 44 gestrichen wird, eine bedarfsgerechte Personalbemessung, und hier ersetzt wird durch die Formulierung eine gesetzlich verpflichtende Personaluntergrenze in allen Pflegebereichen. Kein Thema hat uns so wehgetan, wie das Thema Hartz IV. Und kein Thema ist mit unserer Abkehr von einem Sozialstaatsgedanken verbunden worden, wie das Thema Hartz IV. Und ich bin sehr froh, dass wir heute die Abkehr von diesem System beschließen werden. Aber lasst uns gerne noch einen weiteren Schritt gehen, und ich will das in drei, vier Punkten aufmachen. Lasst uns bitte nicht die 12 Euro Mindestlohn perspektivisch angehen, sondern lasst uns dieses Wort perspektivisch streichen. Wir wollen 12 Euro Mindestlohn. Und liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns nicht das Bürgergeld irgendwie so gestalten, dass die Not nicht dann da ist, wenn die Waschmaschine kaputt ist, sondern lasst uns konkret sagen, wir wollen die Regelsätze neu berechnen und auf andere Grundlagen stellen. Lasst uns das sagen. Das verstehen die Leute, dass wir wollen, dass die Regelsätze wieder sich an anderen Dingen orientieren. Und dass vor allen Dingen Regelsätze so berechnet werden, dass es nicht nur Lebenspartnerschaften sind, sondern dass es ein individueller Anspruch ist. Ich möchte nämlich nicht weiterhin, dass Frauen, die gearbeitet haben und die in Arbeitslosen 2 fallen, dass die von ihrem Lebenspartner abhängig sind. Das möchte ich nicht mehr. Und liebe Genossinnen und Genossen, dann lasst uns auch sagen, die Sanktionen gehören weg. Wir wissen seit Jahren, dass die Sanktionen nicht dazu geeignet sind, Leute in Anführungszeichen zu erziehen, sondern dass es die Schwächsten der Schwachen trifft, die aufgrund ihrer persönlichen Situation einfach bestimmte Dinge nicht leisten können. Bei ihnen gehört die Assistenz dazu. Aber nicht die Sanktionen. Deshalb an dieser Stelle auch bitte die Sanktionen weg damit. Und auch einen vierten Punkt. Mein Vorredner hatte schon gesagt, auf einem unglaublich tollen Konvent haben wir mal einen NRW-Antrag beschlossen, der das Rentenniveau bei über 50 Prozent festgelegt hat. Und ich finde, liebe Genossinnen und Genossen, manchmal muss man sich an alte Beschlüsse erinnern. Und ich finde, ein Rentenniveau über 50 Prozent wäre die super Botschaft, die wir hier von diesem Parteitag für eine neue Zeit in die neue Zeit senden, damit die SPD wieder als Sozialpartei wahrgenommen wird, die Gerechtigkeit richtig buchstabiert. Ich finde, lasst uns den Mut haben, diesen Antrag an diesen Punkten nachzuschärfen. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir live zurück hier beim Parteitag. Ich darf Ihnen noch mitteilen, dass der Zettel für die zweite Wahl zum Vorstand vorbereitet wird. Neun Delegierte haben ihre Kandidatur zurückgezogen. Darunter unter großem Raunen auch Ralf Stegner, der bis vorgestern stellvertretender Parteivorsitzender war, wird jetzt in Zukunft nicht mal mehr im Vorstand der SPD vertreten sein. Der Wahlzettel wird vorbereitet und deswegen geht es jetzt hier weiter in der Aussprache zum Sozialstaat der Zukunft und im Moment hat Tim Huss das Wort aus Hessen Süd. Ich befürchte nur, dass sein Wortbeitrag nicht mehr so lange dauern wird, aber wir wollen ihn trotzdem noch mal zu Wort kommen lassen. Tim Huss. Und da brauche ich mich auch nicht panisch in irgendwelchen Ideologien zu stürzen. Ich bin überzeugt, das beste Rezept gegen die Rassisten der AfD lautet immer noch, den Menschen soziale Sicherheit geben, den Menschen die Angst nehmen, den Menschen ein würdiges Leben zu ermöglichen. Und das ist eine ursozialdemokratische Idee, deren Aufgabe für uns im 21. Jahrhundert ist. Und Genossinnen und Genossen, nichts davon steht im Widerspruch zum Recht auf Arbeit. Keine soziale Sicherung, keine sanktionsfreie Armutssicherung, kein Auffang, der zhindert uns daran, unsere Energie darauf zu konzentrieren, Menschen in Arbeit zu bringen. Es ist das Gegenteil der Fall. Wenn wir unsere Behörden bei der Aufgabe entlasten, die Ärmsten zu kontrollieren, dann schaffen wir auch Ressourcen, das Recht auf Arbeit mit Maßnahmen zu hinterlegen, mit Leben zu füllen und tatsächlich auch umzusetzen. Wir haben ein gutes Sozialstaatskonzept, lasst es uns doch besser machen. Ich werbe dafür um Unterstützung. Vielen Dank. Tim Hulst ist dann doch noch ein bisschen mehr zu Wort gekommen, als ich befürchtet habe. Die nächste Rednerin kommt jetzt aus dem Landesverband Berlin, hier also aus der Heimat, Sasa Raba. Sasa Raba. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, worum geht es mir jetzt? Es geht um den Mindestlohn für Beschäftigte in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Und vorweg, ja, wir sind uns bewusst, dass wir damit perspektivisch nicht nur ein Gesetz anfassen müssen. Wir können stolz darauf sein, den Mindestlohn umgesetzt zu haben. Doch auch hier gibt es eben noch einiges für uns zu tun. Aktuell bekommen Beschäftigte in Behindertenwerkstätten lediglich eine Aufwandsentschädigung von unter 2 Euro die Stunde. Ihr Einkommen wird ansonsten durch Sozialleistungen besichert. Dieses System wollen wir langfristig umkehren. Wir sind der Meinung, wer seine möglichste Leistung erbringt, sollte mindestens die Anerkennung eines Mindestlohns erhalten. Im Übrigen, ist es unsere Verpflichtung, dies umzusetzen, wenn wir Artikel 27 Absatz 1 der UN-Behindertenrechtskonvention einhalten wollen, in dem es heißt, dass es Menschen mit Behinderung möglich sein soll, Zitat, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderung zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird. Eben genau wie nichtbehinderte Menschen. Hierzu haben sowohl wir, der Kreisverband Marzahn-Hellersdorf, als auch Hessen-Nord Anträge eingebracht. Daher habe ich mich gestern mit Dagmar Schmidt und Kerstin Griese abgestimmt und stelle nun folgenden Änderungsantrag, der sehr kurz ist und ich Ihnen deshalb auch einmal im Wortlaut vorstellen werde. Ergänze auf Seite 44, Zeile 2, dazu gehört auch, dass die Entlohnung in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung transparenter, nachhaltiger und besser werden soll und sich perspektivisch am gesetzlichen Mindestlohn orientieren und mit den Sozialversicherungsleistungen in Einklang gebracht werden soll. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich bitte euch nun nicht nur um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag, sondern auch um Unterstützung bei unserer laufenden Online-Petition und in eurer Aufmerksamkeit in den notwendigen anstehenden Diskussionen zum Thema inklusive Arbeitswelt. Denn jede Arbeit verdient Respekt. Vielen lieben Dank. Ganz herzlichen Dank. Das war Sasa Raber aus Berlin und in der Aussprache hat jetzt das Wort Sepp Parzinger. Diese Diskussion wird nachher noch mal unterbrochen werden, wenn dann der zweite Wahlgang aufgerufen wird. Im Moment aber wird der Zettel noch vorbereitet, deswegen jetzt also Sepp Parzinger. Ja, liebe Genossinnen und Genossene, seit ich in dieser Partei bin, diskutieren wir darüber, wann er uns endlich gelingt der Befreiungsschlag von der Agenda-Politik, wann er uns gelingt der Befreiungsschlag von Hartz IV und vom Niedriglohnsektor, liebe Genossinnen und Genossen und wann endlich der große Wurf kommt. Und ich glaube, in ganz vielen Bereichen ist dieses Sozialstaatspapier auch der große Wurf. Und in ganz vielen Bereichen, die für uns als Jusos wichtig sind, kommen wir da eben massive Schritte voran. Zwei Punkte, die wir gerne noch ergänzen würden. Das ist ein Absatz bei dem ganzen Bereich zum Thema Ausbildung. Das ist für uns ein wichtiges Thema. Da haben wir ganz viel in den letzten Monaten erreicht. Mindestausbildungsvergütung. Vielen Dank an der Stelle auch an Olli Kaczmarek und an Jasmin Fahimi für die Unterstützung, die das Ganze im Bundestag auch mit umgesetzt haben. Und dann auch noch mal natürlich weitergehende Forderungen, die wir da beim Thema Ausbildung auch brauchen, wo es um eine Ausbildungsplatzumlage geht, wo es um ein Recht auf Ausbildung auch geht. Zweiter Punkt ist, dass wir uns sehr gerne mit den Sozialverbänden und den Gewerkschaften zusammensetzen würden, um eben das Bürgerinnengeld zukünftig in der Höhe auch auszudiskutieren. Dazu haben wir auch einen Änderungsantrag mit vorgelegt. Und dann habe ich noch einen Punkt, den ich ansprechen möchte, wo ich mir gedacht hätte, das wäre heute nicht mehr das große Thema. Und das würden wir hinbekommen. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, bin ich auf diesen Parteitag gefahren, weil ich mir sicher war, dass wir es schaffen, eine Mehrheit für die Komplettabschaffung der Sanktionen bei der Grundsicherung zu schaffen, liebe Genossinnen und Genossen. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, hierher gefahren bin, habe ich noch mal durchgezählt, wie viele SPD-Landesverbände Beschlüsse gefasst haben in den letzten ein, zwei Jahren, wo wir eben genau diese Komplettabschaffung aller Sanktionen beschlossen haben, liebe Genossinnen und Genossen. Und genau deswegen liegen heute auch zehn Worte vor, die wir streichen wollen. Zehn Worte, die eben die Komplettabschaffung auch heißen. Das ist ein gemeinsamer Antrag von Franziska und eben von uns als Jusos, liebe Genossinnen und Genossene. Es ist, und das habe ich mir jetzt noch mal extra aufgeschrieben. Es ist so, dass wir Beschlüsse haben in den verschiedenen Landesverbänden. Ich bin mir sicher, dass wir hier heute eine Mehrheit haben für die Abschaffung der Sanktionen, für die Komplettabschaffung der Sanktionen. Und ich würde euch darum bitten, auch wenn, manchmal gibt es einfach auch den Punkt, wo man sich genau überlegen muss, ist das, was mir meine Delegationsleitung, ist das, was hier gerade von der Antragskommission auch vorgeschlagen wird, ist das der richtige Weg. Und ich glaube, als Sozialdemokratie sollten wir sollten wir genau den Weg an Sozialdemokratie sollten wir uns nicht in Formelkompromisse verstricken, wo die Befürworter von Sanktionen sagen, ja, das ist ein guter Kompromiss und die Gegner von Sanktionen genau das Gegenteil rauslesen. Ich glaube, wir brauchen heute eine Entscheidung darüber, dass wir Sanktionen endlich abschaffen. und deswegen würde ich euch bitten, hört auf euer Herz, hört auf euren Verstand und stimmt den Änderungsanträgen von den Jusos und von Franzi Drussel zu. Vielen Dank. Ja, viel Applaus der Jusos, die ohnehin hier Teile dieses Parteitags schon bestimmt haben. Da geht es um die Frage fördern und fordern. Gar nichts mehr fordern, einfach auszahlen, ohne Vorbedingungen. Das sieht der Parteivorstand zwar anders, aber das ist hier einer der Hauptknackpunkte in der Diskussion. Katharina Stier jetzt Hessen. Sie ist die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Sachsenhausen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich stehe heute das erste Mal auf einem Bundesparteitag. Ich bin als Delegierte nachgerückt und ich spreche hier als eines der Basismitglieder, von denen ihr so gerne seit Monaten sprecht. Und ich möchte euch auch diesen Blick heute zum Thema Hartz IV geben. Als Wahlkämpferin, als ehemaliger Ortsvereinsvorsitzende habe ich Hunderte, Tausende, ich weiß nicht wie viele Stunden an Infoständen gestanden und immer wieder, eigentlich jedes zweite Mal mindestens, ging es um Hartz IV, ging es um die Agenda. Diese Debatte war es, die ich immer wieder fühlen müsste und ich bin so stolz darauf, dass wir heute ehrlich darüber diskutieren. Aber wir müssen auch schauen, welches Signal wir heute rausschicken. Ich war so glücklich darüber, als das ja gesagt hat, wir waren die Partei, die Hartz IV eingeführt hat und wir wollen heute auch die Partei sein, die Hartz IV überwindet. Nur, was bedeutet das denn? Um zurückzukommen auf die Leute, denen ich am Infostand begegne, das sind Menschen, die Existenzängste haben. Und ich möchte euch bitten, darüber nachzudenken, ob wir mit dem Antrag, der bisher vorliegt, ob wir diesen Menschen diese Existenzängste nehmen. Ich denke, nein, obwohl sehr viele gute Vorschläge da drin sind. Also keine Frage. Danke für die Arbeit. Aber diese Menschen haben Angst vor Sanktionen. Diese Menschen haben Angst davor, unter eine Grenze zu rutschen, wo sie wissen, so können sie ihr Leben nicht mehr bestreiten. Das ist das, was mir an den Infoständen begegnet ist. Deshalb möchte ich euch heute bitten, diesen Blick zu haben und zu überlegen, machen wir es, welches Signal schicken wir heute von diesem Parteitag, welches Signal wollen wir schicken? Überwinden wir tatsächlich Hartz IV, wenn wir die Sanktionen nicht abschaffen? Ich denke, nein. Und ich bitte euch darum, deshalb sich die Anträge von Franziska ganz genau anzugucken. Und ich finde, das hat mein Vorredner sehr schön gesagt, dann nochmal mit dem Herz darüber zu entscheiden. Vielen Dank. Glück auf. Ja, also an diesem Punkt dreht sich jetzt die Debatte. Es heißt im ursprünglichen Text, Pflichtverletzungen können sanktioniert werden. Und ich tippe einfach mal, dass es nachher bei der Antragsberatung dort dann doch Änderungen geben wird, geben muss. Und der nächste Redner jetzt, Martin Rosemann Baden-Württemberg. Die Arbeit nicht ausgehen wird. Aber die Arbeit wird sich verändern durch Digitalisierung, durch technologischen Wandel und durch Strukturwandel. Und wir sehen das ja schon, die Vorboten sind unterwegs in der Automobilindustrie, beispielsweise vor allem bei den Zulieferern. Und liebe Genossinnen und Genossen, es ist besonders wichtig, dass wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten heute sagen, unsere Antwort darauf heigt Recht auf Arbeit statt bedingungsloses Grundeinkommen. Wir schaffen Perspektiven für alle Schutz und Chancen im Wandel. Es geht ganz konkret darum, jeden und jeder, der von Veränderung betroffen ist, eine neue Perspektive aufzuzeigen, Unterstützung zu bieten, zu beraten und zu qualifizieren. Und es geht darum, zu handeln, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, also Arbeitslosigkeit zu verhindern, bevor sie überhaupt entsteht, liebe Genossinnen und Genossen. Und mit dem Qualifizierungschancengesetz sind wir einen wichtigen Schritt vorangegangen. Aber es geht um mehr als um einzelne Instrumente. Es geht um ein neues Sicherheitsversprechen. Es geht darum, dass der Sozialstaat als Partner in den Krisen der Einzelnen da ist und unterstützt. Und das gilt für alle Bereiche des Sozialstaats, für die Sozialversicherung genauso wie für die Grundsicherungssysteme. Und es kommt darauf an, dass wir diese Hilfe und Unterstützung für die Einzelnen unbürokratisch und wie aus einer Hand organisieren, dass Leute nicht vom Jobcenter zur Wohngeldstelle und wieder zurückgeschickt werden, dass Leute nicht von der Rentenversicherung zur Krankenversicherung geschickt werden und keiner will zuständig sein. Nein, wir müssen sagen, ja, da wo du hingehst, da wirst du unterstützt, da wirst du beraten und da wird dir geholfen. Liebe Genossinnen und Genossen, es geht um einen Kulturwandel im Sozialstaat. Es geht darum, dass diejenigen, die auf Unterstützung angewiesen sind, eben nicht als Bittstellerinnen und Bittsteller behandelt werden, sondern als Bürgerinnen und Bürgern mit eigenen Rechten, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn wir diesen Kulturwandel schaffen, auch in den Jobcentern, dann finde ich, dann können wir von den Einzelnen auch verlangen, dass sie selbst mitwirken, dabei ihre Situation besser zu machen. Natürlich müssen Mitwirkungspflichten sich immer an den Möglichkeiten des oder der Einzelnen orientieren und auch auf individuelle Härten Rücksicht nehmen. Das ist doch ganz klar, aber ich bin mir sicher, Genossinnen und Genossen, Mitwirkungspflichten erwarten auch diejenigen, die selbst mitwirken. Das sollten wir nicht vergessen. Liebe Genossinnen und Genossen, es geht um den Sozialstaat als Partner, es geht um Hilfe und Unterstützung in unterschiedlichen Lebenslagen. lasst uns mit dem Sozialstaat als Partner das Leben für die Menschen wirklich einfacher machen. Herzlichen Dank. Dankeschön, Martin. Wir müssen ein bisschen auf die Redezeit achten, weil wir verständlicherweise sehr viele Wortmeldungen haben. Daniela Kolbe ist die nächste und danach Michael Groß aus Nordrhein-Westfalen. Ja, und ein bisschen auf die Zeit achten, meine Damen und Herren, das ist das Stichwort. Dieser Parteitag hängt über zwei Stunden hinter seinem Zeitplan. Es wird hier gerade beraten, Sozialstaat der Zukunft dieser Antrag und wir wollen einmal kurz unterbrechen und meine Kollegin Julia Grimm hat eine Gesprächspartnerin. Ganz genau, ich habe eine sehr spannende Gesprächspartnerin, nämlich die Überraschung des gestrigen Tages, wenn ich das so sagen darf. Seppiel Mediatle, die neue stellvertretende Parteivorsitzende. Ich gebe zu, wir waren überrascht, waren Sie es auch? Ich glaube, es war insgesamt für uns alle eine Überraschung, für mich eine sehr wundervolle Überraschung und ich freue mich sehr auf alles, was jetzt kommt. Sie sind, wenn ich das so sagen darf, Sie profitieren von einem Kompromiss. Eigentlich hätte es nur drei stellvertretende Parteivorsitzende geben sollen, jetzt gibt es fünf, Sie sind eine davon. Ist das eine gute Idee, es doch jetzt größer zu machen, als es eigentlich geplant war? Insgesamt wollen wir jetzt auch mit diesem Parteivorstand auch zum Ausdruck bringen, wie wir zusammenarbeiten wollen und uns allen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ein starkes Team haben, jetzt mit der Doppelspiste, mit Norbert Walter-Borjans und mit Saskia Esken und auch mit den Stellvertreterinnen und Stellvertretern. Wir alle kennen uns ja auch schon, also von daher glaube ich, um für die Stärkung des Teams und insgesamt für das Miteinander und das Gefühl auch zu transportieren, ist eine gute Entscheidung. Sie sind aus Schleswig-Holstein, sind da Parteivorsitzende der SPD dort, haben übernommen von Ralf Stegner, wenn ich das richtig sehe. Sie, mit welchen Schwerpunkten wollen Sie in die Parteispitze reingehen? Was liegt Ihnen am Herz? Also es ist insgesamt tatsächlich das Thema Zusammenhalt, dann Familienpolitik liegt mir sehr, sehr am Herzen und selbstverständlich diese Themen, die auch unsere Gesellschaft insgesamt bewegen. Das ist, was passiert mit der Zukunft der Arbeit. Wir haben ja unglaubliche Transformationsprozesse, die vor uns liegen. Wir brauchen eine richtig gute Lösung, die auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte auch begünstigt und schaut und da möchte ich gerne auch meinen Schwerpunkt legen und freue mich sehr darauf. Was glauben Sie, sind die größten Baustellen oder vielleicht auch Stolpersteine des neuen Spitzenduos Saskia Ersten und Norbert Walter-Beuerns? Also in erster Linie gibt es ein neues Team, es gibt neue Vorsitzende und von daher beginnt jetzt erstmal die Arbeit und darauf freuen wir uns alle und alles andere wird dann die Zeit zeigen, aber geben Sie uns tatsächlich einmal die Zeit als Team auch zusammenzuwachsen, unsere Schwerpunkte auch miteinander zu definieren und alles andere folgt dann darauf. Ich gebe Ihnen auf jeden Fall die Zeit, ich frage trotzdem nochmal, wir haben ja gestern hier gespürt auch, es gibt natürlich Delegierte, die nicht so ganz zufrieden sind, auch vielleicht überrascht worden sind von der Wahl dieses neuen Spitzenduos und was glauben Sie, welches Signal müssen Saskia Ersten und Norbert Walter-Beuerns jetzt auch in die Partei geben, um den Zusammenhalt der SPD zu gewährleisten? Das ist jetzt ja schon gestern auch schon passiert, sagte ich ja auch, ein Teil war ja auch, dass wir bei den Stellvertretern ja auch eine Veränderung herbeigeführt haben, also von daher sind die Signale schon gesetzt worden und ihre Schwerpunktthemen waren ja auch schon in den Bewerbungsrunden, bevor die beiden gewählt worden sind, ja auch schon klar definiert, es geht um die Daseinspause, es geht um einen starken Staat, es geht darum, dass Menschen tatsächlich dann auch in Deutschland auch in Zukunft gut zusammenleben können und da brauchen wir Investitionen in die Infrastruktur, aber im Bereich Bildung, also die Themen sind im Grunde genommen gesetzt und jetzt geht es daran, dieses auch gemeinsam umzusetzen und dann auch mit konkreten Programmen und mit Plänen. Es wird ja Nachverhandlungen geben müssen nach diesem Votum gestern mit der Union, was glauben Sie, wo muss die Union jetzt der SPD entgegenkommen, damit es tatsächlich weitergehen kann? Also zunächst einmal darf es so etwas nicht passieren, dass es eine Einigung gibt mit den Koalitionspartnern und wir dann die Respektrente jetzt auch miteinander verhandelt haben, gut verhandelt haben, wie ich finde, wie viele Millionen Menschen und dass man sich dann hinterher hinstellt und dann sagt, aber nö, wenn er jetzt und so kommt, dann aber nicht mehr. Also wenn, dann muss man sich da auch an Vereinbarungen halten und alles andere ist im Koalitionsvertrag auch weiter definiert, dass wenn es neue, größere Herausforderungen gibt, dass wir dann natürlich nochmal uns hinsetzen und schauen, wie wir dann auch die Herausforderungen, die dann vor zweieinhalb Jahren vielleicht noch nicht da waren und das ist tatsächlich mit Fridays for Future auch das Thema Klima, das brennt den Menschen auf den Nägeln, sie wollen hier klare Antworten und von daher wird sich alles weitere dann auch in den Diskussionen auch zeigen. Wie nehmen Sie die Partei gerade wahr? Wir sind ja jetzt hier an einem Punkt des Parteitags, das ja unterbrochen worden ist. Wir hängen glaube ich zwei Stunden ungefähr hinterher, auch deshalb, weil viele Beisitzer eben im ersten Wahlgang durchgefallen sind. Dazu gehören sehr viele von denen, die Prominente sind. Heiko Maas zum Beispiel ist jetzt erstmal im ersten Wahlgang nicht gewählt worden. Vielleicht ändert sich das im zweiten Wahlgang, aber mich würde tatsächlich interessieren, wie nehmen Sie denn die Partei, die Stimmung hier gerade wahr? Das ist eigentlich kein ungewöhnlicher Vorgang und zwar so ist es immer sehr, sehr viele Bewerberinnen und Bewerber für die Beisitzerposten gibt und das ist eigentlich auch nicht unüblich, dass es erst beim zweiten Wahlgang genau so passiert. Also von daher ist alles im Moment soweit in Ordnung. Keine Spaltung zwischen den Linken und denen, die gerne weiterregieren würden? Mit Sicherheit nicht. Ich danke Ihnen soweit und ich gebe an diesem Punkt weiter an meinen Kollegen Gerd Joachim von Falloa. So ist es und ich kann Ihnen mittlerweile mitteilen, dass der Parteitag sich jetzt wieder der Wahl zugewendet hat. Siebzehn Politiker haben sich bereit erklärt, ein zweites Mal für den Vorstand zu kandidieren. Neun wollten das nicht. Unter anderem Ralf Stegner, der ja bis vor kurzem stellvertretender Parteivorsitzender war, aber auch Michael Müller, der Regierungschef hier, der regierende Bürgermeister in Berlin. Er hat verzichtet, wird nicht mehr im neuen Vorstand der SPD vertreten sein, genau wie Ralf Stegner und sieben andere Mitstreiter. Siebzehn haben gesagt, okay, wir treten wieder an, darunter Heiko Maas, der Bundesaußenminister und gesucht werden noch zehn Vorstandsmitglieder. Jetzt ist wieder dieser verbundene Wahlzettel hier verteilt worden und fünf bis zehn Kreuzchen muss man machen. Die Quote wird danach noch mal geschaut, dass das auch hinkommt mit dem Frauen- und Männeranteil und das Ganze wird jetzt wieder eine geraume Zeit dauern. Wie gesagt, siebzehn sind nur noch drauf. Ja, ich bin gebeten worden, noch mal die Anzahl zu sagen. Insofern wird es auch ein bisschen schneller gehen mit dem Auszählen als vorhin, nämlich mal an. Jedenfalls sind die 599 Delegierten an die Anwesenden aufgerufen, hier jetzt ihre Stimmen abzugeben. Und weil das Ganze natürlich ein bisschen dauert, wir sehen das hier, wie geguckt wird, was steht eigentlich drauf, wer steht drauf. Das ist ja in der langen Pause dann auch zwischen den Landesverbänden ausgehandelt worden, wer unterstützt wen. Also jetzt wird hier einzeln geguckt, haben alle so einen Stimmzettel, dann kann es losgehen. Und das Ganze dauert natürlich ein bisschen und deswegen wollen wir Ihnen noch mal ein Interview zeigen, was Julia Grimm vor kurzem geführt hat mit einer, die bereits im ersten Wahlgang in den Vorstand gewählt wurde, der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Wie bewerten Sie, dass jetzt jemand wie Heiko Maas gerade keine Mehrheit hier im Plenum finden konnte? Na ja, zunächst einmal ist es ganz normal, dass es zwei Wahlgänge gibt bei der Parteivorstandswahl. Es ist, jetzt sind 14 Mitglieder erst mal gewählt worden. Man muss sich das jetzt ansehen, wie die Verteilung genau aussieht. Es wird sich zeigen, wie das jetzt im zweiten Wahlgang aussieht. Aber ich finde schon wichtig, dass wir auch diejenigen unterstützen, die jeden Tag die Arbeit für die Partei vor Ort und auch in den jeweiligen Ämtern machen und dass diese Menschen auch eine Stimme haben tatsächlich im Vorstand. Aber ist das so ein bisschen dieses Abstrafen, die Unruhe, die wir gestern hier nicht gespürt haben? Gestern war hier ja sehr viel Harmonie. Ist das jetzt so ein bisschen dieses Brodeln, dass ich jetzt Luft mache? Na ja, es ist natürlich schon so, dass es bestimmte Positionen gibt, für die die einen stehen und für die anderen nicht stehen. Und es ist aber, ich meine, ich bin gerade mit einem guten Ergebnis gewählt worden. Ich habe mir auch ganz klar immer für die Fortführung der Großen Koalition ausgesprochen. Ich bin immer noch dieser Meinung. Insofern ist hier kein klares Ergebnis zu sehen. Es sind eben die einen und die anderen mit dabei. Man muss jetzt einfach den zweiten Wahlgang auch abwarten. Lassen Sie uns schauen auf das, was eigentlich gerade beraten wird, das Sozialstaatspaket, das Sozialstaat der Zukunft. Da ist Ihnen ja ganz besonders wichtig die neue Grundsicherung. Warum glauben Sie, dass mit dem, was Sie da vorschlagen, den Kindern tatsächlich geholfen wird? Es geht ja um einen modernen und begleitenden Sozialstaat, der Leistungen bündelt, der sie vereinfacht, der sie verbessert. Und wir wollen ein Konzept einer sozialdemokratischen Kindergrundsicherung vorschlagen, dass jedes Kind erst mal gleich behandelt. Jedes Kind, 17,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland, ist gleich viel wert und hat den gleichen Anforderung auf die gleiche Leistung. Und wir haben auch gesagt, die sozialdemokratische Kindergrundsicherung besteht aus zwei Teilen. Eine gute Infrastruktur von der Kita bis über die Schule, bis über die berufliche Orientierung. Auf der anderen Seite aber eben eine Geldleistung, die die Kinder rausholt aus der Jobcenter-Kundschaft und reinholt in die Familienkasse, da wo sie hingehören. Und die sagt, okay, es gibt für alle Kinder einen Basisbetrag, wir schlagen vor 250 Euro im Monat und dazu einen einkommensabhängigen Betrag, je nach Einkommen der Eltern, sodass sich Arbeit lohnt, dass es eben immer so ist, dass diejenigen, die Arbeit gehen, auch davon leben können und dass die Kinder, die eben da sind in einer Familie, nicht das Armutsrisiko für die Familie. Das habe ich noch nicht verstanden, da müssen Sie mir noch mal helfen. Wenn ich es richtig gelesen habe, ist es doch so, je ärmer sozusagen eine Familie ist, desto mehr wird auch den Kindern geholfen. Trägt das nicht eher dazu bei, dass die Familie nicht so richtig viel Energie aufbringen wird, mehr Geld zu verdienen? Ja, es muss immer so sein, dass es nie so viel Geld ist, dass man sagt, dann bleibe ich eben zu Hause, sondern der Zusatzbetrag, den es gibt zum Basisbetrag schmilzt ja ab. Je mehr eine Familie verdient, desto weniger wird auch dieser Betrag und sodass eben das, was durch Arbeit verdient wird, immer noch mehr ist, dass der Anreiz zur Arbeit nicht verloren geht. Das finde ich ganz wichtig, auch wenn wir sagen, wer soll eigentlich diesen Sozialstaat finanzieren, der muss ja immer so sein, dass er Menschen befähigt und nicht nur versorgt und nicht dauerhaft im System hält. Das heißt, es gibt Unterstützung, für die die Unterstützung brauchen. Es gibt nicht den Anreiz, nicht arbeiten zu gehen, sondern es gibt die Unterstützung für Menschen mit kleinen Einkommen. Aber wenn sie mehr verdienen, dann haben sie davon auch mehr. Und das muss unser Konzept auch beinhalten. Und so haben wir es auch gestrickt, so wie wir es jetzt schon mit dem Starke-Familien-Gesetz machen. Der Kinderzuschlag, den wir heute schon haben, der schmilzt ja auch stufenweise ab, wenn Eltern mehr verdienen, sodass es sich immer mehr lohnt, arbeiten zu gehen, als einfach nur im Sozialbezug zu bleiben. Jetzt sagt ausgerechnet der eher linke Armutsforscher Herr Butterwege, das sei zu teuer und nicht zielgerichtet, weil sie die Armut sozusagen der Kinder von der Armut der Eltern abspalten. Man müsste ja eigentlich viel eher den Eltern helfen. Hat er recht mit dem Vorwurf? Also es ist ja ganz klar, dass der beste Schutz vor Kinderarmut immer ist, wenn die Eltern arbeiten gehen und wenn sie auch eine gut bezahlte Arbeit haben. Das muss immer das Ziel sein. Und wir spalten hier überhaupt nicht die Kinder von den Eltern ab, sondern natürlich wird die Familie als Ganzes gesehen. Deshalb gibt es ja eine einkommensabhängige Zusatzleistung, die je nach Einkommen der Eltern berechnet wird. Aber wir schaffen endlich alle diese vielen Familienleistungen zu bündeln, zu einer zusammenzufinden und eine Klarheit auch der Leistung zu haben. Wie viele Kinder haben wir, die im Moment nicht ihre Leistung abrufen, weil es einfach zu kompliziert ist. Wir haben dieses Jahr mit dem starke Familiengesetz einen ganz wichtigen Anfang gemacht damit, mit dem Kinderzuschlag, den Zuschlag, den es zum Kindergeld dazu gibt. Und das ist die Basis. Und auf dieser Basis kann man eine Kindergrundsicherung entwickeln. Das wird auch nicht von heute auf morgen gehen, denn wir brauchen einen ganzen Systemwechsel. Aber es wird doch niemand abstreiten, dass die Familienleistungen, so wie wir sie jetzt haben, doch recht kompliziert sind und eben die Kinder unterschiedlich behandeln. Und darum geht es. Jedes Kind ist gleich viel wert und wir schaffen eine neue Leistung, die die Kinder auch zusammenfasst und die für jedes Kind eine angemessene Leistung auch bringt. Das wäre ein schöner Schlusspunkt. Und trotzdem frage ich Sie jetzt noch einmal kurz, wie soll das finanziert werden? Natürlich ist es eine Finanzierungsfrage, die wir uns auch stellen müssen. Man muss aber auch sagen, dass wir nicht von Null anfangen, sondern ein großer Teil wird jetzt schon mit der Kindergelderhöhung, mit der ersten abgedeckt, mit der zweiten, die noch kommt. Wir haben bereits Kinderzuschlagsleistungen über starke Familien gesetzt. Es geht auch darum, dass vorhandenes Geld besser eingesetzt wird. Wir reden hier nicht darüber, dass wir gar nichts im System haben. Wir haben sehr, sehr viel im System. Aber es geht darum, wie das Geld, was da ist, zielgerichtet dort ankommt, wo es hingehört, dass diejenigen, die einen Anspruch haben, den tatsächlich auch nutzen können. Und da geht es einfach auch darum, ein Stück weit, wie man es schafft, dass jedes Kind es packt und dass es eben am Ende nicht noch viel, viel mehr Geld kostet. Denn jedes Kind, was nicht gut seinen Weg machen kann, wird am Ende die Gesellschaft sehr, sehr viel mehr Geld kosten. Und ich bin der Überzeugung, dass jeder einzelne Euro hier auch gut investiertes Geld ist. Ich danke Ihnen sehr, Frau Giffey. Soweit also Franziska Giffey, die in den Vorstand gewählt worden ist beim ersten Wahlgang. Der zweite wird jetzt ausgezählt gesucht. Es werden immer noch zehn Delegierte, die in den Vorstand gewählt werden, damit er dann vollständig ist mit 34 Personen. Und Julia Grimm hat bereits den nächsten Gesprächsgast am Set. Ganz genau. Es geht Schlag auf Schlag hier bei Phoenix. Bei mir ist nämlich Martin Schulz. Schön, dass Sie bei uns sind. Herr Schulz, wie nehmen Sie gerade die Stimmung hier in der Partei und auch hier beim Parteitag wahr? Verunsicherung. Die Ergebnisse des ersten Wahlgangs jetzt bei den Mitgliedern des Parteivorstands hat schon gezeigt, dass es eine gewisse Verunsicherung gibt über den Kurs der Partei, der sich ja auch in der Zusammensetzung eines Parteivorstandes widerspiegelt. Mein Eindruck ist, dass diejenigen, die 14, die jetzt im ersten Wahlgang gewählt worden sind, überwiegend eigentlich Befürworter der Großen Koalition sind. Von daher bei all der Skepsis, die es bis dato gab, ist das ein bisschen überraschend. Aber jemand wie Heiko Maas zum Beispiel ist nicht gewählt worden. Das würde dem widersprechen. Sind das nicht? Mein Eindruck war jetzt eher, es sind vor allem Linke gewählt worden im ersten Wahlgang. Ja, aber es gibt auch Linke, die für die Fortsetzung der GroKo sind. Die sind da zum Beispiel, nehmen Sie Michael Roth, Kandidat, der kandidiert hat gegen die anderen, zusammen mit Christina Kampmann. Nehmen Sie Kerstin Griese zum Beispiel oder Sarah Reglewski, solche Leute, die gewählt haben. Das sind Staatssekretäre der Regierung. Nein, nein, das ist schon so. Das sind Leute des linken Flügels, aber die gehören schon auch zu den Unterstützern des Kurses der Parteiführung und des Leitantrags. Aber Sie haben recht. Und das war der Grund, warum ich von Verunsicherung gesprochen habe. Auf der einen Seite werden Leute gewählt, die schon auf der Linie sind, die wir gestern festgelegt haben. Auf der anderen Seite wird ein prominentes Regierungsmitglied nicht gewählt. Das ist das, was ich mit dieser Verunsicherung meinte. Ich hoffe, dass sich das jetzt im Verlauf des Tages etwas beruhigen wird. Wenn Sie von dieser Verunsicherung sprechen, das geht ja, das betrifft ja die ganze Partei. Wie können Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans damit umgehen? Wie können die die Partei an diesem Punkt, an dem die Partei jetzt steht, zusammenbringen? Indem Sie das fortsetzen, was Sie gestern begonnen haben. Ich hatte nicht den Eindruck, bei Frau Esken war die Rede ein bisschen radikaler, aber bei Herrn Walter-Borjans war doch schon spürbar, dass er auch diejenigen, die Skepsis gegenüber seiner Linie in dem Wahlkampf waren, mitnehmen will. Und das ist ja der Geist, den dieser Antrag gestern, der Leitantrag atmet. Wir wollen auf der einen Seite in der Regierung bleiben, aber auf der anderen Seite das Profil der SPD schärfen. Das ist die Aufgabe des Parteiführers. Geht das? Das kann man, natürlich. Es ist so, dass wir gute Regierungsarbeit leisten, um das Vertrauen zu gewinnen, damit die SPD bei der nächsten Wahl gut abschneidet. Entschuldigung. Dass sie bei der nächsten Wahl gut abschneidet, hat eine Grundvoraussetzung, dass die Partei ihr Programm schärft. Und das macht die CDU ja auch. Schauen Sie sich an, Frau Kramp-Karrenbauer, die geht auch mit Dingen raus am Parteitag, von denen sie weiß, dass sie das in der Regierung nicht durchsetzen kann, aber schon mit Blick auf die nächste Wahl. Von daher glaube ich, beides ist möglich. Man kann gut regieren und zugleich das Profil der Partei schärfen. Es ist ja kein Geheimnis, dass Sie nicht für dieses Team sich ausgesprochen haben. Wie viel Unterstützung hat denn diese neue Parteiführung in der Fraktion jetzt? Mein Eindruck ist, dass die überwältigende Mehrheit der Abgeordneten sagt, die sind jetzt gewählt. Jetzt sind sie unsere Parteivorsitzenden. Jetzt müssen wir mit ihnen auch arbeiten und wollen das auch. Sie haben das schön formuliert. Es ist kein Geheimnis. Ich habe das ganz offen gemacht, dass ich für Olaf Scholz war. Man muss wissen, Olaf Scholz und ich waren auch innerparteiliche Rivalen. Eine lange Zeit. Aber ich glaube, dass Olaf Scholz eine gute Arbeit leistet als Finanzminister und als Vizekanzler. Deshalb habe ich mich für ihn ausgesprochen. Ich habe aber Walter Borjans gestern Folgendes gesagt. Ich habe als Vorsitzender der Partei erlebt, dass diejenigen, die mich nicht gewählt hatten, auch nie mein Mandat akzeptiert hatten, dass ich über Mehrheit erworben habe und gegen mich gearbeitet habe. Und ich will, dass ihm dieses Schicksal erspart bleibt. Deshalb werde ich Walter Borjans unterstützen. Ja, aber es gibt ja schon die Ersten, die von der Seitenlinie wieder schießen. Wenn man sich hier so ein bisschen umhört, wir Journalisten natürlich auch Gespräche führen, da gibt es schon einige Delegierte, viele aus der Fraktion, denen man den Ärger anmerkt. Das Erste, was passiert ist, ist, dass ein Sigmar Gabriel sofort das neue Team kritisiert hat, bevor es überhaupt hier gewählt worden ist. Wie kann denn das neue Spitzenduo erreichen, dass die Partei wirklich zusammensteht? Indem sie die unterschiedlichen Positionen einbinden in das, was sie als Entscheidungen vortragen. Sehen Sie, gestern ist etwas ganz Wichtiges hier passiert. Wenn Hubertus Heil und Kevin Kühnert gegeneinander kandidiert hätten, wäre das ein ganz knappes Rennen geworden. Hätte der eine oder der andere mit ein paar Stimmen Vorschwung gewinnen können, aber die Spaltung der Partei wäre wieder da gewesen. Dann haben beide gesagt, nee, wir erweitern diese beiden Parteiführer, Frau Esken und Herr Walter-Borrens, haben gesagt, wir erweitern auf fünf Leute. Das sieht nach außen immer blöd aus, aber es hat eine befriedende Wirkung nach innen. Und wenn Sie hinterher mal gesehen haben, Kühnert hat 70,4 Prozent bekommen, Heil 70,0, hauchdünn zwischen den beiden. Das zeigt, dass die Spaltung verhindert worden ist, indem beide mitgenommen worden sind. Wir sind eine Partei, die einfach dazu stehen muss, dass sie unterschiedliche Flügel hat. Das sind übrigens nicht die Einzigen. Die CDU hat auch einen stramm rechten und einen eher moderaten linken Flügel. Die Grünen haben die Realos und die Fundis. Da ist die SPD keine Ausnahme. Die SPD macht nur daraus immer ein besonderes Geplänkel. Wir sollten diesen integrativen Weg gehen. Und diejenigen, die jetzt hier am Tag nach der Wahl schon wieder rumlaufen und an der Führung rummäkeln, das sind die, die mir das Leben zur Hölle gemacht haben, denen muss man jetzt einmal mal sagen, es reicht. Jetzt ist die Zeit, wo wir zusammenstehen müssen. Meine letzte Frage, die Nachverhandlungen, die jetzt anstehen. Saskia Essen, Norbert Walter-Borjans wollen ja mit der Union darüber sprechen. Sie kennen die Union aus vielen Verhandlungen ganz gut. Sie kennen auch die Stimmung da. Glauben Sie, dass mit der Union an dem Punkt jetzt zu reden ist? Oder müsste man nicht eigentlich morgen schon sagen, das wird sowieso nichts? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, dass die beiden ja, Walter-Borjans Esken, gemeinsam mit Rolf Mützenich, dem Fraktionschef und dem Vizekanzler, Olaf Scholz, verhandeln mit der Regierung. Oder mit der CDU-Führung, nicht mit der Regierung. Und ich glaube, wenn Sie sich die vier Punkte anschauen, die da zum Gegenstand der Anpassung des Koalitionsvertrages gemacht werden sollen, sind das alles vier Punkte, bei denen die CDU sicher nicht zu 100 Prozent, aber doch ein Stück mitgehen kann. Für uns wird es eher spannender, auch mal zu hören, was die CDU ihrerseits, die wollen ja auch den Koalitionsvertrag anpassen, hat Frau Kramp-Karrenbauer ja auch gesagt. Geht nicht um Neuverhandlungen, der Koalitionsvertrag ist für vier Jahre geschlossen, aber dass wir im Klimapaket zum Beispiel was tun müssen, ergibt sich alleine aus der Zurückweisung des Pakets durch den Bundesrat. Da muss nachverhandelt werden. Und selbst der Verband der Deutschen Industrie und der Arbeitgeberverbände sagt, 450 Milliarden Investitionsprogramm ist richtig. Also ich glaube schon, dass wir da mit der Union zu klaren Ergebnissen kommen werden. Wir werden es sehen, bei Phoenix werden Sie es auf jeden Fall erfahren, liebe Zuschauer. Aber da bleiben wir natürlich dran. Aber jetzt gebe ich erst mal wieder zu meinem Kollegen Gert-Joachim von Fallois. Ja, und die Wahl ist mittlerweile abgeschlossen. Jetzt wird ausgezählt und wir sind hier erneut in der Aussprache zum Antrag Sozialstaat der Zukunft. Und Sebastian Schmuggler, der ist der Juso-Vorsitzende Bremen, hat jetzt das Wort. Ich möchte jetzt den Wahlkämpfen dafür beschimpfen, was wir damals mit unserem Sozialsystem gemacht haben. Und ehrlich gesagt, ich bin es leid. Ich möchte nicht mehr beschimpft werden am Wahlkampfstand. Ich möchte, dass wir einen Aufbruch wagen in eine neue Zeit. Ich möchte, dass wir einen Aufbruch wagen in eine Zeit, in der wir Hartz IV wirklich hinter uns lassen. Und, liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir Hartz IV wirklich hinter uns lassen wollen, dann gehört dazu auch, dass wir die Sanktionen und zwar vollständig hinter uns lassen. Uns hilft kein Formelkompromiss. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Uns hilft es nicht, wenn wir uns hier irgendwie einig werden, dass wir vielleicht ein bisschen doch Sanktionen und wir schreiben es nur nicht auf. Die Leute werden am Ende zu Hause merken, ob wir die Sanktionen gestrichen haben oder nicht. Und deswegen müssen wir hier Klarheit schaffen. Ich möchte abschließend noch sagen, wenn wir es schaffen, Hartz IV hinter uns zu lassen und wenn wir es schaffen, auch die Sanktionen im System Hartz IV hinter uns zu lassen, dann haben wir die Chance, dass wir alle uns nicht mehr beschimpfen lassen am Wahlkampfstand. Dann kriegen wir vielleicht auch wieder Zuspruch aus Freundesbekanntenkreis von Kolleginnen und Kollegen dafür, dass wir in einer echten sozialdemokratischen Partei wieder sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Sebastian. Jetzt hat Evelyn Gebhardt das Wort und ihr folgt Erik Tilkowski aus Bayern. Evelyn Gebhardt ist Europaabgeordnete und kommt aus Baden-Württemberg. Liebe Genossen, liebe Genossinnen, ich freue mich auch sehr über diesen Antrag, der vor uns liegt. Und ich möchte auf einen Punkt noch einmal zurückkommen, der nicht allzu häufig angesprochen wurde, der aber auch äußerst wichtig ist, nämlich die Tariftreue, die wir auch wirklich durchsetzen wollen und an der wir als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen so sehr hängen. Und deswegen bin ich wahnsinnig stolz darauf, dass es uns gelungen ist, im Europäischen Parlament etwas durchzusetzen, was nun mal ganz bestimmt nicht einfach war, gegen eine konservativ-liberale Kommission, gegen die Konservativen, gegen die Liberalen durchzusetzen. Nämlich, dass in Zukunft bei der Auftragsvergabe die Einhaltung der Tariftreue auch vorgesehen ist. Das war nicht immer so. Und das ist eine Errungenschaft, die wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten durchgesetzt haben. Und da bin ich richtig stolz darauf. Liebe Genossen, liebe Genossinnen, es reicht aber nicht, dieses auf dem Papier zu haben. Und allzu häufig geschieht es mir, wenn ich im Lande herumgehe, dass ich auf Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen treffe, auch aus unserer Fraktionen, die sagen, na ja, wir müssen immer nur das Billigste machen, weil ihre Verwaltungen behauptet haben, das europäische Recht würde das verlangen. Das geschieht immer noch. Und ich bitte euch, und das ist eine ganz große Bitte, die ich habe an euch, geht in die Lande, sagt euren Kommunalpolitikern und Kommunalpolitikerinnen, dass es eben nicht stimmt, dass wir das Billigste Angebot, sondern dass wir Bedingungen bei den Ausschreibungen machen dürfen. Und da gehört unter anderem die Einhaltung der Tariftreue. Bitte, bitte, bitte macht das, denn wir wollen dafür sorgen, dass wir gute Arbeit überall haben. Und ein letzter Satz, ein letzter Satz. Ich habe, als ich heute Morgen hier reinkam, auch mal mit dem Ordnerpersonal geredet, das hier arbeitet. Und habe festgestellt, dass diese von morgens um fünf bis abends um elf oder noch länger hier herumstehen. Das ist keine gute Arbeit. Das sollte bei uns in der Sozialdemokratie auch nicht geschehen. Und ich möchte darum bitten, dass in Zukunft darauf geachtet wird, dass die Unternehmen, die für uns arbeiten, auch wirklich sozial gerecht arbeiten. Vielen Dank, Evelyn. Jetzt kommt Erik Tilkowski aus Bayern und ihm folgt Sophia Schiebe aus Schleswig-Holstein. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, zunächst mal vielen Dank an die Antragskommission, dass ihr euch schon entschieden habt, das Thema, über das ich heute mit euch sprechen möchte, so prominent in diesem Leitantrag unterzubringen. Es geht mir um Leiharbeit. Ich bin selbst in diesem System drin, habe da also eine andere Perspektive, als wir sie als Politikerinnen normalerweise haben. Und erfahre eigentlich täglich auch durch Berichte meiner Kolleginnen und Kollegen, was das für das komplette Leben bedeutet. Dementsprechend möchte ich einfach mit ein paar Kernforderungen das Ganze noch für unsere Klientel, die wir wirklich vertreten sollten, weiter bearbeiten. Ich würde euch bitten, mit dem Änderungsantrag, den wir als Landesverband einbringen werden, dafür zu stimmen, dass wir ab dem ersten Tag, nicht erst nach neun Monaten, gleiche Arbeitsbedingungen, Equal Pay haben, was allerdings auch Sonderzahlungen, Prämien etc. betreffen sollte, was momentan noch nicht der Fall ist. Ein Beispiel, was mir selbst passiert ist, ich habe jetzt vor kurzem einen Staplerschein machen dürfen, da gibt es unterschiedliche Regelungen. Der Betrieb, in dem ich ausgeliehen bin, für den ist es Arbeitszeit. Für meine Verleihfirma ist es Urlaub. Für eine andere Verleihfirma ist es Arbeitszeit. So etwas muss einheitlich geregelt werden. Wenn die Festangestellten Arbeitszeit bekommen, darf es nicht sein, dass wir als Leiharbeiter Urlaub nehmen müssen für eine Fortbildungsmaßnahme. Ich bitte euch da um Zustimmung. Ich möchte tatsächliche Gleichbehandlung mit einer Ausnahme. Ich fordere einen Zuschlag von 20 Prozent, eine Flexibilitätsprämie für uns Leiharbeiterinnen, die kompensiert, was wir im Alltag für Nachteile haben. Ein Kollege von mir ist jetzt vor kurzem übernommen worden, habe ihn dann kurz darauf getroffen, habe gefragt, na, wie fühlt man sich denn jetzt als Festangestellter? Dann sagt er mir, ich bin vor kurzem in eine Bank gegangen, ich habe einen Kredit bekommen, das ist was ganz Neues für mich, das kannte ich vorher nicht, solche Sachen. Also ich bitte euch hier, es widerspricht so ein bisschen dem Grundsatz des Equal Pay, aber ich bitte euch trotzdem, diese Prämie hinzuzugeben, dass wir eben diese Nachteile kompensieren können. Außerdem würde ich euch bitten, dass nach 18 Monaten eine Übernahme kommen muss, die nicht mehr umgangen werden kann. Es wird da viel getrickst, wir lassen viele Möglichkeiten und wir haben die Verantwortung gegenüber meinen Kolleginnen, meinen Kollegen. Bitte lasst mich nächste Woche mit Stolz als Sozialdemokrat in die Arbeit gehen und sagen, wir haben für euch etwas erreicht, weil es ist einfach unschön, wenn man selbst betroffen ist und sich dann noch den Ärger seiner Kolleginnen anhören kann. Dankeschön. Erik Tülkowski war das hier mit einem erneuten Änderungsantrag, der eingearbeitet werden muss. Sophia Schiebe hat jetzt das Wort, sie ist die Vorsitzende der Jusos in Schleswig-Holstein. Es fällt auf, dass bei dieser Aussprache sehr viele Jusos das Wort ergriffen haben oder ergreifen und dass die Jusos ohnehin eine wichtige Rolle auf diesem Parteitag spielen, Das ist ohnehin klar. Frau Schiebe hat auf dem vergangenen Landesparteitag die Abschaffung der Sanktionen beschlossen. Das ist eine klare Position unseres Landesverbandes. Wir sind die Partei des Aufstiegsversprechens. Aber wir verlieren nicht diejenigen aus dem Blick, die aus irgendwelchen Gründen auch immer durchs Raster gefallen sind. Das ist das Paradigma sozialdemokratischer Politik. Und dieses Paradigma passt nicht mit Sanktionen zusammen. Gestern haben wir immer wieder gehört, dass klare Sprache und klare Worte so wichtig seien. Und dann bleiben wir bei diesem emotional und bei diesem wichtigen Thema so schwammig. Wir haben uns auch darauf verständigt, Visionen zu entwickeln und ein deutliches Profil nach vorne zu stellen. Und dann schreiben wir wieder nur das wieder, was das Bundesverfassungsgericht bereits beschlossen hat. Es darf uns nicht genug sein, in der GroKo nur das umzusetzen, was uns Gerichte auf den Weg gegeben haben. Nur ein Bruchteil der Hartz-IV-BezieherInnen sind von den Sanktionen betroffen. So das Argument von einigen. Wir verkennen, dass es beim Sozialstaat nicht nur um die materielle Sicherheit, sondern auch um gefühlte Sicherheit geht. Auf den Sozialstaat muss man sich verlassen können. Und wenn Menschen Teile des Sozialstaates als Bedrohung empfinden, dann verlassen sie sich nicht darauf. Die Sanktionen schweben wie ein Damaklusschwert, auch über diejenigen, die eventuell davon betroffen sein könnten. Lasst uns dieses Damaklusschwert endlich hinter uns lassen und für einen verlässlichen Sozialstaat sorgen. Lasst uns jegliche Form von Sanktionen abschaffen. Wir in Schleswig-Holstein werden die Änderungsanträge von Franziska und den Jusos unterstützen und bitten euch, das ebenfalls zu tun. Freundschaft! Vielen Dank. Als nächster kommt Klaus Bartel und bereit machen darf sich UKRA Zivil. Auch ich halte den vorliegenden Antrag wirklich für einen Meilenstein in unserer Sozialstaatsdebatte. Auch deswegen, weil ich es richtig finde, dass das Ganze vom Thema und vom Inhalt Arbeit her aufgezogen wird und nicht vom Sozialstaat als einem Reparaturbetrieb, der dann die anderen Defizite aufarbeitet. Aber deswegen will ich noch ein paar Punkte ansprechen, die jetzt nicht so im Fokus standen. Ich habe mich vor dem Hintergrund zum Beispiel der Diskussion über den Mindestlohn sehr über die Formulierung gewundert, die jetzt da drin steht, wo es heißt, wir streben perspektivisch 12 Euro an. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben auch perspektivisch irgendwann mal 8,50 Euro angestrebt und die Zeit ist uns dann davongelaufen und als wir dann die 8,50 Euro haben, waren eigentlich schon längst 10 oder 11 Euro fällig und in diese Falle sollten wir nicht wieder laufen. Deswegen weise ich euch hin auf den Antrag AR14, der AFA, der sagt, einen armutsfesten Mindestlohn, das ist nach Kriterien definiert, 60 Prozent des Median und dann wird er dynamisch eben weiterentwickelt und dann rennen wir nicht irgendwann den 12 Euro hinterher und schon gleich gar nicht perspektivisch, sondern möglichst schnell. Zweiter Punkt, Arbeitszeit. Mich wundert, dass nicht drinsteht zum Beispiel, dass wir ein Urteil des EuGH haben, dass in Zukunft die Arbeitgeber verpflichtet sind, Arbeitszeiten zu erfassen und wir das in Gesetz ummünzen müssen und dass das eigentlich ein kurzfristiger Auftrag auch für diese Koalition wäre. Dritter Punkt, Hartz IV, Arbeitslosengeld. Es gibt weitere Punkte, die korrigiert werden müssen und die nicht benannt sind. Will ich euch nur darauf Aufmerksamkeit machen. Ich finde es unerträglich, dass Arbeitslose verpflichtet werden können, jede Arbeit anzunehmen, auch prekäre und Leiharbeit und was es da alles gibt, dass sie gezwungen werden können in prekäre Arbeitsverhältnisse. Das darf es in Zukunft nicht mehr geben, ist Beschlusslage von jedem Gewerkschaftstag, Zumutbarkeit ändern und nicht mehr die Leute in solche Sachen reintreiben. Zweiter Punkt, Aufnahme wieder der Arbeitslosengeld II Zeit in die Rente als Versicherungszeit. Das hat Schwarz-Gelb 2010 abgeschafft. Ich weiß nicht, warum wir das nicht rückgängig machen wollen. Damit programmieren wir weitere Altersarmut. Und schließlich und endlich die leidige Sanktionsdebatte. Ich bin kein Fan der Herzkommission und ihrer Arbeit. Aber damals stand immerhin drin, dass das Arbeitslosengeld II höher liegen muss als das Existenzminimum und als die Sozialhilfe. Und damit ist klar, die Sozialhilfe, das Existenzminimum ist was, wo nicht rein verstreckt werden kann wegen der Menschenwürde. Aber wenn ich das Arbeitslosengeld II höher ansetze als das Existenzminimum, dann kann ich auch in bestimmten Fällen dort hinein sanktionieren, aber nicht ins Existenzminimum. Ich weise hin auf den Antrag AR 93 und 90. Könnte man einfach hier mit beschließen, dann wäre das bereinigt. Und schließlich und endlich würde ich mir wünschen, dass die ganzen prekären Arbeitsformen, die hier nur am Rande angesprochen worden sind, nicht der betrieblichen Mitbestimmung abgeschoben werden, sondern mit vernünftigen neuen Regeln zur Leiharbeit, zum Minijob und zu all diesen Dingen auch gesetzlich neu geregelt werden. Und das gehört eigentlich auch hinein. Dazu liegen euch auch Anträge vor. Bitte weist die nicht einfach an die Bundestagsfraktion, sondern lasst uns die beschließen. Tut uns nicht wirklich weh, sondern tut uns gut. Vielen Dank. Vielen Dank, Klaus. Ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit. Die SPD diskutiert immer noch über diesen Antrag des Parteivorstandes. Und wir haben noch einige Redner, mindestens noch sechs. Und wir warten ja auch immer noch auf die Ergebnisse für den zweiten Wahlgang, was den Parteivorstand angeht. Aber das ist eine gute Gelegenheit, noch hier einmal ins Sitz zu schauen. Und Julia Grimm, die hat einen Gast. Ganz genau. Bei mir ist jetzt Johannes Kahrs, Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender des konservativen Seeheimer Kreises. Schön, dass Sie da sind. Sagen Sie mir doch mal, was zur Stimmung gerade auf dem Parteitag. Wie nehmen Sie es wahr? Also ich glaube, es ist eine fröhlich entspannte Stimmung. Ich widerspreche. Ich erlebe das so. Also wir haben ja zwei Vorsitzende gewählt. Ich persönlich hätte lieber Klara Geilwitz und Olaf Scholz gewählt. Aber wenn man verliert, verliert man. Wir Seeheimer unterstützen immer die Führung. Deswegen haben die alle gute Ergebnisse gekriegt. Die haben den Leitantrag mit 99 Prozent der Menschen hier im Saal der Delegierten beschlossen. Ich finde, mehr geht nicht. Sind Sie froh, dass das Thema Schnelles Aus aus der Großen Koalition jetzt erst mal vertagt ist? Ich finde, dass diese Koalition sowieso schwierig ist und diese Legislaturperiode seltsam, weil wir irgendwie alle drei Monate über irgendeinen raus aus irgendeiner Koalition reden. Ich halte das für Unfug. Die Menschen haben gewählt. Die haben den Anspruch, dass die Politik sich so einkriegt, dass sie für vier Jahre was Anständiges für die Menschen in diesem Land, für dieses Land abliefert. Und das ist bis September 21 und so wird es sein. Aber Sie sehen ja auch, dass die SPD auch in dieser Großen Koalition immer schwächer wird. Das Gersten hat, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, die Große Koalition hat die SPD klein gemacht. Hat sie nicht recht? Naja, es hat die SPD klein gemacht. Es hat die CDU, CSU klein gemacht. Und im Ergebnis werden wir uns alle anstrengen, damit wir im September 21 einen Wahlkampf machen, mit dem wir die Union nicht mehr brauchen und regieren können. Und ich glaube, dass das jeder weiß. Aber bis dahin muss man anständig regieren, weil was die Wähler auch nicht wollen, ist, dass man sich ständig mit sich selbst beschäftigt. Die Union hat ja irgendwie vier gefühlte Bundesvorsitzende, die sich ständig streiten. Bei uns war das alles ein bisschen langatmig. Jetzt haben wir uns geeinigt, jetzt muss die Arbeit losgehen. Man muss sich mit der Union jetzt mal auf Sachthemen einigen. Am Dienstag, glaube ich, wird Saskia Esken das erste Mal in der Fraktionssitzung dann nicht mehr hinten sitzen, sondern wahrscheinlich weiter nach vorne rücken. Wie viel Rückhalt in der Fraktion hat denn das neue Duo? Na, wir haben halt Parteivorsitzende, die sitzen immer vorne und am Ende entscheidet die Fraktion mit Mehrheit. Also Sie glauben, dass die beiden keine großen Probleme haben werden, mit ihrem doch auch einigermaßen spürbaren Linksruck in der Fraktion durchzukommen? Naja, die Grundlage der Arbeit der Parteivorsitzenden und der Fraktion ist das, was wir hier beschlossen haben, zu 99 Prozent, wo wir uns alle einig sind. Was heute höchstwahrscheinlich beschlossen wird, was gerade hier beraten wird, ist ja das Sozialstaatspaket, Zukunft des Sozialstaates. Wenn man hinhört, hört man sehr viele Dinge, die auch eine Menge Geld kosten werden. Die Kindergrundsicherung, Hartz-IV-Überwindung nennen Sie das. Wo kommt eigentlich dieses Geld her? Also im Kern ist es so, dass vielfach Leistungen durch andere Leistungen ersetzt werden. So und hier geht es einfach darum, dass Menschen, die nicht klarkommen und mehrere Anträge bei mehreren Ämtern stellen, dass da Leistungen zusammengefasst werden. Und es geht auch um Selbstverständlichkeiten. Andrea Nahles hat das ja damals angeschoben und hat gesagt, es geht nicht darum, Hartz IV zu verlassen, sondern es geht darum, was Zeitgemäßes, was Adäquates zu haben. Hartz IV haben wir damals eingerichtet, als wir 5 Millionen, 6 Millionen Arbeitslose hatten, als die Wirtschaft in Deutschland schlecht lief. Da haben wir ein Paket dafür geschlügt, dass es aufwärts geht. Das haben wir mit Rot-Grün, den Gewerkschaften und Schröder beschlossen. Das war gut so. Jetzt haben wir eine kaum noch messbare Arbeitslosigkeit. Die Binnenwirtschaft brummt. Beim Export haben wir Probleme. Wir haben Digitalisierung vor uns. Und jetzt muss man den Sozialstaat darauf ausrichten. Im Kern geht es darum, dass Menschen, die Familie haben, mit Mitte 30, Mitte 40, den Job wechseln müssen, weil ihr Job nicht mehr da ist, sich verändert, dass die auch ein angemessener Geld bekommen, um sich zu qualifizieren, um einen neuen Job weiterzugehen. Das ist die Qualifikation Q, dass man das Arbeitslosengeld dafür nutzen kann. Das heißt, wir bauen den Sozialstaat so um, dass wir es geregelt kriegen, dass Menschen, ihre Familien sich auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Und ich glaube, dass das richtig und gut ist und dass wir als Volkswirtschaft davon profitieren werden. Richtig und gut ist das eine. Trotzdem noch mal die Frage, wo kommt das Geld her? Sie in der Fraktion, auch als Teil der Großen Koalition, gehören ja auch zu denen, die darauf geachtet haben, dass eben nicht mehr Schulden gemacht werden. Wie sehen Sie das? Woher kommt dieses Geld? Also wie gesagt, zu einem großen Teil finanziert sich das selber, weil sie bestehende Töpfe zusammenrechnen. Zu einem anderen Teil ist es so, dass sie Investitionen haben, die wir schon eingepreist haben. Also ein Großteil davon ist bereits im Koalitionsvertrag und in den Haushaltsansätzen drin. Die Sozialkassen sind übervoll. Das heißt, alles was A und S angeht, hat da entsprechende Reserven. Und am Ende ist es eine Investition in Menschen, die, wenn sie nicht arbeitslos werden, sondern arbeiten, auch Steuern zahlen. Ich glaube, dass das machbar ist. Die Union sagt immer, wir kippen einfach viel zu viel Geld, Steuergeld in Sozialpolitik, die nichts bringt. Das ist falsch. Wir investieren in die Menschen in diesem Land, wie Unternehmen häufig auch in ihre Mitarbeiter investieren, damit sie einen Job finden können, damit sie für ihre Familien sorgen können, aber auch damit sie Steuern zahlen können. Das heißt, das ist alles für Deutschland etwas, was uns voranbringt. Ich komme noch einmal zu dem zurück, was wir am Anfang gesprochen haben, die Spaltung dieser Partei, die im Moment hier auch auf dem Parteitag spürbar ist. Wie können Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans es hinbekommen, dass das wieder eine gemeinsame Partei wird, die an einem Strang zählt? Wenn Sie Wahlen haben, haben Sie eine Auswahl. Und bei der Auswahl haben Sie eine Stichwahl. Und bei der Stichwahl haben Sie natürlich jetzt sehr knappes Ergebnis. Und jetzt haben die beiden das getan, was man machen muss, wenn man gewählt werden will. Man hat mit beiden Seiten sich getroffen, man hat Kompromisse geschlossen und man führt die Partei wieder zusammen. Es ist ja nicht so, dass wir uns spinnefeind sind. Wir sind alle Sozialdemokraten. Ich hätte lieber gerne Olaf Scholz und Klara Geiwitz gehabt. Habe ich nicht. Da traue ich ein bisschen drum. Aber natürlich habe ich die Neuen gewählt. Natürlich unterstützen wir die jetzt. Weil der politische Gegner ist die Union, ist die Opposition. Mit denen muss ich klarkommen. Ich will mich nicht in meiner Partei rumstreiten. Deswegen haben wir hier einen Antrag mit 99 Prozent beschlossen, der zeigt, wie die SPD steht. Und damit muss die Union jetzt umgehen. Und wenn sie nicht ideologisch ist, muss sie halt gucken, was sie will und was wir wollen. Und ich bin Haushälter. Dann findet man Wege, Sachen kompatibel zu machen. Herzlichen Dank, Herr Kahrs, für dieses Interview. Ich gebe zurück zu meiner Kollegin Janett. Ja, vielen Dank. Und wir sind auch mit in der Diskussion zum neuen Sozialstaats Moselle. Und jetzt ist gerade ans Rednerpult getreten, die neue stellvertretende Parteivorsitzende Serpil, Mitjadri. Armutsrisiko mehr ist, denn es ist ein Armutszeugnis, dass es so ist. Wenn jedes vierte Kind lebt in Armut in Deutschland und dieses ist nicht hinnehmbar. Und ich möchte mich hier einmal ganz herzlich bei Marlo, bei Franziska, aber auch bei Sönke-Rix dafür bedanken, dass wir hier das neue Kindergeld, die sozialdemokratische Kindergrundsicherung, heute hier auf den Weg bringen. Dafür haben wir sehr, sehr lange miteinander gekämpft und gerungen. Und es ist ein richtig, richtig guter Vorschlag, der hier nun vorliegt. Und es geht darum, dass es ein höheres Kindergeld geben wird, womit die Familien tatsächlich dann nicht mehr in Hartz-IV-Armut leben müssen und vor allem, dass Armut auch nicht mehr weiter vererbt wird. Denn es leben mittlerweile schon die zweite oder dritte Generation in Armut und sie vererben das an ihre Kinder weiter. Die zweite Säule ist aber genauso wichtig und da geht es um Teilhabe, um Partizipation, dass endlich die kostenlose Beitragsfreiheit in ganz Deutschland umgesetzt wird, die Ganztagsbetreuung. Und nicht zu vergessen auch die Mobilität, Sport, Schwimmen, aber auch die kulturelle Teilhabe. Aber liebe Genossinnen und Genossen, unser langfristiges Ziel muss es auch sein, dass wir die gesamte Lernmittelfreiheit in Deutschland für unsere Kinder schaffen. Das gehört auch dazu, wenn wir sagen, dass Bildung den Aufstieg bedeutet. Dann habe ich noch einen zweiten Punkt, liebe Genossinnen und Genossen, und das betrifft auch genauso, wie Sophia es auch schon gerade gesagt hat, die Sanktionen. Und wir müssen hier tatsächlich nochmal einen Schritt weiter gehen, denn wenn das Kindergeld und die Kindergrundsicherung so kommt, wie wir uns das vorstellen, dann werden wir hoffentlich nicht mehr junge Menschen haben, die auch, und das muss man mal sagen, es gibt Kinder, und ich weiß es von der Stadt Kiel, 17 Prozent der unter 25-Jährigen sind Langzeitarbeitslose. Das muss man sich mal vorstellen, jemand, der unter 25 ist und schon in die Kategorie der Langzeitarbeitslosen kommt. Das ist doch nicht die Schuld dieser jungen Menschen, sondern die sind doch vorher durch alle möglichen anderen Raster gefallen. Und von da, liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns hier gemeinsam einen Ruck geben und diesen Kindern eine Chance geben, diesen Jugendlichen eine Chance geben, denn es ist nicht ihr Fehler, dass sie in diesem System gelandet sind. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank sehr viel, liebe Genossinnen und Genossen. Ich will nur schon mal auf die Weise, dass wir uns zu langsam neue stellvertretende Parteivorsitzende hier der SPD und jetzt wird noch mal darauf hingewiesen, dass man ja bei dieser Debatte fast am Ende ist. Also drei Redner haben wir zumindest noch auf der Liste. Der große Antrag zur Zukunft, zur Reform des Sozialstaates, wie ihn sich die Sozialdemokraten vorstellt, der muss natürlich auch noch abgestimmt werden. Sämtliche Änderungen, die hier schon angesprochen worden sind, wir werden es dann noch mal genau anschauen. Michael Schmidt jetzt. Ich glaube, das ist auch ein Signal, was ich an meine Kolleginnen und Kollegen, die immerhin die größte Berufsgruppe aller Berufe in Deutschland ist, was wir immer wieder vergessen, einfach mal mitnehmen sollten. Wir haben unheimlich viele Pflegekräfte mittlerweile in unserer Partei und gerade in Sachsen sind wir unheimlich viele geworden in den letzten Jahren, was einfach auch zeigt, was wichtig ist, dass wir als Pflegekräfte den Mund aufmachen, aufstehen und sagen, was brauchen wir eigentlich. Viel zu lange und es ist nach wie vor, so reden die Menschen über uns. Aber fragt uns eigentlich jemand, was wir brauchen? Das ist viel zu selten so. Wir haben ein gewisses Selbstbewusstsein erlangt. Das war ein schwieriger Prozess, der über Jahrzehnte ging und da möchte ich auch meiner Partei danken und auch denen, die an dem Papier gearbeitet haben, dass da auch was dazu steht zu diesen Dingen, dass wir eben als Pfleger auch mal endlich einen größeren Abschnitt in manchen Papieren bekommen. Pflege ist nicht nur, was ältere Menschen angeht. Ich arbeite im Bereich der Schlaganfall-Akutversorgung. Das heißt, meine Patienten sind mittlerweile im Altersdurchschnitt von Mitte 40 bis 50 angekommen. Die Patienten sind jung, sie sind 20 Jahre alt, sie sind pflegebedürftig manchmal danach. Das vergessen wir. Wir reden immer nur von älteren Menschen. Reden wir darüber, was ist, wenn ich eigentlich jung bin, wenn ich pflegebedürftig bin? Ich glaube, das sehe ich nicht so. Was machen wir eigentlich mit diesen ganzen Menschen, die eigentlich ein anderes Bedürfnis haben als die älteren Menschen, wenn sie pflegebedürftig sind? Das sehe ich nicht so. Aber wir machen gute Wege, das sehe ich. Unterschiede in der Bezahlung. Wir reden immer wieder, dass Pflegekräfte gut bezahlt werden müssen. Ich selber kann sagen, ich werde gut bezahlt. Das muss auch mal sein. Aber es gibt massive Unterschiede. Und das sehen wir alleine schon, wenn wir von Bundesland zu Bundesland schauen. Da ist Sachsen leider Schlusslicht. Aber Martin hat das auch sehr gut vorangetrieben in Sachsen. Wir brauchen endlich den Flächentarifvertrag für die Pflege. Das ist ganz wichtig. Was mich immer nervt und was mich immer sehr aufweckt, ist, dass wir im politischen Kontext immer darüber reden, wie scheiße eigentlich der Pflegeberuf ist. Aber das ist er nicht. Ich finde, der Pflegeberuf ist einer der besten Berufe, die wir haben können. Er ist kreativ, er ist flexibel. Wir können unheimlich viel lernen. Jeder kann für seine Zukunft in diesem Beruf entscheiden, in welche Richtung er gehen will. Jeder kann entscheiden, wo will ich arbeiten. Heutzutage haben wir die Auswahlmöglichkeiten, die wir früher nicht hatten. Das ist, glaube ich, etwas, was man auch hervorheben würde. Was ich mir von uns allen wünschen würde, dass wir einfach mal sagen, dass wir einen der besten Berufe haben, den wir haben können. Und das Wichtigste ist, und das ist das, was ich bei fast allen von uns sehe, dass wir den Beruf nicht einfach so machen, weil wir ihn machen, sondern weil wir ihn mit Herz und Verstand machen. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Michael. Wir freuen uns, dass du heute bei uns bist und zu uns gesprochen hast. Beate Siewecke ist die Nächste. Und ich darf dann als letzten Redner Sebastian Hartmann danach bitten, sich bereit zu machen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte zu zwei Punkten im Sozialstaatsantrag sprechen. Die befinden sich auf Seite 35 und 36. Zuerst geht es um das Thema Homeoffice auf der Seite 36. Inzwischen kommt mir der Begriff oder die Forderung Recht auf Homeoffice häufig hoch. Denn es schönt so ein bisschen die Situation der Beschäftigten, die sich im Homeoffice befinden. Eigentlich müsste es heißen, Sicherung der Arbeit für die Beschäftigten nach Arbeitsrecht sichere Arbeitsbedingungen. Es ist so, dass im Sommer, das werden einige von euch wissen, die AOK eine Studie zum Thema Homeoffice herausgegeben hat und darauf hingewiesen hat, dass dort einen höheren Krankenstand gibt, psychischer Druck, keine Trennung von Privatleben und Arbeit. Das ist hier in dem Hauptantrag angerissen, aber nicht genau genug formuliert, meines Erachtens. Es gibt im Antragsbuch unter AR den Antrag 26 aus Nürnberg, der an die Bundestagsfraktion überwiesen werden soll. Um den Inhalt dieses Antrages zu unterstützen, der sehr viel genauer ist, meine ich, dass ihm zugestimmt werden soll. Also AR, Antrag 26, müsst ihr gleich noch mal nachschauen. Das Zweite ist die Frage der Tarifbindung auf Seite 35. Ich habe da gestern schon mal ein paar Worte zu gesagt. Das ist ein enorm wichtiges Thema. Was mich umtreibt, ist die Frage, warum Unternehmen, die sich an Verträge halten, was ja eigentlich selbstverständlich ist, von Steuern entlastet werden sollen. Hubertus hat in Düsseldorf vor einigen Monaten vor den Realbeschäftigten diesen Vorschlag schon mal gemacht. Die waren im höchsten Maße entsetzt. Die Steuern, die der Arbeitgeber dann nicht bezahlen muss, wird erwirtschaftet von den Kolleginnen und Kollegen und von keinem sonst. Die fehlen irgendwann im Haushalt und werden durch Kürzungen auf diese Kolleginnen und Kollegen zurückkommen. Es geht darum, dass Tarifflucht verboten wird und nicht, dass die Unternehmen, die sich in den Tarifverträgen anschließen, belohnt werden für etwas, was selbstverständlich ist. Auch hier ist es so, dass es einen Antrag gibt aus dem Unterbezirk Steinfurt. Leider konnte ich mit keinem aus diesem Unterbezirks sprechen und uns abstimmen, der, wie ich meine, die Sache klarer fasst. Auch er wird an die Bundestagsfraktion überwiesen. Auch da meine ich, man sollte dem zustimmen, um dem ganzen Nachdruck zu geben. Ja, danke schön. So, Beate Zieveke. Vielen Dank. Und wir haben es schon gehört, der letzte Redner hier in dieser Sozialstaatsdebatte, Sebastian Hartmann, ist das erste Landesvorsitzende der SPD in Nordrhein-Westfalen. Liebe Genossinnen und Genossen, eine neue Zeit braucht einen neuen Sozialstaat. Und genau das werden wir heute beschließen. Und ich finde, was die Antragskommission da auf den Weg gebracht hat, was der Parteivorstand erarbeitet hat, das kann sich wirklich sehen lassen, Genossinnen und Genossen. Und es ist mehr als ein Antrag. Es ist vor allen Dingen die Idee eines starken, eines solidarischen Staates. Und es ist damit auch der Kampf gegen rechts. Wir überlassen die Symbole, der starke Staat, nicht den Rechten, den Konservativen, den Nationalisten, sondern wir setzen dagegen die Idee der Solidarität und der Freiheit. Und dafür brauchen wir einen starken, solidarischen Staat, der Partner ist und nicht Feind der Menschen, Genossinnen und Genossen. Und das ist die Idee, die sich durch diesen Antrag zieht. Und die Ideen der Antragskommission, die da an Kompromissen gefeilt hat, und Kompromisse gehören zur Demokratie. Das macht die Demokratie aus. Aber es ist kein fauler Kompromiss, wenn wir gleich darüber beschließen. Sondern es ist mutig und es ist spannend, dass wir mit Fehlern in der Vergangenheit aufräumen und sagen, wir wollen Hartz IV abschaffen, wir machen was Neues und jetzt kommt etwas Neues für eine bessere Zeit, Genossinnen und Genossen. Und wir werden dafür sorgen, dass man die Ideen, die hier in den Mittelpunkt gerückt werden, den Staat wieder als Partner erkennt, als Chancengeber, als jemand, der Möglichkeiten schafft und dass es nicht mehr darauf ankommt, in welchem Viertel oder Stadtteil man aufwächst, sondern dass man überall erkennt, wir fangen mit den Kindern an, mit einer Kindergrundsicherung, die dafür sorgt, dass wir, auch wenn wir nicht gleich sind, gleiche Voraussetzungen haben. Freiheit durch solidarisches Handeln, das ermöglichen wir hiermit. Man soll ja in so einer Rede auch immer mal eine gute Nachricht einbauen und ich habe mich total gefreut, dass ich auf dem Weg hierhin gehört habe, dass die stellvertretenden Parteivorsitzenden Robertus Heil und Kevin Kühnert eine tolle Formulierung gefunden haben. Und ich finde, das ist eine sehr sozialdemokratische Formulierung, nämlich, dass ein sozioökonomisches und ein soziokulturelles Minimum jederzeit sichergestellt sein muss, Genossinnen und Genossen. Und das ist doch ein tolles Signal. Das zeigt doch, wir wollen niemanden strafen, sondern an die Hand nehmen und unterstützen. Das ist eine gute Idee. Und natürlich gehört zur Solidarität, dass man gibt und nimmt. Dass da Mitwirkungspflichten dazukommen, ist doch selbstverständlich. Aber das ist auch die Eigenverantwortung, die man trägt. Und Genossinnen und Genossen, ich glaube, dass man guten Gewissens gleich den Beschlüssen der Antragskommission der Kompromissformulierung folgen kann, weil es zeigt, wir sind aus diesem Prozess gestärkt hervorgegangen und wir vereinbaren uns neu für einen starken, solidarischen Staat. Und dafür werbe ich. Eine Sache ist relativ am Ende des Antrages. Die sollte nicht außer Acht gelassen sein. Da steht auch, wenn gute Arbeit da war, braucht man auch eine gute Rente, ein gutes Auskommen im Alter. Die Passage ist relativ knapp. Aber es gibt ein Versprechen, dass wir ein Konvent durchführen werden. Und auf diesem Konvent nach neuer Prägung, so wie wir das Organisationsstatut reformiert haben, das Schwerpunkt Thema Rente machen werden. Und das finden wir in Nordrhein-Westfalen richtig super. Weil wir haben eine rentenpolitische Kommission unter unserem Sozialminister Adé Rainer Schmelzer und der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese mit großer Unterstützung von Gerd Kompe geschaffen. Und die haben da über anderthalb Jahre dran gearbeitet, dass wir gute Vorschläge zu einer guten Rente machen können. In deren Mittelpunkt immer die gesetzliche Umlage finanzierte Rente steht. Und keine Tricks mit Finanzprodukten. Genossinnen und Genossen. Das kann sich sehen lassen. Und das muss die Grundlage dieses Konvents sein. Und darum gehen wir da in Nordrhein-Westfalen mit und sagen, ja, die Passage ist da knapp zum Thema Rente. Aber wenn wir eine Rentenkommission haben, eine Parteirentenkommission und ein Parteikonvent, der handelt, bevor die Regierungskommission irgendeinen Kompromiss verhandelt hat, dann ist es gut, dass die Partei führt und zeigt, wo dieses Land hin soll. Und damit gehen wir einen guten Weg, Genossinnen und Genossen. Und keine Rede aus Nordrhein-Westfalen wird beendet, ohne Glück auf, starker, solidarischer Sozialstaat. Ja, das kennen wir ja schon aus Nordrhein-Westfalen. In dem Fall Sebastian Hartmann, der Landesvorsitzende dort. So, er hat es auch noch mal angesprochen, es gab einen Kompromiss, was die Sanktionen bei Hartz IV anbelangt. Es hatte ja lange interne Debatten gegeben, beispielsweise auch über einen Antrag der Jusos, die die Sanktionen komplett abschaffen wollten. Und jetzt gibt es hinter den Kulissen ja einen Kompromiss, der sich ja auch noch mal erläutert wird. Liebe Genossinnen und Genossen, seit Donald Trump darf man das eigentlich nicht mehr sagen. Aber ich finde, dass wir heute einen großartigen Antrag und eine großartige Diskussion zu diesem Antrag hatten. Danke euch dafür. Und jetzt ist nichts einfacher, als keinen Änderungsantrag zu vergessen. Ich versuche das jetzt mal anhand dieser, ausgedruckten Vorlage durchzugehen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich habe irgendwo auf dem Weg was vergessen, nicht böse sein, sondern bitte melden. Die erste Änderung, die ich habe, ist auf der Seite 2 vom Karl. Der wollte, dass wir die Selbstvertretung der Menschen mit Behinderung stärken und dass wir das mit aufnehmen in den Antrag. Das wollen wir sehr gerne tun und schreiben deswegen hinter den Satz, den wir bei Inklusion-Doppelpunkt, das ist fett gedruckt bei euch haben. Jeder Mensch hat ein Recht auf Inklusion und gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft. Wir wollen die Selbstvertretung der Menschen mit Behinderung stärken. Das nehmen wir gerne an. Die nächste Änderungsantrag, den ich habe, der betrifft das Thema Leiharbeit und ist von Genossen Tilkowski aus Bayern. und ich schlage euch dazu Folgendes vor anzunehmen. Und zwar hinter auf der Seite, wartet, eins, zwei, drei, sieben ist das, wo unten fett gedruckt ist, dieses wird insbesondere bei der nächsten Reform des Betriebsverfassungsgesetzes von zentraler Bedeutung sein. Dort würden wir einfügen, bei der Neuregelung von Leiharbeit setzen wir uns für gleiche Arbeitsbedingungen im Vergleich zur Stammgelegschaft ab dem ersten Einsatztag ein. Dies umfasst auch Regelungen zu Urlaub, tarifliche sowie betriebliche Sonderzahlungen, Beteiligungen an Gewinnausschüttungen, Prämien und Leistungsboni. Leiharbeiterinnen müssen der Zugang zu allgemeinen Unternehmensinformationen, Gemeinschaftseinrichtungen und Diensten sowie Gesundheits- und Arbeitsschutz und gleichen Sozialstandards gewährt werden. Dazu zählen im Besonderen auch Weiterbildungsmöglichkeiten und Stellenausschreibungen. Soweit ist es sowieso unsere Beschlusslage. Dann kommt weiter zum Ausgleich ihrer Mehrbelastung, fordern wir für Leiharbeiterinnen einen Flexibilitätszuschlag von mindestens 20 Prozent zu Equal Pay ab dem ersten Einsatztag. Das ist noch nicht unsere Beschlusslage. Aber wir diskutieren immer, Genossinnen und Genossen, dass wir wollen, dass wenn Leiharbeit eingesetzt wird, sie für Auftragsspitzen eingesetzt wird und nicht zum Ersatz regulärer Arbeitsplätze. Und deswegen finde ich das eine gute Idee und deswegen wollen wir das übernehmen. Applaus Ja, Dagmar Schmidt hier von der Antragskommission versucht hier durch diesen doch ja relativ ausführlichen Sozialstaatsantrag durch zu leiten, sage ich mal. Also die Änderungsanträge tatsächlich, die liegen auch hier, auch uns nicht alle schriftlich vor. Wir versuchen das natürlich hier bestmöglichst mit nachzuvollziehen. Wir haben ein bisschen ein Problem mit der Frage Tarifverträge, weil wir haben an anderer Stelle und das haben wir so ein bisschen auch zum Prinzip gemacht, weil wie stärken wir denn Tarifpartnerschaft? Und ein Prinzip, das wir eingeführt haben, um Tarifpartnerschaft zu stärken, war, dass wir gesetzliche starre Rahmenbedingungen hatten und gesagt haben, wenn ihr aber Tarifverträge abschließt, dann habt ihr Möglichkeiten, das flexibel an eure Bedürfnisse anzupassen. Das ist auch in dieser Frage der Fall und die IG Metall hat das ausgenutzt, wie es hier auch beschrieben ist. Ich würde eigentlich gerne dabei bleiben, weiter einen Anreiz zu schaffen, dass wir die Tarifverträge und Tarifpartnerschaft wertschätzen und einen Anreiz zu bieten, Tarifverträge auch abzuschließen und deswegen würde ich diesen Punkt gerne nicht übernehmen. Applaus Das müssten wir dann selbst abstimmen. Dann lassen wir an dem Punkt Ja, eigentlich tatsächlich muss darüber abgestimmt werden, wenn die Antragskommission einen formulierten Änderungsantrag entsprechend nicht übernehmen will. Ich stelle Ablehnung. Wer diesem Votum der Antragskommission folgen möchte, den bitte ich dann um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Einige, ganz wenige Enthaltungen? Keine. Damit haben wir dem Votum der Antragskommission gefolgt und die Passage ist nicht übernommen worden. Vielen Dank. Dann bin ich auf der Seite, wo oben drüber steht, Bürgergeld statt Hartz IV. Da gab es den Wunsch, dass wir hinter sozialen Arbeitsmarktausweiten auch noch mit darauf hinzuweisen, dass wir mit dem solidarischen Grundeinkommen in Berlin etwas haben, was wir in unsere Überlegungen und Gedanken bei der Ausgestaltung mit einbeziehen wollen. Und das werden wir gerne tun. Nicht mal Applaus aus Berlin, das hätte ich jetzt aber erwartet, oder? So, dann gibt es einen Antrag der Jusos zum Regelsatz. Der sollte eingefügt werden auf der Seite hinter der, die wir eben hatten. Und zwar sollte zwischen den Satz gleichzeitig werden wir durch die Reform des Wohngeldes dafür sorgen, dass niemand nur aufgrund hoher Wohnkosten auf Bürgergeld angewiesen sein muss. Und das Bürgergeld wird Regelungen beinhalten. Ein Absatz zum Regelsatz eingeführt werden. Wir haben besprochen, dass wir das für eine sehr wichtige Diskussion halten. Und das ist hier vor dem Hintergrund, dass wir ja ein Recht auf Arbeit wollen, was ja impliziert, dass Menschen eben auch vom Arbeitseinkommen leben. Und zwar alle, die, die arbeiten können. Dass es aber eben die Menschen gibt, die nicht mehr arbeiten können, weil sie krank sind oder weil sie alt sind. Und wir darauf noch mal ein besonderes Augenmerk haben müssen, wie wir deren soziale Teilhabe auch gewährleisten. Und deswegen wollen wir, und das haben wir auch gemeinsam so gesagt, das in den Parteivorstand überweisen. Und mit Hinblick auf unser anstehendes Regierungsprogramm genau diese Frage uns noch mal genauer angucken. Und ich danke den Jusos, dass wir das gemeinsam so hingekriegt haben. Ja, das Bürgergeld Stadt Hartz IV ist ein Kernanliegen, dieses neuen Sozialstaatskonzept, das die SPD hier, Sie hören es nach und nach, durcharbeitet. Das ist noch eine ganze Menge, was hier ansteht. Wir wollen diese Zeit noch mal kurz nutzen, um zu den Delegierten zu schauen. Sarah Bildau. Genau, ich stehe beim Landesverband Schleswig-Holstein und eigentlich hören die Delegierten hier auch ganz konzentriert zu. Ich habe aber um Erlaubnis gefragt, ich darf ganz kurz mal mit Ihnen sprechen und kurz ablenken, wenn das in Ordnung ist. Es gab ja jetzt auch einige Wortmeldungen, eine interessante Debatte. Wo würden Sie denn zustimmen oder was hat Sie überzeugt? Wer oder was? Naja, ich finde schon, dass die Sozialstaatspapier an sich also wirklich ein ganz neues Kapitel für die SPD aufschlägt, weil wir räumen hier wirklich viele Themen ab, mit denen wir uns über 10, 20 Jahre beschäftigt haben. Und das ist an sich schon richtig mutig. Denn es geht ja vor allen Dingen um Arbeit, um den sozialen Arbeitsmarkt, auch um eine Arbeitsmarktpolitik, die ein Recht auf Weiterbildung implantieren will. Das finde ich super wichtig. Da gehört die Digitalisierung zu und auch die Sorge von vielen Menschen. Aber es geht natürlich auch beim Sozialstaatspapier um das Thema Rente, um das Thema Pflege, um gute Arbeit, um Kitas, um Schulen. Und all das ist, wir sind ja Schleswig-Holstein, ein Herzblut der SPD aus Schleswig-Holstein. Und insofern ist für uns dieser Antrag, über den wir heute abstimmen, ein richtig großer Erfolg und Schritt nach vorne. Es geht ja auch vor allem darum, das Profil der SPD zu schärfen. Wie wichtig ist das in der jetzigen Situation für die Partei? Das ist sehr wichtig. Wobei natürlich als Insider man immer denkt, wir haben doch ein scharfes Profil. Warum sehen das die Menschen bloß nicht? Aber natürlich ist es so, dass wir viele von diesen Dingen schon auf den Weg gebracht haben. Jetzt auch in der Großen Koalition. Wir haben ja einen sozialen Arbeitsmarkt eingeführt. Wir haben Verbesserungen bei der Pflege, bei dem Gesundheitsbeitrag eingeführt. Aber das ist uns alles natürlich nicht genug. Und da wir ja nicht genau wissen, wie weit wir von einer Wahl noch entfernt sind, ist es wichtig, dass wir uns schon aufstellen für ein neues Wahlprogramm mit Blick auf die Zukunft. Und dafür ist dieser Antrag enorm wichtig. Vielen Dank. Wir sprechen wahrscheinlich gleich weiter. Aber wenn ich es richtig verstanden habe von der Regie, soll ich jetzt zurückgeben auf die Bühne, meine Damen und Herren. Bis gleich. Ja, um das noch mal ganz kurz aufzunehmen, was gerade geschehen ist. Es gab ja eine lange Debatte, wenn Sie schon länger hier das verfolgen, über darüber, wie man mit Sanktionen bei Hartz IV künftig umgeht. Es wurde hinter den Kulissen eine Einigung erzielt, die ungefähr so lautet, dass Pflichtverletzungen zwar nicht folgenlos bleiben dürfen, aber das Existenzminimum sichergestellt werden müsse. Darüber wird im Moment abgestimmt, ob die Delegierten das so annehmen. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Keine Enthaltungen? Auch keine? Doch, stopp. Eine, eine, eine Enthaltung. Es geht aber noch weiter. Wir sind jetzt bei dem Absatz. So, aber das war in der Tat ein ganz, ganz wichtiger Punkt innerhalb dieser, dieses Antrags, innerhalb dieser Reform des Sozialstaates, mit der die SPD sich ja von ganz zentralen Punkten der Agenda 2010 verabschieden will. Alle Menschen, die morgens aufstehen, den ganzen Tag arbeiten und abends wieder nach Hause gehen, verdienen auch einen anständigen Lohn, auch wenn sie Behinderungen haben. Und deswegen sind wir gerne, gerne bereit, nicht nur gerne bereit, sondern finden es auch richtig, dass wir über die Entlohnung von Menschen in Werkstätten für Menschen mit Behinderung sprechen. Und deswegen übernehmen wir gerne die Formulierung, dazu gehört, und zwar fügen wir das ein hinter, in dem Lohndiskriminierungen von Menschen mit Behinderung nicht mehr vorkommen. Dazu gehört auch, dass die Entlohnung in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung transparenter, nachhaltiger und besser werden soll und sich perspektivisch am gesetzlichen Mindestlohn orientieren und mit den Sozialversicherungsleistungen in Einklang gebracht werden soll. Ich finde, auch das ist ein toller Schritt, den wir hier nach vorne machen. Dann sind wir im Bereich Pflege angekommen. Und zwar ist das in diesem Pflegeabschnitt, der fängt Zusammenhalt und Gemeinwohl in der Pflege auf der einen Seite an, und auf der nächsten Seite gibt es den zweiten Absatz, der beginnt mit, wir werden künftig deutlich mehr Pflegepersonal und eine bedarfsgerechte Personalbemessung brauchen. Da hat Frank gesagt, dass wir das noch ein bisschen anschärfen sollen. Und wir würden dann vorschlagen, dass wir das auch so tun und sagen, wir werden künftig deutlich mehr Pflegepersonal und eine gesetzlich verpflichtende Personalbemessung in allen Pflegebereichen brauchen, wenn wir in Zukunft eine hochwertige und würdevolle pflegerische Versorgung sicherstellen wollen. Ich finde, diese Anschärfung ist richtig, die übernehmen wir. Das hatte Frank Thun vom Landesverband Nordrhein-Westfalen ja gefordert. Dann kommen wir zu dem Abschnitt solidarische Bürgerversicherung als Vollversicherung in der Pflege. Da gab es das Ansinnen von Oelker aus Berlin, dass wir noch mal stärker deutlich machen, dass wir auch in der Krankenversicherung das ja schon irgendwie als Selbstverständlichkeit in unserer Position und unserer programmatischen Aufstellung betrachten und dass wir deswegen das noch ein bisschen deutlicher mit einformulieren. Und deswegen haben wir jetzt einen ersten Satz, der heißt, gute Pflege muss gut und solidarisch gerecht finanziert sein. Und dann geht es weiter. Wie bereits für die Krankenversicherung beschlossen, wollen wir die Einführung einer Pflegebürgerversicherung, in der alle versichert sind. Damit ist auch, glaube ich, kein Missverständnis mehr möglich. Die Pflegebürgerversicherung, die die SPD hier fordert, auch ein Kernanliegen dieses Antrags. Und dann gab es ein sächsisches Anliegen. Ihr erinnert euch, Martin. Und dem wollen wir natürlich auch gerne Rechnung tragen. Und deswegen würden wir vorschlagen, an den Absatz auf der darauf folgenden Seite, den ersten Absatz, da steht Finanzierung der Pflege insgesamt, dahinter anzufügen, zu einer gerechten Finanzierung der Pflegeversicherung gehört für uns auch eine einheitliche, paritätische Beitragsaufteilung in ganz Deutschland. Jetzt, genau, gab es Anträge zu Rente, dass wir das Rentenniveau auch wieder anheben wollen. Eigentlich machen wir die Rentendiskussion ja auf dem Konvent. Aber wir können uns, und das habe ich auch mit Hubertus besprochen, auf eine Formulierung einlassen, die da sagt, dass wir Sicherung, also das ist dann der Punkt fünftens bei Rente, Sicherung des Lebensstandards durch die langfristige Stabilisierung und langfristige Erhöhung bei entsprechenden Voraussetzungen am Arbeitsmarkt, das Renten, nee, halt, Stabilisierung und langfristige, des Rentenniveaus, genau, sowie die Teilhabe der Rentnerinnen und Rentner an der Lohnentwicklung. War das die richtige Formulierung? Gut, das würden wir also dann auch so übernehmen. So, ich glaube, das war's, bis auf eins. Es gab noch ein Anliegen aus dem Bereich, dem Arbeitsmarktbereich, den Antrag 26 noch hiermit nach vorne zu ziehen. Das würden wir nicht so gerne machen. Wir werden, wenn wir den Antragsbereich aufrufen, diesen Antrag als Überweisung empfehlen. Und, ähm, genau, dass wir ihn an die Bundestagsfraktion überweisen wollen. Und ich glaube, das ist dann dem Anliegen auch angemessen, das würden wir jetzt nicht gerne hier nochmal mit aufrufen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal abstimmen müssen, ob das für die Antragstellerinnen und Antragsteller okay ist, dass wir jetzt sagen, wir rufen das auf im Bereich Arbeitsmarkt. Und dort ist unsere Empfehlung, das an die Bundestagsfraktion zu überweisen. Also da geht es um Anträge, die eigentlich aus dem Bereich Arbeitsmarkt kommen. Und jetzt geht es, ja, in der Tat, Dagmar Schmidt von der Antragskommission, die uns hier durchgeführt hat und die Delegierten hier durchgeführt hat. Dafür gibt es jetzt noch Applaus. Und damit kann über diesen Antrag, über diesen Sozialstaat... Applaus Nicht nur das Erstellen des Antrages von denjenigen, die jetzt eben schon auch genannt worden sind, auch bei der Einbringung, sondern eben auch dir für das Engagierte, sehr präzise, sehr kompetente Bearbeiten hier der Antragsberatungen. Das hat uns wirklich gut weitergeholfen. Und ich glaube, wir haben den Antrag jetzt, der schon gut war, noch ein bisschen besser gemacht und vor allem für eine breite Basis gesorgt. Aber ich will ja die Abstimmung nicht vorweg greifen. Und deshalb haben wir jetzt eine geänderte Fassung, so wie wir sie eben vorab gestimmt haben, mit dem Votum der Antragskommission diese veränderte Fassung anzunehmen. Und wer sich diesem Votum der Antragskommission anschließen möchte, den würde ich jetzt bitten, sein Kartenzeichen hier abzugeben. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Keine Gegenstimmen, soweit ich das sehen kann. Enthaltungen? Auch nicht. Dann hat dieser Parteitag einstimmig das neue Sozialkonzept der sozialdemokratischen Partei Deutschlands angenommen und macht damit einen guten Weg in die Zukunft für ganz, ganz viele Menschen hier bei uns in Deutschland ein herzliches Dankeschön dafür, die daran mitgearbeitet haben, aber auch euch dafür, dass der Weg freigemacht worden ist. Vielen, vielen Dank. Ja, große, große Einstimmigkeit hier bei den Delegierten. Es ist gesagt worden in der Debatte, kein Thema hat uns Sozialdemokraten so wehgetan wie Hartz IV. Und Malu Dreyer, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, hat heute Morgen gesagt, wir wollen Hartz IV hinter uns lassen mit dieser grundlegenden Reform des Sozialstaates in Deutschland, wie sich die SPD das vorstellt. Zentrale Punkte der Agenda 2010 werden damit aufgehoben. Wesentliche Punkte, ein Bürgergeld statt Hartz IV, die Tarifbindung soll gestärkt werden. Es ist eine sozialdemokratische Kindergrundsicherung zu entwickeln. Dazu gibt es gleich noch mal eine gesonderte Debatte. Ein Sozialpakt Wohnen ist vorgesehen, ein fünfjähriges Mietenmoratorium, kann man sich vorstellen, ähnlich wie in Berlin. Eine solidarische Bürgerversicherung als Vollversicherung in der Pflege, das alles Punkte, die in diesem Sozialstaatskonzept stehen. Und das ist sozusagen ein Blick in die Zukunft, wie die SPD sich aufstellen möchte. Ja, für spätestens die nächste Bundestagswahl, muss man sagen. Ja, und Hubertus Heil, der steht vorne am Rednerpult. Und als Bundesarbeitsminister hat er ohnehin in seinem Ministerium ja einige sozialdemokratische Kernanliegen umzusetzen gehabt und auch noch einige vor sich. Die Grundrente ist zwar als Kompromiss geeint, aber steht ja noch nicht im Bundesgesetzblatt. Und wir hören jetzt mal, was Hubertus Heil noch sagen möchte. umsetzen, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, der Parteitagsdelegierte Hubertus Heil wünscht das Wort für eine persönliche Erklärung. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist schon ein sehr besonderer Moment für unsere Partei, weil wir gemeinsam einen Weg nach vorn für die Zukunft des deutschen Sozialstaates gefunden haben. Es wird ein harter Weg, es umzusetzen. Aber hier geht das Signal aus, wir sind entschlossen, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Die Sozialdemokratie hat den Weg in die Zukunft gefunden, was die Zukunft eines modernen Sozialstaates in Deutschland wird. Applaus Wir sind die Partei, die weiß, dass es um die sozialen Rechte von Bürgerinnen und Bürgern geht. Wir haben ein anderes Sozialstaatsverständnis als andere Parteien, die nach dem Motto arbeiten, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Oder die den Sozialstaat auf Almosen reduzieren wollen. Der Sozialstaat ist im 20. Jahrhundert von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten erkämpft worden. Wir entwickeln ihn im 21. Jahrhundert. Das ist die Botschaft heute von Berlin, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir sind und bleiben die Partei der Arbeit, der Zukunft der Arbeit, des Werts der Arbeit und der Würde der Arbeit, liebe Genossinnen und Genossen. Auch das ist das Signal, was wir heute setzen. Ich will nur eins sagen. Wir haben an dieser Stelle mal ganz, ganz vielen Danke zu sagen. Und das muss jetzt hier auch mal sein. Das war harte Arbeit von denjenigen, die das in Arbeitsgruppen vor über einem Jahr angefangen haben vorzubereiten. Ich bedanke mich bei Malu Dreyer ganz herzlich und ihrer Arbeitsgruppe. Bei Manuela Schwesig, bei Katharina Barley, bei Franziska Giffey, bei vielen, die in unterschiedlichsten Bereichen mitgearbeitet haben. Ich kann nicht alle nennen. Aber ich möchte mich heute an dieser Stelle, falls sie uns hört, mal bei derjenigen bedanken, die diese Diskussion angestoßen hat. Wir bedanken Andrea Nahles ganz herzlich. Das ist ihr Vermächtnis, liebe Genossinnen und Genossen, an unsere Sozialdemokratie. Ich müsste jetzt ganz viele, damit ich keinen Fehler mache. Katja Mast. Aber vor allen Dingen möchte ich jetzt mal einer danken, die uns da richtig durchgelotst hat am heutigen Tag. Eine Frau, die anstrengend sein kann, wenn man mit ihr verhandelt. Ich kann euch nur eins vorschlagen. Wenn ihr Verhandlungen gewinnen wollt, ist es immer gut, Dagmar Schmidt an der Seite zu haben und nicht auf der anderen Seite. Herzlichen Dank, liebe Dagmar. Das hast du toll gemacht. Glück auf, mit uns zieht die neue Zeit. Herr Hubertensheil, der Bundesarbeitsminister, der seit gestern ja auch stellvertretender Parteivorsitzende ist. Ihm kam jetzt natürlich die Aufgabe zu, hier nochmal allen Beteiligten zu danken. Und auch nochmal daran zu erinnern, dass dieses Sozialstaatskonzept angeschoben wurde, in der Tat unter der Regie von Andrea Nahles, im ganz Wesentlichen. So, und jetzt haben wir natürlich noch einiges ausstehen, beispielsweise die Wahlergebnisse für den zweiten Wahlgang aus dem Parteivorstand anbelangt. Der erste Wahlgang, da sind ja 14 Mitglieder des Parteivorstands bereits gewählt worden und einige Plätze sind noch offen. Und wir hören jetzt mal nach vorne. Liebe Genossinnen und Genossen, ich gebe euch die Ergebnisse des zweiten Wahlganges der weiteren Mitglieder des Parteivorstandes bekannt. Gewählt sind Bewerberinnen und Bewerber, die mit der absolut höchsten Stimmenzahl gewählt wurden. Dabei ist die Quote zu berücksichtigen. Abgegeben wurden 632 Stimmzettel. Davon sind sechs ungültig. Gültige Stimmzettel sind 626. Folgende Ergebnisse wurden erzielt. Martin Dulig ist gewählt mit 456 Stimmen. Heiko Maas gewählt mit 409 Stimmen. Bettina Martin gewählt mit 354 Stimmen. Oliver Kaczmarek gewählt mit 322 Stimmen. Leni Breymeyer gewählt mit 302 Stimmen. Michaela Engelmeyer gewählt mit 289 Stimmen. Aydan Özos gewählt mit 276 Stimmen. Katja Pehle gewählt mit 275 Stimmen. Andreas Stoch ebenfalls gewählt mit 275 Stimmen. Gustav Horn gewählt mit 268 Stimmen. Applaus Nicht gewählt sind Nils Ann, 261 Stimmen. Frauke Heiligenstadt, 219 Stimmen. Serda Yüksel, 216 Stimmen. Chancel Kiziltepe, 204 Stimmen. Christoph Matschi, 177 Stimmen. Maria Neuchel, 175 Stimmen. Und Annika Klose, 123 Stimmen. Vielen Dank. Applaus Damit ist auch diese Wahl abgeschlossen. Wir haben jetzt alle Beisitzer und Beisitzerinnen gewählt. Es steht aber noch etwas aus, und da bitte ich jetzt um Aufmerksamkeit für alle Gewählten. Ich gehe davon aus, dass ihr alle diese Wahl auch annehmt. Sollte es jemand von den Gewählten geben, der die Wahl nicht annimmt, dann müsste ich das jetzt wissen. Ja, der Parteivorstand in der Tat, der wäre jetzt komplett, denn die SPD hat sich ja entschieden, ihre Führungsstrukturen etwas zu verschlanken. Und statt 45 Mitgliedern höchstens 34 Mitglieder im Parteivorstand zu haben. Das Präsidium, das gestern bereits gewählt wurde, das sind bereits 10 Mitglieder, 14 Mitglieder des Parteivorstandes, 14 weitere sind im ersten Wahlgang gewählt worden. Und jetzt eben diese 10 Benannten, die Sie eben gehört haben, entsprechend kompletieren jetzt den neuen Parteivorstand. Und vor allem bei einigen Prominenten schauen wir nur auf Heiko Maas, den Bundesaußenminister, der im ersten Wahlgang beispielsweise durchgefallen war. Aber das ist bei der SPD auch in den vergangenen Jahren, alle zwei Jahre wird der Vorstand ja bestimmt immer mal wieder passiert, dass auch vermeintliche Parteiprominenz nicht die nötige Mehrheit fand, weil die Delegationen, die funktionieren ja ganz anders. Die Landesverbände, die schauen natürlich erst auf ihre eigenen Kandidaten. Heiko Maas beispielsweise kommt aus einem sehr kleinen Landesverband aus dem Saarland. Es gibt Absprachen zwischen den Delegationen aus den verschiedenen Landesverbänden. Und so kommt es auch zustande, dass einige im ersten Wahlgang nicht gewählt worden sind, die jetzt im zweiten durchgekommen sind, wie beispielsweise Heiko Maas oder auch zu nennen Martin Dulig oder auch Aldan Ösus, muss man sagen. Andere hingegen, wie beispielsweise Ralf Stegner, der ja auch nicht mehr Parteivize ist seit gestern, der hat zurückgezogen, nachdem er im ersten Wahlgang nicht gewählt wurde. Also entweder hat er sich keine Chancen mehr ausgerechnet oder hat zugunsten von anderen verzichtet. Auch das gibt es, denn es gibt beispielsweise auch einen linken Ticket, so sagt man hier. Oder es gibt ein Juso-Ticket, das spielt auch eine Rolle. Und so setzt sich dieser neue Parteivorstand entsprechend zusammen. Ja, vielen Dank, Anke. Wir machen weiter mit einem Grußwort. Und zwar darf ich ganz herzlich unter uns begrüßen Wilhelm Schmidt, den Präsidenten der Arbeiterwohlfahrt. Herzlich willkommen. Wie ihr alle vielleicht wisst, feiert die AWO dieses Jahr ihr hundertjähriges Bestehen. Hundert Jahre Kampf und Einsatz für Gerechtigkeit und Solidarität, für Vielfalt und für Frauenrechte. Und ich glaube, seit hundert Jahren kämpfen wir auch gemeinsam. Von daher freuen wir uns jetzt auf das Grußwort. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, liebe Johanna, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, für den freundlichen und solidarischen Empfang. Ich bin gern hier, gestern konnte ich noch nicht, aber heute den ganzen Tag. Und nun fragt man sich selbst, was macht man nach einer solchen historischen Stunde, in der ein neues Sozialkonzept der SPD auf den Weg gebracht worden ist, mit dem wir alle in die neue Zeit gehen wollen und sollen. Was sagt man als Präsident der Arbeiterwohlfahrt in einer solchen Situation? Erstens Glückwunsch. Glückwunsch an diejenigen, die gewählt worden sind gestern und heute, mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an der Spitze, denen ich die Glückwünsche vom Präsidium und Vorstand hier heute überbringe und gleichzeitig auch die Zusicherung einer solidarischen, kritisch-konstruktiven Zusammenarbeit, was immer das auch im Einzelnen bedeutet, das will ich gerne dann auch offen lassen. Das hat die AWO in den vergangenen 100 Jahren immer ausgezeichnet. Sie war über diese lange Zeit diejenige sozialpolitische Stimme im Umfeld oder in der SPD, die dafür gesorgt hat, dass aufmerksam gemacht worden ist auf die Situation der Menschen im Lande. Und wenn man sich zurückerinnert, mindestens in den Geschichtsbüchern noch einmal darauf stößt, dann wird man immer wieder feststellen, dass es die Zeiten der Arbeiterwohlfahrt und der SPD gewesen sind, die nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch nach der Deutschen Einheit angepackt haben, um dafür zu sorgen, dass die Menschen ein besseres Leben führen konnten. Und dem haben wir uns immer wieder verschrieben, beide Seiten gemeinsam, die SPD und die Arbeiterwohlfahrt. Und das soll auch so bleiben. Ich finde, liebe Genossinnen und Genossen, wenn man das jetzt auch etwas veränderte Papier zu einem neuen Sozialstaat durchliest, dann kann man darin unglaublich viele gute Positionen entdecken, die auch von der Arbeiterwohlfahrt geteilt werden. Ich will nur die Frage der Grundrente, die Frage der Armutsbekämpfung auch von Familien durch Kindergrundsicherung und einiges andere erinnern. Ich will das jetzt hier nicht weiter ausführen. Ihr habt lange genug darüber debattiert. Aber eins, finde ich, sollten wir alle gemeinsam auch aus der Vergangenheit lernen. Wir müssen uns wieder um die Menschen vor Ort kümmern und weniger um uns selber. Ich glaube, das ist in der Arbeiterwohlfahrt genauso wie in der SPD so. Und ich fände, wenn wir danach leben und arbeiten, wie die Grundwerte der Arbeiterwohlfahrt sind, dann, finde ich, hätten wir viel zu tun und sollten es dann auch gemeinsam tun. Und ich habe ab und zu mal in den vergangenen Monaten kritisch in Richtung meiner SPD, die es natürlicher bleiben wird, gesagt, wenn die SPD auch die Grundwerte Toleranz und Solidarität in ihrem Grundwertekanon hätte, in ihrem Grundsatzprogramm hätte, wie die Arbeiterwohlfahrt, hätten wir uns vielleicht, wenn wir danach leben und arbeiten würden, manche Auseinandersetzung in den vergangenen Monaten und Jahren ersparen können. Aber das nur als eine Randbemerkung. Als Gast muss man ja freundlich sein. Und ich will das auch gerne tun. Ich finde, die Arbeiterwohlfahrt ist ein guter Partner an der Seite, auch der SPD, und zwar in den Bundesländern, in den Kommunen ganz besonders, aber auch auf der Bundesebene. Und ich will ausdrücklich auch Dankeschön dafür sagen, dass wir diese Gemeinsamkeit immer wieder in sozialpolitischen Fragen, aber auch in gesellschaftspolitischen Fragen auf den Weg bringen und leben und praktizieren. Franz Müntefering, der heute nicht hier sein kann, hat das immer als praktizierte Solidarität auch beschrieben. Und ich finde, das zeichnet uns aus. Ich will einen Satz zudem sagen, liebe Genossinnen und Genossen, von denen ihr vielleicht auch ereilt seid, von einem Skandal der Arbeiterwohlfahrt in einer bestimmten Region. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich will hier zusichern, dass wir uns auch in der Arbeiterwohlfahrt nicht von solchen Dingen, die unter unserem Dach nicht gehören, durcheinander bringen lassen. Wir werden alles tun, um das, was da passiert sein kann und sein dürfte, aufzuklären. Und wir werden alles das Ahnden bis hin zum letzten Cent zurückholen in die Kassen der Arbeiterwohlfahrt und in die öffentlichen Kassen, was dann auch zurückzuholen ist. Also Solidarität sieht für uns so aus, dass der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt und die Landes- und Bezirksverbände zur Aufklärung auch von schwierigen Umständen oder bis hin zu Skandalen beitragen. Ich wollte das wenigstens erwähnt haben, weil uns das im Blick auf das Jubiläum, das wir nächste Woche feiern, ein wenig belastet. Ich gebe das zu. Aber ich will dann auch sagen, mit dem von Johanna angedeuteten Stolz, der die Arbeiterwohlfahrt auch über die Entwicklung in den 100 Jahren umgibt, werden wir feiern. Hier in Berlin mit dem Bundespräsidenten als Festredner. Und wir freuen uns alle darauf, dass viele von euch auch dabei sein werden als Delegierte der AWO aus den Regionen. Herzlichen Dank dafür, dass wir uns gegenseitig immer wieder auch offen die Meinung sagen oder auch uns unterstützen, da wo es notwendig ist. Das ist der Sinn eines Grußwortes in diesem Sinne. Herzlichen Dank für diese Solidarität zwischen AWO und SPD auf allen Ebenen. Und ich finde, wir sollten Sie noch ein wenig mehr beleben als in der Vergangenheit. In diesem Sinne ein kräftiges Glück auf und Freundschaft. Noch mal vielen herzlichen Dank und danke auch für die klaren Worte und vor allem die Worte der Solidarität, die du an uns alle gerichtet hast. Herzlichen Dank dafür. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir kommen jetzt zu einem weiteren spannenden Teil heute. Wir werden nämlich jetzt den Bereich der Kindergrundsicherung behandeln und uns dort inhaltlich weiter aufstellen. Deshalb darf ich quasi diesen Bereich aufrufen. Und passend hierzu darf ich noch jemanden begrüßen. Es ist nämlich Heinz Hilgers unter uns, der Vorsitzende des Deutschen Kinderschutzbundes. Herzlich willkommen und ich bin mir sicher, diese Debatte wird mit Spannung verfolgt werden. Schön, dass du bist. Wie gesagt, wir kommen zu den Anträgen des Antragsbereichs Familien-, Frauen- und Gleichstellungspolitik, Generations- und Seniorenpolitik und da insbesondere zu dem Teilbereich Kindergrundsicherung. Da liegt euch vor der Initiativantrag IA 2. Euch liegt dazu eine Tischvorlage vor, inklusive auch der Empfehlungen der Antragskommission. An diesem Antrag wurde sehr lange gearbeitet in den letzten Monaten und ich glaube, dass wir heute dazu wegweisende Entscheidungen treffen werden. Ich freue mich jetzt sehr, dass unsere Familienministerin Franziska Giffey diesen Antrag einbringen wird. Liebe Franziska, du hast das Wort. Ja, damit kommen wir zu einem neuen Themenbereich. Sie haben es gehört und prominent hier eingebracht. Dieser Initiativantrag, wo es um eine Kindergrundsicherung geht von Franziska Giffey, der Bundesfamilienministerin. Und da hören wir mal rein. Liebe Genossinnen und Genossen, erst mal schön, heute hier zum Thema Kindergrundsicherung sprechen zu können. Denn den Weg dafür, den hat unser Sozialstaatskonzept geebnet. Wir haben auch dort schon die Idee einer Kindergrundsicherung drin gehabt und wir haben im letzten Jahr intensiv daran gearbeitet, dieses Konzept nochmal zu untersetzen und mit Leben zu füllen. Ich will mich ganz herzlich bedanken bei allen, die mitgeholfen haben, nicht nur Malu Dreyer, die das von Anfang an voll unterstützt hat, sondern auch Sönke und Katja, Dagmar Schmidt und all diejenigen, die aus den Landes- und Expertengruppen, Kommunalbereichen mit dabei waren. Wir haben ein sozialdemokratisches Konzept für eine Kindergrundsicherung entwickelt, in dem wir eben nicht sagen, wir sichern Kinder und Familien einfach nur dadurch ab, dass wir ihnen Geld geben, sondern wir sagen, unsere sozialdemokratische Kindergrundsicherung, die hat zwei Säulen, die sie tragen. Und die eine Säule ist die Frage der Infrastruktur. Wir wollen gute Kitas, wir wollen gute Ganztagsschulen, wir wollen eine gute Kinder- und Jugendarbeit und wir wollen Mobilität für Kinder und Jugendliche und einen Rahmen, in dem sie sich gut entwickeln können. Dafür schaffen wir mit vielen Dingen jetzt schon die Voraussetzungen, wir fangen nicht von null an, sondern die Kindergrundsicherung der Zukunft basiert auf dem, was wir bereits mit dem Starke-Familien-Gesetz auch geschaffen haben. Und wir sagen, die zweite Säule dieser Kindergrundsicherung, das ist tatsächlich eine bessere Geldleistung für die Familien, indem wir alle Leistungen, die jetzt schon da sind, bündeln, vereinfachen, verbessern. Wir wollen, dass jedes Kind gleich viel wert ist. Und wir wollen, dass Kinder eben nicht als kleine Langzeitarbeitslose gesehen werden, sondern dass sie vom Jobcenter wegkommen, hin zu den Familienkassen, und zwar jedes Kind in Deutschland, jeder Jugendliche in Deutschland. Und das sind 17,8 Millionen Kinder und Jugendliche, um die es hier geht. Wir schlagen vor, mit unserem sozialdemokratischen Konzept einer Kindergrundsicherung, dass wir ganz klar sagen, jedes Kind in Deutschland, egal ob in einer armen oder reichen Familie, bekommt einen Basisbetrag. Einen Basisbetrag von 250 Euro im Monat, in dem auch Teilhabe- und Bildungschancen mit enthalten sind, wo wir wollen, dass eben für jedes Kind eine verlässliche Grundsicherung da ist. Und wir sagen, wenn Eltern wenig Geld haben, wenn sie geringe Einkommen haben, dann gibt es einen vom Einkommen abhängigen Zusatzbetrag. Und den staffeln wir nach Altersstufen, damit wir eben wirklich dem Bedarf eines jeden Kindes gerecht werden können. Das wollen wir machen, und das ist unser Konzept, und das ist die Möglichkeit, endlich dafür zu sorgen, dass auch jedes Kind, das einen Anspruch hat, diesen Anspruch tatsächlich auch machen kann. Wir wollen das untersetzen. Entweder richtig oder gar nicht. So. Und ich will ganz klar sagen, das, was wir in dieser Legislatur gemacht haben, was wir auch noch weiterentwickeln, in das starke Familiengesetz, die digitalen Familienleistungen, das sind alles die Grundlagen, um diesen Systemwechsel hinzukriegen. Das machen wir nicht von heute auf morgen. Aber es ist jetzt die Zeit, um die Voraussetzungen zu schaffen, mit dem neuen Kinderzuschlag, mit dem neuen Bildungs- und Teilhabepaket, mit allem, was wir tun im Bereich der Familienförderung. Und die Kindergrundsicherung ist das Ziel, an dem wir arbeiten. Wir haben ein abgestimmtes sozialdemokratisches Konzept dafür. Und das ist gelungen, mit vielen auch Praktikern, mit Experten, die sich seit Jahren mit diesem Thema beschäftigen, mit den Genossinnen und Genossen, die mit uns intensiv daran gearbeitet haben. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, wir haben heute eine gute Vorlage, um das Sozialstaatskonzept mit der Kindergrundsicherung auch hier untersetzt, fundiert und kompetent und klug mit Leben zu füllen. Vielen herzlichen Dank. Franziska Giffey, die Bundesfamilienministerin, die diesen SPD-Antrag zur Einführung einer Kindergrundsicherung hier eingebracht hat. Die SPD will Kindern, arme Eltern bis zu 478 Euro im Monat zahlen. Kindergeld, Kinderfreibeträge, Kinderzuschlag und andere Familienleistungen sollen also zusammengelegt werden zu einer Kindergrundsicherung. sind jetzt außerdem aufgerufen die Anträge F1 bis F24, M36 und STW 41. Bevor wir mit den Wortmeldungen weitermachen, deshalb an der Stelle noch ein paar Hinweise, damit ihr wisst, worüber wir jetzt genau sprechen. Bei Annahme des IA 2 in der Fassung der Antragskommission sind erledigt die Anträge F1 bis F3 sowie F9 bis F24, der Antrag M36 und der Antrag STW 41. Die Anträge F4 bis F8 wurden bereits bei Annahme von PV1 Sozialstaat von morgen für erledigt erklärt. Das nochmal quasi als Hinweise vorab. Jetzt liegen mir aber einige Wortmeldungen vor. Ich gucke nochmal einmal in Richtung von Dagmar. Die zuständige Berichterstatterin, möchtest du vorab noch reden oder erst nach den Wortmeldungen? Vorab? Ah, okay. Erst die Wortmeldungen. Dann starten wir damit. Die erste Wortmeldung hat Luisa Boos aus Baden-Württemberg und es macht sich bitte schon bereit Severin Fischer aus Berlin. Liebe Genossinnen und Genossen, jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut betroffen. Und wenn auch diese Kinder ganz unterschiedlich sind, unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Begeisterungen im Leben haben, so teilen sie doch oft Merkmale, die sie verbinden. Arme Kinder haben arme Eltern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt auch mit dem Sozialstaatskonzept, aber auch mit dem Mindestlohn dafür sorgen, dass Familien auch bessere Einkommen bekommen und dass die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser werden. Aber ein weiteres Merkmal, dass viele Kinder, die von Armut betroffen sind, teilen sind, dass sie viele Geschwister haben, weil Kinder immer noch ein Armutsrisiko in Deutschland sind, dass sie einen Migrationshintergrund haben oder dass sie Kinder von Alleinerziehenden sind. Ich bin selber alleinerziehende Mutter und ich habe eine Initiative, ein Netzwerk gebildet, das nennt sich Alleinerziehende und laut. Und da geht es darum, dass wir Alleinerziehenden ein Sprachrohr geben, weil Alleinerziehende oftmals das Gefühl haben, dass sich eben nichts ändert in unserem Land. Dass sie gesehen werden, dass das Problem erkannt wird, aber dass sich nichts ändert. Und dass sie diejenigen sind, die sich zusammentun müssen, gemeinsam laut werden müssen, um eben auch für politische Mehrheiten zu kämpfen. Und es wird oft gesagt, Alleinerziehende finden sich in unseren Reihen viel zu wenig. Und das ist wahr, weil unsere Strukturen das erstens gar nicht zulassen und zweitens mal Alleinerziehende eben noch etwas anderes zu tun haben in ihrem Alltag. Aber, und das ist das Entscheidende, sie sind hochpolitisch. Was wir jetzt mit der Kindergrundsicherung machen, ist, dass wir Leistungen zusammenbringen. Und das ist auch richtig so. Auch Alleinerziehende sind zwar mittlerweile Expertinnen darin oder Experten darin, eine Milliarde gefühlte Anträge auszufüllen, aber es ist gut, wenn sie es in Zukunft nicht mehr tun müssen. Aber bei der genauen Ausgestaltung müssen wir gerade insbesondere bei den Alleinerziehenden darauf achten, was es denn bedeutet, diese Leistungen zusammenzulegen. Vor allen Dingen, was den Unterhaltsvorschuss als auch den Unterhalt an sich betrifft. Denn viele Alleinerziehende haben das Gefühl, es geht was. Manchmal kommt auch die Leistung ein bisschen an und wird dann aber wieder mit ganz vielen anderen Komponenten verrechnet. Und auf dem Bankkonto bleibt viel, viel zu wenig hängen. Und das ändern wir jetzt und das müssen wir ändern. Und Kevin hat gestern gesagt, wir haben es mit einer Demokratisierung von Kommunikation zu tun. Und das stimmt. Viele Alleinerziehende sind mittlerweile aktive Bloggerinnen, Aktivistiken ihrer eigenen Sache. Und ich bitte euch darum, bei der genauen Ausgestaltung dieses Konzeptes ladet sie ein, mit uns gemeinsam zu diskutieren, wie die Kindergrundsicherung ausgestaltet sein kann, damit sie bei Alleinerziehenden und ihren Kindern auch ankommen. Und es gibt ein Argument, liebe Genossinnen und Genossen, das ganz oft in der Debatte kommt, von den Konservativen. Die sagen, die Kindergrundsicherung wäre eine Leistung, die mit der Gießkanne ausgekippt wird. Und das ist natürlich Quatsch. Aber wenn wir in dem Bild bleiben, dann möchte ich, dass die Kindergrundsicherung eine wirklich verdammt große Gießkanne ist. Ja, gießen wir die Zukunft über unsere Kinder und lassen sie endlich der Kinderarmut entwachsen. Vielen Dank. Luisa Boos war das aus dem Landesverband Baden-Württemberg. Und der nächste hier zu diesem Themenbereich Familie, wozu auch dieser Antrag Kindergrundsicherung vor allem gehört, ist Severin Fischer aus dem Landesverband Berlin. Liebe Genossinnen und Genossen, ich glaube, dass es heute dieser Beschluss zur Kindergrundsicherung ist ein echter Meilenstein in der Förderung von Familien und ihren Kindern in diesem Land. Wenn wir das beschließen, dann machen wir richtig viel. Und was wir, glaube ich, oder was uns, glaube ich, unterscheidet von anderen Konzepten und anderen Parteien, die auch zur Kindergrundsicherung gearbeitet haben, ist, dass wir mit unserem Konzept ein Zwei-Säulen-Konzept machen. Und das entspricht auch der Sozialdemokratie. Wir glauben, dass Infrastruktur und Geldleistung beides wichtige Dinge sind, wenn es darum geht, Kinder auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden zu begleiten und ihnen Sicherheit und Stabilität zu geben. Und deswegen möchte ich euch bitten, bei der Kindergrundsicherung auch über die Infrastruktursäule zu sprechen. Denn was wir da machen, ist tatsächlich revolutionär. Wir sagen, wir wollen einen beitragsfreien Kita-Platz für alle Kinder in Deutschland schaffen. Wir wollen einen beitragsfreien Ganztagsanspruch für alle Kinder schaffen. Wir wollen Mobilität für Kinder ermöglichen, kostenfrei. Das sind ganz wichtige Schritte, wo wir in den kommenden Jahren auch schon auf dem Weg sind. Gerade beim Ganztag müssen wir uns noch ein bisschen anstrengen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Weg auch gemeinsam gehen. Und ich will auch dafür werben, dass wir mit der monetären Säule der Geldleistung einen klugen Weg gehen. Es gelingt uns jetzt endlich, dass wir diesen Wust aus Familienleistungen, aus Beträgen, die für Kinder da sind, endlich zusammenführen. Wir holen die Kinder aus dem SGB II raus. Wir machen nicht mehr eine Trennung zwischen Kinderzuschlag und Kindergeld. Und ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiger Schritt. Der kostet uns ein bisschen Geld, aber dafür sollten wir, der sollte es uns wert sein. Und ein Anliegen ist mir noch ganz besonders wichtig. Wir müssen das hier digitalisieren. Wir müssen es endlich schaffen, dass Familien diese Leistungen online zugänglich machen können. Und dass wir es schaffen, dass Familien nicht mehr zum Amt gehen müssen, sondern dass es ihnen gelingt, sozusagen schon im Internet ganz einfach, antragslos, ihre Leistungen, auf die sie Anspruch haben, auch abzurufen. Und dafür möchte ich bei euch um eure Unterstützung werben. Dankeschön. Vielen Dank, Severin. Und als nächstes hat das Wort Kerstin Krise aus NRW. Ihr Volk Pavlos Wacker aus Baden-Württemberg. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin sehr froh, dass wir mit diesem Konzept zur Kindergrundsicherung einen weiteren wichtigen Meilenstein im Zusammenhang mit unserem Sozialstaatspapier gehen können. Denn es hängt zusammen, das, was wir im Sozialstaatspapier beschlossen haben, Der Wert der Arbeit, die Bedeutung der Arbeit, das Recht auf Arbeit hat auch etwas damit zu tun, wie Kinder in unserem Land aufwachsen. Denn die beste Absicherung gegen Kinderarmut ist gute Arbeit der Eltern. Und das ist der Zusammenhang. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir immer klar machen, wir wollen alles tun, damit die Eltern Arbeit aufnehmen. Wir wollen das unterstützen, auch bei der Anrechnung zum Beispiel bei den Sozialleistungen. Und es gibt einen Zusammenhang, den habe ich sehr eindrücklich erlebt, als man bei Kindern, die aus Familien kommen, die schon sehr lange im Hartz-IV-Bezug sind, von den Erstaufstehern gesprochen hat. Erstaufsteher sind die Kinder, die zu Hause pünktlich sich den Wecker stellen müssen, aufstehen müssen, ganz alleine waschen, Frühstück machen, ihre Schultasche packen und pünktlich aus dem Haus gehen müssen. Als Erstaufsteher, weil ihre Eltern nicht aufstehen müssen, weil sie keine Arbeit haben. Und das können Kinder gar nicht alles alleine schaffen. Und deshalb ist es auch für Kinder wichtig, dass ihre Eltern gute Arbeit haben und dass wir so viel dafür tun, damit Menschen in gute Arbeit kommen. Und der zweite Punkt, ich bin sehr froh, dass wir in diesem Konzept zur Kindergrundsicherung eben diese beiden Säulen haben, die schon erwähnt worden sind von Severin und von Franziska, nämlich die Infrastruktur. Wir wollen das kinderfreundlichste Land Europas werden. Das ist ein hoher Anspruch, aber das wollen wir, dafür wollen wir alles tun. Und dazu gehört eben, dass es gute und kostenfreie Kitas gibt, dass es Ganztagsangebote in den Grundschulen gibt. Und wir sehr warten, die Eltern alle darauf, dass das endlich klappt, nachdem wir im Kita-Bereich so weit gekommen sind, ist immer der Einbruch, wenn es in die Grundschule geht. Also da auch verlässliche Ganztagsschulangebote. Und dazu gehört aber auch, dass Kinder mobil sind, dass sie eine Fahrkarte haben, Bus fahren können, Bahn fahren können. Dazu gehört auch, dass es Angebote für Kultur und Sport gibt. Die gesamte Infrastruktur ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Kindergrundsicherung. Und das dritte, mein dritter Punkt, ich finde es gut, dass wir die finanziellen Leistungen jetzt auch mal genau berechnet haben und dass wir jetzt gesagt haben, Kinder sind keine kleinen, keine kleinen, jungen Arbeitslosen, sondern sie brauchen eine eigenständige Grundsicherung, die außerhalb des Systems für Arbeitslose ist, nämlich eine eigene Kindergrundsicherung. Das ist auch der große qualitative Fortschritt. Und deshalb sagen wir dort, es muss aufhören, dass in Deutschland es so ist, dass diejenigen, die sehr viel verdienen, aufgrund des Steuerfreibetrags mehr Geld für ihre Kinder bekommen, als diejenigen, die Mittel bis weniger verdienen. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir darin klar sagen, dass wir auch den Steuerfreibetrag, den BEA, anpacken, dass wir sagen, da muss sich etwas ändern. Das sind alles Leistungen, die bei den Kindern dann auch direkt ankommen sollen. Und ich will Franziska Giffey ganz herzlich danken, denn mit dem Starke-Familien-Gesetz haben wir richtig praktisch damit angefangen, dass das Schulstarterpaket erhöht wird, dass die Leistungen automatisch bei den Kindern ankommen für Klassenfahrten und für Schulausflüge. Doch immer nehmen das viel zu wenige in Anspruch. Und deshalb müssen die Leistungen direkt bei den Kindern da sein, damit die soziale Spaltung verhindert wird. Ich bin sehr froh, dass wir uns da auf den Weg machen. Und die SPD sollte das als ihr großes Thema betrachten. Wir wollen das kinderfreundlichste Land Europas werden. Vielen Dank. Kerstin Griese, die auch parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist, aber vor allem hier parteiintern an diesem Sozialstaatsantrag, der ja schon beschlossen wurde, intensiv mitgearbeitet hat. Ja, liebe Genossen und Genossen, Bevor ich sehr aktiv wurde bei den Jusos Baden-Württemberg, war ich in der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit tätig. Und ich war als Teamer für verschiedene Organisationen im Einsatz und habe Projekte zur Demokratiebildung gemacht. Und ein Erlebnis, das möchte ich mit euch teilen, weil es mich zum Nachdenken gemacht hat. Und es hat mich zu einem großen Verfechter der Kindergrundsicherung gemacht. Wir hatten ein Projekt an einer sogenannten Brennpunktschule, weil es gehört zur bitteren Realität in Deutschland, dass noch immer häufig Personen mit niedrigem Einkommen in bestimmten Quartieren leben. Und wir hatten da dieses Projekt und sind da reingegangen und wollten über Ökologie, über Nachhaltigkeit, über Supranationalität mit den Kiddies sprechen. Und da saßen uns Kinder vor uns, da saßen Kinder vor uns, die hatten seit einer Woche dasselbe T-Shirt an. Kinder, die kein Pausenbrot dabei hatten und wenn überhaupt irgendwie Marshmallows. Kinder, die ein besseres Leben verdient haben. Und wenn die Postleitzahl entscheidet im 21. Jahrhundert, wie du leben und welche Chancen du in deinem Leben haben wirst, dann ist dies eine Schande für die viertgrößte Volkswirtschaft dieses Planeten. Liebe Genossinnen und Genossen. Und daher vielen Dank für diesen wichtigen und richtigen Antrag, denn dieser Antrag ist auch ein Paradigmenwechsel. Und auch wenn wir natürlich beim Thema Hebesätze und Anrechnung von anderen Leistungen noch Luft nach oben haben, setzen wir hier ein Zeichen. Und deswegen der klare Appell auch an euch, lasst uns heute ein klares Zeichen setzen, ein Zeichen an die Jugendverbände, an die Wohlfahrtverbände, an die Kinderschutzorganisation, dass wir als SPD, die Partei der Kinder, die eine soziale Schutzmacht brauchen in diesem Land, sind, liebe Genossinnen und Genossen. 1992 trat die UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland in Kraft. Das war sechs Jahre vor meiner Geburt. Und seither ist leider nicht so viel passiert, wie hätte passieren können. Und wir haben in manchen Punkten noch erheblichen Nachholbedarf. Ich nenne ein paar Punkte. In unserem Rechtssystem sind Kinder leider immer noch ein bisschen unterrepräsentiert. Und deswegen ist die Umsetzung der Kinderrechte ins Grundgesetz schon längst überflüssig. Rechte von Straßenkindern, Mittel für die Suchtprävention, Mittel für die Demokratieförderung. Und wir müssen die Rekrutierung von Minderjährigen durch die Bundeswehr endlich beenden, liebe Genossinnen und Genossen. Und eine Erkenntnis ist für mich heute die wichtigste. Kinder und Jugendliche sind nicht die Zukunft. Kinder und Jugendliche sind unsere gottverdammte Gegenwart. Und sie haben jetzt ein Recht darauf, dass wir uns um sie kümmern, liebe Genossinnen und Genossen. Ich mache es kurz. In diesem Antrag sind viele Punkte, die unterstützenswert sind. Ich hatte das Recht, in einem behüteten Elternhaus aufzuwachsen, musste mir nie Sorgen machen, dass ich abends eine warme Mahlzeit bekomme. Ich möchte, dass in zehn Jahren an diesem Rednerpult die Kinder, die vor mir in dieser Schule saßen, stehen und eine Rede halten. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, lasst uns streiten. Ich danke euch. Danke, Pavlos. Es folgt Melanie Kühnemann-Grunow aus Berlin und bereit machen kann sich Susan Rüthrich aus Sachsen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich freue mich sehr über den Antrag zum Sozialstaat. Und in Verbindung jetzt mit diesem Antrag zur Kindergrundsicherung macht das richtig viel Sinn. In Deutschland ist jedes fünfte Kind von Armut betroffen, weil die Eltern arm sind oder alleinerziehend. In Berlin gilt das für jedes dritte Kind. Ich bin jugend- und familienpolitische Sprecherin der Abgeordnetenhausfraktion und wir haben beschlossen, uns in die bundesdeutsche Debatte einzubringen und eine Bundesratsinitiative für einen Systemwechsel auf den Weg zu bringen, hin zur Kindergrundsicherung. Dass wir diesen Antrag jetzt hier beraten, ist für mich ein absoluter Meilenstein. Das ist auch für unsere Partei und für Deutschland ein absoluter Meilenstein. Kein Kind sollte in Deutschland von Hartz IV leben müssen. Die Kindergrundsicherung muss ein garantierter Betrag sein, der das bisherige System ersetzt. Es kann doch nicht sein, dass Kinder aus gut situierten Familien auf Familienleistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag, vor allem auf den Steuerfreibetrag sich verlassen können, während das Kindergeld von Familien, die im Arbeitslosengeld II-Bezug sind, angerechnet wird. Das ist eine Ungerechtigkeit. Wir wundern uns über PISA und wir wissen, dass Bildung schon lange nicht mehr garantiert ist. Wir wissen, dass sie so schwer wie noch nie von der sozialen Situation der Eltern abhängt. Wir waren da schon mal weiter, liebe Genossinnen und Genossen. Auch ich konnte von der sozialdemokratischen Bildungsoffensive der 70er Jahre partizipieren. Ich bin ein Arbeiterkind. Das starke Familiengesetz von Franziska ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Kinder brauchen aber eine eigene finanzielle Sicherung. Sie sind, das haben wir hier schon oft gehört heute, keine kleinen Erwachsenen und sie sind auch keine Bittstelle an den Staat. Deshalb auch der Änderungsantrag von uns. Die Leistung muss automatisch und ohne bürokratisches Antragsverfahren ausgezahlt werden. Wir haben in Berlin, wir haben hier viel über Infrastruktur gehört, vieles kostenfrei gemacht. Wir sind da auch als Bundesland Vorreiter. Von der Kita bis zur Uni sind unsere Bildungsangebote kostenfrei. Wir haben das Schülerticket frei gemacht. Wir setzen uns für Beratungsangebote an, bauen Familienzentren aus. Aber um eine grundsätzliche Verbesserung der Situation von Kindern zu erreichen, ist der Bund in der Pflicht. Sind wir als SPD in der Pflicht? Wir brauchen eine Kindergrundsicherung und was wir noch brauchen, wir brauchen einen Rechtsanspruch auf die Leistungen des SGB VIII. Das ist ganz, ganz wichtig. Dazu haben wir auch einen Änderungsantrag formuliert und ich hoffe, dass der eure Zustimmung findet. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir die Kindergrundsicherung heute hier so rege diskutieren, dass es so viel Anteilnahme gibt an dem Thema. Es ist ein wichtiges Thema für Deutschland und dass wir diesen Antrag hier heute gemeinsam beschließen. Vielen Dank. Danke, Melanie. Bevor gleich Suse das Wort bekommt, noch ganz kurz der Hinweis. Wir haben jetzt noch drei Wortmeldungen vorliegen. Danach gehen wir dann quasi in die Abstimmung. Das heißt, ihr könnt auch schon langsam euren Delegierten, wenn sie noch draußen sind, auch sagen, dass sie gerne wieder ins Plenum auch kommen dürfen. Und jetzt, wie gesagt, das Wort hat Susan Rüthrich aus Sachsen und als Nächste folgt Nathalie Pavlik aus Hessen-Süd. Liebe Genossinnen und Genossen, viele von euch haben bestimmt auch solche Lieblingsfloskeln. Eine, die wurde gerade schon gesagt, ist immer, Kinder sind unsere Zukunft. Eine meiner anderen Lieblingsfloskeln, die wir bestimmt alle schon mal benutzt haben, ist, wir wollen Kinderarmut bekämpfen. Liebe Genossinnen und Genossen, mir reicht das nicht. Ich möchte Kinderarmut abschaffen. Das geht nämlich und zwar mit der Kindergrundsicherung. Wir sächsische Sozis, wir haben uns schon vor zehn Jahren für eine Kindergrundsicherung ausgesprochen. Ich freue mich, dass wir jetzt endlich auch auf Bundesebene über die Schwelle des Ob kommen und zum Wie kommen. Mit den zwei Säulen, nämlich auf der einen Seite, dass Kinder alles das, was sie in ihrem Umfeld zum guten Aufwachsen brauchen, auch tatsächlich bekommen können, kostenfrei, stigmatisierungsfrei, nämlich so, dass Kinder und ihre Familien nicht beschämt sind, wenn sie eine Leistung in Anspruch nehmen, sondern dass sie sie selbstverständlich nutzen können. Auf der anderen Seite, der Kühlschrank muss trotzdem gefüllt sein, der Bindermantel bezahlt. Deswegen brauchen wir gut begründbare Auszahlungsbeträge, die den tatsächlichen Bedarf und nicht nur die Existenz sichern. Das ist unser Modell. Kinder als Kinder betrachten, absichern. Sie gehören nicht in Hartz IV, sie sind keine kleinen Arbeitslosen. Und Kinder sollten alle Möglichkeiten, die wir ihnen offerieren, auch tatsächlich nutzen können. Das ist ein Systemwandel. Und das ist richtig so. Das ist nicht zum Nulltarif zu haben. Das ist auch richtig so. Aber sonst bezahlen das die Kinder mit ihrer Zukunft. Ich finde, da sollten wir durchaus selbst das Geld in die Hand nehmen. Das geht nicht mit der Union. Mag sein. Aber dann sollen die doch mal begründen, warum sie sich damit abgefunden zu haben scheinen, dass wir in Deutschland arme Kinder haben. Im Gegensatz zu uns. Wir haben uns damit nicht abgefunden. Das zeigen wir heute. Die Kindergrundsicherung führen wir wohl nicht im kommenden Jahr ein. Aber es ist die Perspektive, an der wir die Schritte, die wir ab morgen gehen, messen, sind es Schritte hin zu der tatsächlichen Einführung der Kindergrundsicherung. Hin dazu, dass Kinderarmut abgeschafft wird. Hin dazu, dass Eltern nicht mehr durch die Anzahl ihrer Kinder ärmer werden. Hin dazu, dass uns alle Kinder gleich viel wert sind. Liebe Genossinnen und Genossen, frisch auf ans Werk und Freundschaft. Susanne Rüttrich war das vom Landesverband Sachsen. Sie ist Mitglied der Bundestagsfraktion. Und sie hat gesagt, das geht nicht mit der Union. Jetzt hat das Wort Natalie Publik. Es gab vor einiger Zeit gerade im Bundestag eine Debatte über das Thema Grundsicherung, Kindergrundsicherung, weil die Grünen dieses Konzept ebenfalls vorgeschlagen haben. Und die Unionsfraktion lehnt eine solche pauschale Leistung tatsächlich im Moment ab. Dann läuft gewaltig etwas schief. Dann sind wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gefragt. Und ich freue mich, dass wir heute diesen Antrag als Erweiterung zu unserem Sozialstaatskonzept hier beschließen. Der besondere Fokus auf junge Menschen und vor allem auf junge Jugendarmut ist für mich hierbei von enormer Bedeutung. Denn über die Auswirkungen von Jugendarmut wird leider viel zu wenig gesprochen in der Politik, in der Gesellschaft, aber eben auch in der Wissenschaft. Wir beziehen uns mittlerweile vermehrt auf das Thema Kinderarmut, aber der Altersbereich von jungen Menschen wird leider viel zu wenig erfasst. Und es ist wichtig, dass wir auf der einen Seite finanzielle Hilfen für von Armut betroffenen Jugendlichen zur Verfügung stehen, damit diese eben nicht neben der Schule arbeiten gehen müssen, damit sie die Möglichkeit haben, am Unterricht zu partizipieren, nicht übermüdet zur Schule gehen müssen und da eben auch die Bildungschancen überhaupt erst erfahren können, die unser System jetzt auch noch zu bieten hat. Ich finde es aber ebenfalls wichtig, dass wir die Infrastruktur stärken, die ebenfalls ein wichtiger Teil in diesem Antrag ist, zu sagen, dass Bildungsmöglichkeiten vor Ort überhaupt erst realisierbar werden müssen. Ich selber habe zu oft erlebt, dass Jugendliche kein Fachabitur machen konnten, weil die einzige Berufsschule in ihrer Umgebung überfüllt ist und ihnen eben keine 20-Kilometer-Fahrt zugemutet werden kann und sie sich deshalb für einen anderen Bildungsweg entscheiden. Ich finde, das kann es nicht sein. Finanzielle Hilfen und die Stärkung der Infrastruktur müssen Hand in Hand gehen. Ein Kind muss die Möglichkeit, ein Jugendlicher muss die Möglichkeit haben, Bildungsangebote wahrzunehmen, sei es Nachhilfe, sei es die Musikschule. Ich finde, wir sind da auf einem richtig guten Weg und ich würde mich freuen, wenn dieser Antrag mit der gleichen Mehrheit wie das Sozialstaatspapier ebenfalls angenommen wird. Vielen Dank. Ja, da war die Mehrheit nämlich, dass es einfach einschlippend angenommen wurde. Vielen Dank, Nathalie. Als nächste Rednerin folgt Seja Knorr-König aus Bayern und bereit machen kann sich Gabriel Kunze aus NRW. Liebe Genossinnen und Genossen, solange viereinhalb Millionen Kinder in diesem Land arm sind, gibt es überhaupt keinen Grund, sich selbst gefällig auf die Schulter zu klopfen. Wir können gerne feiern, wenn wir diese soziale Katastrophe überwunden haben und in diesem reichen Land kein Kind mehr in Armut aufwächst. Finanzielle Armut existiert immer im Kontext von Familie. Diese Armut hat Auswirkungen. Auf Zukunftschancen, auf die Beziehung zu Gleichaltrigen, auf das Selbstbewusstsein und die Möglichkeiten auf Aktivitäten wie Sportverein, Musikunterricht oder einfach nur einen Besuch am Schwimmbad. Aber insbesondere auf die Armutsfolgen müssen wir noch weiter Antworten entwickeln. Ich möchte ein wenig den Blick auf die Bildungschancen richten. Damit meine ich aber mehr als formelle, schulische Bildung. Die kann nämlich einfach mit der Forderung nach einer Ganztagsschule abgespeist werden. So einfach sollten wir es uns aber nicht machen. Schule ist immer noch für viele ein Ort unerfüllbarer Erwartungen von Leistungsdruck und ein Ort, der mit Mobbing assoziiert wird, insbesondere wenn Armutserfahrungen im Spiel sind. Auch deshalb benötigen wir mehr und eine bessere finanzielle Ausgestaltung von offener Sozialarbeit. Diese bietet Anlaufstellen, die beraten, fördern und Zugang zu informeller Bildung und Teilhabe ermöglichen. Liebe Genossinnen und Genossen, Dieses Konzept der Kindergrundsicherung macht mir Mut. Nicht nur, weil es sich mit den zwei Säulen und unterschiedlichsten Stellen diesem eklatanten Missstand nähert, sondern auch, weil es zeigt, dass die SPD tun kann, was sie tun muss. An der Seite derjenigen, die es sich nicht selbst leisten können, für soziale Rechte kämpfen. Lasst uns kämpfen. Lasst uns dieses reiches Land zu einem kinderfreundlichen Land machen. Liebe Genossinnen und Genossen, ihr wisst genauso gut wie ich, dass das nicht an der Seite der Union funktionieren wird. Jedoch halte ich es für äußerst feige, sich darauf zu berufen, sich dieses Thema für den Wahlkampf aufzuheben. Keines der viereinhalb Millionen Kinder hat dafür Zeit. Dieses Thema der Kindergrundsicherung müsste eine rote Linie sein. Ein zentrales Thema in den Nachverhandlungen des Koalitionsvertrages. Liebe Genossinnen und Genossen, um den Antrag noch ein Stückchen besser zu machen, habe ich zwei Änderungen vorzuschlagen. Die erste Änderung bezieht sich darauf, dass der Anspruch auf die Kindergrundsicherung mit Beginn von Ausbildung oder Studium auf die anspruchsberechtigte Person, auf das Kind übergeht, bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss, das heißt auch gegebenenfalls über die Altersgrenze von 25 hinaus. Die zweite Forderung bezieht sich darauf, wir haben es bei meiner Vorrednerin schon gehört, dass Kinder, die aufgrund der finanziellen Situation ihrer Eltern darauf angewiesen sind, sich selber etwas hinzuzuverdienen, dass dieses Einkommen nicht auf den Anspruch angerechnet wird. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bitte euch um große Zustimmung für diesen Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Seja. Jetzt hat Gabriel Kunze aus NRW noch das Wort. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin beruflich in der Jugendhilfe tätig und ich freue mich deswegen ganz besonders, dass wir heute diesen Antrag hier beschließen können. Ich kämpfe schon sehr lange dafür, dass es endlich eine Kindergrundsicherung gibt, denn auch aus der Stadt, wo ich herkomme, aus Bonn, da haben wir das Problem, dass immer noch jedes vierte Kind in Armut lebt oder von Armut betroffen ist. Und gerade in einer reichen Stadt wie Bonn hat mich das immer sehr beschämt. Und in einem Land wie Deutschland finde ich es sehr gut, dass wir jetzt den Schritt machen, hier auch in der SPD zu fordern, dass wir einen massiven Schritt dagegen tun, nämlich eine Kindergrundsicherung nach unserem Modell einzuführen. Gleichzeitig, und das finde ich immer gut, was wir als SPD tun, nämlich, dass wir auch die Infrastruktur an dieser Stelle nicht außen vor lassen, sondern dass wir sagen, wir wollen auch Geld für die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und ein Punkt dabei ist der Ausbau der Freizeitinfrastruktur für Jugendliche, aber auch das Thema freies und kostenloses Ticket für Kinder und Jugendliche im ÖPNV. Das finde ich sehr gut, das freut mich sehr. Ich bin selber im ÖPNV-Gremien tätig und ich weiß, wie schwierig es ist, so etwas überhaupt erst mal zu erreichen. Und wenn der Bund oder wenn das Bundespolitik ist, dann ist es gut, so etwas in den Gremien auch durchsetzen zu können. Ein zweiter Punkt ist der, dass wir den starken Fokus auf Bildung setzen. Und ich freue mich, dass wir sagen, wir wollen die Bildungslandschaft und die Infrastruktur ausbauen. Und jetzt setze ich beides zusammen. Freier ÖPNV-Verkehr für Kinder und Jugendliche und auf der anderen Seite Bildungsinfrastruktur, wie beispielsweise Museen in den Städten, auf Bundesebene und auf Landesebene. Wie wäre es denn, wenn wir nicht nur den Weg dahin für Kinder und Jugendliche umsonst machen, sondern auch den Eintritt und einfach sagen, Kinder und Jugendliche können in Museen der öffentlichen Hand oder die öffentlich gefördert sind, einfach umsonst hineingehen. Damit kommen wir auch an unserem Bildungsauftrag einen Stück näher und investieren gezielt in die Infrastruktur. Deswegen möchte ich den folgenden Änderungsantrag stellen und in Zeile 19 auf Seite 6, nach Zeile 19 auf Seite 6 einfügen. Wir wollen kostenfreien Eintritt für Kinder und Jugendliche in alle Museen, die in der öffentlichen Hand gehören oder öffentliche Fördergelder erhalten. Vielen Dank. Ich bitte um eure Zustimmung. Vielen Dank, Gabriel. Uns liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Von daher würde ich jetzt das Wort an die Berichterstatterin der Antragskommission, an Dagmar Schmidt, übergeben. Ja, das Verfahren kennen wir ja schon. Dagmar Schmidt von der Antragskommission wird jetzt wie bei dem Sozialstaatsantrag noch mal vorstellen, welche Änderungswünsche es gibt und was die Antragskommission dazu empfiehlt. So, Genossinnen und Genossen, das ist jetzt nicht ganz so kompliziert. Also, wenn wir den Antrag durchgehen, dann ist beantragt worden, wenn ich das richtig sehe, dass wir bei der anstehenden Reform der Kinder- und Jugendhilfe auch einen Rechtsanspruch auf Teilhabe verankern. Ich finde das grundsätzlich absolut richtig, dass wir das SGB VIII so nutzen, dass wir auch einen Rechtsanspruch auf Teilhabe darin verankern. Aber ich möchte nicht, dass wir das sozusagen jetzt in der anstehenden Reform, die wir dadurch gefährden, in Angriff nehmen, sondern dass wir das zu unserem perspektivischen Ziel machen und habe deswegen euch eine Formulierung, die wir auch schon so ein bisschen im Vorfeld konsensuiert hatten, vorzuschlagen. Die heißt, bei der anstehenden Reform der Kinder- und Jugendhilfe wollen wir daher auch die Kinder- und Jugendarbeit im Sozialraum stärken. Und perspektivisch im SGB VIII einen individuellen Rechtsanspruch auf Teilhabe an Bildung, Betreuung und Erziehung einführen, um zum flächendeckenden Ausbau einer besseren sozialen Infrastruktur für Kinder und vor allem auch für Jugendliche zu kommen. Ich würde euch bitten, dass wir den Gedanken so aufnehmen, der Kinderschutzbund klatscht. Ich denke, dann können wir das so machen. Ist das okay? Gut. Dann ist beantragt, dass das Kindergeld auf das Kind übergehen soll, wenn es sozusagen in Ausbildung ist. Da haben wir so ein bisschen ein systematisches Problem, weil das Kindergeld ist eigentlich ein Vorschuss auf einen Steuerfreibetrag der Eltern. Und deswegen ist es zwar jetzt möglich, unter bestimmten Rahmenbedingungen, zum Beispiel für unbegleitete Flüchtlinge, auf Antrag das zu übertragen. Es geht aber systematisch eigentlich nicht. Ich finde aber, dass die Frage einer elternunabhängigen Existenzsicherung für junge Menschen in der Ausbildung eine ist, die wir nicht so einfach liegen lassen können, sondern mit der wir uns auch im Hinblick auf das Regierungsprogramm, das wir zu schreiben haben, beschäftigen sollen. Und deswegen schlage ich euch Folgendes vor, nämlich, dass wir in dem Teil starke Familien für ein starkes Land, das ist der letzte Absatz, in dem beschreiben wir in dem Papier nochmal, was wir sozusagen noch alles an Rahmenbedingungen brauchen, um unser Ziel zu erreichen, nämlich, dass Deutschland das kinderfreundlichste Land in Europa wird. Und hier würde ich einen Satz einfügen wollen, der hinter Alltag, Zeit und Kraft für Zuwendung, das ist der zweite Absatz, der erste Satz. Da zählen wir das so ein bisschen auf. Da steht dann, dazu zählt insbesondere auch gute und familiengerechte Arbeit als wesentliche Voraussetzung dafür, dass Eltern den Kopf frei haben für die Bedürfnisse ihrer Kinder und im Alltag Zeit und Kraft für Zuwendung. Dann kommt, das würden wir dann einfügen, dazu zählt eine elternunabhängige Existenzsicherung für junge Menschen in Ausbildung. Wenn die Antragsteller damit zufrieden wären, dass wir das an der Stelle aufnehmen, würde ich das als Antragskommission dann auch so übernehmen. Ist das so? Gut. Dann haben wir die Frage, beantragt die Anrechnung von Einkommen der Kinder und Jugendlichen. Und ich finde, das ist eine richtige Frage, aber auch hier haben wir systematische Klärungen vorzunehmen. Und das, was wir sowieso schon hier drin stehen haben, ist, dass wir hohe Freibeträge haben, dass ein Ferienjob und alles, das davon nicht betroffen ist. Und wir wollen grundsätzlich natürlich immer den Anreiz für Arbeit schaffen. Und deswegen rechnen wir auch nicht voll, sondern immer nur anteilig an, damit sich jede Arbeit am Ende auch lohnt. Wir können aber keine Ungleichbehandlung machen zu denjenigen, die sozusagen keine Sozialleistungen bekommen. Und deswegen können wir das sozusagen nicht vollständig dann anrechnen, sondern so, wie wir es hier auch beschrieben haben. Und ich möchte euch bitten, bei dieser Formulierung dann auch zu bleiben. Dann ist beantragt worden, dass wir Museen kostenfrei machen für Kinder und Jugendliche. Dieser Antrag ist kein Antrag, der nur die Bundestagsfraktion und die Bundesregierung betrifft. Wenn wir diesen Antrag in seinen zwei Säulen, auch in reale Politik umsetzen wollen, dann heißt das, dass Länder und Kommunen genauso ihren Beitrag zu dieser Umsetzung leisten müssen. Und wir haben mit der Kinderkarte das Instrument geschaffen, über das das möglich ist, wo explizit drinsteht, dass Kommunen eben beteiligt werden, daran die Leistungen, die sie auch für Kinder und Jugendliche frei und offen machen, eben auf dieser Kinderkarte dann auch zu hinterlegen. Und deswegen, weil die Idee und der Grundsatz, da schon drin sind, würde ich euch auch bitten, das dabei zu lassen und in euren Kommunen euch dafür einzusetzen, dass genau das geschieht, nämlich dass Museen und, wenn es nach mir geht, auch Schwimmbäder für die Kinder kostenfrei zu nutzen sind. Habe ich was vergessen? Das ist nicht so. Ja, Dagmar Schmidt von der Antragskommission. Jetzt müsste eigentlich über diesen Antrag abgestimmt werden können, in Gänze. Jetzt gibt es vorne bei Dagmar Schmidt steht noch ein Delegierter. Wenn wir es richtig sehen, war das genau derjenige, der sich mit diesem letzten Änderungsantrag zum Wort gemeldet hatte. Deswegen gibt es noch Klärungsbedarf. Moment, Geduld bitte. In der Zeit kann ich Ihnen aber noch mal sagen, dass dieser Antrag, dieses Konzept für eine sozialdemokratische Grundsicherung ja im Wesentlichen diese Kindergrundsicherung einführen möchte. Kindergeld, Kinderfreibeträge, Kinderzuschlag und andere Familienleistungen sollen also zusammengelegt werden zu einer Kindergrundsicherung, wenn es nach der SPD geht. Die soll aus zwei Säulen bestehen. Einmal aus dieser Infrastruktur, das ist oft angesprochen worden, da geht es um beitragsfreie Kitas, aber auch ein neues Teilhabekonto für Kinder, um Angebote wie Sportvereine und Schwimmbäder. Also diese Infrastruktur, die Bildung und Teilhabe ermöglichen, das soll eine Säule sein. Und das Zweite sind natürlich die existenzsichernden Geldleistungen. Da soll es einen sogenannten Basisbetrag geben von 250 Euro je Kind und dann je nachdem, wie die finanziellen Mittel der Familie aussehen, bis zu 478 Euro im Monat. Der letzte Punkt ist Einigkeit. Kulturelle Bildung ist wichtig, deswegen wollen wir natürlich auch kostenfreie Museen. Gut. Das war eine sehr schnelle Einigung zwischen Antragskommission in Person von Dagmar Schmidt und dem Antrag Steller. Können wir in die Abstimmung über den Antrag zur Kindergrundsicherung einsteigen? Das Votum der Antragskommission lautet Annahme in der geänderten Fassung. Und wer diesem Antrag so zustimmen kann, dem bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Danke. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Ich sehe keine. Von daher vielen Dank. Der Antrag ist einstimmig angenommen. Herzlichen Dank für dieses tolle Signal. Wir werden gemeinsam Kinderarmut endlich abschaffen mit diesem Konzept. Herzlichen Dank. Ja, und genauso wie vorher das neue Sozialstaatskonzept ist auch dieser Antrag zur Kindergrundsicherung hier einstimmig angenommen worden. Dieser Parteitag, der soll ja eine programmatische Neuausrichtung der SPD bringen. Aber er soll auch eine neue Führung bringen, beziehungsweise, ihr habt ja schon gebracht, gestern ist gewählt worden. Und eine der neuen stellvertretenden Parteivorsitzenden, die ist jetzt bei meinem Kollegen Erhard Schärfer. Und genau, Janett, und wir reden nicht nur über neue Köpfe, sondern wir reden auch über das veränderte Programm in den nächsten vier, fünf, sechs Minuten. Mal gucken, wie lange uns das trägt. Anke Rehlinger ist bei uns. Neue stellvertretende Parteivorsitzende in der Tat, aber weiterhin auch Ministerin für, das muss ich ablesen, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Energie im Saarland, damit ich hier nichts vergesse. Und stellvertretende Ministerpräsidentin ist sie da auch noch. Schön, dass Sie da sind. Was ist Ihre Zwischenbilanz nach zwei, fast zwei kompletten Tagen Parteitag? Ja, es ist auf jeden Fall ein spannender Parteitag, aber auch einer, der klare Botschaften nach außen setzen kann. Und der zeigt, dass wir an den Problemen der Menschen tatsächlich auch arbeiten. Wir haben jetzt gerade eben unser Konzept zur Kindergrundsicherung auch beschlossen, als ein Mittel, um tatsächlich dafür zu sorgen, dass das viele Geld, das wir ja bislang auch schon eingesetzt haben, jetzt tatsächlich auch den Familien, den armen Familien, vor allem den Kindern in diesen Familien auch helfen kann. Wir haben ein neues Sozialstaatskonzept verabschiedet, können damit auch, so hoffe ich, die leidige Debatte um Hartz IV auch hinter uns lassen, weil wir jetzt einen völlig neuen Ansatz gewählt haben. Immer noch die Botschaft, wir lassen keinen zurück, es fällt keiner durchs Netz, aber es soll eben auch nach vorne gehen und es soll gegen die großen Lebensrisiken auch absichern. Das sind wirklich wichtige Botschaften, auch für die Bürgerinnen und Bürger, denn wir arbeiten an den Problemen, mit denen leider immer noch viele zu kämpfen. Nichtsdestotrotz sind beides erstmal Konzepte, Ideen, ausgearbeitete Papiere, die man mutmaßlich in dieser Koalition auf Bundesebene erstmal nicht so schnell durchsetzen kann. Da brauchen Sie mutmaßlich andere Verbündete. Wie soll es also gelingen, diese Konzepte dann auch tatsächlich umzusetzen? Zunächst einmal will ich das überhaupt gar nicht abschreiben, dass uns nicht auch noch was gelingt, in dieser großen Koalition auch umzusetzen. Im Übrigen, selbst der bestehende Koalitionsvertrag gibt dafür ja nochmal auch Anlass, denn der ist ja noch nicht abgearbeitet und es gibt jetzt auch Gespräche, bei denen man auch nochmal den Blick auf die aktuelle Lage auch lenken wird und zu sagen, okay, was war damals schon in den Koalitionsverhandlungen mitgedacht? Was hat sich jetzt verschärft? Was gibt es an Neuen? Auch Situationen, auf die wir uns einstellen müssen und da wird sicherlich auch noch einiges von unseren Rezepten mit einfließen können. Dann sagen Sie doch mal konkret, was von dem, was jetzt an Sozialstaatskonzept hier verabschiedet worden ist, heute gegen Mittag. Was denken Sie, was von diesen Ideen können Sie tatsächlich in dieser Koalition unter Umständen noch erreichen? Zunächst einmal gibt es einen klaren Verhandlungsauftrag für eine Reihe von Themen, Gespräche mit der CDU auch zu führen. Das ist vor allem gestern in dem Antrag auch zum Ausdruck gekommen. Da geht es um das Frage Klima und wie können wir das mit der Wirtschaft auch in Einklang auch bringen. Da geht es natürlich auch um eine ganze Reihe von anderen Punkten, wo wir glauben, dass sich die Dinge jetzt geändert haben, wo wir reagieren müssen. Es sind aber auch, das muss man wissen, keine roten Linien. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass die CDU über gar nichts mit uns reden will, denn auch die Parteivorsitzende hat ja noch vor geraumer Zeit selbst gesagt, auch die CDU hätte noch die ein oder andere Idee, über die es jetzt zu sprechen gilt. Und deshalb finde ich es gut, wenn man sich zusammensetzt. Das ist im Übrigen auch gar kein unnatürlicher Vorgang. Ich habe das gerade letztes Wochenende auch mit meinem CDU-Koalitionspartner im Saarland auch gemacht. Ich merke schon, Sie mögen nicht so richtig darauf eingehen, deswegen mache ich es jetzt noch mal ganz konkret an einem Punkt fest und das sind die Sanktionen beim Thema Hartz Vier. Die abzuschaffen oder die zumindest zu verrichten, die abzuschaffen wäre Idealvorstellung der Jusos gewesen. Irgendwie nun hat das Bundesverfassungsgericht schon ein bisschen vorgearbeitet und hat gesagt, in dieser Härte, wie es zuletzt Bestandteil bei Hartz IV gewesen ist, darf es nicht oder soll es nicht weitergehen. Also es darf durchaus Sanktionen geben. Jetzt haben die Jusos aber auch noch mal interveniert bei diesem ganzen Konzept. Können Sie an diesem Punkt sich vorstellen, dass da mit der Union was durchsetzbar ist? In diese Richtung, wie Sie sie heute hier verabschiedet haben? Ich glaube schon, denn auch das Bundesverfassungsgericht hat uns ja auch einiges gesagt. Insofern hätte es gar nicht allein nur eines Beschlusses des SPD-Parteitages bedurft, sondern auch dort gibt es eine klare Botschaft, was anzugehen auch ist. Und ich finde, das, was wir jetzt beschlossen haben, ist eine kluge, differenzierte Betrachtungsweise auch der Situation. Man wird sicherlich nicht sagen können, dass wenn man auf der einen Seite den Staat als Unterstützer an der Seite hat und man gleichzeitig dafür auch sich selber einbringen muss und man das nicht tut, dass das folgenlos auch bleiben kann. Und das haben wir so miteinander auch beschlossen. Man muss aber noch mal differenziert auch gucken, auch gerade die Gruppe der Jugendlichen, da gibt es eine ganze Reihe von Studien dazu, dass das möglicherweise keine angemessene Reaktion ist, wie der Staat ihnen gegenüber auch auftreten soll. Und ich finde, wenn man das in dieser Differenziertheit und auch in der Sachlichkeit miteinander bespricht, dann sollte es möglich sein, dass man sich aufeinander zubewegen kann, denn es geht ja letztendlich um die Menschen in diesem Land und dass wir es schaffen sollten, möglichst viele von ihnen auch wieder in Arbeit zu bringen, denn eigentlich brauchen wir sie und es wäre auch gut für diejenigen, die nach Arbeit suchen, dass sie ihre Chancen auch bekommen. Dann haben wir da mal ein bisschen Klarheit an dem Punkt, was denken Sie, was kann in Sachen Kindergrundsicherung noch möglich sein in dieser Legislaturperiode, wenn es geht, ganz konkret? Ich kann das nicht absehen. Ich glaube noch nicht, dass die CDU selbst konkret genug ist, um diesen Punkt ernsthaft zu verhandeln. Insofern wird es erst mal auch hochinteressant sein, zu sehen, was denn die CDU tatsächlich angehen will. Man war ja schon einmal mit einem Antritt unterwegs, damals Ursula von der Leyen. Insofern gab es seither zumindest auf Unionsseite kein Analyseproblem, sondern möglicherweise dann auch ein Umsetzungsproblem und die Frage auch, wie beherzt man es angegangen ist. Wir haben jetzt ein klares Konzept, ich bin sehr gespannt, was die CDU hat, denn das müssen wir schon kennen, um zu wissen, wie man etwas Vernünftiges daraus machen kann. Ansonsten steht erst mal unser Konzept der Kindergrundsicherung im Raum. Ich bin davon überzeugt, dass es ein gutes ist und wir sollten auch dafür kämpfen, dass es umgesetzt werden kann und zwar so schnell wie möglich. Schauen wir auf das, was in diesen zwei Tagen mit der SPD passiert, wie sie sich neu positioniert, auch ein bisschen deutlicher, auch bestimmte Dinge überwinden will, wie Sie es selber formulieren, beispielsweise Hartz IV und gucken, was das möglicherweise für Auswirkungen auf diese Koalition hat. Wie viele Chancen geben Sie diesem Bündnis noch? Diese Regierung ist gewählt von den Bürgerinnen und Bürgern. Die SPD hat sich nicht leicht damit getan, in die Koalition auch einzutreten. Man muss immer noch mal sagen, der Kollege Lindner hat sich vom Acker gemacht und insofern haben wir uns der Verantwortung gestellt und diese Verantwortung ist nach wie vor auch da, aber sie muss auch ausgefüllt werden und jetzt geht es darum, auch auszuloten, inwiefern das man gemeinsam auch tun kann. Ich gehe davon aus, dass alle guten Willens sind, in dieser Legislaturperiode das Beste zu umzusetzen. Dazu gehört das, was im Koalitionsvertrag steht, dazu gehört aber noch vieles anderes und dann wird man entscheiden. Insofern, die SPD ist bereit, sie stellt sich der Verantwortung und sie ist in der Regierung und jetzt geht es darum, auch diese Zeit für die Bürgerinnen und Bürger auszugestalten. Stichwort ausgestalten, Stichwort erfüllen, Stichwort Erwartungen. Welche sind Ihre Erwartungen an Ihre beiden neuen Parteivorsitzenden? Wichtig ist jetzt, dass die Partei geschlossen weiter nach vorne marschiert. Wir haben heute so viele wichtige Punkte miteinander auch verabschiedet, die deutlich machen, es gibt eine SPD, die zwar miteinander streitet, die auch sehr, sehr vielfältig ist, auch in der Frage, wo man herkommt, aus der Umweltbewegung, aus der Arbeiterbewegung, aus der Friedensbewegung. Und jetzt muss man natürlich auch immer sagen, ein differenziertes Bild, auch in der Antwort, die man gibt, entsteht nicht dadurch, dass die eine Seite Hü und die andere Hort ruft, sondern dass man den Bürgerinnen und Bürgern, selbst wenn man einen Mittelweg beschreibt, auch diesen Mittelweg beschreibt. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man auch als Parteispitze, und da will ich mich auch gerne jetzt mit dazuzählen, dann aber auch erarbeiten muss und dann nach vorne entwickeln muss und die Partei mitnimmt, begeistert, denn wir sind die Partei der guten Laune und wir versuchen vor allem für die Menschen in diesem Land was Gutes auf den Weg zu bringen. Sie müssen sich sogar dazuzählen zur neuen Parteispitze als stellvertretende Parteivorsitzende. Haben Sie schon mal überlegt, wie Sie diese Rolle ausfüllen wollen, wo Sie Schwerpunkte setzen wollen, wo Sie ja möglicherweise die beiden Vorsitzenden auch ein bisschen helfen oder den beiden helfen oder Sie auch ein bisschen kritisch betrachten oder wie soll es aussehen? Das sind natürlich die Themen, die mich auch im Saarland bewegen und umtreiben. Die Frage, wie können wir Ökonomie und Ökologie, wie können wir Klimaschutz auf der einen Seite und Industrie auf der anderen Seite nicht als Gegenpart sehen, sondern wie können wir das zusammenbringen? Ich glaube, das ist ein ganz großer Teil jetzt dieses sogenannten Transformationsprozesses und das muss uns gelingen, Klimaschutz konkret zu machen. Da sind wir jetzt wirklich in der Pflicht, nicht nur neue Ziele zu beschließen, sondern auch Wege zu beschreiten, aber das natürlich nicht mit dem Preis, dass wir zum einen die Deindustrialisierung in diesem Land vorantreiben und dass die Menschen das mit ihrem Arbeitsplatz bezahlen. Das Beispiel Stahl ist eines, dort stehen wir vor ganz konkreten Entscheidungen auch der Unternehmen und ich finde die Investitionen der Zukunft für einen grünen Stahl auch in Deutschland, die müssen hier in Deutschland in Europa getätigt werden, denn es nützt nichts, wenn sie außerhalb Europas getätigt werden, dort mehr CO2-Ausstoß verursachen, als wenn es hier ist. Das nützt effektiv dem Klima nichts, bestenfalls China, aber wir haben dafür die Arbeitsplätze verloren. Das ist ein Punkt, wo ich sagen will, da wollen wir auch Stimme der Arbeit sein, Stimme der Wirtschaft hier in Deutschland und dafür sorgen, dass beides zusammengeht, Klimaschutz und Wirtschaft. Und wir merken uns, dass wir beim Thema Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik und Umweltpolitik, wenn wir da Fragen an die nächste Parteispitze haben, dann möglicherweise auch mal direkt zu Ihnen kommen. Frau Rehlinger, vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns gewesen sind. Bei uns, meine Damen und Herren, sagt Ihnen Janett Klark, was der Stand der Dinge ist im Plenum. Ja, wir schauen mal auf das weitere Programm. Der Antrag zur Kindergrundsicherung ist hier beschlossen worden. Der große Antrag zur Reform des Sozialstaates ist hier beschlossen worden. Und es stehen noch weitere Anträge jetzt an zum Thema Familie. Und bevor das hier in die Antragsberatung geht, haben wir noch ein bisschen Zeit. Das wollen wir nutzen, um noch mal zu den Delegierten zu schauen. Und dort steht meine Kollegin Sarah Bildau. Genau, ich stehe ganz weit vorne, also nah an der Bühne beim Landesverband Bremen. Die Delegierten besetzen hier die ersten zweieinhalb Reihen. Ja, und das Armutsrisiko ist in Bremen besonders hoch, laut Statistischem Bundesamt. Das heißt, die Kindergrundsicherung liegt Ihnen deshalb vermutlich besonders am Herzen. Das, was gerade beschlossen wurde. Ja, ich finde das ganz großartig, dass der Bundesparteitag die Kindergrundsicherung beschlossen hat. Auch die beiden Säulen. Infrastruktur ist total wichtig für Kinder und Jugendliche, öffentliche Infrastruktur. Aber was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass Kinder einen eigenen Anspruch haben. Die haben in der Arbeitslosen-Sicherung nichts zu suchen. Deswegen braucht es eine Kindergrundsicherung. Das haben wir in Bremen auch uns schon lange auf die Fahnen geschrieben. Reden da auch mit unseren Bündnispartnern, AWO, Kinderschutzbund, Gewerkschaften. Und deswegen finde ich es von Bremen aus und auch für bremische und Bremerhavener Kinder ganz, ganz toll, dass das beschlossen wurde. Also Sie sind sehr zufrieden. Wie kann man aber denn sicher sein, dass die Eltern wirklich das Geld an die Kinder weitergeben? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber auch darüber muss natürlich bei diesem Beschluss nachgedacht werden. Ja, es gibt Befragungen dazu, dass ganz klar ist, dass Eltern, die von Hartz IV leben müssen, mehr für ihre Kinder ausgeben, als im Regelsatz drin ist. Dass sie sich das lieber selbst vom Munde absparen. Und deswegen finde ich die da mitklingende Unterstellung, die würden nicht ordentlich für ihre Kinder sorgen, einfach falsch und wird auch den Eltern nicht gerecht. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass es öffentliche Infrastruktur gibt, dass es Kindertagesbetreuung gibt, vernünftige Ganztagsschulen, wo Kinder auch Mittagessen bekommen. Dass klar ist, es gibt Jugendfreizeiteinrichtungen, es gibt Freibäder. In Bremen werden wir im Freibad ab Sommer nur noch einen Euro verlangen von Kindern und Jugendlichen. Das sind Sachen, die sind zusätzlich wichtig und notwendig. Vielen Dank, dann gehe ich mal eine Reihe weiter hinter mir. Ja, die Union wird aber vermutlich da nicht mitmachen, hat sich zur Kindergrundsicherung bisher sehr kritisch geäußert. Was dann also, was kann wirklich Realpolitik werden, wovon eben immer wieder gesprochen wurde? Ja, wir haben ja beschlossen, dass wir uns mit der Union in Gespräche begeben. Und da wird mit Sicherheit auch das Thema eine Rolle spielen. Und da muss man eben gucken, was mit der Union zu machen ist und sich dementsprechend dann auch verhalten. Das heißt, wie würden Sie sich verhalten, wenn die Union nicht mitmacht? Na, ich bin ja nun nicht in der Rolle, diese Entscheidung treffen zu müssen. Aber Sie haben eine Meinung? Ja, es ist klar, dass die Jusos nie ein Freund der Großen Koalition war. Das heißt, jetzt mal langfristig gedacht, oder man weiß ja nicht, wie lange es jetzt noch in diesem Regierungsbündnis weitergeht. Ist das denn auch ein klares Signal an Rot-Rot-Grün? Dass Rot-Rot-Grün das präferierte Regierungsbündnis ist, ist, glaube ich, auch häufiger schon hier gesagt worden. Man muss jetzt eben gucken, inwieweit diese Legislatur noch so weiterläuft und was für Inhalte umgesetzt werden können. Aber klar ist, dass auch die Anträge, die Leitanträge, die wir heute hier beschlossen haben und die wir auch gestern beschlossen haben, dass dafür linke Mehrheiten benötigt werden. Ich bedanke mich ganz herzlich und gebe wieder zurück zu meiner Kollegin Jeanette Clark. Vielen Dank, Sarah. Und jetzt gerade in diesem Moment beginnt die weitere Debatte zu noch ganz verschiedenen familienpolitischen Anträgen. Und wir wollen mal reinhören und arbeiten uns dann so nach und nach durch die verschiedenen Anträge durch. Es spricht jetzt Ulf Daude. Die Anträge hat empfohlen, dass das an den Parteivorstand überwiesen werden soll, was wir an der Stelle nicht nachvollziehen können. Weil was soll der Parteivorstand da denn eigentlich noch zu beraten, beschließen und noch ein Konzeptpapier entwickeln, wenn wir einen bundesweiten Personalschlüssel fordern? Wir wollen doch frühe Förderung und Chancengleichheit in unseren Kindertageseinrichtungen fördern. Und wir wollen hohe Qualität an Kitas. Wir wollen tolle motivierte Arbeit dort haben. Und die muss ja auch von jemandem geleistet werden. Und an der Stelle geht das nur, wenn wir überall in Deutschland auch die gleichen mindestens Personalausstattung haben. Und das muss unabhängig vom Wohnort sein. Auch das haben wir hier schon häufig beschlossen. Die Arbeitsgemeinschaft für Bildung bittet euch daher der Empfehlung der Antragskommission nicht zu folgen und den Antrag F27 anzunehmen. Denn das Gute-Kita-Gesetz war ein erster Beitrag zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse für das Aufwachsen von Kindern im Bundesgebiet. Und nun müssen auch weitere konkrete Schritte folgen. Mit Artikel 3, Absatz 3 der Kinderrechtskonvention hat Deutschland fünf wesentliche Kriterien zur Kindeswohlsicherung und zur Förderung in Einrichtungen vereinbart. Unter anderem die Zahl und die Eignung des fachlichen Personals. Daher hängt die Erfüllung des Rechtsanspruchs für unsere Kinder auf Förderung davon ab, dass wir ihn auch umsetzen. Eine gute und gesicherte frühkindliche Bildung ist somit das Recht unserer Kinder. Und es ist unsere Aufgabe, das dann auch wirklich umzusetzen. Das können wir an dieser Stelle mit einem klaren Beschluss tun. Und wir wollen den Bildungsweg erfolgreich starten lassen, die Grundlage dafür geben, dass unsere Kinder gut ausgebildet werden und die Verwirklichung von Chancengleichheit wirklich schaffen. Und dieser umfassende Förderauftrag kann aus unserer Sicht nur gelingen, wenn wir in unseren Kindern verlässlich eine Personalausstattung haben, wenn wir überall dafür sicherstellen, dass die Arbeit gut geleistet werden kann. Und dafür möchten wir einen Mindestpersonalschlüssel bundesweit haben. Das hilft auch am Ende nicht nur unseren Kindern, sondern das hilft auch den Mitarbeiterinnen in den Kitas. Wir haben hier gehört, auch von Saskia, wie schwierig das ist in bestimmten Berufsgruppen. Dazu gehören auch die Erzieherinnen, dazu gehören die Pflegeberufe, Krankenberufe. Dass dort Mitarbeiter gerne schon mal runtergehen mit ihren Stunden, damit sie die Arbeit am Ende schaffen können. Durch einen Mindestpersonalschlüssel würden wir sicherstellen, dass die Leute ihre Arbeit schaffen können, dass genügend Personal eingestellt wird. Damit tun wir am Ende auch was gegen den Fachkräftemangel. Wir bitten euch daher dem Votum nicht zu folgen und über den Antrag abzustimmen und bitten um eure Zustimmung. Vielen Dank. Ja, der Antrag kommt von der Arbeitsgemeinschaft für Bildung, die eben einen bundesweiten Mindestpersonalschlüssel für Tagesanrichtungen für Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt fordern. Monique Wölk für den Landesverband Mecklenburg-Vorpommern spricht jetzt. Ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, wie mein Vorredner werbe auch ich hier bei euch um Aufmerksamkeit für den Antrag zu einem Bundesverband. Als Arbeitsgemeinschaft für Bildung, Ulf hat es gerade schon gesagt, bitten wir euch darum, dem Votum der Antragskommission nicht zu folgen und stattdessen einen Beschluss über diesen Antrag zu fassen. Wir haben mit dem Gute-Kita-Gesetz einen wichtigen und auch richtigen Schritt zur bundesweiten Stärkung und Verbesserung bei der Kinderbetreuung getan. Und das ist sehr gut so. Aber das Gesetz zielt zwar darauf, bundesweit eine gute Qualität in der Kita-Betreuung und damit eben gleichwertige Lebensverhältnisse beim Aufwachsen von Kindern zu schaffen. Wir müssen aber feststellen, dass es in der Realität immer noch große Unterschiede bei der Betreuung in Krippen und Kindergärten gibt. Und dass diese Unterschiede auch nicht mit den Möglichkeiten des Gute-Kita-Gesetzes überwunden werden. Denn, liebe Genossinnen, liebe Genossen, genau hier kommt der Mindestpersonalschlüssel ins Spiel. Er legt nämlich fest, wie viele Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas angestellt sein müssen, um die Betreuung zu sichern, um aber auch dem Fürsorge- und Bildungsauftrag einer Kita gerecht zu werden und um Krankheits-, Urlaubs- und Weiterbildungszeiten der Kolleginnen auszugleichen. Damit ist der Personalschlüssel ausschlaggebend für die Zahl und auch für die Zeit, die zur Betreuung der Kinder zur Verfügung steht. Nun, das wissen sicherlich sehr viele von euch, ist es so, dass ausgerechnet in Kitas und Kindergärten Husten, Schnupfen andere Krankheiten zusammenkommen und dass davon auch die Erzieherinnen nicht verschont bleiben. Und solche Krankheitswellen treffen in der Regel mit anderen größeren oder kleineren Personalengpässen zusammen. Dann können sich solche Kitas glücklich schätzen, bei denen der Personalschlüssel tatsächlich so hoch ist, dass diese Mehrarbeitszeiten dann von anderen Kollegen aufgefangen werden können. Leider ist das aber häufig nicht der Fall. Häufig ist es so, dass die zu betreuenden Kinder eben auf die verbliebenen Fachkräfte aufgeteilt werden und dass damit dann von dem ursprünglichen Anspruch und eben auch dem Recht der Kinder auf Fürsorge und auf individuelle Förderung wenig übrig bleibt. Das ist traurig, aber es ist ein Umstand, den wir ändern können. Und das sieht auch die geltende Rechtslage so. Es geht darum, in Kitas soziale Verhaltensweisen, Begabungen, geistige und körperliche Fähigkeiten zu fördern. Das kann nur mit ausreichend Personal umgesetzt werden. Deutschland hat die Kinderrechtskonvention unterzeichnet und diese legt fest, dass ausreichend Personal für diese Aufgaben zur Verfügung stehen müssen. Wenn wir in unserem Land tatsächlich gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen wollen, müssen wir bei den Jüngsten damit beginnen. Deshalb noch einmal die Bitte, der Empfehlung der Antragskommission nicht zu folgen und über den Antrag abzustimmen und ihm dann auch zuzustimmen. Dankeschön. Also nochmal das Votum eben für diesen bundesweiten Mindestpersonalschlüssel in Kitas beispielsweise. Ich würde an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wir ein bisschen im Zeitverzug sind und dass ihr euch bitte wirklich auf diese drei Minuten auch konzentriert, damit wir hier durchkommen. Als nächstes hat das Wort Maria Neuchler aus Bayern und ihr folgt Vanessa Gattung aus Weser-Ems. Maria Neuchler ist die Bundesvorsitzende der AG Sozialdemokratischer Frauen. ...den Bereich F, der natürlich der ASF ganz, ganz besonders am Herzen liegt, auch nochmal kurz Stellung dazu nehmen. Herzlichen Dank an die Antragskommission, dass wir viele der Anträge, die die ASF hier einbringen konnte, wirklich mit einem positiven Votum bekommen haben. Da geht es einerseits von Femizid, das neue Wort, dass wir nicht mehr, wie viele immer noch glauben, vom Familientrama reden. Es geht darum, mehr Gelder für die Bekämpfung von Beschneidung von Mädchen einzusetzen und so weiter und so fort. Das heißt ein großes Dankeschön an die Antragskommission, dass ihr hier so umsichtig entschieden habt. Und trotzdem habe ich noch eine kleine Bitte mitgebracht. Denn ohne Bitte geht man nicht ans Rednerpult. Ich habe eine Bitte mitgebracht, den Antrag F39 nochmal genau zu lesen. In diesem Antrag wird gefordert, dass ein Vorbehalt, ein Vorbehalt, der momentan besteht, nämlich in der Umsetzung der Istanbul-Konvention, dass nicht alle Frauen im Schutz dieser Konvention sind, wenn das im Ausländer mit dem Asylrecht noch nicht richtig geregelt ist, dass man das nochmal überdenkt. Ich weiß, dass wir inhaltlich 100%ig hinter diesem Antrag stehen. Ich weiß, dass wir alle dahinter stehen, dass der Aufenthaltstitel nicht entscheidend sein kann, ob eine Frau zum Beispiel Zuflucht in einem Frauenhaus finden kann. Deswegen würde ich bitten, diese Überweisung, die momentan der Vorschlag der Antragskommission heißt, Überweisung an die Bundestagsfraktion, ein bisschen stärker zu machen, ein bisschen härter zu machen, deutlich zu machen, dass wir wissen, Gewalt gegen Frauen ist nicht teilbar in die Frauen mit einem Aufenthaltstitel und in die Frauen ohne einen Aufenthaltstitel, sondern Gewalt gegen Frauen ist immer Gewalt gegen Frauen. Danke. Danke, Maria, auch für die Kürze. Als nächstes hat das Wort Vanessa aus Weser-Ems und ihr folgt dann Andrea Schiele aus Baden-Württemberg. Vanessa Gattung aus dem Landesverband Niedersachsen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich spreche heute zu euch, weil ich mich für das nordische Modell für Frauen in der Prostitution einsetzen möchte. Ich selbst habe zehn Monate lang in der Beratung gearbeitet, habe zehn Monate lang Frauen in der Prostitution gesundheitlich beraten nach dem Prostituierten-Schutzgesetz. Alleine in diesen zehn Monaten hatte ich 300 Beratungen. Vielleicht noch kurz zur Erklärung. In dieser Beratung ging es unter anderem um gesundheitliche Risiken, Drogenkonsum und natürlich auch zu Hilfen in Notfallsituationen. Denn das Gesetz hat nämlich als Ziel, dass Frauen die Möglichkeit bekommen, ihre Notsituation zu offenbaren, wenn sie denn in einer stecken. Natürlich, das Ziel ist super, aber liebe Genossinnen und Genossen, wie sieht die Realität aus? Die Realität ist, dass 90 bis 95 Prozent der Frauen, die bei mir waren, aus Osteuropa stammen. Abgesehen von den sprachlichen Barrieren gab es auch mit Dolmetscher teilweise Frauen, die kein Ton gesagt haben. Sie waren eingeschüchtert und hatten Angst vor möglichen Konsequenzen. Druck der Zuhälter war der Grund, sie drohten teilweise damit, ihre Familien etwas anzutun in ihren Heimatländern. Das weiß ich, weil einige wenige sich dann doch getraut haben, sich mir anzuvertrauen. Und sie haben mir berichtet, was sie erlebt haben in der Zeit. Gewalt war an der Tagesordnung, Erniedrigungen, Zwang, Ausbeutung. Und sie wurden behandelt wie Eigentum der Männer. Für gerade mal 50 Euro. Liebe Genossinnen und Genossen, das kann in der heutigen Zeit nicht mehr sein. Und in dieser ganzen Zeit von diesen 300 Frauen, roundabout, vielleicht waren es auch ein paar mehr, ein paar weniger, aber es hat sich nur eine einzige Frau getraut, Hilfe zu holen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, damit sie rauskommt aus der Prostitution. Für mich ist die Situation schwer ertragbar. Und wir sollten uns endlich dafür einsetzen, dass diesen Frauen geholfen werden. Denn Frauen in der Prostitution sind, das habe ich auch häufig erlebt, keine Frauen zweiter Klasse. Auch sie brauchen Hilfe. Sie haben Anspruch auf unsere Hilfe. Daher bin ich auf jeden Fall dafür, ganz unbedingt, dass wir das nordische Modell auch hier in Deutschland einführen. Denn mit dieser Einführung entkriminalisieren wir die Prostitution. Und der Kauf der Dienstleistungen wird strafbar. Und gleichzeitig bieten wir gute Optionen, dass sie Wege außer Prostitution finden. Also bitte, lieber Parteivorstand, lasst uns das nordische Modell einführen. Vielen Dank. Ja, ein Modell, mit dem die skandinavischen Länder schon seit einigen Jahren erfolgreich gegen Zwangsprostitution vorgehen. Dabei wird eben Prostitution strafbar gemacht. Bei Vergehen werden aber nicht die Prostituierten, sondern die Freier bestraft. So, nächste hier in der Aussprache. Andrea Schiele, sie ist die Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen in Baden-Württemberg. Liebe Genossen, liebe Genossinnen, zum ersten Mal ganz großes Dankeschön, dass der Parité-Antrag von der ASF in den weiten Teilen übernommen worden ist. Das ist ein echter Fortschritt der Beteiligung der Frauen. Fantastisch. Vielen Dank an die Antragskommission. Wir würden uns halt wünschen, denn wenn wir diese Parité wollen, dann kriegen wir die nicht ohne die Listenverfahren. Weil nur über Listen können wir Frauen platzieren, können wir auch andere Bedürfnisse realisieren. Es geht ja nicht nur um die Beteiligung von Frauen, auch wenn es beim Parité-Gesetz um den Anteil von Frauen im Parlamenten geht. Ich komme aus Baden-Württemberg. Wir sind das Schlusslicht beim Frauenanteil im Landtag. Und wir haben kein Listenwahlrecht als einziges Bundesland. Einen Schellen, wer da keinen Zusammenhang sieht. Deswegen denkt nochmal drüber nach. Geht ran und sagt, wir müssen das über die Listenstrukturen anpassen, denn nur dort können wir erreichen, dass Frauenparitätischen Parlamente kommen. Einen anderen Weg wird es nicht geben. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Barbara König aus Berlin und ihr folgt Öka Ratzwill aus Berlin ebenfalls. Ein Hinweis noch, das sind die letzten beiden Wortmeldungen, die uns vorliegen. Das heißt, ihr könnt euch schon mal auf die Schlussabstimmung vorbereiten. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich möchte auch zur Sexarbeit sprechen. Und ich möchte sehr das Votum und das weise Votum der Antragskommission unterstützen, den Antrag F42 zu überweisen im Parteiverstand. Warum? In Berlin haben wir einen runden Tisch zur Sexarbeit, dem ich die Ehre habe vorzusitzen, als zuständige Staatssekretärin für Gleichstellung. Und wir haben dort herausgearbeitet mit vielen Verbänden, mit Beratungsstellen, mit Behörden, mit der Polizei, mit dem Landeskriminalamt, aber auch mit Betroffenen, dass wir Sexarbeit gut daran tun, es sehr zu differenzieren. Dass wir zu differenzieren, welche verschiedenen Zugänge gibt es, welche Zwänge aber auch. Natürlich gibt es Menschenhandel, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir haben uns nicht nur in der Istanbul-Konvention, sondern natürlich auch als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten verpflichtet, aufs Schärfste jede Zwangsprostitution, jeden Menschenhandel zu bekämpfen. Aber es gibt, meine ich, eben auch andere Formen, freiwillige Formen von Sexarbeit. Deswegen glaube ich, wir brauchen diese wichtige Debatte in der Partei. Lasst sie uns führen, im Parteiverstand, aber gern auch in allen Landesverbänden, in den Kreisverbänden. Es ist eine wichtige Debatte und lasst uns differenziert darüber dann nach dieser Debatte entscheiden und abstimmen. Vielen Dank. Danke, Barbara. Und jetzt als letzte Rednerin, bislang, Oeke, du hast das Wort. Und Oeke heißt mit Nachnamen Razzivill. Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe einen Wunsch, den ich gerne hier auch für die ASF vortragen möchte. Es gibt ja Anträge zu dem Paragrafen 219a und es ist meines Wissens eben, hier an der Antragskommission vorgeteilt worden, dass diese an den Parteivorstand überweisen werden sollen, beziehungsweise zurückgestellt sollen. Und ich beantrage, dass wir das eben nicht über diesen Weg machen, sondern dass wir das heute hier gemeinsam demokratisch abstimmen. Und wir sind ja eigentlich bei dem Thema alle klar sortiert. Lasst uns also über diese Anträge abstimmen und nicht an den Parteivorstand überweisen. Das ist mein Antrag. Ich danke und bitte euch um Unterstützung. Vielen Dank. Wie gesagt, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Deshalb würde ich jetzt nochmal an die Antragskommission, an die Leni übergeben. So, Leni Breymaier nochmal für die Antragskommission. Und jetzt hören wir, es ist ja zu zwei Anträgen auch hier in unterschiedlicher Form geredet worden, für eine andere Empfehlung, als das die Antragskommission gemacht hat. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, vielen Dank für die Diskussionsbeiträge. Ich gehe es mal der Reihe nach durch. Der erste Beitrag waren die Diskussionsbeiträge zum F27 von Ulf und Monique. Beide sagen, sie finden nicht, dass die Platzierung an den Parteivorstand der richtige Ort ist, sondern sie wollen hier die Annahme des Antrags. Wir haben es hier nochmal kurz beraten in der Antragskommission. Und wenn wir jetzt mal ein Jahr zurückgehen, haben wir ein gutes Kita-Gesetz verabschiedet mit Qualitätskriterien. Klar ist, für diese Qualitätskriterien sind eigentlich die Bundesländer zuständig. Und der Bund fühlt sich verpflichtet, aus dem Grundgesetz für die einheitlichen Lebensverhältnisse zu sorgen. Aber wir sind hier schon insgesamt auf einem ganz guten Weg. Und deshalb würden wir bleiben bei der Überweisung an den Parteivorstand, würden aber das noch ergänzen, die Empfehlung, die weitere Überweisung an die Landtagsfraktionen der SPD. Also beim F27 Überweisung an den Parteivorstand und Landtagsfraktionen und nicht die Annahme, wie sie hier vorgeschlagen wurde. Das Zweite waren dann die Beiträge zum F39. F39 ist die Vorbehalte der Istanbul-Konvention zurücknehmen. Hier der Artikel 59, um den geht es da. Und ja, es ist so, dass wir hier einen Widerspruch haben zum deutschen Asylrecht. Und trotzdem ist das Anliegen der Antragstellerinnen richtig. Und deshalb haben wir uns in der Antragskommission verabredet, dass wir der Maria hier folgen möchten und diesen Antrag zur Annahme empfehlen möchten. Wir hatten dann von der Vanessa und von der Barbara die Beiträge zur Prostitution. Hier wurden ja keine anderen Anträge gestellt. Wir überweisen den Antrag an den Parteivorstand, nehmen die anderen Gedanken, die verschriftlicht wurden, in Schleswig-Holstein zum Beispiel mit dazu. Das waren ja nur noch unterstützende Beiträge. Dann haben wir zum Thema F47, dieser ganze Bereich mit Schwangerschaftsabbrüchen von 2018 bis 2019a. Da sind wir ja in diesen Kompromiss gegangen. Und es ist, glaube ich, auch niemand im Saal, die oder der mit der derzeitigen Situation zufrieden ist. Wir haben im Innen- und Rechtsausschuss, haben wir, Quatsch, im Innen- und Rechtsteil, haben wir dazu auch einen Antrag. Jetzt bin ich nicht so knietief im Innen- und Rechtsteil drin. Der hilft mir. Ja, okay, da sind ganz viele Anträge dazu drin. Aber es geht nicht alleine um 2018 und es geht nicht alleine um 2019a, sondern es geht insgesamt darum, dass wir diesen ganzen Bereich Schwangerschaft, Schwangerschaftsberatung und so weiter für unsere Partei auch mal breit diskutieren wollen. Und deshalb Überweisung an beide, sowohl an den Parteivorstand wie an die Bundestagsfraktion. Und ich hatte vorher auch noch mal mit Rolf Münze nicht gesprochen, wie wir denn umgehen mit diesen Anträgen, die an die Fraktion überwiesen werden. Und ich glaube, ihr könnt euch darauf verlassen. Und im Parteivorstand sind auch die entsprechenden Leute, dass die Josefine, die Güllistan, ich und andere auch gucken werden, dass das gut gereiht wird. Also an beide überweisen, Fraktion und an den Parteivorstand. Also wir bleiben hier bei unserer Empfehlung. Beim F52, da geht es um Parität. Ganz konkret geht es darum, dass die Andrea beantragt hat, dass der Satz, den die Antragskommission zur Änderung empfohlen hat, nämlich es müssen sowohl entsprechende Regelungen für Landeslisten als auch für Direktwahlkreise getroffen werden, drinbleiben soll. Weil es uns nicht viel nützt, wenn wir alleine das Recht ändern an den Landeslisten. Dann haben wir da fein unseren Reißverschluss. Sie hat es auch begründet. Zum Beispiel die CDU Baden-Württemberg hat 38 Wahlkreise direkt gewonnen von 38. Und da waren im ersten Schritt ganze drei Frauen drin. Darum sagt die Andrea, da soll ausdrücklich auch die Direktwahlkreise mit rein. Auch wenn man über Landtagswahlrechte nachdenkt. Die Antragskommission hat sich mit diesem Punkt befasst. Und wir haben das länger diskutiert und am Ende mehrheitlich entschieden, dass wir meinen, dass diese Intention, die hier formuliert ist, auch von den Antragstellerinnen in dem rechten Teil, der da fett gedruckt ist, Parlamente müssen grundsätzlich mit Frauen und Männern paritätisch besetzt sein, um als demokratisch legitimiertes Organ der Gesetzgebung angemessen die Bevölkerung abzubilden. Also wir bleiben hier beim F52 bei unserem seitherigen Votum. Alles klar, danke Leni für die Erläuterung für die Antragskommission. Jetzt frage ich noch einmal die Rednerinnen und Redner, die jetzt gerade in der Debatte waren, ob sie damit einverstanden sind oder ob wir jetzt noch mal was abstimmen müssen, bevor wir in die Gesamtabstimmung kommen. So, da vorne wird sich noch sortiert. Wir sortieren gerade auch noch mal das Antragsbuch von ungefähr 1000 Seiten, muss man sagen. Da muss man doch ein bisschen hin und her blättern. Und jetzt kommt es aber tatsächlich bei einigen Anträgen zur Abstimmung. Da versuchen wir doch mal mit zu blättern. Empfiehlt die Antragskommission Überweisung an den SPD-Parteivorstand und an die Landtagsfraktionen? Wer hat dem Votum der Antragskommission folgt? Da ging es ja um einen bundesweiten Mindestpersonalschlüssel in Kitas. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann wurde mit großer Mehrheit dem Votum der Antragskommission an der Stelle gefolgt. Also, das Votum der Antragskommission hieß ja Überweisung an den SPD-Parteivorstand, damit das dann weiter beraten werden kann. Und jetzt geht es weiter zum nächsten Antrag. Auch hier müssen wir jetzt einmal über das Votum der Antragskommission abstimmen. Also, wer dem Votum der Antragskommission folgt, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Ich glaube, ich habe es zumindest von hier oben so wahrgenommen, dass das einstimmig war. Herzlichen Dank. So, also ganz so schnell sind wir im Blättern dann doch nicht bei diesem Antrag. Der kam von der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Und da gab es Vorbehalte gegen die sogenannte Isabel-Konvention. Da geht es um für von Gewalt betroffene Frauen in Deutschland und eine Verbesserung deren aufenthaltsrechtlicher Situation. Aber auch dieser Antrag geht an die Bundestagsfraktion. F46 bis F49. Da will die Antragskommission bei ihrem Votum bleiben, während hier auch auf Annahme plädiert wurde. Deshalb würden wir jetzt einmal über das Votum der Antragskommission abstimmen. Wer also dem Votum folgt, das war die Überweisung, den bitte ich jetzt ums Kartenzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann wurde das mit breiter Mehrheit überwiesen. Vielen Dank dafür. Also da vorne bei der Sitzungsleitung wird sich nochmal zurückversichert mit der Antragskommission. Das ist auch nicht ganz so einfach, weil das Einzelanträge sind, Sie haben es ja mitbekommen, der verschiedenen Arbeitsgemeinschaften oder auch von Unterbezirken. Und da gibt es zum Teil dann noch Abstimmungsbedarf, gerade wenn die Antragskommission empfiehlt, das eben entsprechend in den Parteivorstand oder auch in die Bundestagsfraktion zu verweisen. Okay, jetzt noch ein Antrag, den wir nochmal was abstimmen müssen und zwar der F52. Da gibt es eine geänderte Fassung der Antragskommission und es wurde gerade beantragt, die nicht anzunehmen, sondern quasi den ursprünglichen Text und deshalb stimmen wir jetzt einmal auch über das Votum der Antragskommission ab. Wer also dafür ist, dem Votum der Antragskommission mit der geänderten Fassung hier zu folgen, den bitte ich ums Kartenzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann habe ich einige Gegenstimmen, einige Enthaltungen. So, also wir sind weiter hier im Bereich Familie bei der Antragsberatung. Sie sehen, wir arbeiten uns so langsam vor, aber bei uns am Set bei Erhard Schärfer ist ein prominenter Gast und das wollen wir natürlich nutzen. Und ich gebe einmal zu Erhard Schärfer. Besten Dank. Ja, eines der Machtzentren der Sozialdemokratie, wenn man so will, nämlich der Vorsitzende der Bundestagsfraktion. Und diese Bundestagsfraktion spielt ja immer eine nicht ganz unwesentliche Rolle im politischen Geschehen, Rolf Mützenich. Schön, dass Sie da sind. Danke fürs Kommen. Wenn Sie eine Zeitung machen müssten und müssten eine Überschrift machen zu den bisherigen anderthalb Tagen Parteitag, was würden Sie für eine Zeile wählen? Ein vorausschauender Parteitag, der auf der einen Seite natürlich auch nochmal Bilanz gezogen hat über das, was bisher passiert ist in der Regierung, was die Fraktion erreicht hat, die Regierungsmitglieder, was nicht so gut gelaufen ist, aber natürlich insbesondere, was wir noch auf der Wegstrecke haben. Das war gestern ein wichtiger Beschluss gewesen, aber insbesondere das Vorausschauen, da hat sich heute in dem Papier zum Sozialstaat auch nochmal bemerkbar gemacht, wo wir eben versuchen wollen, in den nächsten Jahren in anderen politischen Konstellationen auch anders Sozialstaatspolitik zu machen. Und das finde ich eigentlich ist ein gutes, bereits jetzt schon, Resümee für den Bundesparteitag. Nennen Sie ein paar Kernpunkte dieser Vorausschau. Was wird ja auch den Blick auf die SPD möglicherweise verändern, aber auch die SPD zu anderem politischen Agieren führen müssen? Also insbesondere, dass wir auch Angebote an andere politische Parteien machen, insbesondere, dass wir auch nochmal die Frage der Arbeit in den Vordergrund rücken, dass wir aber auf der anderen Seite auch sagen, wir wollen diese Arbeitsgesellschaft, die durch Digitalisierung klimaneutrale Produktion herausgefordert ist, eben auch auf einen Weg bringen, der den Sozialstaat aktiv macht. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann auf der anderen Seite, was natürlich auch nochmal angesprochen worden ist gestern, die Klimapolitik, die wir jetzt gerade im Vermittlungsausschuss mit anderen Ländern, aber auch mit anderen Parteien versuchen, auf einen gemeinsamen Weg zu bringen. Da sind noch wichtige Bedingungen auch aufgeschrieben worden, wo wir versuchen wollen, in den nächsten Tagen in den Verhandlungen zu einem Resultat zu kommen. Manche nennen das, um es auf den Punkt zu bringen, Linksruck. Würden Sie das unterschreiben? Also es ist eine linke Volkspartei immer gewesen. Wir wollen Mehrheiten links von der Mitte auch organisieren und wir wünschen uns eben auch diese Bedingungen. Aber es ist ja nicht alleine bei den Sozialdemokraten in der Hand, ob andere Parteien uns auch diese Hand reichen wollen. Aber indem wir uns programmatisch so aufstellen, finde ich schon, sind Angebote gemacht. Aber wir wollen auch selbstbewusst unserem jetzigen Koalitionspartner gegenübertreten auf der Grundlage des Koalitionsprogramms. Was ist da passiert, dass Sie als linke Volkspartei, wie Sie sagen, jetzt diese Position einer linken Volkspartei nochmal so deutlich machen und vielleicht auch nochmal nachschärfen müssen? Ich glaube, es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die Situation des politischen Systems auch gerade sich so entwickelt hat, dass manche wünschen, dass wir uns auch so positionieren, auch von außen, auch die Gewerkschaften, aber auch nahestehende Verbände. Und ich glaube, es tut gerade einem Parteitag auch gut, wenn man in diese Richtung auch versucht, Beschlüsse zu fassen. Aber ich würde auch sagen, es ist jetzt auch nichts in dem Sinne etwas Neues. Zumindest habe ich mich als Sozialdemokrat immer so verstanden. Aber Sie mussten es nochmal präziser fassen, weil es offenbar auch vielen aus dem Blick geraten ist, dass das, was Sie eigentlich wollen, jetzt auch nochmal neu formulieren mussten. Ja, das ist aber klar. Ich meine, die Partei geht ja auch immer wieder voran. Auf jedem Parteitag, wo das auch in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Aber auch Andrea Nahles, die frühere Partei- und Fraktionsvorsitzende, hat sich große Verdienste auch erworben, indem sie auf der einen Seite gesagt haben, gut, weil andere nicht bereit gewesen sind, wir gehen in diese Koalition, versuchen aber auf der anderen Seite so etwas wie mit dem Sozialstaatspapier zu erreichen. Und da hat sie das Copyright drauf. Konzepte sind das eine, die politische Umsetzung, wie Sie wissen, ein bisschen das andere. Wie viel können Sie absehbar von dem, beispielsweise Sozialstaatsreform, beispielsweise Kindergrundsicherung, was denken Sie, wie viel davon können Sie in dieser Koalition, die ja noch knapp zwei Jahre, anderthalb, ein Dreiviertel eigentlich gewählt ist zumindest, oder auch im Amt ist, umsetzen? Also wir werden mit dem Koalitionspartner darüber reden, aber ich weiß natürlich auch, dass Teile davon überhaupt nicht im Koalitionsvertrag stehen. Deswegen glaube ich, wird er sehr zurückhaltend sein. Aber das heißt ja nicht, dass wir nichts mehr im Koalitionsvertrag haben. Wir wollen zum Beispiel... Ganz kurz noch, du musst ich mal ganz unhöflich intervenieren, man kann ja auch Sachen zusammen machen, die nicht im Koalitionsvertrag stehen. Das hat es ja immer schon mal gegeben auch. In der Tat, deswegen haben wir ja jetzt auch durch den gestrigen Antrag zugespitzt. Wir wollen gerade in dem Bereich der Investitionen noch mal stärker mit dem Koalitionspartner reden. Weiße Flecken bei der Frage der Erreichbarkeit im Mobilfunk etc. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, sehr stark investieren in eine neue Arbeitsgesellschaft, die durch die Digitalisierung herausgefordert ist. Infrastrukturmaßnahmen im Bereich klimaneutraler Produktion. Das sind Dinge, die ja auch noch nicht so ganz genau im Koalitionsvertrag waren, aber in der Sozialstaatspolitik, das haben wir ja bereits mit der Grundrente gemacht. Wenn wir uns nur an den Koalitionsvertrag gehalten hätten, wären wir nicht auf die Zahl von 1,5 Millionen Menschen gekommen, die von dieser Grundrente profitieren sollen. Im Leitantrag gestern ist die Zahl von 450 Milliarden Euro an Investitionen zumindest mal genannt worden. Und die SPD hat in dem Leitantrag gesagt, wir machen uns diese Zahl durchaus zu eigen, dass das nötig ist, dass von einem wirtschaftswissenschaftlichen Institut mal ausgerechnet worden für die Bereiche Verkehr, Bildung und in dem Leitantrag steht auch drin, dass man da unter Umständen dann auf die berühmte schwarze Null verzichten müsse, um bestimmte Investitionen stetig auch in konjunkturell schwierigeren Zeiten dann fortsetzen zu können. Das passt nicht so recht nach meiner Einschätzung zu den Einstellungen des jetzigen Bundesfinanzministers und Vizekanzler Scholz, SPD. Das finde ich schon, weil Herr Scholz ja auch in der Vergangenheit auch bei Ihnen immer wieder gesagt hat, wenn eben die konjunkturelle Entwicklung so ist, ist der Staat mit vielen finanziellen Möglichkeiten so ausgestattet, dass er gegensteuern kann. Aber er ist auch für die Investitionen in Infrastruktur. Und niemand kann von uns voraussehen, wie in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren die Konjunktur verlaufen wird. Ich habe den Finanzminister immer so verstanden, dass er eben bereit ist, gerade in den Bereichen der Infrastrukturmaßnahmen zu investieren. Das werden wir uns genau anschauen, auch mit dem Koalitionspartner. Aber wir sehen ja auch bei dem jetzigen Haushalt, dass große Investitionsmittel, gerade die wir auch den Kommunen, die wir den Ländern geben, auch zurückfließen, weil bestimmte Dinge auch gar nicht so einfach umgesetzt werden. Da wollen wir jetzt bei helfen. Und da bin ich ganz guten Mutes. Also kein Dissens, kein Konflikt zwischen dem, was die Partei hier formuliert und dem, was der Finanzminister will. Abschließend, Herr Mützenich, die beiden neuen Parteivorsitzenden. Mit welchen Erwartungen schauen Sie auf die? Andi? Ja, ich bin fest davon überzeugt, wir werden nächste Woche mit beiden Parteivorsitzenden eine gemeinsame Fraktionssitzung unternehmen. Wir haben noch zwei Sitzungswochen. Und ich bin sehr gespannt, was auch dort nochmal von den beiden Parteivorsitzenden erklärt wird. Frau Esken ist ja Mitglied der Bundestagsfraktion, Norbert Walter-Borjan ständiger Gast. Und ich glaube, wir werden eine sehr gute Zusammenarbeit haben, weil das, was heute und gestern beschlossen worden ist, haben wir auch gemeinsam beschlossen. Viele Delegierte sind auch Bundestagsabgeordnete und da bin ich durchaus sehr zuversichtlich. Was geht voran mit der SPD? Ich bin in eine SPD eingetreten, die immer vorangegangen ist und ich habe da gar keinen Zweifel für. Die vergangenen Jahre waren nicht immer so zuversichtlich, stimmend? Nein, gut, aber ich meine, da haben Sie wahrscheinlich mich gar nicht interviewt. Ich hätte Ihnen auch vor einigen Jahren gesagt, ich bin überzeugt, dass ich in der richtigen Partei bin. Und dass es auch durchaus, und wir arbeiten ja auf der kommunalen, auf der Landes-, auf der Bundesebene, durchaus Zuversicht gibt und die will ich auch ausstrahlen. Ich hätte es jetzt unfairerweise an den letzten Wahlergebnissen festgemacht. Das mag sein, dass jeder sein Wahlergebnissen festmacht, aber viele Menschen werden es auch daran festmachen, haben sie etwas von dieser Politik und davon bin ich fest überzeugt, dass viele dann Ja sagen. Herr Mützenich, vielen Dank, danke, dass Sie bei uns waren und mal gucken, wie es weitergeht hier mit der SPD und überhaupt und wie es hier beim Parteitag weitergeht. Das sagt Ihnen, meine Damen und Herren, Janett Klark. Ja, zwischen die Antragsberatungen hier an diesem Nachmittag, beim zweiten Tag des Parteitages, da gibt es immer wieder Wahlgänge. Aktuell muss nämlich auch gewählt werden die Bundesschiedskommission. Das ist das oberste parteiinterne Gericht der SPD in diesem Fall. Und die Bundesschiedskommission, die ist enorm wichtig, denn beispielsweise geht es dann zu entscheiden, wenn es um Parteiausschlussverfahren geht. Aber zum Beispiel hatte nach der letzten Bundestagswahl 2017 auch ein SPD-Mitglied geklagt vor der Bundesschiedskommission der SPD und ist mit dem Versuch gescheitert, dem Parteivorstand den Abschluss des Koalitionsvertrages mit der Union zu verbieten. Auch da musste die Bundesschiedskommission also entscheiden und hat diese Klage abgewiesen. Und der erste und vielleicht auch der wichtigste Job in der Bundesschiedskommission, der ist bereits gewählt und vergeben worden an Thorsten Joops. Er war bisher stellvertretender Vorsitzender der Bundesschiedskommission der SPD und ist jetzt also im Folgenden der Vorsitzende. Er ist SPD-Mitglied und er ist vom Beruf aus Richter über Verwaltungsgericht in Berlin-Brandenburg. Das heißt für diesen Job anscheinend sehr qualifiziert. Nur mal als Beispiel, weil sonst gerade die Mitglieder der Bundesschiedskommission ja nicht so im Lichte der Öffentlichkeit stehen. Aber wie gesagt, für die parteiinterne Arbeit sehr wichtig. Aber jetzt müssen ja noch verschiedene andere Mitglieder dieser Bundesschiedskommission gewählt werden. Das passiert im Moment. Deswegen ist es ein guter Zeitpunkt, noch einmal zu den Delegierten zu schauen. Und da steht meine Kollegin Sarah Bildau. Genau. Und wir blicken jetzt nach Bayern, jedenfalls in den SPD-Landesverband Bayern. Und hier wurde natürlich auch fleißig abgestimmt. Und jetzt kann ich kurz die Zeit nutzen, um über Inhalte zu sprechen. Viel, viel Input heute, sehr viele Anträge. Was ist für Sie das entscheidende Thema heute? Heute war sicherlich das entscheidende Thema der Antrag oder der Initiativantrag zum Sozialstaat in einer neuen Zeit. Und ich fand es schon ein sehr positives Signal, dass der einstimmig angenommen worden ist, dass es eine große Einigkeit gegeben hat. Weil es war ja schon ein kompliziertes Thema und auch ein sehr emotionales Thema. Die Überwindung von Hartz IV, gerade auch noch der Bereich Sanktionen, wie man hier miteinander umgeht. Es gab verschiedene Lager. Und dass es hier zu einem guten Kompromiss gekommen ist, glaube ich, ist ein schönes und gutes Zeichen nach außen. Ja, Sie haben gerade die Emotionalität angesprochen. Das waren ja tatsächlich hier bewegende Bilder, wenn man das so sagen kann. Wie bedeutend ist dieser Tag deshalb also für die Sozialdemokraten hier in Deutschland? Ich kann es jetzt nicht einschätzen, wie bedeutend. Ich finde, es ist schon ein bedeutender Tag. Weil wir haben ja sehr unter der Hartz-IV-Gesetzgebung, sage ich mal, als Partei gelitten. Man kann jetzt inhaltlich dazu stehen, wie man will. Aber es hat uns als Partei schon sehr in einen Diskussionsprozess gebracht. Und es ist gut, dass man diesen Diskussionsprozess jetzt endgültig überwindet. Mit einem neuen System, mit einem Bürgergeld. Und dann müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Das muss man in der Tat schauen, was davon umgesetzt werden kann. Man möchte das Profil in jedem Fall schärfen. Inwieweit kann die SPD mit diesen Themen sich aus der Krise befreien? Was denken Sie? Ich glaube, dass es für die SPD ganz wichtig ist. Es ist ein Neustart in der Sozialgesetzgebung auf den Weg zu bringen. Wir werden ihn nicht allein durchsetzen können. Wir werden dafür um Mehrheiten werben müssen. Aber die Geschlossenheit, die wir heute gezeigt haben bei diesen Entscheidungen, ist eine gute Basis für den weiteren Weg der SPD. Und ich bin da nach wie vor sehr optimistisch. Ich teile die negativen Einschätzungen, die vielfach von außen über uns geäußert werden, in dem Zusammenhang überhaupt nicht. Aber jetzt sprechen Sie auch von den Mehrheiten, die Sie bekommen müssen, logischerweise. Wie? Also wie wollen Sie die bekommen? Ja, man muss die Kräfte in der Gesellschaft sammeln, die mit unserem Programm die größte Übereinstimmung haben. Und da gibt es auch für die Zukunft die Option, andere Mehrheiten zu finden, als die, die im Moment im Bund regieren. Sie wollen es aber nicht sagen, oder? Ja, ich kann mir das vorstellen. Das ist ja, die politische Arithmetik ist nicht so kompliziert. Also wir können gern mit den Grünen, wir können gern mit den Linken, wir können auch gern mit anderen Parteien reden. Aber wichtig ist, dass die inhaltliche Ausrichtung stimmt und wir mehr von unserem eigenen Programm durchsetzen können. Vielen Dank. Dann frage ich mich hier weiter, wie fällt denn Ihre Zwischenbilanz jetzt aus von diesem Parteitag? Anderthalb Tage sind rum. Meine Zwischenbilanz fällt sehr positiv aus. Wir haben eine sehr gute Stimmung hier auf dem Bundesparteitag gespürt. Wir haben auch gespürt, dass wir auf dem richtigen Weg sind hier. Wir vertreten die Meinung unserer Wählerinnen und Wähler. Wir vertreten hier die Meinung von unseren Mitgliedern. Wir sind gestärkt jetzt hier in diesen Bundesparteitag hineingegangen. Und Sie merken es überall, es ist eine positive Stimmung. Und ich hoffe, dass das auch durch die Medien jetzt hier auch vertreten wird. Sie hoffen, dass das erwarten Sie denn von dem heutigen noch und von dem nächsten? Was ich erwarte ist, dass wir diese Punkte, die wir hier heute gesetzt haben, sukzessive auch fordern und nacharbeiten. Und dass wir wieder back to the roots, diese sozialpolitische Politik vereinen. Das ist mein Wunsch. Und ich denke, wir haben hier die beste Basis dafür gelegt. Wie wichtig ist so ein gemeinsamer Abend heute für eine Partei? Vielleicht können Sie uns den Zuschauern mal erklären, was da heute Abend stattfindet. Ja, wir werden uns heute Abend treffen. Wir werden herrliche Gespräche auch führen. Wir werden resümieren. Wir haben auch ein bisschen Spaß bestimmt. Und ich denke, das einigt auch wieder miteinander. Und das zeigt auch, dass wir in schweren Zeiten gut beieinander stehen und das gut überstehen. Alle gemeinsam. Vielen Dank. Und ich gebe wieder zurück zu meiner Kollegin Janette Klaas. Ja, der Parteiabend heute Abend natürlich bei vielen Delegierten eingepreist. Und tatsächlich, obwohl der Parteitag heute, na, über zwei Stunden, wenn wir das richtig gesehen haben, im Zeitverzug ist in der Tat. Und natürlich heißt das auch hier, dass ein bisschen umbestrickt werden muss. Umbestrickt werden muss, was auch die nächsten Tagesordnungspunkte anbelangt. Es standen nämlich hier noch die großen Bereiche Wohnen und Mieten eigentlich auf der Tagesordnung. Auch noch der große Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Und im Hintergrund wird jetzt ein bisschen daran gearbeitet, was denn heute noch wie behandelt werden kann. Außerdem, wie ich Ihnen kurz erläutert hatte, gibt es ja noch verschiedene Wahlen. Unter anderem hier zur Bundesschiedskommission, die die Delegierten hier immer wieder beschäftigen. Und irgendwann soll dann eben heute dieser Parteitag auch sozusagen für beendet erklärt werden. Und dann die Delegierten die Möglichkeit gegeben werden, auf den Parteiabend zu gehen. Morgen gibt es ja noch einen dritten Tag. Ab 9 Uhr soll dann hier weiter debattiert werden. Auch wir sind natürlich wieder mit für Sie dabei. Gut. Also, keine Notwendigkeit mehr, dass die Sprecherin der Antragskommission was Erklärend dazu macht. Es liegen auch bislang keine Wortmeldungen vor. Insofern könnten wir jetzt tatsächlich auch gleich in die Abstimmung eintreten. Die Antragskommission empfiehlt, wie gesagt, Überweisung des Initiativantrags 10 zur SPD-Bundestagsfraktion. Wer diesem Votu folgen möchte, den bitte ich dann jetzt um ein Kartenzeichen. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Beides nicht der Fall. Eine Enthaltung? Also, das ist jetzt ein Nachfrag dessen, was nicht mit im Sozialstaatskonzept verabschiedet worden ist sowieso. Viele Anträge sind eingeflossen in dieses Sozialstaatskonzept, was ja im Antrag vorlag vom Bundesvorstand. Und aus dem Bereich Sozialpolitik gab es jetzt aber noch einige Nachträge. Aber so schnell konnte man das jetzt gar nicht nachvollziehen. Es gab anscheinend auf jeden Fall keinen Dissens mehr dessen, was die Antragskommission da empfohlen hatte. Die aufgerufenen Anträge sollen, so wie im Antragsbuch empfohlen, beschlossen werden. Aufrufen werden wir jetzt erstmal einzeln die Anträge PV 5, bezahlbares und sicheres Wohnen im Stadt- und Land- und Land-Grenzwende in der Wohnungs- und Mietenpolitik. Das Thema Wohnen und Mieten und auch die Kommunalpolitik ist mit in diesem Bereich zusammengenommen. Und jetzt hören wir mal, die ersten Redebeiträge sind hier schon angekündigt. Und das ist Natascha Krohn aus dem Landesverband Bayern. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, Wohnen ist ein Grundrecht. Und jeder und jeder hat in unserem Land ein Recht auf ein bezahlbares Dach über dem Kopf. Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Und du kannst nicht sagen, ich habe jetzt mal keine Lust zu wohnen, ich setze jetzt mal drei Monate aus. Nee, jeder braucht in unserem Land eine Wohnung. Und Wohnen ist Heimat. Und Wohnen sind einfach schlichtweg deine vier Wände. Wohnen ist auch ein Rückzugsort, wenn du es mal brauchst. Aber zur Ehrlichkeit, liebe Genossinnen und Genossen, gehört auch, dass wir alle in den letzten Jahrzehnten, ob Politik oder Gesellschaft, wir haben dieses Grundrecht auf Wohnen aus den Augen verloren. Wir haben es zugelassen, dass sich der Staat beim Thema Wohnen zurückgezogen hat. Und inzwischen haben sich die Kräfte des Marktes den Wohnungsmarkt gekrallt und fast schon einverleibt. Inzwischen ist der Boden eine Ware, mit der sich gnadenlos Gewinne machen lassen. Und inzwischen füllen sich die Finanzhaie und Spekulanten die Taschen auf dem Immobilienmarkt. Und denen ist es völlig wurscht, was mit den Menschen passiert, die sich den Mietenwahnsinn nicht mehr leisten können oder die durch Luxussanierung aus ihren Wohnungen vertrieben werden. Und liebe Genossinnen und Genossen, Wohnen ist die soziale Frage dieses Jahrzehnts. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wenn Erzieherinnen und Erzieher, Pflegerinnen und Pfleger, Polizisten und Polizisten sich keine Wohnung mehr leisten können, dann funktioniert der Zusammenhalt nicht mehr in unserer Gesellschaft. Das Zusammenleben geht dann einfach nicht mehr. Und das merkst du spätestens dann, wenn du mit deinem Kind in die Notaufnahme eines Krankenhauses kommst und dieses Krankenhaus sagt, nein, es tut mir leid, wir können euch nicht mehr aufnehmen, weil wir schlichtweg keine Pflegerinnen und Pfleger mehr haben, aber nicht, weil die fehlen, sondern weil die sich keine Wohnung mehr leisten können. Nicht in Berlin, nicht in Frankfurt, nicht in München und nicht in Hamburg, liebe Genossinnen und Genossen. Und spätestens dann wissen wir, dass unsere Gesellschaft nicht mehr funktionieren kann. Und wir müssen harte und wirksame Maßnahmen ergreifen, um die Trendwende im Wohnungsmarkt, die wir begonnen haben in den letzten Jahren, mit aller Kraft fortzusetzen. Wir müssen aber diese Trendwende auch unumkehrbar machen. Und deswegen, lieber Michael Müller, das, was ihr in Berlin macht mit dem Mietendeckel, ist richtig und wichtig. Und ich bitte euch, setzt das weiter um. Und wir in Bayern, wir in Bayern haben ein Volksbegehren jetzt auf die Straße gebracht. Da hinten heben meine Kolleginnen und Kollegen das Banner hoch. Sechs Jahre Mietenstopp in einem Land wie Bayern, weil wenn die CSU nicht hören will, dann muss ich es eben spüren, verdammt nochmal. Und liebe Genossinnen und Genossen, die Mieterinnen und Mieter brauchen diese Atempause, auch so wie es Michael heute Morgen schon gesagt hat, weil wir neuen bezahlbaren Wohnraum schaffen müssen. Aber vor allen Dingen müssen wir an das Grundübel heran, wie es auch immer Hans-Jochen Vogel sagt. Wir müssen der Bodenspekulation in unserem Land endlich Einhalt gebieten, weil Boden ist nicht vermehrbar. Und Michael und ich haben in den letzten eineinhalb Jahren die Wohnungspolitische und Bodenpolitische Kommission geleitet, die auf dem Bundesparteitag im Jahr 2017 eingesetzt wurde. Und wir haben eine, denke ich, sehr klare Positionierung vorgenommen, über die wir jetzt diskutieren im Antrag 5. Und wir wollen, dass niemand mehr als 30 Prozent seines Nettohaushaltseinkommens für Miete ausgeben muss. Wir wollen ein 10-Jahres-Programm für neues soziales Wohnen auflegen. Und vor allem wollen wir der Bodenspekulation ein Ende setzen. Denn, wie gesagt, der Boden darf nicht mehr zu einer Ware verkommen. Und gerade beim Thema Boden brauchen wir eine Bodenwertzuwachssteuer, ein Vorkaufsrecht für die Kommunen. Und die Kommunen dürfen eben nicht mehr öffentliche Flächen verkaufen, sondern sie sollen ein Erbbaurecht bauen lassen. Dann bleibt es in der öffentlichen Hand. Und wir brauchen ein Vorkaufsrecht für die Kommunen und schließlich auch einen Bodenfonds für die Kommunen, die finanziell nicht so stark aufgestellt sind, damit die sich endlich Flächen wieder leisten können. Und schließlich auch ein Baugebot. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben schon in den 70er Jahren genau über dieses Thema diskutiert. Und Hans-Jochen Vogel hat erst jetzt sein, wie er selber sagt, letztes Buch veröffentlicht. Und er macht uns darin genau darauf aufmerksam, kriegt endlich den Hintern hoch und macht eine echte soziale Bodenrechtsreform, die ihren Namen verdient. Und das müssen wir machen, liebe Genossinnen und Genossen. Und so wie Norbert Walter-Borjans auch gestern gesagt hat, Bodenpolitik braucht starke Kommunen und sie braucht einen starken Sozialstaat. Und lasst uns in der Wohnungspolitik und Bodenpolitik tatsächlich endlich in die neue Zeit aufbrechen. Vielen, vielen Dank. Michael, es war toll, mit dir zu arbeiten. Und jetzt kommst du dran. Dankeschön. So, Natascha Kohn hier vom Landesverband Bayern hat hier den Antrag des Parteivorstandes zum Thema Wohnmieten kommunales eingebracht. Und jetzt hören wir Michael Müller aus Berlin. Berlin hat ja im Senat zumindest schon beschlossen ein fünfjähriges Mietenmoratorium. Ich möchte noch kurz ergänzen, was Natascha hier eben schon angesprochen hat, will. Aber einerseits den Dank zurückgeben an Natascha und auch an die übrigen Mitglieder unserer Kommission. Wir haben über ein Jahr sehr vertrauensvoll und gut getagt mit vielen Genossinnen und Genossen der Bundestagsfraktion, der Partei natürlich, der diverser Gremien und Arbeitsgemeinschaften, aber auch mit externen Expertinnen und Experten, die nicht immer begeistert waren von unseren Vorschlägen. Aber ich glaube, es war gut, dass wir den Sachverstand mit einbezogen haben und euch nun dieses Papier, diesen Antrag auch vorlegen können. Und ich glaube, dass es ein ganz rundes Bild ist, Genossinnen und Genossen, weil wir nicht sagen, in der Wohnungs- und Mietenpolitik, da gibt es diesen einen Königsweg. Den muss man nur gehen und dann hat man das Problem gelöst. Nein, es muss ein Spektrum sein von diversen Maßnahmen, die wir gemeinsam ergreifen. Kommunen, Städte, der Bund, wir gemeinsam müssen daran arbeiten, dass wir eben dieses Grundrecht auf Wohnen wirklich ermöglichen. Und wir haben drei, praktisch drei größere Initiativen miteinander formuliert. Das eine ist, wir müssen, so wie Natascha es eben dargestellt hat, rangehen an eine radikal neue Bodenpolitik, Genossinnen und Genossen. Und dazu gehört es, dass wir uns darauf verständigen müssen, dass es in unserer Verantwortung keinen Verkauf mehr von öffentlichem Boden gibt. Das ist das höchste Gut. Es ist das höchste Gut, was wir zur Gestaltung in unseren Städten haben. Und es ist eben nicht beliebig vermehrbar, dieses Gut. Sondern wir müssen es nutzen, um soziale Infrastruktur zu bauen. Es geht ja nicht nur um das Wohnen. Es geht auch um Kitas, um Schulen und Gesundheitseinrichtungen. Wir brauchen den Zugriff auf Grund und Boden. Und ich bin sehr froh, dass es auch schon in den Koalitionsvereinbarungen gelungen ist, mit Olaf Scholz da wirklich zu einer Neuverabredung der BIMA-Politik auch zu kommen, damit nicht mehr auf Bundesebene nach Höchstpreisverfahren verkauft wird. Das ist wichtig für uns, dass wir überhaupt eine Chance haben, an Grund und Boden ranzukommen. Und unsere Forderung ist, dass auch die Grundstücke zum Beispiel der Bahn und der Post riesiger ehemaliger staatlicher Unternehmen, dass wir auch einen Zugriff und ein Vorgraufsrecht auf diese Grundstücke haben. Sie spielen eine große Rolle in unseren Städten und bieten uns Gestaltungsmöglichkeiten. Die Grundsteuer C ist ein wichtiger Schritt nach vorne. Schade, dass es noch ein bisschen dauert, bis sie umgesetzt werden kann. Aber es ist ein wichtiger Schritt nach vorne, dass eben Grundstücke, die beplant und bebaubar sind, auch wirklich genutzt werden und nicht aus spekulativen Gründen leer stehen, bleiben, ungenutzt bleiben und einfach weiterverkauft werden. Wir müssen an ein anderes Steuerprivileg noch rangehen. Es ist doch niemandem zu erklären und unerträglich, dass es bei einer Weiterveräußerung von privaten Grundstücken nach zehn Jahren eine Steuerbefreiung gibt. Warum eigentlich? Da macht jemand privat Gewinne, indem er mit einem Grundstück spekuliert hat. Er hat es nicht genutzt und er verkauft es weiter und dafür hat er ein Steuerprivileg und muss keine Steuern zahlen. Warum lassen wir das zu? Wir können auch an solche Sachen rangehen, Genossinnen und Genossen. Eine Bodenzuwachssteuer, eine Bodenzuwachssteuer, das Bodenwertzuwachssteuer hört sich technisch und formal an. Was heißt das aber? Es heißt, dass wieder Menschen, die Grundstücke haben, davon profitieren, dass wir in Politik und Verwaltung diese Grundstücke wertvoller machen. Durch unsere Entscheidung, durch Schaffung von Infrastruktur, durch Planungsrecht, das wir schaffen, durch Baurecht, das wir schaffen. Dadurch werden die Grundstücke erst wirklich wertvoll. Diesen wertvollen Zuwachs schöpfen Private ab und wir haben im Moment nichts davon. Genossinnen und Genossen, wir müssen da rangehen. Wir haben die Grundlagen dafür geschaffen, dass es dieses Privileg für Private gibt, dass es dieses Privileg für Menschen gibt, die einfach nur spekulieren wollen mit den Grundstücken. Das dürfen wir nicht länger zulassen. Hans-Jochen Vogel hatte schon vor 30 Jahren recht. Es ist Zeit, dass wir endlich solche Dinge verändern. Genossinnen und Genossen, wir haben als zweiten Baustein ein Zehnjahresprogramm für neues soziales Wohnen. Das haben wir uns vorgenommen in diesem Papier, was wir euch hier vorlegen, in diesem Antrag. Es geht darum, dass wir gemeinsam dafür sorgen müssen, dass es mehr bezahlbaren sozialen Wohnraum in unserem Land gibt. Jahr für Jahr fallen Sozialwohnungen aus der Bindung raus. Es gibt bundesweit von Jahr zu Jahr weniger Sozialwohnungen. Es muss eine gemeinsame Kraftanstrengung sein, dass wir flächendeckend mehr sozialen und bezahlbaren Wohnraum anbieten. Wir schlagen dazu ein Bundesprogramm, ein Zehnjahresprogramm zur Schaffung von Sozialwohnungen vor. Mindestens 1,5 Millionen Sozialwohnungen sollen und müssen gebaut werden, Genossinnen und Genossen. Und es trifft da tatsächlich auch dann im positiven Sinne die Normalverdiener, die endlich wieder eine Chance haben, auch in den wachsenden Städten, in den teuer werdenden Städten bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Das ist ein Riesenprogramm, aber es ist nötig und wichtig und zwar flächendeckend, liebe Genossinnen und Genossen. Ich will als Drittes ansprechen, neben dem Thema Bodenrecht und neben dem Thema Bauen, das Thema Mietregulierung. Über den Mietendeckel haben wir nun schon gesprochen, aber es gibt weitere Maßnahmen, die wir uns vornehmen. Der Mietendeckel, ja, es ist auch hier formuliert über ein, hier nennen wir es, fünfjähriges Mietmoratorium. Auch die Bundestagsfraktion unterstützt so einen Weg, ein Mietmoratorium. Keine weiteren Mietsteigerungen jenseits eines Inflationsausgleichs. Aber es gibt auch noch zwei, drei andere Stellschrauben, zum Beispiel die Modernisierungsumlage, an die wir rangehen müssen. Die Modernisierungsumlage ist für viele private Vermieter auch ein Instrument, den Wohnraum so teuer zu machen, dass ihn sich manche nicht mehr leisten können. Und sie können dann über eine Neuvermietung deutlich höhere Miete nehmen. Genossinnen und Genossen, es gibt hierzu Vorschläge, die Modernisierungsumlage erstens deutlich abzusenken und zweitens zeitlich auch zu befristen, wenn nicht sogar ganz abzuschaffen. Es ist wirklich ein unhaltbarer Zustand, dass eine Modernisierungsumlage dauerhaft gilt, dauerhaft zu verteuerten Wohnraum führt, auch wenn der Vermieter schon längst die Amortisation hat, schon längst sein investiertes Kapital praktisch zurückerhalten hat. Also deutlich reduzieren die Modernisierungsumlage und mindestens zeitlich befristen, ist ein Vorschlag in unserem Papier. Wir schlagen vor, darüber hinaus, dass der Mietspiegel einen deutlich längeren Betrachtungszeitraum bekommt. Dass also die länger zurückliegenden Mieten, die günstigeren Mieten, verstärkt in den Betrachtungszeitraum des Mietspiegels mit einfließen und damit mietdämpfend auch wirken. Eine Forderung auch schon aus den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene. Es war mit der CDU bisher nicht durchzusetzen. Ich glaube, dass wir jetzt eine Chance dazu haben, auch nochmal den Mietspiegel zu verbessern. Und ein letzter Punkt im Bereich der Mietregulierung. Wir sollten dafür kämpfen, dass wir eine bundesweit einheitliche Kündigungsschutzklausel haben, für die Mieterinnen und Mieter bei Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Dass wir mindestens für die zehn Jahre Kündigungsschutz kämpfen. Denn es ist tatsächlich im Moment auch ein Riesenproblem, dass wir da keine einheitliche Regelung haben. Dass manche Bürgermeister auch immer noch sagen, das Problem ist bei mir nicht so groß. Aber doch, es ist inzwischen flächendeckend so groß. Wir haben selbst in kleineren, in mittelgroßen Städten das Problem, dass Mietwohnungen dem Markt entzogen werden und es immer mehr Eigentumswohnungen gibt. Aber es ist nun mal auch so, dass sich nicht jeder eine Eigentumswohnung leisten kann. Mit normalem Einkommen ist man auch auf ein gutes Mietwohnungsangebot angewiesen, liebe Genossinnen und Genossen. Also auch das eine Maßnahme in unserem Papier, für das wir werben. Abschließend bitte ich euch sehr, dieses Papier zu unterstützen. Um nochmal auch anzuknüpfen an das, was ich heute Morgen gesagt habe. Wir wissen, dass hier manches drinsteht, was auch zu harten Diskussionen oder zu Konflikten mit Immobilienbesitzern oder Vermieterorganisationen führt. Ich glaube aber, dass wir hier in dieser sozialpolitisch wichtigen Frage wirklich klare Kante zeigen müssen und eindeutig sein müssen. Wir müssen auf der Seite der Mieterinnen und Mieter sein. Wir müssen auf Seite der Menschen sein, die mit normalem Einkommen sich anderen Wohnraum auch nicht mehr leisten können. Wir müssen das deutlich machen, dass Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für ein Maßnahmenmix stehen in der Mieten- und Wohnungspolitik. Und man merkt, dass sich da etwas bundesweit bewegt. Herr Söder hat in den letzten Wochen einen Antrag aus Berlin abgeschrieben, wo er gegen deutlich überhöhte Mieten, gegen Buchermieten vorgehen will. Vor zwei, drei Jahren noch undenkbar. Man sieht daran, dass sich auch bei denen etwas bewegt, die sehen, wie sich dieser Mietwohnungsmarkt entwickelt. Und wir müssen hier an dieser Stelle die Chance auch nutzen. Wir müssen Anwalt derjenigen Leute sein, die Unterstützung brauchen für guten und bezahlbaren Wohnraum in unserem Land. Darum bitten wir euch um Unterstützung für dieses Papier. Es ist eine wichtige sozialpolitische Frage, über die wir hier an dieser Stelle diskutieren. Vielen Dank. Ja, und das Papier, das ist der Antrag des Parteivorstandes zum Thema Wohnen und Mieten. Vieles, was drinsteht, hat Michael Müller eben genannt. Und es ist ein weiterer Schritt zur programmatischen Neuausrichtung, zur Profilierung, die die SPD hier tun will. Heute schon mit dem Sozialstaatskonzept, mit der Kindergrundsicherung und jetzt eben im Bereich Wohnen und Mieten. Also sehr viel Stoff für Gespräche. Und deswegen gebe ich ab zu meinem Kollegen Erhard Schärfer-Anzett. Vielen Dank, Janett. Clara Gawetz ist bei uns und sie ist neue stellvertretende Parteivorsitzende. Und ungefähr vor einer Woche, zu ungefähr dieser Stunde, haben Sie das Ergebnis des Mitgliedervotums bekommen. Was für eine Woche für Sie? Ja, also das war natürlich letzten Samstag für mich erstmal eine Enttäuschung. Wenn man antritt, möchte man auch gerne gewinnen. Und es ist ja so in der Politik, dass es keine wirklichen Pausen gibt. Und deswegen musste dann diese Woche sehr, sehr viel vorbereitet werden, um diesen Parteitag gut zu machen. Uns Journalisten oder sagen wir mal vielen Hauptstadtjournalisten ist in der vergangenen Woche vorgehalten worden, dass wir ja eigentlich ein ganz anderes Ergebnis erwartet hatten und deswegen frustriert waren und deswegen bestimmte Kommentare so ausgefallen sind, wie sie ausgefallen sind. Welche Signale hatten Sie denn in den 1, 2, 3, 4 Tagen, bevor das Ergebnis kam, dass es so ausgehen würde, wie es jetzt ausgegangen ist? Gar keine Signale, weil das ist ja eine der seltenen Wahlen gewesen, wo es keine belastbaren Umfragen gibt. Und die SPD ist ja immer für eine Überraschung gut. Deswegen hatte ich natürlich die Hoffnung, dass Olaf Scholz und ich gewinnen. Aber niemand wusste im Vorherein, wie es ausgeht. Und ich fand auch dann die Reaktion der Journalisten auch ziemlich hart. Wie kriegt man da die Kurve, wenn man so ein Ergebnis hat, eigentlich zuversichtlich ist, dass man schafft, auch die ganze Wochen vorher gespiegelt kriegt, eben auch meine aus unserer Branche, dass es wahrscheinlich reichen wird und dass es klappt, wenn auch knapp oder so. Wie kriegt man da die Kurve, um dann zu sagen, ich trete an als stellvertretende Parteivorsitzende? Eine Sache war vorher uns ganz wichtig. Also allen Vieren, die kandidiert haben, dass klar war, egal wer gewinnt, die jeweils unterliegenden zwei werden die anderen unterstützen, weil wir natürlich eine Partei sind, wir sind alle Sozialdemokraten. Und uns liegt die Partei am Herzen. Das war das eine. Und zum Zweiten, samtlich hatte ich natürlich dann erst mal gar keine Lust, dieses Jahr noch für irgendwas zu kandidieren. Aber da sind die ostdeutschen Landesverbände auf mich zugekommen, aber auch viele, es waren ja fast 100.000, die Olaf Scholz und mich gewählt haben, die gesagt haben, wir wollen, dass eure Ansätze und auch ein Stück weit die Kandidaten präsent bleiben. Und dann habe ich ein bisschen mit mir geknabbert und gerungen. Und dann habe ich gesagt, na gut, du trittst an. Jetzt ist die gesamte Führungsriege ausgetauscht. Neue Vorsitzende, neue Stellvertreter. Haben Sie schon Gedanken machen können, wie Sie diese Rolle ausfüllen wollen? Zwei Punkte waren mir ja von Anfang an wichtig in meiner Kandidatur. Das ist eine, die Repräsentanz von ostdeutschen Interessen, Biografien, aber auch unseren Lebenslagen. Und ich bin ja auch die einzige Stellvertreterin, die aus Ostdeutschland kommt. Und das Zweite ist das Thema Gleichstellung. Das ist ein Punkt, der mir politisch schon immer wichtig war, wo wir auch einen ganz klaren Unterschied zur Union haben. Gerade heute haben wir zum Beispiel beschlossen, dass wir Parität haben wollen, also auch ein Wahlrecht, was Frauen stärker unterstützt, währenddessen die CDU beim letzten Parteitag sich noch nicht mal zu einer Quote hat hinreißen lassen. Können wir vielleicht noch mal vertiefen an der Stelle, indem Sie noch mal erläutern, wie das denn aussehen soll, das Gesetz, wie sich die SPD das vorstellt, das wahrscheinlich auch in dieser Legislaturperiode nicht mehr umgesetzt werden kann. Aber nichtsdestotrotz, was sind die entscheidenden Punkte? Was ist Ihnen da besonders wichtig? Wie soll es konkret aussehen? Also es gibt ja Parteien, die haben das schon geschafft, nämlich die haben interne Quote. Bei der SPD ist das seit vielen Jahren der Fall, bei den Grünen, bei der Linkspartei. Das heißt, dass man, wenn man eine Wahl hat und eine Liste aufstellt, dass man die quotiert, dass man auch vor Ort in den Direktwahlkreisen schaut, dass Männer und Frauen aufgestellt werden. Und das kann man natürlich nicht nur in parteiinternen Satzungen regeln, das kann man auch in einem Wahlrecht regeln. Das machen viele Länder in Europa und das führt dazu, dass der Frauenanteil steigt. Wir erleben ja jetzt, dass es gerade gegenteilig ist, der Frauenanteil in den Parlamenten sinkt. Und von alleine werden wir da die Gleichberechtigung von Männern und Frauen nicht schaffen. Wobei, da müssen wir, glaube ich, auch noch mal ein kleines bisschen helfen, weil Sie da besser drin sind im Stoff. Das Paritégesetz, das das Land Brandenburg verabschiedet hat, ja jetzt wahrscheinlich noch mal juristisch überprüft wird, ob das tatsächlich so funktionieren kann, weil es, so kurios es klingt, die Rechte auch von Männern durchaus einschränkt. Es ist das Erste in der Republik und es gibt eine interessante Debatte unter Staatsrechtlern, ob das möglich ist oder nicht in Deutschland. Da gibt es zum Beispiel im Grundgesetz in Artikel 3, wo drin steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und der Staat muss aktiv dafür sorgen, dass etwas gemacht wird, um das auch umzusetzen. Und dann gibt es natürlich auch das freie und gleiche Wahlrecht und auch die Organisationsfreiheit der Parteien. Das muss man miteinander abwägen. Das wird sicherlich eine spannende juristische Diskussion. Wir haben aber in Thüringen jetzt schon ein zweites Paritégesetz. Die Berliner haben sich auch auf den Weg gemacht. Das ist einfach der Trend der Zeit. Für wie gerichtsfest halten Sie das, was die SPD verabschiedet hat? Wir verabschieden natürlich nur Gesetze, von denen wir ausgehen, dass sie mit der Verfassung in Einklang sind. Alles andere wäre nicht denkbar. Und natürlich ist man vor Gerichten immer in der Hand der Richter. Und manchmal gibt es ja zwischen schwarz und weiß, zwischen geht und geht nicht. Auch ein Hinweis eines Gerichtes, was man vielleicht noch ändern muss. Und da sind wir gespannt. Aber das wird dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr vorliegen. Gucken wir noch ein wenig auf die Partei, für die Sie jetzt mitverantwortlich sind. Ob Sie wollen oder nicht. Da sind Sie jetzt mal drin und in der Mitverantwortung. Das habe ich schon gewollt. Das hätte ich ja nicht kandidiert. Ja, klar. War auch irgendwie eine schräge Formulierung, fiel mir auf. Während ich Sie sagte, nichtsdestotrotz, wenn Sie sich das angucken, was hier die vergangenen anderthalb Tage bislang passiert ist, was denken Sie, wie wird die Partei in einem halben Jahr dastehen? Also es haben ja ganz viele Ihrer Kollegen gesagt, das wird ja jetzt ein ganz schlimmer Parteitag. Die werden sich irgendwie streiten. Die werden das Personal nicht voneinander kriegen. Und die SPD hat es mal wieder allen gezeigt. Das war eine Nikolausüberraschung, glaube ich, auch für die Journalisten, dass wir gestern sehr einig auch bei der Stellvertreterfrage waren, dass wir auch sehr einig waren bei der Bewertung der Großen Koalition. Heute zum Beispiel ein Punkt, der bei uns ja immer sehr umstritten war, ist Sozialstaatspapier, was wir mit großer Einmut unterstützt haben. Also insofern ist das eine vorweihnachtliche Harmonie, aber auch eine inhaltliche Neuaufbruch der SPD. Das ist sehr schön. Die Frage ist ja, und deswegen kann man bei der SPD ja nie so wirklich sicher sein, wie lange diese vorweihnachtliche Harmonie hält, wahrscheinlich bis Weihnachten. Aber was passiert beispielsweise Januar, Februar, März? Wir haben uns ja inhaltlich an vielen Punkten jetzt neu auf den Weg gemacht. Sozialstaatspapier hatte ich schon gesagt. Und ansonsten haben wir in diesem Koalitionsvertrag noch viele Punkte, die uns wichtig sind, die wir umsetzen wollen. Einer, ich bin ja Mutter von drei Kindern in der Grundschule, der mir ganz wichtig ist, ist der Plan von Franziska Giffey, dass es jetzt auch einen Rechtsanspruch gibt auf die Betreuung ganztags in der Grundschule. Es gibt immer noch zu viele Menschen, die haben einen befristeten Arbeitsvertrag, ohne jeden Grund dafür. Da müssen wir rangehen. Also es gibt noch genug zu tun nächstes Jahr. Was sind Ihre Erwartungen an die beiden neuen Parteivorsitzenden? Die Partei zu führen, vielleicht auch mit einem bisschen frischeren Blick, nicht unbedingt sozusagen nur aus dem Perspektive des Bundeskabinettes. Sie bringen ja ganz unterschiedliche Erfahrungen mit ein. Norbert Walter-Beuerns auch aus der Landespolitik. Was ich als jemand, der 15 Jahre Abgeordnete war, natürlich sehr schätze. Und wir haben jetzt auch natürlich zwei Menschen, die da nicht schon seit langer, langer Zeit in den Gremien sitzen. Das führt ja manchmal dazu, dass man auch ganz normale Routineabläufe noch mal neu überdenkt und sagt, müssen wir das eigentlich immer so weitermachen oder geht es auch anders? Gelingt das, was ich jetzt mal Spagat nennen will, auf der einen Seite einer stärkeren parteilichen Profilierung oder auf der einen Seite und auf der anderen Seite Zusammenarbeit, konstruktive Zusammenarbeit in dieser Koalition? Ich glaube schon. Wenn Sie gesehen haben, das war eine Riesenleistung auch der neuen Parteispitze. Sie haben gesagt, Samstag haben wir das Ergebnis erfahren. Freitag musste schon das komplette Personaltableau vorliegen. Freitag musste schon der ausformulierte Leiteintrag vorliegen. Da haben die gute Arbeit geleistet in Kooperation mit dem Vizekanzler Olaf Scholz und natürlich unserer Bundestagsfraktion. Deswegen bin ich da sehr optimistisch. Clara Gabitz, vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns gewesen sind nach einer wirklich turbulenten und wahrscheinlich auch emotional durchaus aufwühlenden Woche. Danke dafür. Und was da vorne passiert im Podium, am Podium, im Plenum, das wollte ich eigentlich sagen, das sagt Ihnen jetzt Janett Clark? Ja, oder auch am Rednerpult, je nachdem. Also die Beratung hier auf dem Parteitag, da geht es im Moment um das Thema Mieten, Wohnen und Kommunales. Der Antrag des Parteivorstandes, der ist vorgestellt. Und wir sind jetzt in der Aussprache und hören jetzt als Nächsten Sebastian Hartmann, den Vorsitzender des SPD-Landesverbandes in Nordrhein-Westfalen. Liebe Genossinnen und Genossen, der Parteivorstand legt hier mit einem Grundlagenantrag vor. Wir erkennen an, dass das Wohnen die soziale Frage des Jahrzehnts ist. Aber mit diesem Befund endet auch der politische Wettbewerber. Aber verrät jenseits Gefühl und ich denke an euch und mache mal ein bisschen mit, nie, wie dieses Problem grundlegend zu lösen ist. Und der Parteivorstand macht mit diesem Antrag einen Vorschlag, das System wirklich zu verändern. Und ein paar Weichenstellungen so vorzunehmen, dass wir endlich wieder diese soziale Frage des Jahrzehnts auch lösen können. Und es ist eine drängende Frage, wenn Erzieherinnen und Erzieher, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die Leistungsträger unserer Gesellschaft, Polizisten, sich Wohnen nicht mehr leisten können, weil immer mehr Menschen mehr als 30 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Wohnen ausgeben müssen. Also eng die Zeit. Und da ist etwas in der Mitte der Gesellschaft ins Rutschen gekommen. Und deswegen müssen wir ins Bauen kommen. Wir müssen dafür sorgen, dass Angebote und Nachfrage wieder in Einklang kommen. Und wir müssen dafür auch hier den Staat stark machen. Wir müssen mehr öffentlichen Wohnbau betreiben, Genossinnen und Genossen. Wir müssen dafür sorgen, dass endlich die öffentliche Seite auch wieder Wohnungen anbietet, viel mehr. Wir müssen mit dem Ausverkauf des öffentlichen Wohnungsbestandes aufhören, Genossinnen und Genossen. Und das können wir mit diesem Antrag schaffen. Wir haben einen weitergehenden Antrag mit K25 vorgelegt, den ihr in eurem Antragsbuch findet. Dieser Antrag wird erledigt sein, wenn wir den Antrag jetzt hier bespießen. Aber das ist nicht der Versuch, jetzt nochmal unseren Antrag da reinzubringen. Aber da stehen auch zwei, drei Punkte drin, die wir gerne durch einen Änderungsantrag nochmal übernehmen wollen, wo wir euch um Unterstützung bitten, weil wir auch in dieser Debatte zeigen wollen, dass das nicht alles in der Antragskommission vorlaufen muss, sondern auch mal in der Position hier diskutiert wird. Ein Punkt ist entscheidend. Es ist ja im Feld oft darüber geredet worden, dass wir von einer Enteignung sprechen. Aber, Genossinnen und Genossen, die Enteignung hat schon stattgefunden. Wenn die öffentliche Seite nicht mehr in der Lage ist, Grundstücke zu Marktpreisen aufzukaufen, wenn die öffentliche Hand nicht mehr in der Lage ist, bezahlbaren Wohnraum anzubieten, weil der soziale Wohnungsbau nicht mehr auf vernünftige, bezahlbare Preise kommt, Genossinnen und Genossen, dann sind wir, dann ist die Mitte, die solidarische Mitte in diesem Land enteignet, weil wir in unseren Städten und Gemeinden nicht mehr gestalten können. Deswegen müssen wir mehr Grund in kommunale Hand bringen, über einen sozialen Boden- und Infrastrukturfonds. Das ist die entscheidende Frage, diese Bodenfrage, die Hans-Jochen Vogel uns noch mal ganz deutlich ins Stammbuch geschrieben hat. Und das müssen wir hier deutlich und laut sagen und uns da vom politischen Wettbewerber auch eindeutig abgrenzen. Wir wollen mehr öffentliche Verantwortung und mehr öffentliche Verantwortung für Grund- und Bodengenossinnen und Genossen. Und die Zahlen zeigen es. Seit den 1960er Jahren sind die Bodenpreise im Schnitt um das 18-fache gestiegen. In München seit 1950 um das 340-fache explodiert und in Berlin kostet ein Grundbauland fast 700 Euro im Schnitt und das ist noch gar nicht mal die beste Lage, Genossinnen und Genossen. Da ist das Problem und deswegen sollte das im Antrag auch stark gemacht werden. Und aus unserer wohnungspolitischen Kommission kommen drei Änderungswünsche, damit wir an den Stellen noch mal nachschärfen können. Wir brauchen eine entsprechende Fortentwicklung auch der wohnungsaufsichtsrechtlichen Instrumente in Abstimmung mit den Kommunen, weil nur so versetzen wir die Kommunen in die Lage, tatsächlich auch wieder handeln zu können. Das wäre der Änderungsantrag E1 und wir bitten hier freundlich um Übernahme. Der zweite ist, dass wir auch an die Mieterinnen und Mieter denken, die möglicherweise über ihre Miete eben die Instandhaltung mittragen. Dass wir diesen Anteil auch ausweisen, dass Mieterinnen und Mieter wissen, wie viel fließt in die Instandhaltung, dass sie nachvollziehen können, wenn sie zur Miete wohnen. Was tut der Vermieter konkret? Und das ist etwas, was vielleicht nicht die große Grund- und Bodenfrage ist, aber hier muss man auch ansetzen. Und der letzte Punkt, zu dem wir auch noch mal werben wollen, E3, es gibt Menschen, die bauen die Wohnungen. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen die IG BAU eingeladen. Und wenn wir jetzt ins Bauen kommen wollen, da gibt es die einen, die Entfesselung sagen, die weg wollen von Umweltstandards, die weg wollen von sozialen Standards, weg von der Tarifbindung. Wenn aber in Deutschland gebaut wird, dann müssen wir immer auch an diejenigen denken, die bauen. Und das sind die Gewerkschaften, wir wollen die Tarifbindung stärken, wir wollen uns solidarisch mit den Beschäftigten im Baugewerbe zeigen, denn das sind unsere Verbündeten an der Frage. Und es kann nicht sein, dass es auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Und das sollte in den Antrag hineingestimmt werden. Und darum die Bitte, auch an der Stelle zu zeigen, wir wollen die Tarifbindung stark machen, wir wollen die Gewerkschaften an der Seite haben. Und es sollen nicht die Arbeitsbedingungen geschliffen werden, wenn wir in die Wohnbau-Offensive gehen. Glück auf! Vielen Dank. Der Sebastian Hartmann war das aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen, er ist Vorsitzender dieses Landesverbandes. Wir würden euch vorschlagen, die Redeliste damit zu schließen. 15 Wortmeldungen zu diesem Themenbereich gibt es anscheinend noch zusätzlich. Hören wir jetzt vorne. Es bereitet sich dann Jochen Horst aus dem Landesverband. Also das ist natürlich auch ein wichtiger Bereich, der hier ausführlich behandelt werden soll. Bettina Schulze hören wir jetzt als Nächste aus dem Landesverband Berlin. Liebe Kolleginnen und Genossen, ich bin Ortsvereinsvorsitzende in Berlin-Wedding. Das ist ein Gebiet, wo Menschen wohnen, die nicht so viel Geld haben. Oder soll ich sagen, Menschen wohnten, die nicht so viel Geld haben. Weil die Mieten in unserem Gebiet sind in den letzten zehn Jahren um sage und schreibe 110 Prozent gestiegen. Und deswegen finde ich diesen Antrag heute so wichtig. Wir brauchen eine grundlegende Wende hin zu einer verantwortungsvollen, solidarischen Boden-, Wohnungs- und Mietenpolitik. Grund und Boden muss zum Wohle aller Menschen genutzt werden. Boden ist keine beliebige Ware wie ein paar Turnschuhe oder ein Handy, das ich kaufe, sondern Grundvoraussetzung von menschlicher Existenz. Deswegen muss Boden in das Interesse der Allgemeinheit gestellt werden. Wir wollen eine nachhaltige und gemeinwohlorientierte Bewirtschaftung. Mit Boden darf nicht spekuliert werden, liebe Genossinnen und Genossen. Deswegen haben wir aus Berlin auch noch mal einen Änderungsantrag reingegeben, in den wir noch mal zwei Punkte verstärken wollen. Drei Punkte hat Matthias bereits vorgestellt. Zwei weitere Punkte sind, dass wir Spekulation mit Boden, eine klare Absage erteilen möchten und dass wir einen kommunalen Bodenfonds einrichten möchten. Liebe Genossinnen und Genossen, bitte stimmt diesem Änderungsantrag zu. Vielen Dank. Vielen Dank. Es folgt jetzt Jochen Ott und danach Anno Dietz aus Bayern. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist richtig, endlich wird Wohnungspolitik wieder zu einem Schwerpunkt. Als jemand, der seit 15 Jahren Vorsitzender des Aufsichtsrates einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft ist, mit fast 45.000 Wohnungen in Köln, kann ich nur sagen, wir müssen Wohnen bezahlbar machen, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir müssen bereit sein, das aber auf allen Ebenen dann auch durchzudeklinieren. Dazu gehört vor Ort, in Konzeptvergaben mit dem Mut zu klaren Vorgaben für Kita, Schule, Grünflächen, Kultureinrichtungen Akzente zu setzen und dort eben geförderten und preiswerten Wohnraum vorzuschreiben. Aber das geht dann nicht, wenn man als Kommune gleichzeitig Hochpreise fordert. Man kann keine Grundstücke in Konzeptvergabe für 1.000 Euro verkaufen und gleichzeitig von Investoren erwarten, dass sie anschließend all das liefern. Das geht nicht. Und deshalb halte ich es für ganz besonders wichtig, dass wir hier uns ehrlich miteinander machen. Dazu gehört auch, dass wir als nordrhein-westfälische SPD auf unserem Landesparteitag beschlossen haben, eine weitere Fördersäule zu errichten. Nämlich zu sagen, Kommunen, Land und Bund sollen ihre Flächen in Erbpacht vergeben, ja, aber möglichst zu 0,1 Prozent oder in dieser Größenordnung, um im Gegenzug für 99 Jahre die Dauer der Erbpacht sicherzustellen, dass eine Kostenmiete bezahlbares Wohnen für die Menschen auf Dauer sichert, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben eine große Verantwortung, weil eins muss auch klar sein, der Staat muss sich auch an die eigene Nase packen. Ich gucke mal nach Hamburg. In Hamburg ist es gelungen, in wenigen Jahren den Anteil der Baugenehmigungen deutlich zu erhöhen. In meiner Heimatstadt braucht es fünf Jahre für eine Baugenehmigung, ein weiteres Jahr für die Genehmigung eines Förderbescheids. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, bei allem Verständnis, man kann doch nicht die private Wohnungswirtschaft ständig angreifen, wenn man nicht seine eigenen Hausaufgaben macht. Der Staat, wir müssen alle schneller werden, in den Kommunen, im Land und im Bund. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine zweite Ehrlichkeit aussprechen müssen. Ich kenne nur Bürgerinitiativen gegen Wohnungsbau. Egal, wo gebaut wird, die Leute erklären uns immer, ja, Wohnungsbau und niedrige Mieten ist wichtig, aber nicht vor meiner Haustür. Das geht so nicht. Und da müssen wir auch als Sozialdemokraten in den Bezirksvertretungen standhalten. Da müssen wir vor Ort sagen, wir sind für Wohnen. Aber da müssen wir es auch durchziehen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich werbe sehr dafür. Ich werbe sehr dafür, zu differenzieren. Nicht alle sind Heuschrecken und nicht alle Investoren machen, nur Abzocke. Lasst uns die Spreu vom Weizen trennen. Klar benennen, wer das macht und wer es nicht macht. Die Kommunalen, die Genossenschaften, da sind wirklich viele Gute dabei. Die sollten wir nicht alle über einen Kamm scheren, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb zum Schluss, der Antrag ist richtig. Ich werbe nur für ein vernünftiges Wording, wenn wir ihn verkaufen. Das ist ganz wichtig, damit wir die Mehrheit erreichen können. Und ich bitte euch dringend, unseren E1 und E2 aus Nordrhein-Westfalen zu unterstützen. Um das abzugrenzen, wird es wichtig sein, Instandhaltungsausgaben auch auf dem Mietzettel deutlich zu machen. Weil Instandhaltung ist vernünftige Mieterhöhung, wenn sie dazu führt, dass die Wohnung im Zustand ist, der vernünftig ist. Aber Abzocke muss abgegrenzt werden. Das sollten wir in Zukunft wie in Wien abgrenzen. Und ich bitte aus Sicht von Duisburg, Gelsenkirchen, aber auch von Teilen von Köln, von vielen Städten darum, die Wohnungspolizei, die Wohnungsaufsicht so stark zu machen, dass skrupellose Vermieter und Abzocker, die auf Matratzenlager Flüchtlinge und andere Menschen unterbringen, die die Wohnungen verkommen lassen, sich nicht scheren, die Seniorinnen und Senioren im 25. Stock drei Monate ohne Aufzug in den Wohnungen wohnen lassen, die müssen endlich richtig zur Kasse gebeten werden. Da muss die Wohnungsaufsicht richtig reingehen. Und das muss sozialdemokratische Politik sein. Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt kommt zweimal Bayern, einmal Anno Dietz und danach Simone Burger. Liebe Genossinnen und Genossen, die Schaffung und Erhalt von bezahlbarem Wohnraum ist von zentraler Bedeutung. Und das nicht erst seit gestern. 39.000 Prozent. Diese Zahl klingt wie ein Rechenfehler. Aber genau das ist es, um wie viel die Grundstückswerte in München seit dem Krieg gestiegen sind. Wenn der Quadratmeter Boden 14.000 Euro kostet, dann wird es schwer, und das sind diese Preise, die wir haben in der Innenstadt, dann wird es schwer, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dann wird es schwer, hier Projekte auch zu erhalten. Was wir erleben hier, ist die fortschreitende Finanzialisierung des Wohnungsmarktes, die Aufkündigung des gesellschaftlichen Konsenses, dass Wohnung wirtschafts- und sozial gut ist. Wohnung wird immer mehr zum Anlage- und Spekulationsobjekt. Wir wollen den Antrag hier in einem Punkt präzisieren und einen Satz verändern. Gleichzeitig ist es uns wichtig, dass wir reinschreiben in diesen Antrag und auch klarmachen, diese Bodenwertsteigerungen finden nicht im luftleeren Raum statt, sondern auf der Grundlage des Baurechts und der Infrastruktur, die die Kommunen schaffen und die Allgemeinheit bezahlt. Deshalb fordern wir, hier in diesen Antrag aufzunehmen und auch ins Baugesetzbuch zu schreiben, die Möglichkeit eines Planwertausgleichs. Auf diesem Weg ist es wichtig, dass wir die bestehenden Werkzeuge, die wir in den Kommunen nutzen, wie den städtebaulichen Vertrag, stärken und ausbauen, dass wir die Möglichkeit der anrechenbaren Lasten ausweiten und das Verständnis der Ursächlichkeit ausweiten. Ein besonderes Problem stehen wir immer dann gegenüber, wenn es darum geht, Nachverdichtung im bebauten Innenbereich zu regulieren. Hier entscheidet nach § 34 Baugesetzbuch allein Art und Maß der umliegenden Bebauung darüber, was Baurecht auf dem Grundstück ist. Wir brauchen hier die Möglichkeit, als Kommunen klar zu sagen, im Rahmen von vereinfachten Bebauungsplänen, wir wollen hier eine Quote an geförderten Wohnraum, wir wollen hier bezahlbaren Wohnraum, der dauerhaft und verpflichtend bestehen bleibt. Gleichzeitig, wenn wir über neue Maßnahmen diskutieren, wie die Innenentwicklungsmaßnahme, aktuell in der Diskussion, es gab ein Planspiel der Verwaltung dazu, dann geht es auch darum, einen flächenbezogenen teilweise Lastenausgleich zwischen Planungsbegünstigten und Planungsträger, den Kommunen zu schaffen und die Lasten, die der Allgemeinheit entstehen, gemeinsam umzulegen und gemeinsam zu tragen. Ich bitte euch, stimmt den Änderungen zu und schärft die Instrumente, die wir in der Hand haben, damit wir vorankommen auf einem Weg zum sozialen Bodenrecht. Ich danke euch. Vielen Dank. Es kommt als nächstes Simon Burger und es folgt Patrick Mayrecker aus Nordrhein-Westfalen. Liebe Genossinnen und Genossen, die Zeit hat vor einigen Tagen eine Deutschlandkarte veröffentlicht mit dem Titel Wo Wohnen wehtut. Und zwar betrachtet sie den Mietmarkt aus Sicht von Geringverdienern. Und wer dort auf München klickt, der lernt Folgendes. Geringverdiener ist man in München mit einem Nettogehalt von maximal 1.740 Euro. Aber eine niedrige Miete liegt in München bei 59 Quadratmetern bei 929 Euro. Das macht eine Mietbelastungsquote von 53 Prozent. Das ist das Gegenteil vom guten Leben. Und es macht den Satz notwendig, der heißt, wenn die Zeiten radikaler werden, dann müssen es unsere Antworten auch sein. Und genau unter diesem Blickwinkel aus München und aus vielen Teilen Bayerns haben wir diesen Antrag angesehen. Und deswegen sagen wir, wir brauchen mehr. Wir brauchen eine klare Aussage darüber, die Grundsteuer darf nicht auf die Mieterinnen umgelegt werden. Die Mieterinnen besitzen keinen Grund und sie können deswegen auch nicht diese Steuer tragen. Und als kleinen Tipp, wir haben es gerade eben im Sozialantrag beschlossen. Von daher wird es sich auch anbieten. Wir brauchen endlich einen echten Mietspiegel, der nicht nur die Neuvermietungen beinhaltet und die Mieterhöhungen der letzten vier, sechs oder acht Jahre. Wir wollen alle Mieten außer den Geförderten in diesen Mietspiegel aufnehmen, um endlich zu einem richtigen Mietspiegel zu kommen. Und wir wollen für Familien in Großstädten, die sich kein Eigentum leisten können, weil es einfach unmöglich ist, 11.000 Euro pro Quadrat mit auf den Tisch zu legen, dass eben auch die Anteile von Genossenschaftswohnungen gefördert werden. Aber wenn wir wirklich bezahlbaren Wohnraum wollen, dann hilft nur eins. Mehr Wohnungen in kommunaler Hand. Und damit wir das schaffen, müssen wir uns diese Stadt zurückerkaufen. In vielen Städten, in München, in Berlin und in Hamburg. Und das können wir nur, wenn wir ein allgemeines Vorkaufsrecht bekommen. Und dass Städte endlich kaufen können, nicht zu Fantasiepreisen, zu Spekulationspreisen, sondern zum Ertragswert, damit es auch möglich ist. Und deswegen hoffen wir, dass wir unsere Anträge unterstützen. Dankeschön. Danke, Simon. Als nächstes spricht Patrick Meiregger und es folgt dann Anna Raserhorn aus Bayern. Und Patrick Meiregger ist aus dem Landesverbandaukland Westfalen. Liebe Genossinnen und Genossen, dieser Antrag ist ein starkes Signal an diejenigen, die vom Wirtschaftswachstum der letzten Jahre wenig hatten oder weiter in Bedrängnis geraten sind, weil die Mieten immer weiter steigen. Ein wichtiger Gedanke liegt dem Ganzen zugrunde und der ist, Wohnen ist keine Ware. Wohnen ist ein Grundrecht und Wohnen ist Teil der Daseinsvorsorge. In unseren Städten sehen wir das Marktversagen und weil wir dieses Marktversagen überwinden wollen, ist die Frage des Eigentums eine zentrale. Denn sie entscheidet darüber, was beim Wohnen die Entscheidungsgrundlage ist, Profit oder Gemeinwohl. Sie entscheidet, welche Rolle wir als KommunalpolitikerInnen spielen. Sie entscheidet, ob wir nur begleiten dürfen oder ob wir dem Gemeinwohl zum Durchbruch verhelfen. Ob wir nur einen Bebauungsplan beschließen können oder eigene Planungen umsetzen. Die Wahlergebnisse der letzten Zeit haben gezeigt, dass wir diese gestaltende Rolle einnehmen müssen und dass wir diesen Rückhalt auch brauchen, um wieder Kommunalwahlen gewinnen zu können. Wir brauchen Instrumente, die uns an die Hand gegeben werden, auch von Bundesebene. Anno hat dazu schon einiges gesagt, es wurde generell schon einiges dazu gesagt. Ich kenne das aus der Kommunalpolitik ganz gut. Wir haben gute Konzepte für eine soziale, für eine ökologische Quartiersentwicklung. Aber dann kommt dann leider irgendwie das Investoreninteresse dazwischen. Es soll doch nicht alles das umgesetzt werden, was wir eigentlich richtig finden würden. Stattdessen dürfen wir dann als Kommunen an verschiedenen Stellen, zum Beispiel über Programme wie Soziale Stadt, Sachen reparieren, zu denen Investorinnen und Investoren nicht bereit sind. Auch das ist ein Stück weit eine Privatisierung von Gewinnen und eine Sozialisierung von Verlusten. Das ist nicht unser Verständnis von Wohnungspolitik. Und deshalb will dieser Antrag auch die Eigentumsfrage beim Boden groß angehen. Ich freue mich darauf, auf diesen Rückenwind für eine soziale Wohnungspolitik. Liebe Genossinnen und Genossen, das gefällt mir an diesem Antrag wirklich wunderbar. Aber ich möchte dafür werben, dass wir an einer entscheidenden Stelle in genau der gleichen Logik noch einen Schritt weiter gehen. Denn Eigentum bezieht sich ja nicht nur auf Grund und Boden. Es macht eben was aus, wenn Wohnungen Genossenschaften gehören. Es macht was aus, wenn sie im Eigentum kommunaler Wohnungsbaugesellschaften sind oder eben in einer anderen gemeinnützigen Bindung sind. Liebe Genossinnen und Genossen, von diesem Wohnraum brauchen wir mehr. Wenn wir mehr davon brauchen, sollten wir auch was dafür tun. Ich möchte deshalb für eine Änderung plädieren, dass wir auf Seite 75, Zeile 53 festschreiben, dass wir Maßnahmen fordern, auch da wurden schon einige genannt, die mittelfristig dazu führen, dass mindestens die Hälfte der Wohnungen in unseren Metropolen im Eigentum kommunaler und gemeinnütziger Wohnungsbauunternehmen sind. Das Ziel sollten wir übernehmen, ob kommunal oder genossenschaftlich. Wohnraum ist Gemeinwohl. Vielen Dank. Jetzt spricht Anna Rasehorn und es folgt aus Sachsen Stefan Engel. Liebe Genossinnen, Wohnen ist ein Menschenrecht. In immer mehr Städten, vielen lieben Dank, greift die Wohnungsnot um sich. Allein in Bayern sind es 162 Gemeinden in der Miet- und Wohnfalle. Unter anderem deswegen, weil im Zuge der Finanzkrise Wohnungen zu Spekulations- und Anlageobjekten wurden. Staatliche Gestaltungsspielräume, die das Grundrecht eigentlich sicherstellen sollten, wurden durch die neoliberalen Ausverkaufsmethode untergraben. Das kann nicht sein und deswegen danken wir für diesen Antrag, der eine 180-Grad-Wende in der Wohnungspolitik bringt. Niemand soll auf der Straße leben müssen, weil kein Wohnraum zur Verfügung steht. Wir müssen unsere Kommunen befähigen, Wohnungspolitik aktiv zu gestalten, statt weiterhin zu versuchen, placeboartig die Missstände durch staatliche Regulierung des privaten Sektors zu mildern. Globuli hilft nie, besonders nicht bei diesem Wahnsinn. Wir Jusos, die Manon und ich dankenswerterweise als stellvertretende Bundesvorsitzende in diesem Antrag vertreten dürfen, danken dem Parteivorstand aufrichtig für diesen guten Antrag. Wir haben eine kleine Einfügung, über die wir uns sehr freuen würden, wenn sie aufgenommen wird. Und zwar die Einfügung, dass mittelfristige Maßnahmen ergriffen werden sollen, dass sich mindestens 50 Prozent der Wohnungen in Metropolen, in gemeinnützigen und öffentlichen Wohnformen befinden. Ansonsten unterstützen wir die Änderungsanträge aus Bayern und aus Mecklenburg-Vorpommern, weil sie sehr gut sind. Vielen lieben Dank und Freundschaft. Danke. Jetzt kommt Stefan Engel und es folgt Özlem Ünsal aus Schleswig-Holstein. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir über das Thema Wohnen sprechen, dann sprechen wir sehr, sehr oft in erster Linie über die ganz großen Metropolen Frankfurt, München, wo es katastrophale Mietmarktsituationen gibt. Aber das Problem ist ja mittlerweile viel größer geworden. Auch in Städten, die an sich noch keine so extrem hohen Bestandsmieten haben, wie zum Beispiel in Dresden und Leipzig, wird es zunehmend zu einem Problem. Die Neuvermietung geht massiv nach oben. Und was ist da noch der Fall? Es gibt deutlich geringere verfügbare Verdienste, um solche Mieten überhaupt zu bezahlen. Ich glaube, diesen Aspekt sollten wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten immer im Hinterkopf behalten. Dass am Ende natürlich auch entscheidend ist, wie viel haben die Leute eigentlich in der Geldtasche, um eine Miete auch zu bezahlen. Und ich glaube, da stellt sich die Situation in sehr, sehr vielen Bereichen unseres Landes als sehr prekär dar. Und ich glaube tatsächlich, dass wir gut daran tun, dieses Thema weiter voranzustellen. Voranzustellen. Weil wenn wir als SPD die Wohnungsfrage nicht lösen, dann verlieren die Menschen das Vertrauen in alle anderen Politikbereiche. Weil wenn ich keine ordentliche Wohnung mehr habe, die ich bezahlen kann, dann habe ich kein Vertrauen in eine planbare Familienpolitik, wo ich sagen kann, okay, ich möchte eine Familie gründen. Ich habe auch kein Vertrauen darin, dass der Staat mir bei anderen Dingen überhaupt noch weiterhilft. Ich glaube, das ist so elementar, dass es viele Leute dann wirklich sehr, sehr hart auch trifft. Wir würden gerne oder ich persönlich würde gerne zwei kleinere Änderungen hier noch vorschlagen. Zum einen sprechen wir uns zum Glück dafür aus, dass wir bundeseigene Flächen in der Konzeptvergabe zukünftig vorrangig rausgeben möchten an die Kommunen. Aus unserer Sicht wäre es extrem wichtig, dort noch zu ergänzen, dass es auch um bundeseigene Unternehmen gehen muss. Weil ich habe als Stadtrat in Dresden die Erfahrung gemacht, dass es extrem schwierig ist, zum Beispiel mit der Deutschen Bahn überhaupt in Gespräche zu kommen, überhaupt dort nach und nach einen Prozess zu organisieren. Ich glaube, da sollten wir auch klarstellen, dass es auch darum geht, dort auch einen stärkeren Zugang zu bekommen. Weil das sind oftmals Flächen, wo wir noch nachverdichten können, wo es zusätzlich Potenziale gibt. Und zum Zweiten ein Vorschlag noch. Es gibt den Antrag K55 aus Sachsen. Der sieht vor, Mehrgenerationenhäuser stärker zu unterstützen. Es ist vollkommen okay, dass der Richtung Bundestagsfraktion geht. Wir würden nur gerne die Grundintention noch etwas stärker unterbringen. Nämlich, dass wir auch diese Orte als Anlaufstellen für Begegnung und Gemeinschaft noch mal etwas stärker auch fördern wollen. Ich denke, das ist ein Aspekt, der sich in so einer Investitionsoffensive, die wir ja anstreben, auch sehr, sehr gut unterbringen lassen würde. Beide Punkte würden wir auf Seite 78 unterbringen wollen. Den einen in Zeile 65, einfach eine Anfügung, und den zweitgenannten in Zeile 2. Das war es. Vielen Dank. Vielen Dank. Es folgt jetzt Özlem Ünsal und danach Fabian Färber aus Nordrhein-Westfalen. Also wir haben noch eine ganze Menge Redner hier bei diesem Thema Wohnen, Mieten und Kommunales. Aber wir wollen ja immer wieder andere Stimmen auch einfangen. Und hier am Set steht der nächste Gast bei Erhard Schärfer. Und das sind vor allem jüngere Stimmen und das sind weibliche Stimmen. Und deswegen ist von den Jusos in Brandenburg Lili Blauzun bei uns, die auch Social Media extrem aktiv ist und wahrscheinlich dem einen und anderen Zuschauer oder Zuschauerin auch möglicherweise schon mal aufgefallen ist. Unser Thema wird sein, wie sehen gerade die Jusos, wie sieht die jüngere Generation der SPD, was hier passiert ist auf diesem Parteitag bislang. Und ich vermute mal, dass sie mit den beiden neuen Vorsitzenden durchaus einverstanden sind. Ja, ich bin sehr zufrieden mit den neuen Vorsitzenden, denn ich glaube, dass Saskia und Norbert die neue Politik wirklich auch verkörpern können. Sie haben in der Vergangenheit gezeigt, dass das, wofür wir heute als SPD neu stehen wollen, dass sie das in der Vergangenheit auch schon gelebt haben. Und das ist etwas, was mich wirklich überzeugt. Das ist jetzt ein interessanter Ansatz, weil Sie sagen, das ist die Zukunft, weil Sie für das stehen, was wir in der Vergangenheit auch schon hatten. Wo ist da der Zukunftsaspekt? Ich will Vorsitzende haben, die in der Vergangenheit auch schon klare Kante gezeigt haben, die sich nicht einnullen haben lassen von der Union, sondern wirklich Sozialdemokratie gelebt haben. Und ich denke, dass Saskia zum Beispiel dadurch, dass sie gegen Artikel 13 gestimmt hat, gezeigt hat, dass sie eine wirklich klare Kante hat und eine klare Haltung hat und dass sie dadurch auch unsere Themen ordentlich in die Zukunft tragen kann. Artikel 13, da müssen Sie jetzt nochmal einen Satz drauf verschwenden, weil der mögliche doch die eine oder andere ist oder der eine oder andere, der da nicht so furchtbar viel mit anfangen kann. Artikel 13, da ging es um die Urheberrechtsreform und das war ein Thema, was meine Generation extrem bewegt hat. Es gab riesige Demonstrationen, Millionen Menschen sind auf die Straße gegangen. Die SPD hat sich da eher dafür entschieden. Also die hat auch im Europäischen Parlament für diese Urheberrechtsreform gestimmt. Saskia Essen allerdings, das ging auch durch den Bundestag, hat da klare Kante gezeigt und hat gesagt, mit mir gibt es keinen Artikel 13, mit mir gibt es diese Urheberrechtsreform in der Form nicht. Hat aber im Bundestag, glaube ich, mitgestimmt mit dem Entwurf, der vorlag. Glaube ich, bin ich ganz sicher. Sind Sie sicher? Ich glaube, sicher zu sein. Gut, dann haben wir hier, dann stellen wir fest, dass wir vielleicht doch nicht so ganz sicher sind über dieses Abstimmungsergebnis. Sie haben eben gesagt, Sie haben da zwei neue an der Spitze, die sich nicht haben einlullen lassen. Das würde ja bedeuten, dass alle anderen, die bislang auch Regierungsverantwortung übernehmen, die Ministerin sind oder Minister, sich haben einlullen lassen. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, dass die SPD in der Vergangenheit nicht oft genug klare Kante gezeigt hat. Ich glaube, dass wir zu viele Formelkompromisse mit der Union eingegangen sind. Ich glaube, dass wir nicht klar genug wir waren in vielen Punkten. Und ich glaube, dass Saskia und Norbert da eine neue Kultur reinbringen, was nicht bedeutet, dass alle anderen jetzt per se irgendwie sich haben einlullen lassen. Sondern ich glaube, dass es ein gesamtpolitisches Problem der SPD war. Muss man nicht vielleicht auch fairerweise sagen, dass die SPD in dieser Koalition einen übersichtlichen Prozentanteil hat, nämlich von knapp etwas über 20 und insofern aber oder vor diesem Hintergrund doch eigentlich eine Menge durchgesetzt hat an Politik. Und da ist Grundrente ja nur ein Beispiel. Aber es geht um berufliche Qualifikationen. Es gibt das Kita-Gesetz und vieles mehr. Warum zählt das nicht aus Ihrer Sicht? Natürlich zählen diese Punkte. Diese Punkte sind für auch junge Leute oder für die Gesellschaft insgesamt extrem wichtig, die durchgesetzt wurden. Aber mir persönlich fehlt einfach diese Vision der Großen Koalition. Was will die Große Koalition eigentlich erreichen? Wo will sie hin? Wie will sie diese Gesellschaft gestalten? Und das fehlt mir einfach. Und da reichen vermeintlich kleine Projekte nicht, auch wenn sie natürlich konkret politisch deutlich weiterhelfen. Aber die Grundrente oder der Mindestlohn sind keine kleinen Projekte? Das auf keinen Fall. Also wie gesagt, es hilft, oder diese Grundrente und auch der Mindestlohn und die Mindestausbildungsvergütung, das hilft vielen Menschen, aber es gibt einfach keine konkrete Vision und das fehlt mir einfach. Wie soll dir aussehen, diese Vision? Ich will ein Deutschland haben, oder ein Europa haben vor allem, dass das stark vorangeht mit dem Klimaschutz zum Beispiel. Mir fehlt, also dieses Klimapaket ist halt eher leider ein Klimapaketchen und ich würde mir wünschen, dass es da viel weiter nach vorne geht, dass wir auch, was soziale Standards angeht oder unsere Rolle in der Europäischen Union, dass wir da weiter vorangehen und uns nicht immer unter kleinen Kompromissen oder hinter kleinen Kompromissen verstecken, sondern wirklich mutig Politik machen. Aber dazu bräuchte es mehr Wählerinnen und Wähler? Natürlich und dafür brauchten wir vor allem diesen Neuaufbruch auf diesen Parteitag hier, weil ich glaube, dass viele Wählerinnen und Wähler sich immer gefragt haben, wofür die SPD eigentlich so richtig steht oder teilweise auch mit Positionen oder der Vergangenheit nicht konform gegangen ist. Aber wir haben hier wirklich einen Aufbruch auf diesen Parteitag gewagt und ich glaube, dass dieser Aufbruch ein Neustart sein kann für die SPD und auch dafür, dass wir in Zukunft mehr gewählt werden. Der Aufbruch ist 58 bzw. 67 Jahre alt. Ja, ist er. Dennoch glaube ich, dass es nicht darum geht, wie alt eine Person ist als Parteivorsitzende. Ich glaube, das müssen Menschen sein, die uns alle irgendwie auch ein Stück weit versöhnen. Ich glaube, dass Saskia und Norbert, vor allem Saskia, wie ich finde, sehr, sehr stark Themen präsentiert oder Themen vertritt, die uns junge Leute total bewegen. Also wenn wir gerade da in Richtung Digitalisierung gehen, wenn wir uns ihre Rede von gestern anschauen, das hat junge Leute, glaube ich, erreicht, wie selten eine Rede einer neuen Parteivorsitzenden, wenn wir danach gehen, dass wir zum Beispiel als SPD der Betriebsrat des Internets sein wollen, wie sie formuliert hat. Das bewegt uns junge Leute natürlich und das bringt uns junge Leute natürlich auch dazu, die SPD wieder zu wählen. Ihr Bundesvorsitzender Kevin Kühnert, kürzlich wiedergewählt mit sehr gutem Ergebnis beim Bundeskongress in Schwerin, ist jetzt stellvertretender Parteivorsitzender. Was sind Ihre Erwartungen an ihn als Parteivize? Ich hoffe, dass Kevin Dampf macht in dem Parteivorstand. Ich glaube, dass Kevin der perfekte Mensch dafür ist, uns junge Leute gut in der Parteispitze zu vertreten, denn ich denke, dass wir in den ganzen Gliederungen sehr, sehr gut vertreten sind. Das hatten wir beim Parteivorstand bis lang gefehlt und ich finde, dass Kevin dafür auch absolut der Richtige ist. Es passiert was ganz anderes, ganz Schlimmes. Kevin muss Kompromisse machen wahrscheinlich. Kompromisse sind ja an sich nichts Schlimmes. Also ich glaube, um... Außer die GroKo macht sie. Nein. Oder die SPD in der GroKo, so habe ich es eben verstanden. Nein, es geht nur darum, dass Sozialdemokratie auch sichtbar sein muss und dass es um diese Vision geht. Also es geht nicht darum, dass Kompromisse was Schlechtes sind. Es ist was Wunderbares für die Demokratie und so machen wir Demokratien natürlich auch. Und natürlich muss Kevin jetzt auch Kompromisse schließen in diesem Parteivorstand. Wir haben verschiedene Meinungen, aber ich glaube trotzdem, dass Kevin uns Jusos sehr, sehr gut vertreten wird und auch natürlich die Partei Linke sehr, sehr gut vertreten wird in diesem Parteivorstand. Was muss er durchsetzen, damit Sie nicht völlig enttäuscht sind? Klare linke Politik. Lili Blauzung war das. Von den Jusos in Brandenburg und überhaupt Social Media Aktivistin bei den Sozialdemokraten. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Jetzt haben wir mal die jüngere Sicht auch nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive kennengelernt. Danke dafür. Und was vorne passiert, sagt Ihnen wie gewohnt an diesem Nachmittag Jeannette Clark. Ja, und wir sind tatsächlich immer ja noch beim Bereich Mieten, Wohnen und Kommunales und nähern uns aber so langsam hier auch den Abstimmungen. Es wird ja hier beraten, vor allem über einen Antrag des Parteivorstandes, der nicht nur einen Sozialpakt Wohnen fordert, ein Zehnjahresprogramm für neues soziales Wohnen, ein Vorkaufsrecht für Kommunen, eine neue Bodenpolitik, ein fünfjähriges Mietenmoratorium in Städten mit angespannten Wohnungsmarkt, all das für die SPD vorstellbar. Darüber bitte einen Moment beraten. Und jetzt hören wir hier als Nächste am Rednerpult, wenn ich das richtig gesehen habe, aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Okay, der Änderungsantrag wird einfach abgegeben. Gut. Annika Maus. Annika und zum Schluss zur Richtigstellung nochmal Bernhard Daltrup. Und dann haben wir die Debatte beendet. Ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich komme aus Düsseldorf, beziehungsweise ich wohne da. Es handelt sich dabei um eine der Städte, die bei den Aufzählungen der Städte, die unter erhöhten Mietpreisen leiden, noch nicht dabei war. Ich kann euch sagen, sie gehört leider auch dazu. Nun haben wir in Düsseldorf als einer SPD-geführten Kommune schon zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, die dem entgegenwirken sollen. Allerdings ist es so, dass wir hier einfach den Bund brauchen. Insbesondere in einer SPD-geführten Kommune unter einer CDU-FDP-geführten Landesregierung, die lieber eine Marktentfesselungspolitik betreibt, anstatt sich um bezahlbare Mieten für alle zu kümmern. Der PV-Antrag, der enthält zahlreiche wichtige Punkte. Das betrifft die Stärkung der Genossenschaften, das betrifft das Erbbaurecht, das betrifft insbesondere die Bodenwertzuwachssteuer, die mir besonders wichtig ist. Und natürlich auch insgesamt mehr Boden in staatlicher Hand. Dem Wohnen, das haben bereits viele hier gesagt, ist ein Menschenrecht. Das gehört zur Daseinsvorsorge. Das überlässt man nicht dem freien Markt. Auch wenn der Antrag aus NRW, auf den jetzt gerade schon ein paar Mal verwiesen wurde, leider nicht behandelt wird, auch ich finde das schade, möchte ich auch unbedingt darum bitten, dass dieser starke Antrag, unsere Inhalte wirklich mitgenommen werden, behandelt werden. Und ich möchte auf einen Aspekt daraus noch einmal ganz besonders eingehen. Und das ist das Konzept der Vermiete. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass sozialer Wohnungsbau verdammt wichtig ist. Es soll ein massives Programm geben, das steht in dem PV-Antrag auch drin. Das finden wir super. Allerdings ist es so, dass wir auch diejenigen nicht vergessen dürfen, die leider ein wenig zu viel verdienen, um einen Wohnberechtigungsschein und damit eine Sozialwohnung zu bekommen, aber eben zu wenig, um die Mieten auf dem freien Markt zu zahlen. Genau in dieses Segment soll die Vermieter eingreifen. Es handelt sich also um eine Form der Mietpreisregulierung. Und die würde vorsehen, dass man eine Fairmiete gestaltet, die etwa ein Drittel über der Sozialmiete liegt, aber sich eben in ihrer Entwicklung nicht an der Marktmiete orientiert, sondern eben an der Entwicklung der Sozialmiete. Das heißt, sie würde auch den Mietpreisspiegel nicht weiter nach oben treiben. Und so könnte man eben auch den Menschen, die eben nicht die Sozialmieten zahlen können, die nicht die hohen Mieten zahlen können, aber eben zu viel verdienen, um eine Sozialwohnung zu bekommen, auch abdecken. Und deshalb bitte ich darum, diese Idee auf jeden Fall auch mitzunehmen. Danke. Vielen Dank. Und zum Schluss Bernhard. Bernhard Daldrup aus der Bundestagsfraktion, dort für die Kommunalpolitik zuständig. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist viel zu dem Antrag gesagt worden und ich fühle ihn auch wirklich prima. Es sind ganz, ganz viele gute Beispiele dabei. Wenn wir über Wohnungsbaupolitik reden, dann gucken ja viele auf andere Städte, beispielsweise nach Wien. Und wenn wir uns fragen, was ist eigentlich der zentrale Unterschied, dann ist es folgender. Dort war Wohnungsbaupolitik immer ein Teil der Daseinsvorsorge. Dort ist sie nie alleine den Regeln des Marktes unterworfen gewesen, wie bei uns, sondern den Regeln des sozialen Allgemeinwohls. Das ist gut und das ist die Richtung, in die wir uns alle gemeinsam bewegen und es ist auch vernünftig. Ich glaube auch, dass wir uns in der jetzt laufenden Legislaturperiode durchaus in einer Reihe von Punkten auf den Weg gemacht haben, für die dieser Antrag dann auch eine Unterstützung ist, beispielsweise beim Mietrecht, beispielsweise bei der Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Und wir werden die Novellierung des Baugesetzbuches, der 13b ist eben angesprochen worden, die Frage der Baugebote und ähnliche Dinge mehr, angesprochen. Wir reden über den Erwerb von Genossenschaftsanteilen, die wir jetzt im Haushalt abgesichert haben. Und wir haben als große Aufgabe, die Antwort auf die Frage zu finden, wie wird denn eigentlich Miete sich verändern, wenn wir Klimaschutzziele realisieren wollen. Und ich glaube, wir werden zu einer grundlegenden Umorientierung auf Warmmieten beispielsweise kommen müssen. Also da steht noch viel bevor. Ich will auf einen Punkt hinweisen, Genossinnen und Genossen, und ich habe etwas ausgeholt, weil ich nicht so eindimensional argumentieren wollte, das ist das Thema der Grundsteuer. Ich glaube, Genossinnen und Genossen, wir sollten genau prüfen, wie wir mit der Grundsteuer in der Zukunft umgehen. Und ich rate euch sehr, sprecht mit den Kommunalen, sprecht mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, sprecht mit den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, wie das eigentlich dort wirken wird. Denn die Folge wird sein, es wird unmittelbar auf die Mieten durchschlagen. Und das wird bei den kommunalen Wohnungsgesellschaften eine sehr viel unangenehmere Folge haben als beispielsweise bei den Körperschaften, die das als Betriebsausgaben gelten machen, oder bei den Kleinen, die das für ihre Einkommenssteuer dann gelten machen, aber wo trotzdem die Mieten steigen. Und es wird eine Auswirkung haben auf die Infrastrukturfinanzierung, Genossinnen und Genossen. Und deswegen glaube ich, wäre es sehr viel klüger, wir würden dem Änderungsantrag aus Nordrhein-Westfalen folgen, der sagt, lasst uns diese Frage der Umlagefähigkeit ganz, gar nicht oder in welchem Teilbereich möglicherweise das passieren soll, einer genauen Prüfung so zu unterziehen, dass wir bei unserem nächsten Wahlprogramm dazu eine abgestimmte und präzise Meinung vertreten können. Also bitte nicht entscheiden, sondern so prüfen, dass wir es im Wahlprogramm vernünftig formulieren können. Das wäre meine Bitte. Wir vergeben uns nämlich nichts, weil wir es zum jetzigen Zeitpunkt nicht durchsetzen können und wir dann eine klare, gemeinschaftlich getragene Position haben für sozialen Wohnungsbau und durchaus auch im Sinne der Mieterinnen und Mieter und für lebenswerte Kommunen. Dankeschön. Danke, Bernhard. Jetzt hat die Antragskommission nochmal das Wort. Ich würde aber die Zeit nutzen, euch mitzuteilen, wie wir geplant haben, dass es weitergeht. Wenn wir dann den Antrag PV5 zu Ende gebracht haben, sind zwar noch weitere Anträge zu bearbeiten, wir würden aber dann erstmal das Wahlergebnis der letzten Wahl aufrufen, würden dann auch noch die Verabschiedung von Hannelore Kohl vornehmen. Nach dem Antragsblock K folgt dann die Wahl der SPE-Delegierten und wir wollen heute noch den Bereich Arbeit, Umwelt und Steuernwirtschaft aufrufen. Das ist der Plan für heute, nur, dass ihr euch schon mal darauf einstellen könnt. Jetzt hat Doris das Wort. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ihr habt gemerkt, es war eine sehr, sehr engagierte Debatte und ich will mich als allererstes auch seitens der Antragskommission nochmal sehr, sehr herzlich bei Natascha Kohn und Michael Müller bedanken, die seit Monaten, darf man sagen, intensiv an diesem Thema arbeiten und aus Sicht der Antragskommission einen wirklich sehr, sehr guten Antrag vorgelegt haben. Herzlichen Dank dafür. So, und dann war es ein bisschen schwierig, genau den Überblick zu behalten, was jetzt noch beantragt wird und was nicht, weil uns bestimmte Einnahungsanträge vorliegen, die dann gar nicht mehr angesprochen worden sind. Andere sind angesprochen, die liegen uns nicht vor. Also, ich versuche mal das aufzunehmen, was wir aus der Debatte mitgekriegt haben und die Antragsteller müssen es halt jetzt genau verfolgen. Als erstes liegen uns Änderungswünsche aus dem Landesverband Berlin vor, von denen aus unserer Sicht drei angesprochen worden sind, nämlich einerseits einzufügen auf Seite 75 ab Zeile 64, wir unterstützen solche kommunalen Bodenfonds. Gewinner aus der Vermietung und Verpachtung sollen zum Zwecke des Ankaufs und der Weiterentwicklung des Bestands in den kommunalen Fonds verbleiben. Die Mittel zum Zwecke der kommunalen Bodenbevorratung werden deutlich aufgestockt. Dieser Änderung könnten wir folgen und könnten das mit aufnehmen. Gibt es dagegen Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Dann gibt es das Thema Grundsteuer. Das Thema Grundsteuer und hier insbesondere die Umlagefähigkeit ist aber auf unterschiedliche Art und Weise angesprochen. Die Berliner sagen Verbot, andere wollen eine Abschaffung, die Dritten sagen Verzicht und die Vierten sagen Überprüfung. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber gerade unter Einbeziehung der Argumente und da wir es hier im Gegensatz zu anderen Stellen von Anträgen, die eben auch schon zitiert worden sind, wirklich mit einem sehr fachlichen Antrag zu tun haben, wäre mein Vorschlag, dass wir einfügen, Überprüfung der Umlagefähigkeit der Grundsteuer mit dem Ziel der perspektivischen Abschaffung, weil ich tatsächlich glaube, dass die Dinge, die Bernhard eben angesprochen hat, ordentlich mitbedacht werden müssen und man eine kluge und abgewogene Formulierung braucht, die man wirklich im Hinblick auf ein zukünftiges Regierungsprogramm ordentlich miteinander formulieren sollte. Und ich wäre froh, wenn ihr damit einverstanden sein könntet. Gibt es dagegen Widerspruch? Aus Bayern gibt es Widerspruch. Dann stimmen wir das ab. Also Vorschlag der Antragskommission ist, überprüfen mit dem Ziel der perspektivischen Abschaffung. Wer kann diesem Votum der Antragskommission folgen? Wer stimmt dagegen? Das Erste war ganz eindeutig die Mehrheit und dann übernehmen wir das so. Dann kommen wir zum Thema. Berlin wollte den Mietendeckel drin haben. Da waren wir aber jetzt tatsächlich der Meinung, dass das in dem Antrag von der vorgestellt worden ist, von Natascha und Michael drin ist und dass wir es gerne bei der Formulierung aus dem Antrag lassen würden. Und deswegen empfehlen wir euch als Antragskommission hier keine Veränderung vorzunehmen. Gibt es dagegen Widerspruch? Ja, das hatte ich zumindest auch so gelesen in dem Antrag des Parteivorstandes. Da ist nämlich von einem fünfjährigen Mietenmoratorium die Rede in Städten mit angespannten Wohnungsmarkt, was man sich vorstellen kann. Wer stimmt dem zu? Wer stimmt dagegen? Bei einigen Stimmen war ersteres eindeutig die Mehrheit. So. Ja, die Berliner wollten das anscheinend noch etwas griffiger formuliert haben, aber das findet hier nicht die Mehrheit der Delegierten. Also es bleibt bei der Formulierung, wie sie im Antrag des Parteivorstandes steht. Ich sage es auch gleich an die Meg Pommer dazu. Wir haben das ein bisschen gekürzt, weil sonst meine Stimme auch versagen würde beim Vortragen und wollen euch jetzt Folgendes vorschlagen. Dass wir auf der Seite 77... Ja, Oster S.G. Eschen, haben Sie gerade gesehen, hat hier ihre Delegiertenkarte zum Abstimmen in der Hand. Als erstes. Daher darf das Wohnen nicht dem freien Markt überlassen bleiben. Öffentliche Wohnungsbauunternehmen eröffnen hier wichtige Einflussmöglichkeiten. Daher ist der Verkauf dieser Unternehmen keine Lösung. Im Gegenteil, wir müssen sie stärken, zum Beispiel durch eine gezielte Grundstücksvergabe an sie, eine gezielte Förderung oder auch durch eine verminderte Ausschüttung an ihre öffentlichen Träger. Das ist der Text, wie Meg Pommer das wünschte. Und es ist ein klares Bekenntnis zur kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Ich glaube, es ist unstrittig in der Runde. Übernehmen wir. Gibt es keinen Widerspruch. Das Zweite ist, zudem muss der wirtschaftliche Gewinn von Wohnungsbauunternehmen und Genossenschaften Mittel zum Zweck werden, um Sanierungs-, Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen zu finanzieren. Würden wir auch übernehmen. Dann geht es um das Thema Gemeinnützigkeit. Da würden wir gerne statt muss eine Sollformulierung machen, weil auch dieses Thema nicht unumstritten ist, auch bei den kommunalen Wohnungsbauunternehmen. Deswegen würden wir Folgendes vorschlagen. Dazu soll auch die Gemeinnützigkeit von Wohnungsbauunternehmen wieder möglich werden. Denn mit den dadurch möglichen Steuerbefreiungen können Wohnungsbauunternehmen, statt im vollen Umfang steuerpflichtig zu sein, Mittel für weiteren gemeinwohlorientierten Wohnungsbau generieren. Also die Möglichkeit eröffnen. Gibt es dagegen Widerspruch? Scheint mir auch nicht der Fall zu sein. Dann geht es um die Durchmischung von Quartieren. Da haben wir eine Kürzung vorgenommen. Um die Durchmischung von Quartieren zu stärken, sind nicht nur mehr bezahlbare Wohnungen nötig, sondern auch längere Zeitspannen bei der Bindung an bezahlbare Mieten. Es bedarf daher deutlich längerer Belegbindungszeiträume als bisher. Würden wir übernehmen? Einverstanden. Dann übernehmen wir das auch. Dann tut mir leid. Es liegt euch nicht vor, nur uns. Ein relativ langer Absatz zum Thema Wohnungsbauunternehmen in den neuen Ländern. Das Thema ist das Problem, die Altschulden, die teilweise in diesen Wohnungsbauunternehmen noch vorhanden sind. Und hier ist die Bitte aufzunehmen. Die Wohnungsunternehmen der neuen Bundesländer haben als einzige Branche noch heute Schulden aus DDR-Zeiten zu tragen. Diese wurden ihnen pauschal und häufig ohne Bezug zum Wohnungsbau zugewiesen. Auch im 30. Jahr nach der Deutschen Einheit werden die öffentlichen Wohnungsunternehmen und ihre Mieterinnen durch diese Herausforderungen zusätzlich belastet. Dazu kommt vor allem in ländlich geprägten Regionen ein hoher Leerstand und nicht barrierefreie Wohnungen, die lange nicht mehr saniert wurden und so für eventuelle Mieterinnen nicht attraktiv sind. All das führt dazu, dass der Schuldenberg und damit die Handlungsunfähigkeit der öffentlichen Wohnungsunternehmen wachsen. Dieser Webfehler der Deutschen Einheit muss, und jetzt kommt die Einfügung, auch durch den Bund korrigiert werden. In dieser Fassung würden wir es übernehmen. Gibt es dagegen Widerspruch? Das scheint mir auch nicht der Fall zu sein. Dann komme ich zu Bayern. Da gibt es mehrere Wünsche. Das Thema Umlagefähigkeit der Grundsteuer haben wir schon behandelt. Dann gibt es den Wunsch, in Seite 77, Zeile 48 Strafen für Vermieterinnen und Vermieter einzuführen, die gegen die Mietpreisbremse verstoßen. Da würden wir gerne eine Umformulierung vornehmen. Wir führen Sanktionen für Vermieterinnen oder Vermieter, die grob fahrlässig oder vorsätzlich gegen die Mietpreisbremse verstoßen, ein. Wird das so akzeptiert? Dann übernehmen wir das. Dann gibt es den Wunsch, statt der Formulierung im Antrag der Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete auf acht Jahre beim Mietspiegel, wird gewünscht, dass man diese Befristung auf acht Jahre rausnimmt. Da würden wir gerne bei der Formulierung des Antrags bleiben, der die acht Jahre vorsieht. Gibt es dagegen Widerspruch? Ja, dann stimmen wir das ab. Unsere Empfehlung ist, so zu verbleiben, wie es im Ursprungsantrag steht. Wer stimmt dieser Empfehlung der Antragskommission zu? Wer stimmt dagegen? Ja, ersteres war eindeutig die Mehrheit. So, dann gibt es noch das Ansinnen in der Seite 77, Zeile 68 zu ergänzen, um insbesondere jungen Familien den Weg zu bezahlbarem Wohnraum zu ermöglichen. Wollen wir die Förderung von Mietkaufmodellen, angespannten Wohnungsmärkten vorrangig, aber die Förderung des Kaufs von Genossenschaftsanteilen und so weiter und so weiter, den würden wir übernehmen. Gibt es dagegen Widerspruch? Scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann soll es eine Änderung geben in der Seite 78, Zeile 53 bis 54. Dort soll die Passage ein allgemeines kommunales Vorkaufrecht sowie die Ausweitung von preislimitierten Vorkaufsrechten auf alle Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt konkretisiert werden in ein allgemeines kommunales Vorkaufrecht sowie die Schaffung von preislimitierten Vorkaufsrechten auf Basis des Ertragswerts bei Grundlage einer sozialen Miete in allen Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt. Ich glaube, das können wir so übernehmen. Dann gibt es noch die Bitte, neue Punkte einzufügen, nämlich die Verankerung eines Planwertausgleichs im BauGB, der die Planungsbegünstigungen verpflichtet, sich an den Kosten, die der Allgemeinheit entstehen, zu beteiligen. Dazu fordern wir als ersten Schritt die Ausweitung der Ursächlichkeit und der anrechenbaren Lasten bei städtebaulichen Verträgen. Das würden wir übernehmen. Dann gibt es noch die Erweiterung des Instruments der Innenentwicklungsmaßnahmen und die Möglichkeit, auch bei Nachverdichtungen einen Lastenausgleich zwischen den Bauherren und den Anforderungen der Allgemeinheit zu schaffen durch Beteiligung an den Kosten oder die Bereitstellung von Flächen für die soziale Infrastruktur oder den Bau von sozial gebundenem Wohnraum. Das würden wir auch übernehmen. Gibt es dagegen Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Und dann gibt es noch den Wunsch in Seite 78, Zeile 62 bis Zeile 63, einzufügen, die Einführung der Festsetzungsmöglichkeit einer verbindlichen Quote an dauerhaft sozial gebundenem Wohnraum in einfachen Bebauungsplänen. Das würden wir auch übernehmen wollen. Gibt es dagegen Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir, glaube ich, auch NRW behandelt. Was bitte? Hier gibt es Zurufe aus dem Saal. Das können Sie wahrscheinlich rein akustisch nicht wahrnehmen. Aber Doris Ann hier von der Antragskommission, die hat hier einen Überblick und versucht hier die Delegierten schnell durchzulotsen und all das zu erklären, was hier an Änderungsanträgen vorliegt. Die liegen auch uns hier zum großen Teil nicht vor. Also da müssen wir uns ganz auf Doris Ann verlassen. Zu ersetzen. Im Zuge der Finanzkrise wurden Wohnungen oftmals zum Spekulations- und Anlageobjekt. Ich würde gern bei der Ursprungsfassung bleiben. Das ist das Votum der Antragskommission. Wer stimmt diesem Votum zu? Wer stimmt dagegen? Das Erste war, glaube ich, die Mehrheit. So, dann dürfen wir das aber erledigt haben. Dann kommen wir zu Sachsen. Die Sachsen wünschen auf der Seite 78 in Zeile 65, wo es um die Liegenschaften des Bundes geht, eine Ergänzung und Flächen bundeseigener Unternehmen. Diese Ergänzung würden wir aufnehmen. Gibt es dagegen Widerspruch? Und dann würden wir gerne noch die Sachsen, die Mehrgenerationenhäuser erwähnen. Und da würden wir auf der Seite 78 in Zeile 2 einfügen. Auch die Schaffung von Mehrgenerationenhäusern als Ort der Begegnung und Gemeinschaft wollen wir entsprechend unterstützen. Den würden wir auch übernehmen wollen. Gibt es dagegen Widerspruch? Ist nicht der Fall. So, und dann haben wir noch die Frage, die die Jusos angesprochen haben. Die wollen, dass sich mittelfristig fordern wir Maßnahmen, die dazu führen, dass sich mindestens 50% der Wohnungen, und da wollen sie nicht mehr in den Metropolen, sondern jetzt stehen haben 50% der Wohnungen in Kommunen, in gemeinnützigen oder öffentlich kontrollierten Wohnungsunternehmen befinden. Die Verzerrung des Wohnungsmarktes in Metropolen bzw. Kommunen ist der Knappheit an Grundflächen sowie der aus dem Reigentumsrecht folgenden und an sich stärkeren Positionierung seitens Vermieterinnen geschuldet, die nicht einer genossenschaftlich-kommunalen oder sonstigen gemeinnützigen Bindung unterliegen. Aber der Kernpunkt ist 50% für die im öffentlich geförderten Bereich. Also ganz ehrlich, auch als zuständige Wohnungsbauministerin in meinem Lande sage ich euch, dies wäre mir eine kleine Nummer zu ambitioniert. Insofern würden wir das nicht übernehmen. Wer würde dem Votum der Antragskommission auf Nichtübernahme zustimmen? Wer ist für die 50%? Das Erste ist eindeutig die Mehrheit. Dann übernehmen wir das nicht. Und ich glaube, jetzt kommt der Allerletzte, zumindest der mir vorliegt. Die Schleswig-Holsteiner. Das war Öslem. Die hat mir aber nur aufgeschrieben, dass sie was in der Zeile 21 eingefügt haben will, aber nicht die Seite. Aber ich glaube, der Text ist unproblematisch und wir werden uns über die richtige Stelle verständigen können. Der Text soll sein, wir wollen die Kommunen und Länder weiter befähigen, eigene Wohnungsbestände über kommunale und landeseigene Gründungen zu stärken. Ich glaube, der Text ist unproblematisch. Die Stelle finden wir noch. Ist das okay? Gibt es dagegen Widerspruch? Das ist nicht der Fall. So, aus meiner Sicht haben wir jetzt alles abgearbeitet, was an Änderungsanträgen da war. Widerspricht dem jetzt noch irgendjemand? Ist irgendwas vergessen? Dann, liebe Genossinnen und Genossen, würde ich in geänderter Form diesen Antrag zum Thema Wohnungen zur Abstimmung stellen und bitte um das Kartenzeichen, wer dem Antrag zustimmt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob jetzt noch ein Delegierter es gewagt hätte, Doris Andes zu widersprechen. Wer stimmt dagegen? Nach diesem Abstimmungsmarathon und jetzt wird über diesen Antrag abgestimmt. Bei ganz wenigen Enthaltungen einstimmig so beschlossen war das übergriffig. Du kannst auch noch den Rest machen. Herzlichen Dank. Ja, sie war jetzt so im Schwung, Doris Andes von der Antragskommission. Normalerweise, das Votum wird dann doch vom Präsidium hier, von der Sitzungsleitung abgefragt, aber da war nicht viel gegen zu sagen. Also ich darf Ihnen nochmal sagen, dieser Antrag des Parteivorstandes, der hat ja vor allem drei zentrale Forderungen, ein Zehn-Jahres-Programm, neues soziales Wohnen mit einer Neubau-Offensive, sollen 1,5 Millionen neue bezahlbare Wohnungen gefördert werden. Höchstens ein Drittel der Miete sollen Menschen ausgeben, ihres Netto-Haushalts-Einkommens sollen Menschen für die Miete ausgeben müssen und keine Spekulationen mit Wohnraum und Boden, das ist eine weitere zentrale Forderung. In diesem Antrag, der dann noch, Sie konnten es erahnen, was die Änderungsanträge ja auch gezeigt haben, sehr, sehr in die Details geht, aber dass, wie gesagt, diese zentralen Forderungen, die damit verabschiedet worden sind. Die Bundeskommission folgt bei den restlichen Anträgen, den bitte ich um das Kartenzeichen. Gegenstimmen, Enthaltungen auch hier so angenommen. Vielen Dank, Oliver. Ja, vielen Dank. Wir kommen dann jetzt zur Bekanntgabe der Wahlergebnisse für die Bundesschiedskommission und Monika Schaal würde jetzt vortragen. Bis Monika ans Redepult gekommen ist, dann würde ich kurz noch unseren ehemaligen Parteivorsitzenden Franz Müntefering grüßen. Herzlich willkommen, Franz. Also, liebe Genossinnen und Genossen, ich gebe euch das Ergebnis der Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden der Bundesschiedskommission bekannt. Abgegeben wurden 466 Stimmzettel, davon ungültig sind vier, also sind gültig 462 Stimmzettel. Im ersten Wahlgang ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Das waren mindestens 232 Stimmen. Roland Riecksecker erhielt 445 Stimmen und ist mit 96,32 Prozent gewählt. Heike Werner erhielt 457 Stimmen und ist mit 98,92 Prozent gewählt. Ich gebe euch jetzt im Anschluss das Ergebnis der Wahl der weiteren Mitglieder der Bundesschiedskommission bekannt. Hier wurden abgegeben 479 Stimmzettel, davon waren elf ungültig, also sind 468 Stimmzettel gültig. Im ersten Wahlgang ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Das waren hier mindestens 235 Stimmen. Christine Kessler wurde mit 458 Stimmen gewählt. Das entspricht einer Zustimmung von 97,86 Prozent. Gabriele Niratschik wurde mit 458 Stimmen gewählt. Das entspricht ebenfalls einer Zustimmung von 97,86 Prozent. Thomas Notzke wurde mit 437 Stimmen gewählt. Das entspricht einer Zustimmung von 93,38 Prozent. Und Johannes Risse erhielt 437 Stimmen. Das entspricht einer Zustimmungsquote von 93,38 Prozent. Vielen Dank, Monika. Nicht alle Gewählten können heute hier sein, haben aber erklärt, dass Sie die Wahl annehmen für den Fall, dass Sie gewählt werden. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Und ich würde jetzt, ja, da kann man auch applaudieren. Ja, in der Tat, da kann man applaudieren. Denn die Bundesschiedskommission, die ist enorm wichtig. Da geht es ja zum Beispiel auch darum, wenn es um Parteiausschlussverfahren geht oder Ähnliches. Jetzt wird die ehemalige Vorsitzende der Bundesschiedskommission verabschiedet von den beiden Parteivorsitzenden. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir gratulieren natürlich Thorsten Jobst und all den anderen Mitgliedern der Bundesschiedskommission ganz herzlich zur Wahl in diese sensible, manchmal auch schwierige Aufgabe. Und mit dieser Wahl ist leider verbunden auch ein Abschied. Es ist der Abschied von Hannelore Kohl, die seit 1986, das ist eine Jahreszahl, die kann ich mir gut merken, weil meine älteste Tochter da geboren ist, die ist mittlerweile 33. Das heißt, ich weiß, dass das eine lange Zeit ist, dass seit 1986 Hannelore Kohl dieser Bundesschiedskommission angehört, dass sie das zuerst als stellvertretende Vorsitzende getan hat und seit 2001 auch als Vorsitzende. Und es ist natürlich ein Hinweis wert zu sagen, dass diese Aufgabe eine ehrenamtliche Aufgabe ist, aber Hannelore Kohl hat das nicht nur perfekt gemacht, sie hat das auch in der gebotenen Diskretion und leise gemacht. Und sie hat es hauptamtlich verbunden mit dem Amt, das sie hat, dem großen Amt der Präsidentin des Verfassungsgerichts und des Oberverwaltungsgerichts, Entschuldigung, des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Und ich glaube, das ist erst mal einen großen Dank wert, zu dem aber auch Saskia noch was sagen kann. Weil wir ja Doppelspitze sind. Liebe Hannelore, ich möchte ganz persönliche Worte noch an dich richten. Ich möchte dir einfach ganz, ganz herzlich danken. Komm doch bitte näher. Ganz herzlich danken. Du hast für uns... Entschuldigung für das Landesgewicht. Es gibt mehr. Es gibt mehr Beobachtung. Du hast für uns immer wieder in diesen langen Jahren, also wirklich 33 Jahre, in diesen langen Jahren sehr, sehr schwierige, problematische Situationen mit viel Feingefühl gelöst. Da wollen wir ganz, ganz herzlich Dank dafür sagen. Wir wünschen dir für deinen weiteren Weg natürlich alles Gute, vor allem Gesundheit, aber auch Erfolg in allem, was dir wichtig ist. Das finde ich immer wichtig. Freude und Erfolg in dem, was dir wichtig ist. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das sind wirklich schwierige Situationen gewesen. Danke. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich halte mir dann doch auserbeten, auch ein paar Worte zu euch sagen zu dürfen. Und zwar ohne zu garantieren, ob es wirklich nur drei Minuten werden, wie die Redezeit genau vorgegeben ist. Ich habe in der Vergangenheit, und insofern hole ich einfach was nach, von meinem Rederecht als beratende Delegierte bei den Bundesparteitagen nur sehr selten Gebrauch gemacht. In der Regel nur dann, wenn es um Änderungen unseres Organisationsstatuts oder von anderen parteiinternen rechtlichen Regelungen ging und wenn mein Rat gefragt war. Jetzt ist oder schien es mir nach, wie ihr gehört habt, mehr als 30 Jahren der Tätigkeit in diesem Gremium an der Zeit, die Aufgabe doch in jüngere Hände zu legen. In diesen Jahrzehnten habe ich die Parteigeschichte dieser ältesten Partei Deutschlands unmittelbar miterleben dürfen. Mit all ihren Höhen und Tiefen, aber ohne selbst unmittelbar Politik zu gestalten. Ich durfte dabei interessante und durfte mit vielen Menschen mit einer beeindruckenden persönlichen und politischen Biografie zusammenarbeiten. Und ich möchte hier stellvertretend einfach auch Dieter Posser beispielsweise und Hans-Peter Bull nennen. Das Parteiengesetz schreibt ja die Bildung von unabhängigen Schiedskommissionen zur Schlichtung und Entscheidung von Streitigkeiten innerhalb der Partei vor. Und stellt dabei die Mindestanforderungen für die Gewährleistung der Mitgliederrechte und einer demokratischen Grundsätze entsprechenden Verbandsstruktur sowie für die Verfahrensabläufe auf. Es ist eines der Gremien oder die Schiedskommissionen sind im Grunde die einzigen Gremien, bei der die Freude über das Nicht-Tätig-Werden deutlich größer ist als die Freude über das Tätig-Werden. Das gilt für alle Ebenen, aber natürlich bei einer so großen Zahl von Mitgliedern gibt es auch bei uns leider den einen oder anderen Konflikt und der muss dann auch entschieden werden. Gesellschaftliche Wandlungen schlagen selbstverständlich immer auch auf das Innenleben von Parteien durch, wenn diese nach Artikel 21 Absatz 1 des Grundgesetzes bei der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. Selbstverständlich wird bei der Bestimmung der politischen Ziele und Positionen und des Weges, auf dem diese erreicht werden sollen, intern, heftig diskutiert und bisweilen auch gestritten. Und inhaltliche oder ideologische Konfliktlinien können sich dann durchaus auch in Parteiordnungsverfahren abbilden. Dazu muss man sich nur die Rechtsprechung der Bundesschiedskommission in den 1970er Jahren ansehen, durch die ich mich in den letzten Tagen interessehalber nochmal so ein bisschen durchgelesen habe. Es wurde dann aber in der Folgezeit, jedenfalls auch in der Zeit meiner Zugehörigkeit zu dem Gremium, zunehmend Gegenstand von Parteiordnungsverfahren mit dem Ziel des Ausschlusses der Austritt von SPD-Mitgliedern aus einer Fraktion. In der Regel geschah das dann unter Gründung einer neuen, die aber zugleich den Anspruch erhob, weiterhin SPD-Politik, und zwar, wie die Betreffenden dann ja meinen, die wahre und richtige und einzig richtige SPD-Politik zu machen. Das kam dann in Namensgebungen wie die wahren Sozialdemokraten oder Sozialdemokraten in der SPD zum Ausdruck. Hier in diesem Punkt war die Rechtsprechung der Bundesschiedskommission immer sehr klar und eindeutig. Dann brachte in der Folgezeit die Vereinigung von SPD-West und Ost ganz neue Probleme mit sich, etwa wenn es darum ging, ob und gegebenenfalls wie eine nicht offenbarte frühere Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit innerparteilich zu sanktionieren wäre. Wir haben da jeden Einzelfall betrachtet und versucht, tatsächlich den jeweiligen Umständen und Personen auch gerecht zu werden. Oft ist ja der eigentliche Kern eines Konflikts gar nicht richtig zu ermitteln, was von einem Verfahrensbeteiligten einmal dahin zutreffend formuliert wurde, dass die Ursache der Streitigkeiten im Unterbezirk XY nicht zuletzt in der sehr ausgeprägten, unterschiedlichen Persönlichkeitsstruktur der handelnden Personen zu suchen sein dürfte. Andererseits lebt eine Partei von solchen unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen. Die Kunst besteht darin, die jeweils besten Eigenschaften und Fähigkeiten zu einer konstruktiven Arbeit für gemeinsame Grundüberzeugungen zu verbinden. Beispiele für solche höchst unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen und Persönlichkeiten haben wir auch in heute, gestern und heute und in diesen Tagen immer wieder erleben können. Und wir sollten froh sein, dass wir eigentlich eine solche bunte Palette und Vielzahl von engagierten Menschen mit uns vereinen, unter uns vereinen, die ein gemeinsames Ziel haben und dies auch verfolgen. Ich danke an dieser Stelle den Genossinnen und Genossen aus Hessen-Süd. Das ist der Bezirk, aus dem ich damals gekommen bin. Und zu nennen wären da insbesondere Heidi Witturek-Zoll und Jörg Jordan, die mich 1986 gefragt und für diese Aufgabe vorgeschlagen haben. Dass daraus eine so lange Kontinuität erwachsen würde, haben wir, glaube ich, alle nicht geahnt. Und möglich war dies sowieso nur, weil ich, wenn ich es richtig sehe, im Gegensatz zu allen Vorgängerinnen und Vorgängern schon in sehr jungen Jahren, nämlich noch keine 38, erstmals gewählt wurde. Zuvor wurden in diesen Funktionen eher Genossinnen und Genossen erst nach Abschluss einer erfolgreichen, meist von politischen Ämtern geprägten, Laufbahn berufen. Ich vertraute damals, und das muss ich einräumen, relativ blauäugig darauf, dass man in meinem Bezirk Hessen-Süd schon wissen würde, was man da tut. Und habe erst später gelernt, dass zum Beispiel eine Gegenkandidatur für die Bundesschiedskommission, und das war meine letztlich damals, keineswegs üblich war. Und wahrscheinlich auch nicht der Wahlkampf, den wir damals beim Parteiabend im ehemaligen Straßenbahndepot in Nürnberg gemacht haben. Es ist vielleicht der eine oder die andere im Saal, die sich daran noch erinnern kann. Die Aufgabe reizte mich auch deswegen, weil ich darin eine Möglichkeit sah, mich für meine SPD in einer Art und Weise aktiv einzusetzen, die ich mit meiner beruflichen Aufgabe als Verwaltungsrichterin auch später dann in höchsten richterlichen Ämtern für vereinbar hielt und halte. Und ich sage bewusst meine SPD, ich bin immer noch überzeugt, dass sich die Parteien entgegen dem auch von vielen Medien den Wählerinnen und Wählern vermittelten Eindruck sehr wohl in ihrer Grundausrichtung deutlich unterscheiden und dass die persönliche Entscheidung, wohin man gehört, oft sehr früh fällt. Rückblickend sage ich aus meiner Erfahrung, dass neben den sich in der Mitgliedschaft ausdrückenden gemeinsamen Grundüberzeugungen eine Mischung aus Alt und Jünger, aus juristischem Sachverstand gepaart mit Erfahrungen aus unterschiedlichen Berufs- und Lebenswirklichkeiten, hilfreich ist, um als Gremium Streitfälle zu richten und womöglich zu schlichten. Es addieren sich so ganz einfach viele Einzelerfahrungen und Sichtweisen auf den zu prüfenden Sachverhalt. Übrigens war die Bundesschiedskommission ein innerparteiliches Gremium, in dem schon relativ früh, also noch vor der Quote, Frauen als Vorsitzende berufen worden. So Ende 1975 Käthe Strobel und anschließend ihr danach folgend Inge Donnepp. Ja, ein Stück Parteigeschichte. Hannelore Kohl, 33 Jahre lang war sie die Vorsitzende der Bundesschiedskommission der SPD und natürlich wollte sie ihrer Partei jetzt, wo sie ausscheidet aus diesem Amt, ihr Nachfolger ist heute gewählt, werden doch noch einiges mit auf den Weg gehen. Wir kommen so langsam zum Ende unserer Übertragung für heute und deswegen gebe ich noch einmal das Wort an Erhard Schärfer. Besten Dank und kein Ende einer Übertragung bei Phoenix, jedenfalls nicht vom Parteitag ohne eine sinnvolle Einordnung und die erwarten wir uns jetzt von Thorsten Faas, der ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität hier in Berlin und ich sage, ja, was wissen wir heute am Ende dieses zweiten Übertragungstages bei uns, hier geht es ja noch ein bisschen weiter, aber was wissen wir am Ende dieses zweiten Übertragungstages mehr über die SPD als gestern oder vorgestern? Ja, sie versucht sich tatsächlich wieder stärker über ihre Kernthemen, sozialpolitische Themen zu positionieren. In die neue Zeit war ja das Motto des Parteitages, hat eine sehr, sehr starke personelle Komponente bekommen, aber gedacht war es eigentlich als programmatische Ansage, dieses neue Sozialstaatskonzept, diese Abkehr von Hartz IV, das hat man jetzt tatsächlich heute vollzogen. Wie weit es in der Bevölkerung ankommt, wie weit es dann auch vielleicht an Wahltagen Früchte trägt, das bleibt eine spannende Frage, aber für die Partei ist es natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schnitt, mit Hartz IV jetzt tatsächlich zu brechen, könnte man sagen, und eben mit diesen neuen Ideen in die Zukunft zu gehen. Das hat der Parteitag einstimmig beschlossen nach einigen Änderungsanträgen, aber die Geschlossenheit an dieser programmatisch wichtigen Stelle, das war schon ein starkes Signal, was heute hier von Berlin ausgegangen ist. Wir können auch ein anderes Signal aufnehmen, jetzt überfordere ich mal ein bisschen die Crew hier im Ü-Wagen und an den Kameras und aber vielleicht aber so fix, wie die sonst sind, werden die das jetzt auch ganz schnell hinkriegen. Es gibt noch etwas anderes Neues bei diesem Parteitag, und das ist das Symbol der Rose, das hier sehr präsent und sehr prominent an vielen Stellen auftaucht, eben auch auf der großen Wand hinter dem Rednerpult, mit dem man ja auch symbolisieren will, dass man ein sehr altes Symbol für die Sozialdemokratie, eben diese Rose, die auch viele europäische sozialdemokratische Parteien mit als Logo drin haben, das die SPD auch lange sehr sichtbar vor sich hin getragen hat, auch die Jusos übrigens, jetzt in einer sehr stilisierten Form, und da sehen wir es ja auch schon sehr groß und sehr deutlich an einer der Betonwände hier im Citycube von Berlin, jetzt auch dieses, in dieser stilisierten Version, ja im Grunde ein Rückgriff auch auf alte Symbole, im übertragenen Sinne eben auch auf alte Werte. Kann das funktionieren oder wie kann das funktionieren mit der neuen Crew an der Führung, also die ja komplett ausgetauscht ist? Ja, in der Tat, also wir haben ja auch bei den Wahlen der Beisitzer und Beisitzer tatsächlich nochmal einige interessante Überraschungen gesehen, etablierte Kräfte haben zurückgezogen oder mussten zumindest in einen zweiten Wahlgang, also personell, wirklich hier eine deutliche Erneuerung der Partei, niemand etabliert das mehr im engeren Führungskreis, vielleicht mit Ausnahme des Generalsekretärs, aber das... Oder Hubertus Heil. Ja, aber der ja auch vorher nicht in diesem Kreis vertreten war, also insofern schon ein Austausch dieser unmittelbaren WBH-Bili-Brandt-Haus-Führungsmannschaft. Inhaltlich sieht man aber ganz stark, nachdem wir in den letzten Jahren doch sehr viel überfragen von Identität, wer gehört zu uns, wie verstehen wir bestimmte Werte der Offenheit, der Individualisierung. Da sehen wir jetzt hier schon eine Rückkehr eigentlich zu sehr klassischen sozialpolitischen Fragen, Verteilungsfragen und der Versuch, den wir hier unten, glaube ich, von Seiten der SPD gesehen haben, ist eben alte Themen, die alte Rose, wenn man so will, zu aktualisieren, in die neue Zeit zu übertragen, aber den Kern der Partei, den Markenkern, würden die Werber sagen, den tatsächlich wieder zu aktivieren und damit eben wieder nicht nur als Teil der GroKo sichtbar zu werden, sondern als eine Kraft, die sozialpolitische Themen, die viele Menschen im Land umtreiben. Das vergisst man in diesen Tagen manchmal, aber das ist weiter ein Thema, das viele Menschen umtreibt, das wieder stärker zu aktualisieren, sich damit auch zu identifizieren. Das war ein erster Schritt, aber an vielen Stellen hört man auch schon Wahlkampf, wann auch immer er stattfindet. Also da war eine programmatische Akzentuierung für die Zukunft klar erkennbar. Rein oder raus aus der GroKo, das war ein ganz großes Thema im Vorfeld dieses Parteitages. Viele haben auch damit gerechnet, dass es hier so eine Art Showdown gibt, dass abschließend darüber entschieden wird. Nun ist das im Laufe der vergangenen Woche auch weitestgehend abgeräumt worden, zumindest der zentrale Konflikt. War es jetzt offensichtlich doch den Delegierten hier wichtiger und ist das entsprechend auch gesteuert worden, zu sagen, die Partei muss in erster Linie hier mal Zusammenhalt zeigen, statt jetzt an dieser Stelle an einer völlig sehr schwierigen und komplizierten Stelle mit dieser Koalition zu brechen? Ja, es ist, glaube ich, aus Sicht der Partei wirklich an allen Stellen gelungen, eigentlich offene Konflikte zu vermeiden. Es war einmal die Frage des stellvertretenden Vorsitzes, wird es Kühnert oder Heil? Jetzt sind es beide geworden. Auch bei der mit Blick auf die Sozialpolitik spannenden Frage, soll es Sanktionen im Kontext von Hartz IV geben, ja oder nein? Auch da hat man eine Kompromissformulierung gefunden. Denn klar ist, dieser Mitgliederentscheid hat gezeigt, wie gespalten die Partei ist, das liefert ein solcher Mitgliederentscheid eben auch. Und insofern hat man hier doch mit allen Kräften versucht, diesen Riss nicht weiter zu bedienen, zu befeuern, sondern tatsächlich zusammenzuführen, die Partei. Und es ist auch tatsächlich gelungen an diesen Stellen. Thorsten Faas, vielen Dank. An dieser Stelle müssen wir aufheben, aufhören, denn wir haben natürlich auch noch weiteres Programm laufen. Ich kann aber unseren Zuschauerinnen und Zuschauern verraten, wir beide haben heute Mittag mit einem von denen gesprochen, die hier ausgeschieden sind, aus der Vorstands- und sogar aus der Stellvertreter-Ebene, nämlich mit Ralf Stegner, dem bisherigen Partei-Vielze. Wir haben einen wunderbaren Podcast mit ihm gemacht. Unter drei dürfte in absehbarer Zeit auch online sein. Phoenix unter drei, das geben wir Ihnen noch mit, auf den Weg ins Wochenende. Wir sind allerdings morgen um neun noch mal da, wenn wir vom letzten Tag auch noch mal berichten. Sagen jetzt aber danke für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie dabei waren. Und bei uns geht es nach den Mysterien der SPD weiter.